So, Leute, wir haben ja schon lange keinen Hangouts-Saloon mehr gemacht und ich musste erst mal gucken, bei welcher Zahl wir stehen geblieben waren. Und es war tatsächlich, also wir sind jetzt tatsächlich erst bei Hangouts-Saloon 5. Ja, warum mal stehen eigentlich auf meinem Notfallkanal? Es ist nicht passiert. Ich will einfach mal diesen Notfallkanal ein bisschen beleben. Also das wird jetzt auch wirklich nur diese eine Folge hier wahrscheinlich auf dem Notfallkanal sein. Dann geht es wieder auf Let's Play and Talk Live weiter, weil ich merke einfach, dass den Kanal abonniert sonst keiner. Oder den beachtet sonst keiner, den Kanal. Und wenn dann wirklich alles mal gesperrt ist, dann rafft das keiner mehr, dass überhaupt dieser Notfallkanal existiert. Und ich hätte halt gerne schon die entsprechenden Abos, zumindest mal von den Standzuschauern. Ja, und ich habe ja noch einen anderen Kanal erstellt, diesen Let's Play and Talk Gaming. Da werde ich demnächst Elex streamen drauf. Und natürlich auf Mixer und so, wisst ihr ja, habe es ja erwähnt. Ja, übrigens, das ist natürlich jetzt ein neuer Kanal, das hier. Auch Gaming auch natürlich. Und nicht jetzt verwundert sein, dass ihr plötzlich keinen Schlüssel mehr habt hier als Mod oder so. Ihr kriegt den natürlich dann direkt wieder, soweit ich das sehe. Oder soweit ihr mich darauf ansprecht. Wir sind jetzt natürlich hier bei Null. Und auch die Leute, die ich gesperrt habe, sind jetzt nicht gesperrt. Ja, ich wollte mir nicht die Mühe machen, die jetzt nochmal extra hier zu sperren. Ja, ist jetzt hier quasi... Ne? Und Anna ist auch da. Anna, wenn du Bock hast, kannst du gerne mal in die Sendung einkommen. Da hast du auch interessante Sachen gepostet, glaube ich. Hat zumindest der Sam gerade gesagt, glaube ich, auf Discord oder war das auf Facebook? Ich weiß es nicht. Ja, sie kann mir ja dazu nicht sagen. Sie hat das auch auf Facebook gefunden. Okay, okay. Moment, ich muss jetzt hier mal ein bisschen was einstellen. Ja, wir waren vorhin, ich und der Sam, wir waren vorhin beim alternativen Kommentar der Sendung. Der hat ja mal wieder live was gemacht. Und es hat mich sehr gefreut. In viele Sendungen, da kann man ja gar nicht mehr reingehen. Also ich zumindest habe keinen Bock mehr bei vielen Sendungen. Und ich freue mich immer wieder, wenn Leute mal was machen. Und es ist wirklich kein Scherz. Ich gehe teilweise echt lieber in andere Sendungen rein, als selber eine zu machen. Also das ist, ich mag das einfach. Und ja, wir haben interessante Themen angesprochen, die will ich auch heute vielleicht nochmal aufgreifen. Da gibt es noch andere Sachen, die Sam Jones war wählen. Er musste ja in Luxemburg. Und da gibt es noch andere Dinge, die man vielleicht auch noch aufgreifen kann. Und ja, also ich bin mal gespannt, wenn da alles reinkommt. Jetzt natürlich nicht die Primetime, das ist schon klar. Aber ich hatte jetzt einfach Zeit und hatte jetzt einfach Bock, sowas zu machen. Ja, Enda, wie sieht es denn aus? Komm mal hier rein. Erzähl mal, erzähl mal was. Ja, gestern musste ich Schwedin gehen. Jo, das erste Mal für mich. Ja, es fängt schon damit an, dass in der Wahlkabine ein Bleistift ist. Weil da war, das ist schon gegen die internationalen OSCE-Verpflichtungen für, was weiß ich, demokratische Wahlen und so, wie das ablaufen soll. Also transparent. Soweit ich weiß, sind Bleistifte dafür verboten. Da wurde schon Bleistift benutzt. Dann die Urnen, Wahlurnen waren nicht transparent. Die müssten eigentlich auch nach OSCE-Standard transparent sein. Waren sie aber nicht. Dann sind jetzt gestern Abend die Ergebnisse gekommen. Und ja, die sind für mich sehr, sehr merkwürdig, diese Zahlen. Also für mich sind diese Zahlen so offensichtlich, dass da betrogen wurde. Also ich sag mal, die totalen Wahlzettel, die zählen, waren 9890. Die gültigen Wahlzettel waren 8790. Und die ungültigen Wahlzettel waren genau 1100. Und das sind so genaue Zahlen, das geht gar nicht auf in meiner Meinung nach. Also wenn ich falsch schiege, kann mich ja vielleicht auch einer korrigieren. Aber das ist so genau. Erstens mal die Leute, die ich kenne hier in der Gegend, die haben alle gesagt, sie würden die gewisse Person, die gewonnen hat, nicht wählen, weil alle etwas gegen ihn haben. Die meisten auf jeden Fall. Und trotzdem hat er nochmal 20% gut gemacht. Obwohl die meisten ihn nicht gewählt haben, meines Wissens nach. Ja, was die sagen und was die machen, kann ja auch was anderes sein. Aber trotzdem, die haben alle größte Schnauze gehabt. Ja, ich wähle den und wen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass der wieder Bürgermeister wird und so weiter. Und trotzdem hat er jetzt 20% gut gemacht und ist jetzt wieder Bürgermeister. Und ja, Koalition stärkt doch irgendwie sowas. Also die stärkste Partei jetzt hier und das ist noch ein Grüner. Also, ja, ich muss hier unter grüner Herrschaft leben. Ja, aber trotzdem, diese Zahlen, macht euch das mal begreiflich. So genaue Zahlen habe ich noch nie gesehen bei Wahlen. 9.890 die totalen Wahlzettel. Die gültigen Wahlzettel 8.790 und die ungültigen 1.100. Das geht gar nicht auf für mich. Also von den Leuten, die berechtigt sind, hier zu wählen. Also deswegen war wahrscheinlich auch der Bleustift da, damit die da schön manipulieren können. Mehr habe ich jetzt nicht dazu zu sagen. Ich habe hier gerade den ganzen Merk, wie die E-Mail erhalten. Da müsst ihr eigentlich mal drauf antworten. Das kann ich auch gleich noch machen. Boah, was geht denn jetzt hier ab? Naja, ich gucke gleich auf jeden Fall mal die Sendung an vom Steffen. Wo wir vorhin drin waren. Ich war ja nicht so lange drin, Sam war länger drin. Ich habe heute andere Sachen angesprochen. Und zwar, ich habe mich da voll angesprochen gefühlt. Er sagt ja zum Beispiel, ich bin jetzt in der Schule oder so und überlege sich dann, ob er da mit Hausieren geht oder was da mit seinen politischen Ansichten oder was auch immer. Und ja, und ich bin da reingegangen vorhin in die Sendung. Es ging ja noch um andere Themen und so. Vielleicht kann der Sam ja noch mal das eine oder andere aufgreifen, weil er länger drin war. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, ich sage euch jetzt mal was, und der ist jetzt vielleicht der eine oder andere enttäuscht, aber ich mache das bei mir auch nicht auf der Arbeit. Ich gehe auch nicht auf der Arbeit damit zu hausieren. Ich versuche auch nicht, Leute zum Libertarismus zu bekehren oder sonst irgendwas. Mache ich nicht. Und gut, da kann man jetzt davon halten, was man will, aber wenn mir jemand konkrete Fragen stellt, dann kriegt er natürlich konkrete Antworten. Nur, ich komme halt nicht von mir aus damit. Das sage ich ganz ehrlich. Und auch nicht in allen Diskussionen gehe ich dann hin. Klar macht man vielleicht mal Bemerkungen am Rande oder man fragt so, bist du sicher oder so, ja. Aber da gehe ich jetzt auch nicht hin, weil, ich sage es ganz ehrlich, die Leute es nicht kapieren würden. Sie würden es nicht kapieren, denen fehlt das komplette Hintergrundwissen. Und sie verstehen es einfach nicht. Und die Frage ist natürlich, also für alles im Leben gibt es einen Preis. Selbst für den Tod, der kostet das Leben. Und ich muss immer die Frage stellen, bin ich dazu bereit, diesen Preis zu zahlen oder nicht? Ja. Und wenn ich sage, okay, ich bin dafür bereit, den Preis zu zahlen, dann brauche ich mich hinterher auch nicht darüber zu beschweren, wie viel das jetzt gekostet hat oder so. Ich habe mir bezahlt. Also auch jetzt, dass wir hier, ich habe das auch vorhin in der Sendung angesprochen, auch dass wir hier zum Beispiel sowas machen, hier diese Hangouts oder uns da irgendwie äußern und so. Wo klar ist, vielleicht der eine oder andere von uns anonym, aber ja nicht für das System. Das wäre nicht anonym. Und wer sich hier äußert oder ansonsten auch schon lang und breit da geäußert hat, und es ist ja auch klar, dass wir nicht nur irgendwas nachplappern, sondern wir sind wirklich der Ansicht der Sachen, die wir da sagen. Und es gibt da kein Zurück mehr. Ja, also wenn hier irgendwann das System noch totalitärer wird, was nur eine Frage der Zeit ist, es ist ja schon ziemlich totalitär. Und wenn es hier vielleicht wirklich mal irgendwann Konzentrationslager gibt für Dissidenten oder sowas, sind wir die Ersten, die an die Reihe kommen. Das ist völlig klar. Oder wenn sie wirklich mal die komplette neue Weltordnung ausrufen oder was, in der Form oder wie auch immer das dann laufen wird. Weil wir sind doch die Ersten, die da aufmucken würden. Und die Leute sind ein bisschen weg. Das ist ganz klar. Und da kann man nicht mehr einfach dann sagen, ah nö, ich bin jetzt wieder anderer Meinung, das würden die eben eh nicht abkaufen. Das geht nicht. Aber auch das ist eine Sache, bin ich ganz ehrlich, Leute. Ich habe ja früher nur Gaming gemacht auf meinem Kanal und das fing so 2015 an mit der Migrationskrise, wo ich dazu angefangen habe, mich hier auch krass politisch auch zu äußern und so. Und ich glaube, davor war noch irgendwas. Ich glaube, mit der Homo-Ehe, ja. Da hatte ich auch schon was gesagt. Aber das war jetzt noch nicht so ultra krass. Aber ja, und das habe ich mir wirklich zehnmal überlegt, ja, ob ich mich da irgendwie äußere oder so. Ja, können ja auch Arbeitskollegen mal den Channel gucken oder so. Und sei es nur durch Zufall, weil ein Video empfohlen wird. Ja, und ja, das ist natürlich auch ein Risiko. Aber da denke ich mir, das ist mir aber wieder wert. Ich bin dann schon irgendwie dazu bereit, den Preis zu zahlen. Also in dem Fall, weil ich das sehr wichtig finde, über bestimmte Dinge mal aufzuklären oder so. Und es bringt ja auch was. Weil da sind ja dann Leute dabei, im Gegensatz zu manchen Arbeitskollegen, die sie sowieso nicht kapieren werden oder nicht kapieren wollen. Oder sogar offen kommunistische Ansichten vertreten. Hier bringt es ja zumindest was. Ja, hier sind ja dann noch Leute dabei, die irgendwas damit anfangen können oder so. Ja, und das ist ja dann nicht umsonst. Ja, das ist halt so eine Abwägungssache halt. Und ich sage ganz ehrlich, im Job oder so, nö. Man kann sich natürlich die Frage stellen, sollte man nicht mal irgendwie die Stelle wechseln oder so, wo vielleicht dann eher Leute sind, denen das eher zusagt. Oder wo man nicht so extrem aufpassen muss, das natürlich Gedanken nicht mehr mache. Und was ich vielleicht früher oder später tun werde. Nur, das sind halt so Geschichten. Ja gut, da muss jeder halt mit sich selber ausmachen. Was ich zum Beispiel nicht einsehe, ist, damit hausieren zu gehen, dann nächsten Monat arbeitslos zu sein, mit einem Haufen laufenden Kosten, und gucken, wie ich überhaupt klarkomme. Ja? Und dann die nächste Stelle und dann wieder damit hausieren zu gehen und dann wieder raus zu gehen und immer so weiter. Ich habe da keinen Bock drauf. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das findet ihr jetzt vielleicht feige oder sowas oder keine Ahnung. Nö, das mache ich nicht. Ja? Ich sehe das nicht ein. Ja? Und, ähm, ja, oh mein Gott. Und jetzt müsst ihr euch mal die Frage stellen, würdet ihr auch überall, zu jedem Zeitpunkt, mit deiner Ansicht schnausieren gehen? Stell euch mal vor, ihr seid links und es stehen 100 Klatzen vor euch. Ihr seid jetzt, oder ihr werdet jetzt wegen einer Veranstaltung oder so, zufällig, oder, ihr seid ja jetzt irgendwo, ne? Würdet ihr das dann raushauen? Hm? Würdet ihr es machen? Äh, ja. Oder steht jemand mit einer Waffe vor euch? Oder so. Auch schwierig, ne? Würde man dann auch alle Beleidigungen raushauen, die man vielleicht sonst raushauen würde, gegenüber denen oder irgendwas ansprechen, wo ihr vielleicht, was nicht so passt, ist auch schwierig, ne? Würde man das zu jedem Zeitpunkt machen? Hm, ja, weiß ich nicht. Also ich jedenfalls nicht. Und, ähm, so ein Ding ist, natürlich ist es eine Form von Selbstzensur, ja, muss man ganz klar sagen. und man merkt ja auch, wie weit wir schon sind, ne? Man merkt ja schon, wie weit wir schon sind in diesem politischen Klima, wo man echt aufpassen muss, was man jetzt sagt, ja? Und, äh, da sind wir ja schon längst angekommen, ne? In diesen DDR-Zuständen oder wie rum das da war, ja? Und, äh, ja, äh, das ist wirklich fatal. Äh, da muss jeder mit sich selber ausmachen, muss halt jeder selber überlegen, okay, äh, wie sieht's aus? Äh, ist natürlich auch noch die Frage, welchen Job macht man jetzt? Wie krass wird das da gewichtet? Ja? Äh, ja, und ich finde auch, und das klingt jetzt vielleicht hart, ne? Ich finde auch, dass jeder Arbeitgeber das Recht haben sollte, ich halte von Kündigungsschutz überhaupt nichts, der staatlich erzwungen wird. Wenn das durch freie Verträge zustande kommt, ist okay, aber ansonsten, äh, halte ich davon gar nichts und ich finde, dass jeder Arbeitgeber das Recht haben sollte, jemanden rauszuschmeißen und sei es nur, dass ihm die Fresse nicht passt von demjenigen oder was auch immer, ja? Ne? Ne? Sollte dir eigentlich das Recht dazu haben und ich finde auch, dass, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Dinge rausgeben, dann würde ich mich darauf ansprechen und so, hier das und das und das und würde ich auch konkrete Antworten geben und dann würde man mir, denke ich, klar machen, dass das einfach nicht so reinpasst in das Unternehmenskonzept, ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, sagen, ich könnte das echt verstehen, ich könnte das nachvollziehen und ich würde da auch nichts dagegen machen, ich würde nicht dagegen klagen oder so. Äh, ich finde das völlig okay, ja? Und ich finde, da sollte auch jeder das Recht dazu haben und, äh, das ist halt einfach so. Aber solange das jetzt noch nicht so ist und solange man sich noch andere Gedanken machen kann oder Ausweichoptionen oder sonst irgendwas noch hat, äh, ja, das ist halt so ein Ding. Und ihr könnt euch mal alle die Frage stellen, wie macht ihr das bei euch? Eine Schule? Oder während dem Studium? Oder am Arbeitsplatz? Oder sind sie irgendwo? Ja? Ähm, ja, das ist halt, das ist halt echt schwierig, ne? Ähm, was, was auch noch so eine Sache ist, das ist natürlich auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel richtig krass libertär eingestellt ist oder so, oder ich vertrete ja konsequente Herrschaftsablehnung, äh, könnt ihr jetzt natürlich auch hingehen und diese Gespräche halt, ich finde zum Beispiel, wer da sehr, sehr, sehr konsequent ist, zum Beispiel Peter Müller von Freiwillig Freiheit, das finde ich echt gut, ähm, äh, und das stimmt ja auch, wenn man dann Gespräche führt mit den Leuten, hier, bla, 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 wie, wie stellt es dir das vor? Wie soll das finanziert werden? Äh, so und so und bist du dann auch bereit, die Leute selber auszurauben? Bist du selber bereit, die Waffe einmal in den Kopf aufzuhalten, wenn er nicht bezahlen will und dieses Gespräch, ich kenne das ja alles, ne? Was ist aber, was ist mit den eigenen Eltern? Oder was ist mit, mit Geschwistern oder so? Was ist damit? Hm? Was ist denn, wenn die das anders sehen? Ja, soll ich dann Kontakt abbrechen zu meinen Eltern oder was? Oder zur Familie? Oder zu allen? Wie ist denn das? Hm? Also, äh, bei mir bin ich auch eigentlich der Einzige in der Familie, der das so sieht, wie ich es jetzt sehe eigentlich und ich trotzdem, kann ich aber gut mit denen leben, also, wir essen manchmal noch zusammen, ich kann aber noch, wenn ich da hingehe, reden mit ihnen, auch ohne jetzt streiten zu müssen, oder so. Also, die Diskussion wird schon härter, wenn es um politische Sachen geht, aber, jetzt, dass man sagt jetzt, ja, wir haben uns jetzt so hart gestritten, dass wir jetzt Kontakt abbrechen müssen, war jetzt doch nicht, auf jeden Fall nicht, wegen einem politischen Thema. Es geht ja vielleicht darum, es geht ja vielleicht darum, dass du von dir aus dann Kontakt abbrichst, weil Leute vielleicht für das Wählen sind, oder sowas, ne, zum Beispiel. Ah, okay. Übrigens, das hat übrigens nicht hier falsch verstehen, Leute, oder hier wieder irgendwas falsch interpretieren, das hat Peter Müller nie behauptet, dass man deswegen Kontakt abbrechen soll zu Leuten, oder so, ja, also, ich will das nur nochmal klarstellen. Aber das wäre, das wäre halt eine logische Konsequenz daraus, zum Beispiel, ne, aber das wäre halt so ein Ding, da wäre ich jetzt auch nicht dazu bereit. Und ich verlange das auch gar nicht von meinen Eltern, oder sonst irgendwie, dass die das irgendwie raffen sollen, weil die sind genug beschäftigt mit ihrem Leben und so und haben vielleicht auch nicht so die Zeit, sich damit zu befassen. Gut, das sind jetzt vielleicht wieder faul ausreden, aber, ähm, es ist halt nun mal so, ja. Ich kann euch zum Beispiel erzählen, dass zu der Zeit, wo das bei mir so anfing mit den Truthsort-Themen, ich hatte mich auch vorher schon mit Geschichtsrevisionismus befasst, weit davor, aber wo das so richtig krass mit Truthsort-Themen anfing und so, auch mit Geoengineering und so, das war alles so die Zeit, das war so 2008, 2009, das war so im Zuge, dieser Wirtschaftskrise und so, wo ich echt gedacht habe, scheiße, jetzt fliegt uns alles um die Ohren und, es war so, oder wo diese Schweinegrippe auch, glaube ich, war und wo es dann um Zwangsimpfungen ging und so, ja, äh, das war so die Zeit und, äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr anfangt, euch damit zu befassen und dann, äh, euch war das ja vorher nicht so klar, diese Dinge und dann wird euch das klar und dann denkt ihr, wir sind ja hier voll am Arsch und dann habt ihr so voll das Mitteilungsbedürfnis hatte ich natürlich auch und, äh, ich musste einen sehr hohen Preis dafür zahlen, ja, für dieses Mitteilungsbedürfnis und ich habe rausge, ich habe mitbekommen, dass es überhaupt gar nichts gebracht hat in keinster Weise, das hat niemand interessiert, ja, ich bin der Verrückte, weil ich sowas anspreche, ja, und, äh, das bringt so nichts, weil das ist, es sind Leuten einfach egal, ja, und ich würde auch nicht bei mir im Job hingehen und, die Leute, die sich überhaupt gar nicht für so einen Scheiß interessieren, die mit so einem Scheiß kommen, weil ich habe nämlich auch keine Lust, mit Sachen vollgequatscht zu werden, die mich überhaupt nicht interessieren, und ich finde, da hat auch jeder das Recht dazu, ja, und, äh, ja, was soll ich dazu sagen, ist halt, äh, und, ihr bietet dadurch ultra krasse Angriffsfläche, wenn ihr mit so einer Scheiße kommt, was ja eigentlich gar keine Scheiße ist, sondern ja leider die Realität, widerspiegelt, äh, und das ist halt eben die Frage, könnt ihr euch das entsprechend leisten, wie sieht es da aus, ja, und der ganze Kram, und, äh, ja, und das sind natürlich so Fragen, die steh ich mir halt eben auch, ne, und, äh, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute wieder an dem Punkt wäre, wo das anfing mit diesen Themen bei mir, ne, ich will die Leute nicht mehr drauf ansprechen, und ich habe mir das auch inzwischen abgewöhnt, und das ist richtig scheiße und super kacke, und ihr seid wahrscheinlich die totalen Moralapostel, und ihr seid super konsequent da nicht, aber ich gehe nicht hin und quatsche da irgendwie die Leute voll mit irgendeinem Scheiß oder so, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, ja, ich habe mit vielen Leuten gar keinen Bock mehr, überhaupt mit sowas zu labern, weil ich einfach merke, dass die ganzen Ansichten von denen, das ist so verbohrt alles und sowas, das kriegt man, man kriegt einfach mit, Leute, ihr kriegt einfach mit, ob jemand offen ist für bestimmte Dinge oder nicht, und wenn jemand offen ist, dann kann man auch mal mit dem drüber labern, aber die meisten sind es eben nicht, und das könnt ihr wirklich komplett vergessen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich wähle Martin Schulz zum Beispiel, da ist doch schon alles gesagt, da ist doch schon alles gesagt, Mensch, wenn willst du denn da noch kurz mit irgendwas kommen, oder die mir irgendwas erzählen wollen, von Bausparvertrag oder bla bla bla, oder so, dann denke ich, okay, das kann morgen hier schon alles zusammenbrechen, ja, und ich habe da einfach keinen Bock drauf, meine Zeit zu verschwenden, das ist mir meine Zeit zu kostbar, dann bumse ich lieber irgendeine Tussi oder so, ja, im Ernst jetzt, und mit der quatsche ich dann auch nicht darüber, ja, das ist, äh, ja, so ist das halt einfach, ne, ähm, ja, hochspannend, dass der Freund dieses Thema angeschnitten hat, alternativer Kommentar, äh, weil es auch so ein Ding ist, was man auch immer wieder ausblendet, oder was ich auch nie so wirklich darüber gesprochen habe, äh, ja, und das ist halt einfach der Punkt, und ich, ich weiß ganz genau, ich muss einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen, wenn ich damit jetzt hausieren würde, es bringt nichts, erstens mal, es bringt mir nichts, es bringt denen nichts, ich habe einen Haufen Ärger am Hals, und ich wüsste gar nicht, ob ich das überhaupt noch gegenregulieren könnte, also das wäre nur mit sehr, sehr, sehr drastischen Maßnahmen zu realisieren, aber das Arbeitsverhältnis wäre dann zerstört, ja, ist ja klar, es wird dann eh keinen Spaß mehr machen, dann noch dahin zu gehen, ja, mit bestimmten Leuten, weil das wäre dann natürlich komplett im Arsch, und, ähm, wenn man dann zu drastischen Maßnahmen greifen müsste, und, ja, das bringt so nichts, ja, das bringt nichts, das ist einfach, ja, wie gesagt, das ist eine Form von Selbstzensur, das mag ja so sein, aber ich quatsche auch meine Eltern nicht mit den Sachen voll, ja, aber die wissen schon irgendwie, wie ich da drauf bin und so, weil ich schon ab und zu was da gesagt habe, aber, das ist, ähm, ja, ja, was weiß ich, äh, ja, aber wenn mal die Diskussion, äh, mit der Familie aufkommt, dann, äh, drängt es mich schon richtig, dann kann ich mich nicht kontrollieren, dann würde ich meine Meinung sagen, äh, allgemein drängt es mich dann, also, wenn ich so Diskussionen mitbekomme oder in einer Diskussion bin und dann, äh, reden die über so politische Sachen, keine Ahnung, Ukraine, Syrien, irgendwas über Wahlen, so eine Scheiße, dann ist das so wie ein Drang, äh, manchmal redet man schneller, als man denkt, ja, dann bereut man das schon, aber, ja. Das war, das war bei mir aber früher auch so, ich kenne das ja alles, ja, das war ja auch so bei mir, und dann gab es dann diese Diskussionen, diese Streitgespräche und das alles, und, äh, was ich auch immer so schlimm fand, ne, nicht jetzt, dass Leute vielleicht jetzt nicht meiner Meinung waren, sondern diese Ignoranz, ja, ja, das war bei mir ja das Problem, dass es Leuten einfach egal war, und, äh, dass Deutschland vor die Hunde geht, oder sowas, ne, und, ähm, das so ein Ding, das hat mich auch immer früher total aufgeregt und so, und, äh, aber heutzutage da, ich bin ganz ehrlich, ich kann mir sowas nicht mehr antun, ne, ich gehe dann einfach raus oder so, oder ich kann da nicht mehr großartig, äh, weil das ist echt, ich verschwende mir eine ganze Energie, es bringt nichts, es ist ihnen einfach egal, es interessiert sie nicht, sie wollen in ihrer Traumwelt leben, in ihrer Kinderwelt, ja, in der heilen Welt, Aber, ach so, aber weil sie, äh, in der Traumwelt leben wollen, äh, muss ich das jetzt akzeptieren, und, äh, leiden dafür, mit, also, leiden. Ne, du musst nicht, ne, du musst nicht darunter leiden, ja, aber es ist ihr gutes Recht, ja, ja, aber es ist halt denen ihr gutes Recht auch, wenn es hart klingt, in der Traumwelt leben zu wollen, ja, teilweise beneide ich auch die Menschen darum, dass sie in der Kinderwelt leben noch, ja, äh, für die ist das noch alles toll und so, und, und, äh, äh, aber es ist halt, wenn du da erstmal raus bist im Kindergarten, dann bist du raus, dann kommst du halt nicht mehr rein, ne, und, äh, ähm, ja, was weiß ich, also, ich finde das auch mutig von Leuten, die damit hausieren gehen, einen Job oder so, oder dann damit kommen, den ganzen Kram, und, äh, ja, also, aber ich sehe da, bei mir sehe ich da einfach keine Chance, das ist, äh, das kann man einfach vergessen, ja, und, und ich mache das Leuten nicht mal zum Vorwurf, weil, ich meine, gerade in meiner Branche ist das absolut unüblich, so drauf zu sein wie ich, libertär oder sowas, wobei das Wort auch schon sehr belegt ist, ich müsste mir echt mal in Zukunft überlegen, ob ich das so verwenden soll, aber, äh, das ist überhaupt nicht üblich, ja, das ist, äh, einfach so eine Denkweise, wie, normalerweise, wenn man in dieser Branche arbeitet, denkt man nicht so, da ist man eher anders drauf, das ist, das passt überhaupt gar nicht zusammen, das ist echt, ähm, ja, das ist eigentlich schon interessant, dass ich da anders bin, ne, aber, ähm, und ich muss ja auch sagen, ich hatte das Glück, dass ich jemand war, der, ähm, Anna ist hier drin, Anna kommt nochmal an die Sendung, ähm, ich meine, ich bin noch froh, dass ich jemand war, der, gerade in der Schule oder sowas, ne, ey Leute, ich war voll der Strebertyp, ich habe das total abgefeiert, das Bildungssystem, im Ernst, ich fand das toll, ja, gut, sieht sich natürlich heute anders, heute wäre es für mich sehr, sehr schwierig, wenn ich jetzt nochmal klein wäre und zur Schule gehen müsste, aber damals habe ich das total gefeiert und auch andere Sachen, ja, geht ja dann noch weiter nach der Schule und so, ne, und, ja, fand das, ich bin froh, dass, dass, ja, bestimmte andere Themen vollumfänglich dann erst, äh, irgendwann danach so kamen halt eben, ne, dass, ähm, damals vielleicht manche so nicht so klar war in der Schule halt und so, das wäre halt sonst schwer erträglich gewesen, glaube ich, und, ähm, ja, das ist gut und die Leute jetzt halt, die, halt heutzutage in der Bildungseinrichtung sind und denen das klar ist, sind es natürlich dann umso schwerer, ne, und die Zustände sind ja auch heute viel schlechter, dann nochmal jetzt, obwohl das noch gar nicht so lange her ist bei mir, aber, ähm, hat sich alles drastisch verschlechtert in den letzten Jahren in Deutschland, äh, ja, was soll ich, was soll ich dazu sagen, äh, weiß ich nicht, äh, ja, wir haben ja vorhin auch noch ein bisschen drüber gesprochen und so, auch nach der Sendung und, äh, Sam, äh, schade, dass es irgendwie nicht noch länger ging, das hätte man das noch ausbreiten können, das ist für mich jetzt eigentlich schon ein bisschen der Grund, warum ich jetzt die Sendung hier mache, unter anderem auch, äh, weil ich das noch weiterführen wollte, ja, Leute, ihr könnt übrigens auch gerne mal in die Sendung kommen, ihr könnt mich anschreiben auf Discord und dann können wir mal drüber quatschen und so, ähm, ich stelle mir ja auch selber auch die Frage, ob das nicht irgendwie total inkonsequent ist, äh, und so, aber ich meine jetzt mal, ich verstecke mich ja nicht, ich meine, wenn, wenn, wenn Leute mich konkret fragen, wie siehst du denn das so und so und so, dann würdest du vielleicht sagen, okay, willst du das wirklich wissen, ich glaube, du willst es nicht wissen, ja, äh, oder ich würde vielleicht einfach sagen, nö, das erzähle ich dir nicht, aber ich würde mit Sicherheit nicht hingehen und vorspielen, ich wäre irgendwie links oder sowas, oder wie auch immer, wobei es auch immer schwierig ist, was ist überhaupt links, was ist rechts, oder was auch immer, ne, oder, oder, oder was, aber, äh, es ist, ich würde da mit Sicherheit nicht irgendwas Ekelhaftes Leuten vorspielen, oder so, ah, tralala, ah, wir sind bunt, ah, ja, mit Sicherheit nicht, aber wie gesagt, äh, ist für mich, für mich halt nochmal ein Unterschied, äh, ob, ob man da halt darauf reagiert, wenn man gefragt wird, oder so, oder ob man von sich aus hausieren geht, und das und das, dann bin ich nicht dazu bereit, das würde ich aber, glaube ich, auch nicht machen, wenn Leute offener werden, für dieses Thema, ich glaube, selbst dann würde ich, glaube ich, nicht hingehen, und, äh, da jetzt versuchen, Leute zu bekehren, oder so, ich will jetzt hier nicht mit Strommännern arbeiten, ich weiß, es wird ja gar nicht gesagt, dass man Leute bekehren soll, aber, ähm, ja, was weiß ich, ich will, ich bin sowieso sehr, sehr vorsichtig, was ich Leuten erzähle, ja, da geht es jetzt nicht nur um politische Sachen, sondern auch genau um private Sachen, ich überlege mir das wirklich zehnmal, bevor ich, Arbeitskollegen, irgendwas erzählen würde, äh, was man gegen mich verwenden könnte, ja, weil, vielleicht die nächste Beförderung, oder so, was steht an, vielleicht ein bestimmter Posten, oder sowas, mehrere Leute, ist ein Posten, oder eine Stelle ausgeschrieben, oder was, oder jetzt eine bestimmte Funktion, mehrere Leute bewähren sich darauf, dann will man einen anderen ausstechen, ja, und dann könnten schon Sachen verwendet werden, gegen einen, und so, ne, oder man versteht sich irgendwann nicht mehr so toll, ne, oder, oder was auch immer, oder zwei Typen wollen die gleiche Tussi haben, oder, unzählige Szenarien sind denkbar, und ich gucke ja echt, dass ich da entsprechend die Angriffsfläche, äh, minimiere, und wenn es nicht so viel Angriffsfläche gibt, dann brauche ich auch nicht so viel zu reagieren, auf irgendwelche Angriffe, oder so, ja, ähm, das hat auch so ein Ding, man muss natürlich immer die Frage stellen, wo ist jetzt die Grenze, oder so, ja, also ich kann, ich kann, ich kann behaupten, ich habe schon ein paar Mal meinen Job riskiert, für, für Sachen, wie unbeugend ich mal, wo ich einfach geweigert habe, es zu tun, ich sage euch nicht, in welcher Branche ich arbeite, oder worum es da ging, das erzähle ich euch nicht, aber es gab verschiedene Fälle, und es ist dann auch nochmal irgendwie alles gut gegangen, weil das andere Leute dann gemacht haben, aber, äh, es hätte auch komplett schief gehen können, und, ähm, dann wären die dran gewesen, wenn es schief gehen wäre, und ich wäre auch dran gewesen, ja, wenn ich das gemacht hätte, und, ähm, äh, das sind so Sachen, wenn es dann wirklich darum geht, dass Leute massiv geschädigt werden könnten, oder, sonst irgendwas, durch meine Handlung, ja, das ist für mich Schluss, dann sage ich ganz klar, nö, dann, dann riskiere ich lieber rausgeworfen zu werden, aber das mache ich nicht, das sehe ich nicht ein, aber das ist ein anderes Ding, ja, das ist ein anderes Ding, weil das ist eine konkrete Situation, da wird dann konkret jemand, ne, nö, sehe ich nicht ein, aber wie gesagt, da jetzt hinzugehen, und da groß, bla bla bla, Leute, dralala, hier, ne, das ist, ja, das ist einfach so, ich würde mal interessieren, wie das, wie das bei euch so ist, ähm, und, äh, ja, ist man dann überhaupt konsequent, äh, libertär, oder so, äh, wenn man nicht damit hausieren geht, oder so, oder? Äh, das ist auch so eine Frage, also ich sage ganz klar, ja, ne, und, ähm, äh, weil das nicht nur eine Voraussetzung ist dafür, äh, ja, da muss man sich auch noch die Frage stellen, inwiefern arbeitet man für Unternehmen, die vielleicht doch irgendwie staatlich begünstigt werden, und sage ich nur indirekt, ne, durch Patente zum Beispiel, oder sonst irgendwas, dass die nur dadurch ihre Stellung halten können, die sie dann sonst nicht hätten, äh, das ist natürlich auch die Frage, ne, das ist natürlich auch die Frage, äh, ja, wie ist denn das dann, und so, ne, äh, unterstützt man nicht dann das System, und tralala, und, das ganze Kram, äh, sind auch so Fragen für mich, ne, und ich sage ja sogar, solche Leute wie Robert Stein, die erpresstes Geld dann annehmen, in dem Fall, wenn er da irgendwie für ZDF oder was, will er sich nicht wieder aufrollen, aber, nur angenommen, er wird dann vom ZDF bezahlt, die das Geld ja erpresst haben von anderen, beziehungsweise, die haben es ja auch nicht persönlich gemacht, aber ihr wisst ja, wie das funktioniert, ne, und, äh, aber, sogar dann sage ich, dass sogar das noch nicht mal unmoralisch ist, dass er das Geld angenommen hat, sondern die Unmoral ist, wenn er hingeht und es den Leuten abknöpft, wenn er das Geld erpresst, wenn er das denen wegnimmt, das ist unmoralisch, aber nicht, wenn ich jetzt, ich habe das schon mal gesagt, das Beispiel, ne, ich überfalle eine Oma und schenke euch jetzt das Geld, dann seid ihr nicht dafür verantwortlich, dass ich die Oma überfallen habe, ich überfalle jetzt natürlich nicht Omas, wer mir jetzt wieder hier alles in Bord umdrehen will, aber, wer Bord im Mund umdrehen will, aber, äh, das ist, ne, dieses Beispiel halt, ja, nur, nur was bei mir halt, beim Robert Stein, für mich war das halt ein richtig krasser Interessenskonflikt, halt, was den angeht, ne, was er halt vorher gepredigt hat, und dann, aber das ist ein anderes Thema jetzt, aber, ähm, mir ging es da gar nicht mehr so sehr ums Geld da halt eben, ja, und, äh, oder was, oder wie gesagt, was ist mit den Leuten, die die Hartz IV irgendwie, äh, beziehen, oder was auch immer, oder, oder Arbeitslosengeld, oder was, was mit denen, kann man natürlich sagen, äh, gut, wenn man jetzt vorher so und so viele Jahre gearbeitet hat, dann nimmt man sich das einfach wieder zurück, aber es gibt ja vielleicht Leute, die haben vielleicht noch gar nicht so lange gearbeitet, oder so, und beziehen das trotzdem, und, äh, jetzt auch nochmal ein Unterschied wahrscheinlich zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland, wenn man vielleicht im Westen lebt, dann kann man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, wie, dass da vielleicht teilweise gar nichts ist im Osten, in manchen Gegenden, in den Arbeitsplätzen großartig, oder so, und, äh, das vielleicht gar nicht gehen würde, für alle eine Vollbeschäftigung zu haben, oder was, oder wie auch immer, trotzdem bin ich natürlich dagegen, Leuten das Geld abzuknöpfen, und, das ist ja wohl klar, aber, ich würde schon nur mit sagen, dass, äh, das sind halt auch so Sachen, ne, und, äh, und ich sage ganz klar, nein, der Hartz IV Empfänger hat denen nicht das Geld abgenommen, er hat es nur angenommen, das ist ein Riesenunterschied, ja, das sind halt so Dinge, äh, ja, das hat mich vorhin echt total getriggert, weil ich merke das gerade, ne, wie sie das hin tun, ähm, ja, hm, ja, Sam, was sagst du dazu, du hast ja vorhin schon ein bisschen was gesagt, was haben die Leute ja nicht mitbekommen, was, was sagst du zu dem Ding? Ich bin eigentlich krallhart, ich sag meistens meine Meinung, wenn ich gefragt werde, oder in einer Diskussion bin, Entschuldigung, sag ich ganz klar, wie ich das sehe. Das ist ja noch mal ein anderes Ding, das ist ja noch mal ein anderes Ding, ob du, es gibt ja noch mal ein, also ein Unterschied, es ist doch ein Unterschied, äh, ob du das sagst, wenn du, wenn du gefragt wirst, äh, oder ob das gerade jetzt einfach Gesprächsthema ist, äh, oder, ob du von dir aus die Leute damit vollgewaschst, das ist doch ein Unterschied. Ja, nein, also das meinte ich jetzt nicht, also ich gehe jetzt nicht zu den Leuten hin und sagen, hier, äh, 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 im Anfang habe ich das gemacht, mehr, äh, ja, da war ich auch noch junger, das war auch so, wie du das erklärt hast, halt so ein Drang, du musst dich halt mitteilen, du musst den Leuten Bescheid sagen, was läuft, und dass sich das alles ändert, und so, aber ja, nach einer Zeit hast du gemerkt schon, die Leute wollen das nicht hören, die leben lieber in ihrer Blase, aber in der Schule habe ich das schon mehr gemacht, so, weil, die Schüler haben mich auch angespannt, weil ich dann immer die ganzen Stunden dann mit dem Lehrer in einer Diskussion war, und dann mussten die halt nicht lernen, deswegen haben die mich auch immer angespannt hier, über, so Sachen zu diskutieren, aber, so auf Arbeit oder so, habe ich nie, jetzt von null auf hundert angefangen, da jemanden damit voll zu quatschen, aber wenn ich mal in einer Diskussion dabei war, oder so, habe ich schon mal was gesagt, oder auch mal eine Bemerkung, so, aber, die Folgekosten habe ich jetzt auch noch keinen, obwohl ich der Meinung bin, dass man immer seine Meinung vertreten sollte, und zwar ganz klar, äh, weil, wie du sagst, das ist eine Art Selbstzensur, und ich kann das irgendwie nicht ab, wenn ich meine eigene Meinung, oder was, wenn ich was sagen will, wenn ich das unterdrücken muss, oder mir der Mund verbietet wird, und das vertrage ich nicht, dann dreh ich durch, ich, ich, ich habe meinen Mund, damit ich sprechen kann, und den benutze ich auch, und ich lasse mich von keinem den Mund verbieten, von keinem. Wie ist es denn, wie ist es denn heutzutage, wie machst du denn das, bei dir im Job, also, seid jetzt mal irgendwo, Pause, oder wie auch immer das da läuft, ähm, da wird irgendwas angesprochen, und ist es denn so, dass du immer, zu allem, deine Meinung sagst, oder wie ist das? Nicht zu allem. Warum nicht? Es gibt Themen, die mich nicht interessieren, ja, weil es mich nicht interessiert, oder weil ich da nicht mitreden kann, weil ich noch zu jung bin. Gut, das ist klar, ja. Und ansonsten, wenn es um politische Sachen geht, oder so? Ja, dann doch eher so die flache Erde, da halte ich eher meine Klappe. Weil, das Thema schon so, ja, dass ich ja jetzt nicht auch da arbeite, also, dass ich da eher, ja, aber auch so, werde ich meine Klappe eher halten, so. Weil, das Thema schon sehr aufgeheizt ist, und, ja, ich keinen Bock habe, mir noch den Stress da zu geben, da einen Kampf zu führen, wie die Form jetzt von der Erde ist, oder so, das ist mir am größten und ganzen egal. Solange ich, persönlich, nicht, äh, die Erde mit meinen eigenen Augen, von außen gesehen habe, kann mir, egal wer was erzählen, wie die Erde aussieht, das ist mir scheißegal, ob das Wasser flach ist, ob, ob man die Krümmung sehen kann, das gilt alles nicht für mich. Solange ich sie nicht gesehen habe, mit eigenen Augen, was da, äh, so, so sehe ich das ebenfalls, und, also, da ist schon ein Thema, wo ich eher die Klappe halte. Aber, sonst zu politischen Themen, mhm, auch das mit den, ähm, wie heißt das, äh, mit den, äh, ja, wenn es darum geht, äh, mit denen oder so, halte ich auch schon öfter meine, meine Klappe, als sonst, äh, weil ich keinen Bock mehr habe, ob die sie kam, ich habe schon genug diskutiert mit Leuten darüber, manchmal ist man erschöpft, verstehst du das? das ist doch eine Art Selbstzensur dann, wenn du dann nichts sagst, oder? Könntest du doch was sagen? dann müsste ich eine Pause machen. Am nächsten Tag werde ich ja wieder mit ihm diskutieren. Ja. Aber wenn ich, wenn ich wirklich schon, äh, an einem Tag oder mehrere Tage hintereinander, äh, viel diskutiert habe, oder viel, ja, diskutiert, Streitdiskussionen hatte, dann habe ich keinen Bock da, da bin ich erschöpft richtig. Also ich, ich sage es euch mal ganz ehrlich, das ist übrigens nicht nur im Job so, das ist sogar hier bei den Hangouts so. Es gibt einfach irgendwelche Leute, wo das einfach völlig sinnlos ist. Ich merke das schon, die kommen mir und erzählen irgendwas, da merkt man ja schon, welches Mindset die haben, ne? Und es gibt einfach so, wo man echt dann bei Adam und Eva anfangen müsste und, ah, das wäre einfach zu blöd, ja, ich habe da keinen Bock darüber, zwei Stunden zu diskutieren, ja. Das ist einfach, und das ist auch so ein Ding, man könnte mir auch sagen, das ist jetzt eine Selbstzensur oder was. Nee, ich habe einfach keine Lust, das bringt einfach nichts. Es ist sinnlos. Und so ist es halt eben auch mit bestimmten Arbeitskollegen. Ich sage jetzt nicht, dass ich Leuten nicht lagen könnte, oder irgendwie, das ist halt schon eine andere Meinung, als ich, mit bestimmten Punkten halt, ne? Viele. Aber, das sind deswegen keine schlechten Menschen, oder so. Ich sage nur, ich meine, das sind Leute, die befassen sich nicht mit diesen Sachen. Ja, die befassen sich noch mit was anderem. Und das ist einfach, da können die nicht so mitreden. das sind ja auch nicht so Gedanken, wie man einfach, wo man von heute auf morgen drauf gekommen ist, bestimmte Sachen. Ja, da hat man sich ja erst mal befasst damit. Und da musste sich erst mal einlesen, oder so, ja. Das kann man auch nicht erwarten. Das ist einfach so. Also, zu dem Wahlthema, Entschuldigung, wenn ich mich kurz unterbreche, da muss ich es ja auch sagen, da habe ich aber auch keine Lust, den Leuten, wo, wo, dann immer alles von vorne, von Adam und Eva, wie du vorhin gesagt hast, zu erklären. Also, das hat schon mit Lust zu tun da. Also, das ist keine Selbstzinsie. Also, ja, das hat schon mit keine Lust dazu haben. Und ja, kein Bock jetzt darüber zu diskutieren. Das hat nichts mit Selbstzinsie zu tun. Hab sogar früher so Sprüche gebracht oder so. Gerade diese Anfangszeit mit der Frühstückzeit und so. Hab ich doch dann so Sprüche gebracht, wo es dann irgendwie ums Wählen ging und so. Oder es ging dann irgendwie um den Scheiß. Da haben sie über Frauenrechte und sowas gelabert. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich finde doch eigentlich, man sollte den Frauen das Wahlrecht entziehen. Absichtigt hat, um zu provozieren. Ja. Und so ein Zeug. Und dann habe ich dann erst später mal gesagt, irgendwann, nachdem sich die Leute da wohl aufgeregt hatten, ja, den Männern übrigens auch. Ich halte nämlich nicht zum Wählen. Und, oder so ein Zeug, oder früher war das auch für mich so Campdraids oder so. Das war für mich wirklich so ein Drang, Leute darauf aufmerksam zu machen, wenn da so Flugzeuge waren. Und dann war da zum Beispiel, das hat einen normalen Contrail hinter sich hergezogen, dann war ein Flugzeug ungefähr auf gleicher Höhe. Das sah ganz anders aus. Oder wo dann bestimmte Formationen waren am Himmel. Wo da einfach mal so ein U-Turn war oder so. Komische Sachen. Und, oder auch sogar sogenannte Cam-Bows. Ja, das sind dann diese chemischen Wolken, die dann teilweise wie ein Regenbogen das Licht irgendwie brechen oder so. Das ist auch total merkwürdig, was so eigentlich in der Regel auch nicht vorkommt. Und früher war ich da wirklich zugegeben. Ich hatte da wirklich den Drang, Leute darauf aufmerksam zu machen. Wenn man irgendwo war und so und dann mit Leuten gelabert hat. Aber ich glaube, das hat jeder gehabt am Anfang, wenn man aufgewachsen ist. Also, das Problem ist, mit der Zeit, desto mehr man merkt und Streitdiskussionen hatte und dass die Leute sich nicht dafür interessieren oder einen als verrückt halten und so weiter, desto mehr geht dieser Drang auf man. also weg. Also, den Drang habe ich jetzt nicht mehr so kräftig wie damals am Anfang. Ja. Aber manchmal ist ja schon noch da, wenn man Leute diskutiert und so, da reden die voll die Scheiße, dann habe ich den Drang noch manchmal. Ich meine, ich meine, ich habe irgendwann mal, ich benutze nicht oft öffentliche Verkehrsmittel, aber es kann durchaus mal vorkommen. aber jedenfalls, da bin ich irgendwo in der Straßenbahn gefahren und da saßen dann irgendwelche Leute drin, so Studenten oder was, und da haben die sich wirklich über ihren CO2-Footprint unterhalten. Ja? Ja, ich habe jetzt so und so viel ausgeschlossen. ich weiß, man sollte nur so und so viel, das ist, was ich da gemacht habe, ich bin aufgestanden, bin weggegangen. Ich konnte das nicht ertragen, wirklich nicht. Ja, ich konnte das nicht mehr anhören. Und das sind auch so Leute, ich habe da keinen Bock, mit denen Diskussionen zu führen. Wer so tief da drin ist und sogar sich über sowas schon Gedanken macht, das könnt ihr vergessen, Leute. Das könnt ihr komplett vergessen, das ist denen scheißegal. Du bist dann irgendwie ein Klimaleugner, Klimafaschist oder was auch immer und das kannst du haken. Auch jemand, der im Kommunismus ganz richtig krass drin ist, das ist auch sehr, sehr schwierig. Ja, und Aber die Frage ist dann, wir können dieses System nur gemeinsam, also mit der Masse brechen. Also das ist die Frage, wie bekommt man indoktrinierte Leute dazu, Kommunisten und Klimawandel und so weiter. Wie soll man die dazu bekommen, wenn die nicht realisieren wollen, was die Wirklichkeit ist und das alles gar nicht hören wollen? Da kann man die doch gar nicht dazu bekommen, dass die sich ändern und weiterentwickeln im Kopf. Ja, übrigens, Toni, ist es auch im Chat, Toni, komm ruhig rein. Ja, ich glaube, das ist der falsche Ansatz, die irgendwie dazu bekommen zu wollen. Die bekommt niemand dazu. Du bekommst auch andere Leute, die müssen gar nicht so krass indoktriniert sein. Ich glaube, wenn man, außer jetzt durch Folter oder MKUltra oder sowas, da bekommt man schon Leute dazu, aber jetzt mit normalen Methoden nicht und das ist, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Also entweder kommt derjenige selber darauf oder nicht. Man kann das vielleicht noch so irgendwie verpacken. Ja, aber dann haben wir ihn schon verloren. Man kann das vielleicht noch so propagandistisch verpacken, dass derjenige einfach denkt, er wäre selber auf die Idee gekommen. So geht das auch noch. Das geht ja auch noch. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Also jemand, der das partout nicht will, da müssen oftmals erst irgendwelche Ereignisse passieren oder so, dass die Leute dadurch schwachgerüttelt werden oder so. Ich meine ja jetzt nicht, die Leute dazu, also jetzt damit zu missionieren oder so. Das meine ich jetzt nicht, aber dass die von selbst schon darauf kommen. Ich bin ja auch von selbst darauf gekommen. Du bestimmt auch und die anderen auch im Chat und so. Aber warum kommen die nicht selbst darauf? Das war eigentlich mein Punkt, was ich so meinte. Kann auch sein, dass ich mich dann falsch ausgedrückt habe. Ja, warum? Vielleicht, weil der Leidensdruck nicht groß genug war oder weil da nicht bestimmte Ereignisse passiert sind, wo die gedacht haben, ja, weil einfach alles läuft oder vielleicht auch das eine Grundvoraussetzung ist. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie hier Klimazeug da studiert oder so und hast jetzt auch vielleicht da einen Job in der Richtung und dann hinterfragst du das einfach nicht, weil das würde deine ganze Existenzgrundlage infrage stellen. Das ist einfach so, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Jetzt mal ein krasses Beispiel zu nennen jetzt. Und ja, ich weiß nur, dass ich da einfach teilweise keinen Bock mehr drauf habe, dann mit solchen Leuten da noch großartige Diskussionen zu führen und das sowieso nichts bringt. Ich habe ja mittlerweile echt da so ein Gespür dafür. Ich habe mittlerweile so ein Gespür dafür, bei wem könnte das was bringen, bei wem nicht. Wenn ich echt der Meinung bin, es bringt absolut nichts, dann ist mir einfach, mir ist meine Lebenszeit zu schade dafür. Zum Beispiel das Beispiel da, wo ich gesagt habe, dass ich dann in der Straßenbahn war und diesen Leuten da mit dem CO2-Footprint oder so. Das ist für meine Zeit zu schade, für mich damit zu befassen. Das ist mir einfach zu blöd. Ja, die sollen dann halt in ihrer komischen Welt leben und sich schuldig fühlen, weil sie CO2 ausgestoßen haben, wie alle anderen Lebewesen auch. ja, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, Toni, erzähl mal, was gibt es Neues? Oh, bei mir gibt es nicht viel Neues. Ich habe ein kleines Video zur flachen Erde gemacht. Ja, ich habe angefangen, ein Buch zu lesen. Da habe ich jetzt mehr als die Einleitung schon eingespielt. Genau das Buch, was Jockler halt auch gerade liest. Aber der hat da jetzt eine Pause eingelegt, ja. Also die geheime, die geheimen, die Hintergründe der Jesuiten. Das habe ich jetzt angefangen zu lesen. Das muss ich mal schneiden, ein paar Fehler rausmachen und dann lade ich das auch hoch. Die Einleitung und das erste Kapitel und die Exerzitien. Ja, bei mir gibt es jetzt nicht so viel Neues. Im Gegenteil, ich habe mich zurückgelehnt. Ich habe mich so ein bisschen zurückgelehnt und gucke mir das jetzt alles so ein bisschen ein. Ja, ich habe ja jetzt auch, auch jetzt, wann habe ich denn die letzte Sendung? Ich glaube, von der Woche oder so. Ansonsten hatte ich ja nur mal dieses Ding da hochgeladen, hier dieser Verriss da, wo wir gelabert hatten, wo du auch gesagt hast, okay, wenn ich es hochlade, hier dieses, die Abgehöpfe des Wahnsinns. Ich wollte mal wissen, wer das gemacht hat. Ich kann nicht sagen, wer das gemacht hat. Sicherlich Boris. Also pass auf, also da ist doch am Schluss, kommt doch dann ein Abspann und da steht doch dann dieses, wie nennt sich das, Ron von Graz oder wie auch immer oder keine Ahnung, muss man nochmal gucken und war da auch auf der Seite und hat glaube ich da genau einen Abonnenten gehabt und ich habe das übrigens auch verlinkt und so und aber die Frage ist, wer steckt, denn hinter diesem Typ? Wer ist denn das wirklich, der das gemacht hat? Ich denke, ich stelle mal, ob das ist Robert. Welcher Robert? Ne, dieser, Boris. Boris meint es, ja. Ja, könnte sein, also ich weiß es nicht. Also es ist halt die Frage, ob die das jetzt nur aufgegriffen haben oder ob die es irgendwie selber produziert haben oder so, aber ich habe mir gedacht, letztendlich, dass es doch irgendwie wieder auch Werbung ist für unsere Kanäle und so, auch sogar so ein Video, ich habe da so nochmal alles verlinkt, also ich habe es auch dann verlinkt, das ist das Originalvideo von dir und der ganze Kram und deine Kanäle. Ja. Weißt du, das Video, was du, Entschuldigung, ich war kurz weg, ich bin im Telefon nicht gegangen, was du da hochgeladen hast, wo Tony da, wo er immer so parodiert wird oder so geschnitten. Ah, okay. Und wer war das? Ach, so ein Typ, ich glaube Ron von Graz oder wie auch immer, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, wie der genaue Name ist. Man kann unten gucken, in der Videobeschreibung, da steht es nochmal drin, Ron von Graz, aber es gibt ja da keine Infos. Ja, also ich glaube, ich glaube, dass es irgendjemand anders ist, der sich halt jetzt so nennt und da einfach, ich kann hier jetzt hingehen und mache jetzt einen neuen Kanal auf, um halt ein Video zu machen über jemanden und das dann irgendwo zu verlinken oder so. Also, ja, was weiß ich. Aber auf jeden Fall wird darauf nochmal auf das Video aufmerksam gemacht und ich glaube, da in dem Sinne ist, glaube ich, auch schlechte Werbung auch gute Werbung, ja. Ja, so sehe ich das aus, auch. Ich habe ja gehofft, dass da ein bisschen mehr Substanz kommt, ja. Ich habe ja mehrfach in dem Video gesagt, dass sie sich gerne irgendwelche von meinen Videos schnappen können und das mal wieder legen können oder sich, was weiß ich, ne. Aber da passiert ja nichts. Also, einfach dieses Video nur ein bisschen komisch zusammenzuschneiden, ja, ich weiß jetzt nicht, was das für einen Effekt haben sollte, ja. Ja, jetzt sind auch wieder Leute an mich herangetreten und so, ne. Ja, deine Sendung, wie früher halt auch schon. Also, mit meiner Sendung halt eben auch und du halt auch, weißt du, und so, dass das ja irgendwie doch wieder schädlich ist für die libertäre Szene oder bla, 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 der ganze Kram und so, ne. Und ich habe auch denjenigen Leuten auch gesagt hier, wir können auch gerne mal darüber labern, auch gerne privat nochmal und so. Ich habe den Leuten noch gesagt, sie können mich da nochmal gerne anschreiben und so. Und da kam jetzt aber nichts und ich denke, es ist halt eben auch ziemlich sinnlos, aber ich rede auch mit Leuten drüber. Ich meine, das ist, ich finde, das ist halt, ich sehe es halt eben völlig anders und ich merke halt einfach, dass, und das bedeutet jetzt noch nicht mal, dass Leute mir unbedingt super unsympathisch sein müssen deswegen, aber das ist einfach das Mindset, man merkt das einfach schon, ne. Also, jemand, der so drauf ist, der der Meinung ist, so und so, das schadet ja, jetzt und bla bla und das sollte man nicht so machen und das ist, das sagt schon eigentlich aus. Ja, es ist aber ein super Stichwort, weil gerade dieser Satz, ja, den höre ich auch ständig und jeder, der diesen Satz verwendet, hat entweder nicht kapiert, was es mit Libertarismus auf sich hat, im Kern, ja, oder, weiß ich nicht, ja, weil Libertarismus ist eine individuelle Geschichte, eine Betrachtungsweise der Welt oder der Umwelt, der Geschehnisse aus individueller Sicht, Libertarismus ist, ist, versucht, nicht kollektivistisch, es ist kein kollektivistisches Konzept, es ist also keine Ideologie, die alle annehmen müssen und damit alle in einer Gruppe sind und, und dann gemeinsam für die Freiheit, bla, nein, das ist eine individuelle Betrachtungsweise und jeder, der das verstanden hat, der wird diesen, diesen Gedankensprung gar nicht machen, also erstmal würde er nicht den Schuldkult pflegen, weil er als Libertärer genau weiß, was das Schuldkult ist, nämlich andere Leute für etwas verantwortlich zu machen, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben, ja, weil das liegt in diesem Satz auch noch verborgen und dann, ja, abgesehen davon, dass da irgendwelche Scheinvorwürfe hochgezogen werden, ist es so, dass das nicht funktioniert, du kannst einem Individualisten nicht vorwerfen, dass er schädlich für eine Gruppe ist, weil er sich selbst eigentlich gar nicht zu dieser Gruppe zählt, auch wenn er sagt, okay, Libertären Grundwert, Grundlagen vertrete ich, ja, also ich, diesen Satz, ja, es sollte sich in Zukunft jeder vorher die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen, bevor er mich mit diesem dämlichen Satz konfrontiert, weil dann ist für mich eigentlich schon die Diskussion beendet, noch bevor sie angefangen hat. Jetzt schreibt irgendwie Ina, schreibt jetzt im Chat, wieso fliegen so viele raus, wenn es keine Gruppe gibt? Naja, es gibt mit Sicherheit schon irgendwelche Gruppen oder so oder auch Zugehörigkeiten, aber es gibt doch nicht die Libertären oder dass wir jetzt in Anspruch nehmen, wir, wie soll ich das jetzt sagen oder oder die anderen sind jetzt die Libertären, ja, die dann zum Beispiel sagen, wählt AfD, das ist jetzt Libertär seit Neuestem und wir sind deswegen nicht Libertär, weil wir keine Herrschaft wollen. Hä? Ich meine, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, aber also zu der Gruppe zähle ich mich nicht dazu, ja, also das ist, man kann auch keiner sagen, ich würde die schädigen oder so oder was auch immer, aber ich sehe das nicht, wobei ich da auch nochmal sauber trenne, ja, also jemand ist so für mich jetzt nicht unbedingt total unsympathisch, weil ich sage jetzt mal ein Beispiel, also hier zum Beispiel, hier alternativer Kommentar, wir waren vorhin mal kurz in der Sendung bei dem drin, ich und der Sam Jones und da waren so ein paar Themen, die mich jetzt gerade wirklich mal so ein bisschen getriggert haben und wo ich dann auch was dazu sagen wollte und das war auch jemand, der für AfD und so ein Kram, aber der ist mir jetzt trotzdem nicht als Mensch total unsympathisch oder so, ich kann ja diese Gedanken nachvollziehen, warum der so drauf ist oder ich kann auch einen Miro verstehen oder auch andere Leute oder so, ich kann das schon, ich kann schon diese Gedankengänge nachvollziehen, ja, warum jemand so drauf ist und jemand ist auch nicht total unsympathisch für mich, weil der jetzt anders denkt wie ich oder da irgendwas erfordert oder so, aber ich bin halt da anders drauf und ich sehe mich auch nicht schuldig, dass jetzt andere Leute, nee, die sind für ihre eigenen Taten verantwortlich, die brauchen diese Sendung nicht zu gucken, ja, also die brauchen nicht auf unsere Kanäle drauf zu gehen oder so und ja, was weiß ich, also ich will damit gar nichts zu tun haben mit dieser ganzen Szene, wenn ich ehrlich bin, ja, also früher war für mich immer wichtig, boah, vielleicht habe ich ja mal einen Kanal, wo ich ein paar Abonnenten habe, vielleicht mal so 1000 oder so und dann gehöre ich da vielleicht irgendwie auch mit dazu und umso größer der Kanal wurde, umso mehr habe ich festgestellt, dass ich da gar nicht dazugehören will, ich will nicht da dazugehören, ich bin überhaupt nicht so drauf, ja, ich mache einfach mein eigenes Ding, ja, und ich stelle einfach fest, dass wir beide, ich und du Toni hier eigentlich so ziemlich unser eigenes Ding machen und, und, äh, ansonsten, äh, pff, das andere ist irgendwie wieder eine andere Geschichte, ja, das ist, äh, weiß ich jetzt nicht, also, ich habe auch vorhin nochmal gesagt hier, auch nochmal mit dem Wort Libertär, aber das hat, es wurde ja vorhin nochmal angesprochen, auch beim Steffen, also, welcher war im Alternativen Kommentaren der Sendung und, äh, wobei, wobei da sagst du ja auch selber, dass das Wort auch belegt ist, ich bin auch mittlerweile auch überlegen, ob ich es überhaupt noch so nennen soll oder so, weil, weil das auch immer andere Leute da auch noch irgendwie mit inbegriffen sind, auch Minimalstaatler und alles Mögliche und das ist sowieso irgendwie, ja, also, das stimmt ja irgendwie, ne, also, das ist halt, aber, wie gesagt, also, ich bin wirklich dazu bereit, mit Leuten darüber zu quatschen und so und, äh, halt mal, aber ich glaube halt nicht, dass wir da irgendwie, äh, weiterkommen werden, weil das war ja damals schon so, das war ja schon so bei, bei Sendungen, wo, wo ich mal irgendwie eine Sendung gemacht habe, über Böse Onkels, wo wir darüber gesprochen haben und wo wir das sogar noch, Toni, ich kann da ruhig das hier freigeben, die, äh, Steuerelemente, dann kannst du hier das einblenden, warte mal, was ist denn hier los, irgendwie geht das gerade alles gar nicht so, wie ich es will hier, hä? Ja, vielleicht muss ich das erst nochmal beenden, Moment, nee, warte mal, bei mir ist, bei mir war ja jetzt gerade die ganze Zeit auf dem Bild, nee, das meine ich nicht, aber ich hab doch hier normalerweise, wo ich das einstellen kann, aber das hab ich hier gerade gar nicht, komisch. Versuch's nochmal, ich hab jetzt mal ausgemacht. Gut, ich hab jetzt einfach, bin jetzt einfach hier bei dir draufgegangen, damit es hat, ich geh nochmal kurz im Hangout draußen, komm nochmal rein, vielleicht hab ich dann nochmal die Schaltflasche, Moment, gleich. ne, irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es, woran es liegt, ist doch egal, äh, ich drück dann hier einfach drauf, und dann bleibst du eingeblendet, die Frage ist, bleibt das jetzt dann für alle angeblendet, oder ist das dann nur für mich? Weiß ich gar nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. So. Ja, egal, mach einfach mal. So, dann gucken wir doch einfach mal, ähm, bei Wikipedia, was, was, was Wikipedia sagt zu dieser Definition. Ja, so, Libertarismus, lateinisch Libertas Freiheit, oder Libertarianismus, Lehnwort zu Englisch, Libertarianism, äh, ja, ist eine politische Philosophie. Ja, also, ähm, es ist keine Ideologie, kein Dogma, kein, kein, äh, kollektivistisches Konzept, es ist eine politische Philosophie, die an einer Idee der negativen Handlungsfreiheit als Leitnorm festhält. Ähm, hier, der Begriff positive und negative Freiheit wurde auch schon besprochen. Ähm, und deren unterschiedlichen Strömungen alle vom Prinzip des Selbsteigentums ausgehen. Und für eine teilweise, ups, Entschuldigung, bis vollständige Abschaffung der Beschränkung des Staates sind. Ähm, ja, und hier kristallisiert sich das raus, teilweise bis vollständiger. So, da wird der Begriff Libertarismus für mich schlicht und einfach ein bisschen schwammig. Und da gibt es Leute, die, ähm, oder die meisten Leute vertreten dann halt die teilweise Abschaffung oder Beschränkung des Staates. Ähm, das ist halt dann die, 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 die Minimalstaatler, ähm, die sich halt auch für Libertär halten. Aber für mich hat Freiheit auch mit einem Minimum, einer Herrschaft, äh, nichts mit Freiheit zu tun. Deswegen gehöre ich und, äh, hoffe ich auch zu den Leuten, die vollständige Abschaffung und die des Staates sind. Wir sind also Anarchisten. So, und allein schon auf dieser Diskrepanz wird es halt schwierig, äh, weiter als Anarchist den Begriff Libertarismus weiterzutragen. Wenn man sich automatisch mit der schwarz-gelben politischen Strömung der Minimalstaatler gleichsetzt. Deswegen, äh, lege ich größten Wert darauf, das in einer Diskussion vorher immer erst mal klarzustellen, zu welcher Kategorie Libertär man sich selbst, äh, 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 zählt. Und, ja, für mich ist das halt ganz wichtig. Trotzdem benutze ich immer noch den Libertarismus als Begriff, weil er, äh, äh, populärer ist, ähm, sachlicher ist, als das, äh, massiv belegte Wort, äh, Anarchie oder Anarchismus. Ja, so, da sind die meisten Leute ziemlich getriggert, äh, verstehen auch gar nicht den Begriff und transportieren und benutzen den halt völlig unreflektiert. Ähm, das Wort Libertarismus trifft es da wesentlich besser. Und es gibt halt auch schon mehr Menschen da draußen, die sich mit dem Begriff auseinandergesetzt haben und so weiter. Also, wie gesagt, ich tue mich mittlerweile schwer mit dem Begriff Libertarismus. Äh, ich benutze dennoch, weil Selbsteigentum und Herrschaftsablehnung und, äh, nicht Aggressionsprinzip, by the way, äh, einfacher kann man Politik oder moralische Prinzipien nicht, äh, in, in, äh, in Worte gießen. Und deswegen benutze ich das auch immer noch. Ja, ich weiß gerade auch im Chat, ähm, kannst du wahrscheinlich auch in die Sendung, falls du Zeit und Internetverbindungen zulässt, auch hast, äh, ey, du hast ja auch nochmal ein schönes Video drüber gemacht, wir sind eigentlich wir, aber mach ruhig weiter, Toni. Naja, alles gut, ich war schon, ich war schon durch, ne? Ja, ich wollte das nur nochmal, äh, nur nochmal auf den Punkt bringen. Ja, und auch wenn es eigentlich eine ganz simple Geschichte ist, äh, wundert es mich sehr, dass, äh, vor allem politisch interessierte Menschen da draußen, äh, mit diesen einfachen Zusammenhängen, äh, nichts anfangen können. Im Gegenteil, sie sie teilweise noch, äh, verdrehen, ja, und, 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 und ihr mit Ignoranz begegnen. Ja, das ist für mich absolut unverständlich. Und deswegen denke ich auch, ist es ganz wichtig, äh, immer geduldig auch auf junge Menschen zuzugehen, wenn sie neugierig sind in Bezug auf Libertarismus. Und natürlich kommen immer wieder dieselben Fragen, wie, wer baut denn dann die Straßen und so weiter, ja? Aber, ja, es ist, es ist halt einfach schwierig. Äh, man sollte da den, den Mut nicht auf, äh, aufgeben und auch immer wieder dort aufklärerisch unterwegs sein. Auch wenn es schwerfällt. Äh, äh, toi, was wollte ich denn sagen? Ähm, ja, nee, aber ich vorhin noch, äh, darauf hinaus wollte. Äh, das kam, das war ja schon damals, wo wir eine Sendung gemacht hatten. Das ist jetzt wirklich schon wieder fast ein halbes Jahr her oder so. Da hatte ich mal irgendwas gemacht mit dem Titel Böse Onkels. Und dann hatten wir das sogar noch massiv kritisiert. Und wo du sogar noch gesagt hattest, hier, du machst noch mal was über Symbolik und alles. Und sie reiten die Schlange und sowas. Und selbst dafür wurde ich dann kritisiert, äh, weil ich dann irgendwie jetzt hier eine Sendung gemacht hatte mit dem Titel Böse Onkels. Und, ja, und dann, äh, werden wir dann mit, äh, rechten Spinnern oder so, hieß es dann, in Verbindung gezogen. Obwohl die Organisation, das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht rechts, aber egal. Äh, und, und so. Und das ist dann auch schon dramatisch, wenn man dann sowas macht. Und das hat auch wieder der Szene geschadet. Und es ging ja sogar so weit, dass das Leute wie Martin Sellner, äh, gut, da kann man jetzt davon halten, was man will. Aber da gab es wohl eine Situation, ich meine, das ist jetzt schon wieder länger her, wo er dann da irgendwie diese Pfefferspray, äh, Waffe da hatte und, äh, wurde angegriffen von irgendwelchen Antifa-Leuten, die total in Überzahl waren, er hat sich halt damit verteidigt und fertig, ja. Und, äh, wo er sogar dann dafür noch kritisiert wurde, weil er jetzt, weil das ja irgendwie aussieht wie eine Schusswaffe, ja, was aber nur Pfefferspray halt, äh, da abfolgen kann. Und, äh, wo dann auch noch hieß, ah, nee, das hätte er nicht machen dürfen oder so, ne, wo es dann richtig abstrus wird, ja, wo ich dann noch nicht mal mehr mein Leben verteidigen darf oder so, wenn ich zufällig so ein Ding dabei habe, ich hab sowas nicht dabei, aber egal, das ist, äh, da hieß es, ja, er hätte erst gar nicht sowas dabei haben sollen oder was oder ein anderes Pfefferspray, ja, mag ja alles sein, ist ja irgendwie schon auch immer ein bisschen was dran, aber trotzdem ist so ein Ding, äh, ähm, ja, ne, wo hört's denn auf, ja, also, was darf ich denn überhaupt noch machen, äh, nee, dann ziehst du die anderen in den Dreck und bla, bla, bla und, äh, nee, also ich find's, ich find's dann einfach lächerlich und, äh, ähm, ich konnte aber auch denjenigen verstehen, der das kritisiert hat, damit man selber und bla, 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 also, egal, aber, ähm, hab mich da auch dazu geäußert, aber, äh, also ich sage ganz klar, ich stehe hier nicht für die libertäre Szene oder für irgendwas, ich stehe hier wirklich nur für mich, ich mach hier meine Sendung, ja, und, äh, hau hier einfach meine Sachen raus und, und von mir aus auch auf RTL-Niveau oder was die Leute immer sagen und wie gesagt, wem es nicht passt, der soll es dann einfach nicht frequentieren, fertig, also, aber ich mach das einfach und es ist mir auch egal und selbst wenn ich die libertäre Szene damit in den Dreck ziehe oder so, ja, ich mein, das ist mir wirklich egal, ich mach das dann einfach trotzdem, selbst wenn es so wäre, aber das ist natürlich völlig abstrus, ja, weil jeder für sich selber verantwortlich ist, ja. Also, unabhängig von dieser, ähm, ich sag mal, Diskrepanz oder Differenz, äh, zwischen ein bisschen Herrschaft und vollständiger Herrschaftsablehnung, ähm, für den letzten, äh, denkfaulen Idioten da draußen erschließt sich schon, dass Libertarismus irgendetwas mit Freiheit zu tun hat, ja. Also, es hat irgendwie, ja, das sind Freiheits, äh, Leute, die interessieren sich für Freiheit, äh, äh, und so weiter. Und deswegen, na, jetzt ist es jetzt da vorne weg. Darf ich da, ja, hallo erstmal. Darf ich da gleich anschließen an den Toni? Zum einen wollte ich was zum eigentlichen Thema sagen, was der Let's Play da, äh, aufs Tapik gebracht hat. Soll ich, ist es praktisch unverantwortlich von mir oder lasse ich, verrate ich meine Ideale, wenn ich sie nicht ständig vor anderen Leuten vertrete? Und ich sag, nein. Ich, bei mir ist halt die Lebenserfahrung, ich sag euch ganz klar, ich kann einem nichts nahelegen, was der nicht wissen will. Das bringt nichts. Wenn einer nicht bereit ist, wenn er nicht offen ist, dann kann ich mir den Mund faserig reden. Er nimmt nichts auf. Also selbst unter einem Aspekt, dass ich sage, ich habe erst das Sendungsbewusstsein, ich will jetzt meine Ideen vertreten, dann bringt es auch so nichts. Es bringt nichts. Es bringt nichts, Leute, äh, zu bequatschen oder irgendwie zu überzeugen versuchen, wenn die nicht wollen, wenn die nicht dazu bereit sind. Das war das eine. Das ist zwei Gründe. Erstens für mich ist Zeitverschwendung, dafür bin ich zu alt, weil es nichts bringt. Und das andere ist, es ist einfach sinnlos. Es ist sinnlos. Es ist verlorene Lebensmühe, Liebesmühe. Und das andere ist das mit dem Individualismus. Ich sage euch, zu den größten Bremsen, die wir heute haben, gehört die Einstellung, wenn du das tust, da reitest du dir rein oder du bist, bringst du das in ein schlechtes Licht oder oder was sollen die anderen von dir denken? Und ich sage, nein, der einzige Grund dafür, dass du was tust oder nicht, das muss deine innere Stimme sein. Das muss deine Überzeugung sein. Wenn du die Überzeugung hast, du musst jetzt etwas tun, dann mach's. Aber lass den nicht so, aber wenn ich das tue und wenn ich das tue und dann, so kommen wir nicht vom Fleck. Und ich mag, ich habe halt auch nichts von Gruppen, weil Gruppen und Parteien, Gruppen und Parteien haben immer, immer die Eigenschaft, sich auf irgendein, sagen wir, verfestigen, verfestigen, konsolidieren, auf irgendwas zu einigen und dann das zu verteidigen nach außen. Und ich will aber nicht in eine statische Gruppe, ich möchte flexibel bleiben. Das heißt, ich möchte mich bei bestimmten Sachen, da Koalition, das ist mein Stichwort, ich möchte Koalitionen bilden mit Leuten, mit Leuten, die meiner Meinung sind. Aber nicht getrennt durch irgendwie Weltanschauungen. Sonst muss ich sagen, was weiß ich, wir wollen mehr Freiheit, also schließe ich mit Menschen zusammen, die mehr Freiheit wollen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich mache das unideologisch, ganz praktisch, pragmatisch. Und das Individualismus geht nicht anders. Ich kann nicht sagen, wir bilden jetzt die Partei der Individualisten. Ist ja ein Blödsinn. Ja, genauso wie das ein Widerspruch ist, genauso ist es auch ein Widerspruch, eine Freiheitspartei zu gründen. Ja, das steht im direkten Gegensatz. Weil jede Partei hat ja nur einen Sinn und Zweck, nämlich in Opposition oder Regierungsverantwortung zu kommen und damit in Staatsgewalt, in das Gewaltmonopol, das Gesetzmonopol, dann auf die Allgemeinheit zu herrschen. Deswegen ist es ein Widerspruch in sich. Und deswegen werden solche Geschichten auch niemals funktionieren. Die PDV ist eine Todgeburt gewesen. Das kann man eigentlich so attestieren. Auch wenn viele Leute sich engagiert haben und das auch hehre Ziele waren und so weiter. Blablabla. Aber wenn man das erkennt, diesen Widerspruch, dann weiß man, dass das auf den Weg bringen, dieser Idee schon dysfunktional ist. Ja, und deswegen, ganz komisch, ganz komisch. Deswegen wird es auch nie eine Partei der Individualisten geben. Individualismus ist mit Parteien in Gruppierungen ein direkter Widerspruch. Das funktioniert nicht. Ich habe mich noch ein bisschen befasst mit dieser GILD-Partei. Ich habe mir wirklich von diesem Typ hier da, das tatsächlich mal kurz reingezogen, dass er dann in einer Sendung war und hat gesagt, ja, aber wir sind ja gar keine Partei. Und man wählt uns auch nicht. Das ist nicht wählen. Das ist einfach nur ein Entscheidentreffen. Das ist komplett da rumgeschwobelt. Das finde ich total geil. Und dass es noch so viele Leute gibt, die sich, das ist ja in Österreich diese GILD-Partei oder was, ja, aber dass es noch so viele Leute gibt, die sich davon beeinflussen lassen oder die denken, ja, das ist doch gar keine Wahl. Und eine Partei, geht das auch nicht. Der hat das so gesagt. Wie kann man denn so höhenverbrannt sein? Ich finde das total geil, ne? Was mich auch ein bisschen an diesen Typ von dieser Nicht-Partei erinnert, der da auch, aber egal, ne? Aber mache ich weiter. Könnt ihr mich hören? Sehr gut. Ja, ich denke, unerdeutlich. Ja, sag ich auch mal, Hallihallo. Ich habe mich schon gewundert, was diese GILD-Partei ist, aber ich habe mir das nicht mal reingezogen, was mir eigentlich auch wurscht ist. Aber im Endeffekt, ich meine, das ist genauso, wenn ich jetzt einen Fußballschal umhabe. Weißt du, es geht, glaube ich, noch um viel mehr, sondern das ist auch, was mein letztes Video so ein bisschen anspricht. Aber mir geht es halt wirklich um die komplette Freiheit von jeder Gruppenzugehörigkeit. Ich versuche mein ganzes Leben einfach nach Projektstruktur. Wenn ich Leute für was brauche, dann suche ich mir die. Wenn ich jetzt eine Wanderung machen wollen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich halt Leute suchen, die wandern können. Macht halt auch Sinn. Ja, das ist alles viel zu anstrengend. Nein, da können wir mal Stück für Stück da rangehen. Es gibt, also ich fasse das immer gern unter dem Begriff Herrschaftsgeseier zusammen. Was gehört denn da jetzt alles dazu? Politiker gehören dazu, Parteien gehören dazu, also alle hierarchischen Strukturen, die jetzt nicht auf Freiwilligkeit basieren und in einer Form von Herrschaft darstellen. Wenn ich jetzt also ein Angestellter bin bei einer Firma, die einen Manager hat, dann werde ich da nicht zu gezwungen. Und die Befehle, die der sogenannte Manager dann erteilt, also ich bin nicht, ich bin permanent nicht gezwungen, diese Anweisung zu befolgen. Da ich mich aber einverstanden erklärt habe und einen Vertrag unterschrieben habe, ist das ein ganz logisches Hin und Her in der Vertragsfreiheit. So, aber jetzt mal nicht abdriften, bleiben wir mal bei diesen pyramidalen Strukturen. Was gibt es da als Alternativen? Na ganz einfach, es gibt Vereine, es gibt Stiftungen, man kann auch zum Beispiel Firmen gründen, ja, völlig egal, was die jetzt für einen Rechtsstatus haben, bla bla bla, und gemeinsam daran arbeiten, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Was gibt es noch? Man kann ein ICO machen, man kann Crowdfunding-Projekte starten, man kann eine Webseite erstmal starten, ja, Gleichgesinnte suchen und so weiter. Und für mich ziehe ich da eine rigorose Linie. Das heißt, alles, was dieses Herrschaftsgeseier betrifft, interessiert mich nicht mehr, will ich nicht mehr hören, bla bla bla, und dagegen trete ich auch auf mit meiner Meinung, mit meinem Wort. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute da draußen raffen, dass sie, wenn sie in Richtung dieser Herrschaftsstrukturen gehen, überhaupt keinen Einfluss mehr haben und ihre Selbstbestimmung aufgeben und es zulassen, dass fremdbestimmt wird, dass in ihr Leben eingegriffen wird, dass ihre Entscheidungen im schlimmsten Fall negiert werden, dass, was sie selber machen möchten, das komplette Gegenteil dabei rauskommt, dass sie eingeengt werden in ihren Freiheiten, dass ihnen vorgeschrieben wird, mit welchen Tools, mit welchen Geldern, mit welchen Gruppen sie zu arbeiten haben. Deswegen, fuck, Herrschaftsstrukturen. Und konzentrieren wir uns auf diese Möglichkeiten, die wir schon haben, die existieren, um bestimmte Ziele zu erreichen, bestimmte Sachen auf den Weg zu bringen, irgendetwas aufzubauen, zum Beispiel eine Wissensdatenbank, eine völlig unabhängige Wissensdatenbank. Und zwar, ich rede hier nicht von diesem scheußlichen Wikipedia, sondern wie kriegt man eine Struktur hin, wo man Wissen speichern kann. Und zwar, man kann das sicherlich auch irgendwie regeln, dass diese ganzen Herrschaftsstrukturen mit ihrem Kopiereit da keinen Einfluss mehr haben, indem man es dezentral strukturiert. Es geht darum, genau diese Möglichkeiten in den Fokus zu setzen und nicht das Herrschaftsgeseier und die Ablenkung und die Verblendung von irgendwelchen anderen Leuten weiter zu füttern. Es ist ganz einfach, es ist total einfach, eigentlich. Aber die Leute hören lieber auf das, was in der Zeitung steht, was irgendwelche Apologeten daherbeten, stattdessen gucken, wie sie mit ihrer eigenen Power, mit ihren eigenen Möglichkeiten, mit ihrem eigenen Intellekt, mit dem, was ihnen schlicht und einfach zur Verfügung steht, freiwillige Konzeptionen aufzubauen, die halt nichts mit irgendwelchem Herrschaftsgeseier zu tun haben. Ist das denn so schwer? Ja, und der Anfang davon ist zu erkennen, dass es diese beiden Arten von Möglichkeiten gibt. Und da muss man auch mal in die Tiefe gehen. Ja, da muss man sich auch mal angucken. Was, der erzählt jetzt hier Herrschaft, bla, bla, bla. Ja, warum ist das denn Herrschaft? Was ist denn Herrschaft? Wie wird das definiert? Ja? Naja, anyway. Also für mich ist das einfach eigentlich ganz einfach. Und wir werden permanent nur verleitet, getäuscht, mit falschen Tatsachen beeinflusst, gehirngewaschen, bla, 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 damit wir diese Herrschafts- und Fremdbestimmungsstrukturen zustimmen. Weiterhin zustimmen und sie aufrechterhalten. Deswegen steuern sie einen Raub, wählen ist Massenmord, alle Parolen raus, wer wählt, denkt nicht, wer denkt, wählt nicht. Das ist der Anfang, damit die Leute endlich mal erkennen, okay, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Und Herrschaft ist das Problem und nicht die Religion oder die Partei oder der Staat oder die Nation oder bla, bla, bla. Es ist immer wieder Herrschaft, wie das ein Problem ist. Ich meine, das hängt ein bisschen auch von der Größe der Struktur ab, ob man das verwirklichen kann. Weil, wie soll ich sagen, Autorität und Kompetenz, das ist auch, was der Manuel hat es angesprochen. Er möchte ein Projekt machen, dann sucht er sich Leute dazu. Natürlich sucht er sich dann Leute dazu, ganz unabhängig davon, was das jetzt ist, die etwas von der Sache verstehen. Als Eigeninteresse und auch als Interesse von den Leuten. weil natürlich macht man gern bei etwas mit, von dem man etwas versteht und das einem Spaß macht. Meist bedingt sich das ja gegenseitig. Es ist ja selten, dass einem etwas Spaß macht, dass man überhaupt nichts davon versteht oder umgekehrt. Wenn ich mich jetzt für etwas interessiere, dann macht mir das auch am meisten Spaß und ich entwickle dann immer mehr Erkenntnisse. In den kleinen Strukturen funktioniert das ja. Wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ich kenne, merke ich auch schnell schnell, hat der was auf dem Kasten, macht dem das Spaß. Also ein kleiner Unternehmer mit drei, vier Angestellten oder ein paar mehr, der merkt sehr schnell, kann sein Arbeiter was, sein Angestellter, macht es dem Spaß, bringt es was und umgekehrt auch. In großen Strukturen, wo du nur noch in der Nummer bist, da tendiert das zur Anonymität. Und da gehen diese ganzen menschlichen Zusammenhänge verloren. Und das ist die Grundbedingung dafür, dass dann so eine anonyme Herrschaftsstruktur funktionieren kann. Weil in einem kleinen Betrieb, wenn ich da, sagen wir mal, ich habe jetzt Gesellen, die sich auskennen auf dem Bau und dann stelle ich denen einen völlig, wie soll ich sagen, unfähigen Vorarbeiter vor die Nase. Die machen das nicht mit. Die gehen dann sofort zum Chef, pass mal auf, der kann nichts, der macht nur Schwierigkeiten. Und der Chef, wenn er schlau ist, sagt er, okay, war ein Fehler, so einen anderen. In einer großen Firma oder noch größere Strukturen, geht er das komplett verloren. Da gibt es auch nicht mehr diese direkten, der Sohn sagt immer, direkte Verantwortungsprinzip. Das gibt es ja in den großen Firmen nicht mehr. Da wird die Verantwortung hin und her geschoben, von da zu da. Und einer wälzt es auf den anderen ab. Und keiner weiß mehr genau, wer ist dann dafür verantwortlich, für welchen Schritt, genau aus dem Grund nämlich. Weil nur so kann man diese Herrschaftsstrukturen aufrechterhalten, wenn man sozusagen die Verantwortung abwälzt und sich selber in eine unangreifbare Position bringt. Es geht in kleinen Strukturen. Ja, aber das Positive an dieser Geschichte ist, dass man selbst erkennt, dass große Strukturen auch angreifbarer sind. Dadurch, dass Sie das, genau wie Sie das gerade eben beschrieben hast, ist es wesentlich leichter, zum Beispiel das zu infiltrieren und über Wirtschaftsspionage und so weiter da wirklich einen Hebel anzusetzen. Ja, und je größer die Strukturen sind, desto angreifbarer und empfindlicher ist das Ganze. Weil es unflexibel sind. Unflexibel. Es wird immer starrer. Es wird immer starrer. Die Prinzipien werden ständig aufrechterhalten. Die Fähigkeit, sich schnell anzupassen und auch flexibel zu sein, werden immer weiter eingeschränkt. Ja, das kann man ja auch als Vorteil ansehen. Mein Markt, weil, Herr Tone, du sprichst immer von freier Marktangebot, Nachfrage, freiwillige Verträge, da funktioniert das ja noch. Da kann sich ein, ein, auch, ich stelle mich auch auf die Wünsche meiner Produzenten ein. Die kommen zu mir, sagen mir, was sie wollen und ich mache das dann, so gut ich es kann. Macht beiden Spaß. Der eine bekommt was, das speziell auf ihn zugeschnitten ist und ich habe keine so langweilige Arbeit, dass ich immer nur 8.15 Sachen machen muss. Aber auch hier, wenn die Strukturen größer werden, wenn es mal in die Massenproduktion geht, kann ich nicht mehr auf die Wünsche des Kunden Rücksicht nehmen. Oder eben es kostet so viel, dass es nicht mehr bezahlbar wird für die allergrößte Mehrheit. Also, zum Beispiel, die Flexibilität hätte eigentlich nur Vorteile. Man kann auch zum Beispiel auf, sogar wie so sagen wir jetzt, nehmen wir an, es gibt eine Klimaeränderung. Sagt der Bauer, der Bauer hört was anderes an. Beispiel halt Sachen, die mehr Wärme vertragen oder weniger Wasser oder sowas. Das ist alles kein Problem. Aber in Riesenstrukturen, bis die da mal reagieren, die geben ja Milliarden aus, um nicht auf die Wünsche der Kunden reagieren zu müssen, sondern um diese Wünsche der Kunden zu steuern. Weil sie sagen, jetzt produzieren wir das, jetzt brauchen wir die Kunden, die uns das abkaufen. Ja, das sind Abläufe und Prozesse, die uns allen eigentlich vollkommen klar sind. Ja, deswegen ist es für mich gerade im Nachhinein wirklich, wirklich auch krass für mich zuzugestehen, dass ich 40 Jahre lang nicht den Unterschied ausgemacht habe zwischen Zwang und Freiwilligkeit. Und dass ausnahmslos alle Firmen und Konzernstrukturen, auch wenn sie, auch wenn sie unterwandert sind und durch, ich sag mal, durch Korporatismus entstellt sind, dass sie ausnahmslos auf Freiwilligkeit basieren, dass niemand, dass niemand gezwungen wird, da irgendwie was zu kaufen, ja, also sich daran zu beteiligen. Da ist überhaupt, da ist überhaupt kein Zwang. Dass natürlich innerhalb dieser Konstrukte, wenn sie halt immer größer werden, da Zwang sicherlich auch irgendwo eine Nötigung und Tralala irgendwie eine Rolle spielt, das ist, das ist ja erst mal eine andere Geschichte. Aber man muss sich doch erst mal angucken, worauf es basiert. Und gerade beim Geldsystem habe ich das in meinem Video auch schon auf den Punkt gebracht. Wenn es einen freien Geldmarkt gibt, dann entscheiden ausnahmslos die Menschen da draußen darüber, ob ein Geld irgendwo Sinn macht oder nicht, dadurch, dass sie es benutzen oder eben nicht benutzen. Wir brauchen da kein Voting. Wir brauchen keine Minderheiten, keine Mehrheiten, kein Blablabla. Das ist ein sich selbst regulierender Prozess. Und wenn man das Staatskonstrukt mit seinem Gewaltmonopol, mit seinem Steuerzwang, mit dem Geldmonopol sieht dagegen, dann ist es für mich im Hochgrad unverständlich, dass die Menschen da draußen noch im großen Stil dahinter herhecheln. Das Propagieren, das Vertreten persönlich. Es gibt so viele Leute, die gerade jetzt mit der ganzen AfD-Geschichte, ich habe so viele Leute, die da offen AfD-Werbung machen, will das nicht als Einzelbeispiel raus, sondern ich mache das genauso bei den Linken auch. Es ist für mich, das ist für mich echt, das sind, ja, das sind Leute, die wirklich, die wirklich, die Zukunft unserer Kinder vorsätzlich begraben. eigentlich ist es schon total im Arsch, wenn man sich anguckt, Rentensystem und bla 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 und diesen ganzen Geschichten, und da wundern wir uns, dass so eine Endzeitstimmung entsteht in der Gesellschaft, unabhängig davon. Das ist echt Hammer, ich verstehe das nicht. Und gerade die letzte Bundestagswahl hat mich, oder die ganze Situation und die Zeit da drum hat mich da ziemlich umgehauen. Ich weiß jetzt nicht, ob man direkt von den Zahlen ausgehen kann, also dass die Wahlbeteiligung um vier, fünf Prozent bei der Bundestagswahl noch gestiegen ist, er hat für mich sehr, sehr viel damit zu tun, dass die AfD da so als Hoffnungsträger massiv propagiert wurde. Und das war für mich jetzt auch nicht demoralisierend. Aber wenn ich das Gefühl hätte, ich bin einer der wenigen, die Anti-Wahlwerbung machen, ja, aber ob die Zahlen stimmen, also ich kann echt nicht glauben, obwohl ich weiß, dass der Anteil der Etatisten da draußen ziemlich groß ist, trotzdem glaube ich nicht, dass 75 Prozent der Bevölkerung zu den Wahlurmen gerannt ist. Also der Wahlberechtigten. Ja, das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Halte ich auch für unwahrscheinlich, vor allem, dass die FDP wie aus dem Nichts einfach auftaucht, ohne dass da große Wahlwerbung gemacht wurde. Also ich glaube es nicht. Das kann ich politisch ziemlich gut nachvollziehen, weil du musst dir das so vorstellen, die AfD hat einen rechtskonservativen Sog ausgelöst. Aber bei ganz, ganz vielen politisch orientierten Menschen da draußen ist die AfD halt einfach zu krass. Und dann gehen die halt den Mittelweg und sagen, okay, was ist denn das kleinere Übel hinter der AfD? Und das war für mich ganz logisch, dass die FDP da so aus dieser Geschichte hervorgeht. Aber wir betreiben hier ein massives Herrschaftsgesache, kriege ich gerade mit. Ja, das Problem ist halt wirklich, dass die Leute voller Angst sind. Und die Angst kommt ja nicht von ungefähr. Das geht bis in diese Katastrophenfilme, das hat ja mit Titanic schon angefangen. Das Gefühl, wir fahren auf einen Eisberg zu, wir müssen das endlich umsteuern und wüssten, das und das. Und das ganze Klima, das ist ja, hat mindestens zwei Funktionen, diese Klimadiskussion. Zum einen, die Leute werden abkassiert und zum anderen, denen wird so richtig Angst gemacht. Vor der Zukunft, vor allen ganz natürlichen Vorgängen. Wie hat Lesbys gesagt, atmen. Ich würde gerne mal auf eine Frage antworten aus dem Chat. Jederzeit. Kilominati schreibt, Toni, meinst du nicht, dass es davon abhängt, von wem die Herrschaft ausgeht? In deinem Modell dürften ja die natürlichen Konsequenzen, Gesetze des freien Marktes eine Form von Herrschaft ausüben. Ja, also, Herrschaft ist da nicht gegeben. Weil, wer wird denn beherrscht, wenn Kunden, ich sag mal, bewusste Kaufentscheidungen treffen oder eben nicht? Ja, also, da wird ja auf niemanden Zwang und Herrschaft ausgeübt. Und eigentlich ist es auch egal, jetzt zu gucken, von wem Herrschaft ausgeht, sondern, sondern das Herrschaft ausgeht. Ja, also, das zu unterscheiden. Und, die Märkte sind absolut zwanglos. Ja, was, worauf du vielleicht hinaus möchtest, ist der, der, der Monopolcharakter. Das heißt, es gibt auf der einen Seite durch Kooperatismus, das heißt, durch die Verbandelung mit Staat und da einhergehenden Regelungen, Gesetzen, Steuerschlupflöchern und so weiter, dadurch entstehen, das sind künstliche Monopole. Die werden künstlich durch Kooperatismus geschaffen. Es gibt in dieser, in dieser sogenannten freien Marktwirtschaft, in diesen freien Märkten, sicherlich auch so etwas wie natürliche Monopole. Wir nehmen mal so ein Gedankenbeispiel in den Handyhersteller. Vielleicht ähnlich von Apple. Aber, wir gehen mal von der Situation aus, dass, dass da kein Staat da ist, der die da nicht supportet und Werbung und blablabla, sondern, dass das halt, das Element Staat in dem Moment nicht da ist. Dann kann es durchaus in einem Markt passieren, dass eine Firma das beste Produkt anbietet zu den günstigsten Preisen. Ja, das kann, das kann dadurch entstehen, dass halt, durch die Kaufentscheidungen der Leute, das natürlich entsteht. Ja, aber diesen, dadurch wird ja im Prinzip ja dann keine Herrschaft ausgeübt, weil in diesem freien Markt es auf jeden Fall Nischenprodukte geben wird. Die sind dann sicherlich etwas teurer. Ein schönes Beispiel ist vielleicht das Fairphone. Ja, also die halt ganz andere Richtungen gehen, dafür aber wird halt mehr Geld benötigt und so weiter. Niemand wird gezwungen, diese Telefone zu kaufen und es wird in dem Moment auch nicht Herrschaft oder auf die Kunden ausgeübt oder Herrschaft ausgeübt auf die Konkurrenten. Ja, also, wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen diesen natürlichen Monopolen und künstlich durch Kooperatismus geschaffenen Monopolen. So, und ich erkenne im freien Markt keinen einzigen Aspekt von Herrschaft. Ja, also wenn jetzt so sein sollte, dass irgendeine Produktionshalle von Apple in China, ein Subunternehmer von Apple in China da, was weiß ich, die Arbeiter zwingt zu irgendwas, da entsteht ja dann sicherlich schon Herrschaft, aber es wird da aber auch niemand gezwungen, das gibt ja kein Sklavenwort, ja, das heißt, die Leute, die machen das ja aus der Not der Situation mehr oder weniger auch freiwillig. Es ist ja nicht so, dass die gezwungen werden. Keine Vernötigung ausgehen, ja, aber einen Zwang in dem Sinne existiert da nicht. Zwang heißt eindeutig, dass du dich gegen deinen Willen nicht dagegen wehren kannst. Ja, und Vernötigung oder kann man sagen, kann man ausgehen, wenn du nicht direkt gezwungen wirst, aber aufgrund der Situation ja mehr oder weniger nichts anderes übrig bleibt. Ja, aber die Leute können auch losgehen und loswandern, woanders hingehen und woanders ihr Glück suchen, auch wenn ihnen das nicht so vorkommt. Das ist übrigens ein Prinzip, was hier massivst über die Medienmanipulation den Leuten eingebläut wird aus allen möglichen Richtungen, dass sie, sage ich mal, gefangen sind in einem goldenen Käfig. Ja, dass man halt nicht irgendwo anders hin kann und dass es woanders halt genauso ist und so weiter, aber davon gehe ich nicht aus. Ich denke, jeder ist das Schmied seines eigenen Schicksals und noch ist es so, dass es in einzelnen Kulturen, Ländern und Regionen ganz, ganz andere Regelungen gibt, die sicherlich wesentlich freiheitlicher sind und jeder von uns hat jederzeit die Möglichkeit, da zu versuchen, auch hinzugehen. Ja. Ich möchte noch mal darauf zu sprechen kommen, ich habe ja schon einen Hänger hat es gesagt, ich sehe das ja vielleicht ein bisschen anders wie einige Libertäre. Ich glaube halt, heute wird sehr stark nicht über Zwang und äußere Gewalt geherrscht, sondern über eben Täuschung und Angst Einflösung, also über Manipulation auf Gott Deutsch. Das ist also, man kann auch ein ganzes Volk beherrschen, indem man sozusagen die Medien in der Hand hat, indem man die Werbeindustrie in der Hand hat, indem man die ganze psychologische Kriegsführung beherrscht. Dann haben die Menschen zwar theoretisch einen freien Willen, aber sie sind so 90 Prozent nicht mehr in der Lage, ihn auch zu benutzen, weil sie so gehirngewaschen sind, dass das für sie gar keine Option mehr ist. Auf der anderen Seite stimmt das natürlich, wenn ich heute sage, ich bestehe auf meiner Freiheit und ich bin bereit, den Preis dafür zu zahlen, dann bin ich auch im überwiegenden frei, das zu tun, was ich will. Nur ich muss halt eben auch den Preis zahlen. Da muss ich leider sagen, der Großteil der Menschen ist eben nicht bereit, den Preis zu zahlen, sobald der auch nur ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegt. Das soll jetzt nicht als Vorwurf rüberkommen, weil es ist verständlich, aber wir müssen schon ganz klar sagen, es wäre sehr viel mehr möglich, wenn die Leute sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, nein, nicht mit uns. Dann könnte die Welt ganz anders aussehen, unsere Gesellschaft könnte ganz anders aussehen. Aber wie gesagt, wir haben einen goldenen Käfig, hat der Zohne ganz recht, die Tür steht offen, aber es ist ja drinnen bequemer als draußen. Oder zumindest bilden wir uns ein, dass es drinnen bequemer ist als draußen. Das ist vermeintlich, weil die Masse der Zwänge, wenn wir hier in diesem Käfig ausgesetzt sind, irgendwann wird das überschritten. Aber das Prinzip, mit dem das umgesetzt wird, ist halt das mit dem Frosch. Das heißt, du sitzt eigentlich in einem lauwarmen oder kalten Wasser und unter dir wird ganz langsam die Temperatur erhöht. Und du wirst halt nicht einfach in heißes Wasser geworfen, sodass du dann wieder rausspringst. Das wird halt hier langsam hochgekocht und die Energie, die dadurch entsteht in der Bevölkerung, also dieser Unmut, diese Frustration, also dieses Nicht-Einverstandensein mit der allgemeinen Situation, entlädt sich dann halt in Facebook-Kommentaren, eben Projektionen auf Gewerkschaftsfunktionäre und Politiker. Ja, über jetzt da Hassreden werden da abgelassen, aber den Menschen ist nicht klar, dass das alles Puppets und Marionetten sind. die extra dafür da sind, um als Schutzwall oder Auffangbecken für diese Aggressionen herzuhalten. Und es ist wesentlich sinnvoller, diese, ja, den Kopf mal durchspülen zu lassen und andere Leute Leute sein zu lassen, ja, und Gesichter und und auch Ideologien und sich seine unmittelbare Lebenssituation mal anschauen und gucken, wo man auf eine positive Art und Weise die Energie kanalisieren kann, ja, in eigene Projekte. Man kann ja auch aufklärende Projekte machen. Wenn einen die Gesamtsituation so stört, dann kann man die Leute die ganze Zeit darüber aufklären, wie sie die ganze Zeit beschissen werden. Das ist, ich mache, ich mache nichts anderes. Ja, ich würde wirklich sagen, die Aufklärung sollte in erster Linie doch vorleben. Also, indem ich sage, ich liebe meine persönliche Freiheit vor, ich komme wieder zum Thema, es bringt nichts, wenn ich sage, Leute, jetzt wacht auf, jetzt schaut da, ihr sitzt im Käfig, jetzt geht man raus aus dem Käfig, stellt ihn mal auf die Hinterbeine und die wissen ja gar nicht, was ich meine. Wenn einer dazu nicht bereit ist und voller Angst ist, dann gehen die erstmal in Widerstandsbewegung, in Widerstandshalter. Deswegen vorleben, der Manuel wird vielleicht was sagen dazu, dann starte ich halt Projekte, in denen ich glaube, da kann ich Freiheit umsetzen, da kann ich meine, meine Vorstellungen umsetzen, zusammen mit anderen, dasselbe, auch freiwilliger Basis natürlich, nicht? Und wenn das dann klappt, dann kommen auch Leute dazu, die zieht das an. Da gibt es ja schon genug Beispiele, nicht? Ob es jetzt Regionalgeld ist oder Gemeinschaftsgärten oder Tauschbörsen, also alles, was in die Richtung geht, Autarkie, Selbstverwaltung, Selbstorganisierung, eben Selbstautonomie, alles, was in die Richtung geht. Das wäre ja der Weg, aber der Weg ist halt nicht, dass ich sage, jetzt warte ich, bis uns das von oben, irgendwer kommt, uns das erlaubt oder uns das möglich macht oder bis wir schon Pensionen kriegen, dass wir das auch machen können oder irgendwas. Das wäre dann wieder, geht wieder in Richtung Herrschaftsgesang. Aber Manuel wollte da, glaube ich, was sagen, weil er gesagt hat, er möchte da noch was sagen. Ja, das ist nicht direkt. Ich meine, im Endeffekt habe ich das ja eh auch schon gesagt. Vielleicht ganz kurz, was im Chat auch aufkam. Hier der Manda Bär schreibt, wie soll ein Harzer von heute auf morgen denn an so einer Welt halt teilhaben, wenn er halt über kein Kapital verfügt? Und ich habe es jetzt auch schon geschrieben, im Endeffekt geht es aber, glaube ich, gar nicht darum. Ich glaube, es geht darum, dass ja jeder die Möglichkeit hat, irgendwas zu machen. Wenn einer supergut Haare schneiden kann, dann wird er wahrscheinlich Friseur. Wenn er es nicht kann, dann wird er halt irgendeine andere Fähigkeit haben. Aber dass halt Händel von den Bäumen wachsen, von der Idee wird man sich halt irgendwann mal verabschieden müssen. Das heißt, also der Gedanke, dass ich selbst für mich sorgen muss, in erster Linie und jeder andere auch für sich, da kommt man halt nicht dran vorbei. Dass halt auch diese freiheitliche Welt kein Schlaffenland sein wird, ich glaube, das ist uns auch allen klar. Ich habe für mich zum Beispiel auch diese ganze Theorie, ich habe schon überlegt, ich habe ja auch mal so einen Vortrag bei der FDP gehalten über Anarchokapitalismus. Das ist halt eh cool, das kann man sich anschauen, nur mal so als Beispiel, das Nicht-Aggressionsprinzip ist eine tolle Sache. Wenn ich jetzt aber hier nachher auf die Straße gehe und mir halt einer aufs Maul haut, dann hat es mir halt einfach nichts genützt. Und es nützt mir halt auch nichts, wenn ich nicht andere Menschen finde, die halt diese Idee auch cool finden. Deswegen würde ich sogar, Toni, dieses Herrschaftsgeseier sogar vielleicht noch ein bisschen weiter treiben, immer wenn es halt in so eine ideologische Richtung geht. Also selbst wenn ich der Menschheit vorschreiben will, dass sie jetzt freiheitlich zu leben hat, weil das ja der tolle Weg ist mit dem freien Markt, dann ist das auf eine gewisse Weise auch ein sehr ideologisches Verhalten. Ja, natürlich. Mag jetzt noch nichts mit Zwang zu tun haben, das ist auf jeden Fall, da bin ich vollkommen bei dir, das kann man ganz eindeutig erkennen. Trotzdem habe ich mich halt davon distanziert. Für mich gibt es halt so die Philosophie der Freiheit, das ist, sag ich mal, so die Lehre und dann gibt es für mich halt die Realität und da versuche ich halt, das bestmöglich anzuwenden, wie Kurt auch schon gesagt hat, manche Preise wären mir zu hoch, sie zu zahlen, aber ich habe mich halt einfach auch mit den Unfreiheiten, die ich jetzt hier in Deutschland habe, arrangiert. Ich habe auch aufgehört zu jammern, weil das sind die Sachen, die ich halt eh nicht ändern kann. Und vielleicht noch ein Punkt und dann bin ich auch schon wieder still. Wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es eine Sache, die wäre so einfach und da wäre der ganze Spuk vorbei, dann gäbe es keine gesteuerte Manipulation durch die Medien, da gäbe es kein Militär, da gäbe es gar nichts und zwar wäre das einfach, wenn niemand Steuern zahlen würde. Also wenn man den Hahn zudreht, dann können die sich ausdenken, was sie wollen. Spätestens wenn es den zweiten Monat keinen Gehalt gibt, dann gehen die Leute nach Hause. Das kann man natürlich nicht so einfach und da sehe ich auch zum Beispiel die Arbeitnehmer, das sind halt die Letzten auf der Schlachtbank. Das ist was, da müsste man wirklich Unternehmer, krasse DAX-Unternehmen dafür gewinnen, dass sie halt einfach mal so ein Quartal nicht überweisen. Dann wäre, glaube ich, der Spuk vorbei. Alles andere ist ja nur möglich, weil halt erpresstes Geld dafür ausgegeben wird. Ja, der Schlüssel ist das Geld, ja. Es ist so, weißt du, es gäbe kein staatliches Fernsehen, wenn man die Cutter und Regisseure nicht bezahlen würde. Es gäbe nichts, es gäbe nicht einen Polizisten, weil wer würde sowas freiwillig ohne Geld machen? Ich muss unbedingt was zu diesem Spruch da im Chat sagen, es geht ja einfach gar nicht. Ja, hau raus. Mander, Manderbär, und diejenigen, die über wenig kein Kapital verfügen, sind von der Teilhabe ausgeschlossen. Was sind das, was sind das für ein Umverteilungsgesetze? Super Idee. Toni, was soll ein Harzer von heute, wie du ja auch einer bist, Manderbär, ich habe es bis jetzt in drei Hangouts und mehreren Videos gesagt, ich habe Hartz IV beantragt, aber ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Euro bekommen und ich werde wahrscheinlich auch nichts kriegen. also gegen alle Diskussionen da draußen, ja, ich bin kein Harzer. Ja, was soll das? Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Und von einer, in einer tollen supermarktliberalen Welt von morgen irgendwie partizipieren, wenn er über kein Kapital verfügt, ja, da muss ich dir auch sagen, versuch mal für dich, nur selbstständig, so für dich, den Begriff Kapital ein bisschen zu erweitern, ja, also Kapital ist nicht nur Geld und auch nicht nur monopolistisches Staatsgeld, Kapital ist die Summe aller Fähigkeiten eines Menschen, ja, und das ist ganz viel, Zeit ist auch Kapital, ja, also jemand, der subventioniert wird dafür, dass er nichts tut, was hat der? Der hat nicht nur eine Kapitalspritze, wie du sie verstehst, nämlich in Form von Fiat Money, jeden Monat regelmäßig, er hat auch 100% seiner Zeit als Kapital, so, und die kann er jederzeit verwenden, für was auch immer, vielleicht darüber, sich mit alternativen Währungskonzepten zu beschäftigen, um sie der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit sie erkennen, die Leute da draußen, dass sie sich mit einem monopolistischen Staatsgeld rumquälen, was wirklich ein riesengroßes Bügel ist und wo hier auch wieder, da auch die Lösung in einem freien Markt liegt. Also bitte, ja, solche Fragen, ja, ich habe komplett aufgehört, mich über Leute zu beschweren, die, ich sage mal, übertrieben versuchen, da draußen ihren persönlichen Vorteil an den Mann zu bringen, indem sie, indem sie andere Leute für sich arbeiten lassen. und ich habe auch damit aufgehört, mir ein Urteil über Leute zu erlauben, die seit mehreren Jahren schon Hartz IV bekommen oder irgendwelche anderen Transferleistungen. Ja, das ist nicht die Lösung, das ist nicht die Lösung, weil da bewegen wir uns auf der, auf der persönlichen Ebene. Das ist total Unsinn. Also bitte, ein bisschen mehr differenzieren und ein bisschen mehr mit dem Kapitalbegriff auseinandersetzen, ja, es gibt auch, der Kapitalbegriff für meine Begriffe umfasst auch musische und lyrische Fähigkeiten, ja, es ist nicht nur auf Intellekt und auf Handwerk beschränkt, das ist alles Kapital. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, die du ganz einfach älteren oder gebrechlicheren oder anderen Leuten schenkst, ist eine Form von Kapital und Hartz IVer können dieses Kapital einsetzen. Okay, also dieser Spruch, den du da gelassen hast, es geht einfach gar nicht. Ich meine, du hast es noch in die Frage eingepackt, ja, du bist ein Pseudo-Intellekter-Troll, ja, troll dich. Geht gar nicht. Wenn ich dann noch schnell zu Manuel was sagen darf mit dem Schlaraffenland, es kommt ja jetzt darauf an, was für Ansprüche wir stellen. Wenn es nämlich nur darum geht, Essen, also Wohnen, Ernährung, dann ist das mehr oder weniger abgedeckt. Also es sind genug Wohnungen da, es ist genug Essen da, ich glaube 40, 50 Prozent wird jeden Tag vernichtet an Essen. Darf auch nicht zum Beispiel in Supermärkten verkauft werden lange Zeit, ändert sich jetzt langsam, sondern muss vernichtet werden und hat solche Sachen. Also wir leben eigentlich in einer Überflussgesellschaft, aber unser derzeitiges Wirtschaftssystem kann nur mit Verknappung existieren. Also es muss ein, wie soll ich sagen, die können ihre Sachen nur dann zu einem guten Preis verkaufen, wenn sie knapp sind. Denn wenn es im Überfluss da sind, sinkt der Preis und der Gewinn sinkt natürlich. Also diese Logik. Und das ist natürlich Blödsinn. Nein, es ist nicht nur die Knappheit. Also viele, viele Leute versuchen, mit Knappheit Profit zu generieren. Aber der eigentliche, der eigentlich, die eigentliche Triebfeder des, des Kapitalismus ist Innovation und Verbesserung und Optimierung. Das heißt, wenn ich ein gleiches Produkt jetzt habe oder ein ähnliches Produkt wie ein Konkurrent, und zwar unabhängig um was für ein Produkt es sich jetzt handelt oder in welche Richtung das geht, dann sind die Produzenten immer wieder bestrebt, eine Verbesserung hervorzurufen. Manchmal ist die so oberflächlich und bedient nur die Etikette, aber in der Regel ist es so, dass diese Unternehmen sich immer versuchen zu verbessern, zu optimieren. Also nicht nur die eigenen Arbeitsprozesse, sondern auch das Produkt an sich. Also für mich ist Kapitalismus hoch innovativ, wenn er frei ist. Ja klar, wir haben jetzt keinen freien Kapitalismus, das muss man auch gerade sagen oder sehen. Weil diesen Mangel, den du angesprochen hast, der trifft nur auf, ich sage mal, physische Güter zu. Es gibt ja auch diese Diskussion, Nestle und so weiter. Moment, schau mal, überleg mal, wie viele Erfinder eigentlich da wären, neue Motoren, die die Möglichkeit hätten, die Welt zu verändern, viele andere Sachen, die halt den großen Produzenten einfach nicht ins Konzept passen momentan. Ja genau. Diese Innovationskraft wird gezielt gestört. Warte mal, dort hat man ja dann aber auch die Herrschaftsstrukturen, ja, weil die sind, die führen dann dazu, dass halt diese freie Entfaltung von Innovationen oder Märkten gar nicht erst stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Tüftler bin und habe jetzt hier so einen Motor erfunden, dann gehen wir mal ganz, noch nicht den Weg und sagen, da würde es der Masse vorstellen, sondern er hat das jetzt erstmal nur für sich gemacht. Okay? So, du hast also so einen Auto und den mal mal an, völlig überzogen, jetzt ein Beispiel, du hast den Dieselmotor so umfunktioniert, dass er mit 70% Wasser fährt. Ja? So. Dann machst du das einfach und irgendwann kommst du aber an den Punkt, wo dann du kollidierst mit den Vorgaben, die der Staat dir zum Beispiel macht. ob das jetzt der TÜV ist oder ob das irgendwas anderes ist. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du selbst als Individuum dann schon zu einer Bedrohung wirst. Ja? Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Von diesem Punkt, von dem Individualismus, wenn du dann den nächsten Schritt gehst und sagst, ich möchte diese Innovation mit der Allgemeinheit teilen, dann schlagen diese Strukturen noch wesentlich erbarmungsloser zu. Es gibt da Fälle, Leute, da habt ihr, ihr habt keine Ahnung, wo Leute Firmen gegründet haben, die dann auch schon einen Gesamtwert von mehreren hunderttausend hatten mit Vorbestellungen und hast du nicht gesehen, und dann reitet da der TÜV ein oder irgendeine andere staatliche Institution und macht das ganze Ding einfach kaputt. So, und dann kommt der in Urhaft, ja, und wird ein paar Monate hingehalten, nicht rausgelassen und dann sind die Investoren weg und so weiter. Ja, das ist, das ist, das ist einfach der absolute Wahnsinn, was da draußen passiert, wie sehr Vertragsfreiheit von staatlichen Strukturen unterbunden wird. Das ist ein riesengroßer Knebel und darüber sind sich die Leute da draußen auch nicht so in dem Sinne im Klaren. Ja, das ist wirklich der obere Mann. Ja, ich muss jetzt aber auch klar sagen, dass der Staat in jetzigen Form gesteuert wird. Also der Staat ist praktisch so eine Art vorgeschobenes Konstrukt, dass die Waren Handlanger oder sagt man Aktionisten, nein Aktionisten, Täter oder wie man sagt, die die Fäden sind, sagen wir es so, verbirgt. Und der Staat an sich, wenn die Leute wüssten, wer dahinter steckt, würden sie ja sagen, das lassen wir nicht mehr was machen. Aber doch, dass dieser Staat eben auch durch Anonymität und Recht und Gesetz, das ergibt alles irgendwie schon ein stimmiges Bild. Recht und Ordnung, Gesetz, Grundgesetz. Das wird alles depersonalisiert. Deswegen ist der allererste Schritt, wenn man mit diesen Strukturen zu tun hat, als Tipp, Leute, nehmt die Leute, mit denen ihr zu tun habt, in die persönliche Verantwortung. Also ich mache das jetzt immer so, wenn ich also mit Polizisten zu tun habe oder mit irgendwelchen Amtspersonen oder vermeintlichen Amtspersonen, ich will unbedingt wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Sonst ist da wirklich eine Zusammenarbeit, ja, halte ich mich da sehr zurück. Es ist schwierig. Also du willst jetzt hier nicht den Tipp raushauen, dass jeder, der mit einem Polizisten zu tun hat, auf diese persönliche Ebene gehen soll, weil gerade bei Polizisten ist es so, dass sie von der sogenannten Gesetzeslage nicht verpflichtet sind, sich zu erkennen zu geben. Du aber aufgrund der Gesetzeslage verpflichtet bist, dich auszuweisen. So, und da knallt man schon auf den Widerspruch. Deswegen ist es da unmittelbares Verantwortungsprinzip, wie jeder damit umgeht. Aber man kann zum Beispiel, wenn man auf einer Behörde ist oder mit Steuerangelegenheiten zu tun hat und so weiter, hat man es immer mit realen Personen zu tun und die kann man in die Verantwortung nehmen. Man kann allgemeine Geschäftsbedingungen machen, man kann sagen, okay, ich bin bis zu dem Punkt bereit, mitzuarbeiten und so weiter. Wenn man die Leute dort im Gespräch sachlich und ruhig darauf hinweist, dass sie hier irgendetwas vertreten, was unmoralisch ist, etc., kann man ja beschreiben, wie man will, und dann sagt, ich habe keine Möglichkeit, rechtlich dagegen vorzugehen, gegen dieses Monstrum und deswegen bin ich gezwungen, sie unmittelbar in die persönliche Verantwortung zu nehmen, weil sie sitzen hier vor mir, sie erzählen mir, ich habe das und das und das und das zu machen und berufen sich auf die Gesetzestexte. Das ist eine Möglichkeit, ja, aber auch hier jeder in Eigenverantwortung, ja, also mir kann keiner jetzt hier hinterherreden, dass wenn du morgen angehalten wirst von der Polizei und deine Person im sündlichen Daten nicht rausgeben willst, dass ich daran schuld bin, ja, das könnt ihr knicken, ja. Ein Moment, ich möchte hier gerne kurz was vorlesen, der Chilominati hat geschrieben, hm, aber die geplante Obsolenz ist ja nicht staatlich verordnet, würden sich die Unternehmen im Liberatismus äh, Liberat, oh, Liberatismus nicht wieder genauso darauf einigen, zum Beispiel eine Glühbirne auf tausend Stunden zu beschränken, ist ja bei den Pharma, ist ja bei der Pharmaindustrie das Gleiche, Absprechungen, um an einem Medikament maximal zu verdienen und Forschungskosten zu sparen, die ja in einem echten Marktkampf anfallen würden. Ja, sehr schöner Vergleich, sehr schöner Hinweis, äh, gerade mit, äh, in Bezug auf die Glühbirne, ja, also, um die ganze Situation mal aufzuklären, äh, geplante Obsoleszenz ist ein Faktor, ja, aber man muss sich erst mal genau anschauen, welche Hauptregularien oder Haupt, äh, Punkte dabei greifen, damit es überhaupt erst möglich ist. So, das haben wir zum einen ein Großunternehmen, was Produkte herstellt und dann dabei feststellt, wenn wir die Produkte jetzt so lassen, dann halten die ja ewig, ja, das heißt, es gibt es bei der Glühbirne, es gibt es bei Druckern, äh, in, äh, gerade im technischen Bereich ist die geplante Obsoleszenz ein absolutes Faktor. Aber, wie werden diese Zusammenhänge, wie wird geplante Obsoleszenz erst, erst erreicht? Und zwar, wenn ein Großkonzern wie Osram sich mit dem Staats, äh, äh, Klüngel hinsetzt, denen das vorschlägt und sagt, oh, bla, 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 und dann vielleicht noch gegenseitig partizipieren und es dann keine gesetzlichen Regelungen und Rahmenbedingungen gibt, die das unterbindet, die darauf hinweist, auch keine Presse und keine Medienunternehmen, die auf diesen Betrug hinweisen, weil der Staat gemeinsam mit den Medien und auch den Konzernen da unter einer Decke stecken. Wenn die Presse Transparenz wäre, äh, der Staatsfaktor minimal oder fast ausgeschaltet wäre und nur die Trinität zwischen Großkonzernen, Mediensparte und Bevölkerung in Form von Konsumenten da ist, würden sich die Konsumenten niemals so verarschen lassen und sich Produkte andrehen lassen, die ein Verfallsdatum haben. Der Markt würde das sofort quittieren und dieses Unternehmen wäre vom Markt. Sie machen es aber genau umgekehrt, sie halten die Lügen und die Täuschung aufrecht und zwar bei der breiten Masse der Bevölkerung mithilfe der Medien und der Staat mit der Gesetzgebungsgewalt und der Großkonzern stecken unter einer Decke, um sich gegen die Bevölkerung zu verschwören, ja, kann man regelrecht so sagen, um sie auszupressen, um immer wieder neue Glühbirnen verkaufen zu können und das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem freien Markt zu tun und das Züngel an der Waage in diesem ganzen Konstrukt ist der Staat, ist auch der Staat. Wenn sich nämlich eine Medienlandschaft auch einem freien Markt beugen müsste, der Information, dann würde die Wahrheit ganz, ganz vorne stehen und sich alle daran orientieren und jeder, der anfängt, Lüge und Täuschung zu verbreiten, würde vom Markt verdrängt werden, weil die Leute es sofort erkennen. Das ist eine riesengroße Verschwörung und es ist eigentlich relativ einfach, die Protagonisten, ja, und die einzelnen Ebenen davon zu identifizieren und geplante Obsoleszenz ist ein super Beispiel, ist ein super Beispiel, es ist nämlich ein Bereich, der selbst von IT-Newsgruppen wie Golem und anderen viel zu wenig thematisiert wird. Es wird überhaupt nicht besprochen, es wird im Ansatz, im alternativen Mediensektor im Untergrund besprochen, aber die breite Masse erreicht diese, erreicht diese Informationen gar nicht, die sind alle, die sind alle ferngesteuert, ferngelenkt, die, ja, passive Informationsbeschaffung ist da, ist da, ist da, ist die Wurzel des Übels. Wenn die Leute sich aktiv um Informationen bemühen würden, dann hätten wir gar nicht diesen riesengroßen Täuschungsapparat um uns drum herum und ein wichtiger weiterer Baustein ist die Weltbilddiskussion, ist die flache Erde. Aber jetzt hole ich ganz weit aus. Ja, bevor man jetzt zur flachen Erde kommen möchte, noch schnell, ich wollte auch was zur Obsoleszenz sagen, weil das spricht auch wieder für die kleinen Strukturen oder für die Bedeutung der kleinen Strukturen, denn, das werden einige vielleicht gar nicht wissen, aber am Anfang, als das mit der Obsoleszenz aufkam, mit den Glühbirnen und auch anderen technischen Sachen, da haben sich die Ingenieure gewehrt, haben gesagt, nein, ich fühle mich verpflichtet, meinen Kunden, ich möchte höchste Qualität herstellen und ich mache doch keinen Murks. Das war unter den Ingenieuren und den Produzenten, also die Menschen, die da gearbeitet haben, eigentlich vorwiegende Meinung. Und die wurden aber dann schnell ausgetrieben. Und die haben gesagt, ja, kannst du ihre Zeit machen, aber du wirst halt entlassen. Die haben sich dann wohl oder übel sozusagen gebeugt. und heute findet keiner mehr jemand da was. Ich kenne einen Bekannten, der hat gesagt, ja, wir müssen da Fehler einbauen, aber das ist ganz normal, weil die würden das sonst ewig hatten. Mit der Einstellung gehen die da schon rein. Die haben dieses Prinzip des Konsums, des Wachstums schon so inhaliert, dass die gar nicht mehr merken, wie sie sich da, wie der Tony sagt, verarschen lassen. Ja, genau darin besteht auch der Unterschied zwischen Ossis zu Wessis. Ja, weil die Leute im Westen von Anfang an, gerade nach der Nachkriegseuphorie, ja, und dem wirtschaftlichen Boom, die sind von Anfang an in diese Maschinerie reingeboren. Und die Leute im Osten, ja, die jetzt so 40, 50 sind, die wissen, die haben da noch einen direkten Bezug dazu, ja, die haben ein ganz anderes Wirtschaftssystem erlebt. Ja, richtig, richtig. Die sind, wo eigentlich das Gegenteil von Verfall geprägt war. Ich habe hier eine kleine Kaffeemaschine, die ist, was weiß ich, sieht aus wie ein Bierkrug mitten im Decke, ja. Ganz normal, 220 Volt, diese Dinger kannst du für 20, 30 Euro bei Ebay kaufen. Das ist ein ganz einfacher Elektromotor. Da ist nichts mit Obsoleszenz. Ja, und es gibt ganz, ganz viele andere Produkte aus der DDR-Zeit, die hat gerade der Einsatz von Plastik war in der DDR komplett anders. Also hier in der, ich sage mal, in der westlichen, in der westlichen Marktwirtschaft wird das Erdöl hauptsächlich dazu genutzt, auch Sprit herzustellen und nur zu einem gewissen Teil Plastik. Und in der DDR war es ganz anders. Da war es so, dass aus Braunkohle hauptsächlich der Sprit gewonnen wurde und das Erdöl hauptsächlich dazu benutzt wurde, Plastikgegenstände herzustellen. Und zwar auch jetzt nicht zerbrechliche Plastikgegenstände, sondern halt auch kleine Tische. Die Pappe ist das beste Beispiel dafür. Ja, so der Trabant. Dass halt Verbundstoffe auch gemacht wurden, die halt fest waren, unabhängig davon, dass das vielleicht sogar als Best versorgt war. Anyway. Aber Plastik wurde hauptsächlich dazu verwendet, um Gebrauchsgegenstände, Küchengeräte und so weiter herzustellen, Schüsseln und so weiter. Und ja, da gibt es halt einen riesengroßen Unterschied. Das heißt, die Leute aus dem Osten können das auch noch vergleichen. Und deswegen bin ich umso mehr schockiert eigentlich, dass die Leute hier nicht langsam aufwachen. sind wir wieder bei der Gehirnwäsche. Weil es ist ja nicht so, dass die Obsoleszenz das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist ja, dass die Leute selbst Sachen kaufen, die noch hundertprozentig funktionieren. Weil sie nicht mehr ihrem Wertegefühl entspricht, weil sie sagen, das ist ja alt, das ist ja unmutisch, das ist ja Beispiel iPhone. Die funktionieren ja noch. Die kaufen ja jedes Jahr oder jedes halbe Jahr ein neues, also sich unbedingt das Neue einbilden. Es kommt ja nicht intrinsisch aus innen heraus, dieser Wunsch, sondern der wird den ja ein... Und die Leute aus der DDR, die wissen halt noch ganz genau, okay, wenn ich damals ein Elektrogerät hatte oder irgendwas anderes, dann war das halt darauf aus, dass es so lange wie möglich hält, dass es so lange wie möglich genutzt wird. Nochmal auf die geplante Obsoleszenz zurückzukommen. Der Clou bei dieser Geschichte, sie basiert nicht auf Zwang. Ja? Es ist wirklich der Oberhammer. Also da wird halt im Hintergrund manipuliert, aber die eigentlich, also du wirst ja nicht gezwungen, diese Glühbirnen zu kaufen. Du könntest ja auch gucken, also ich bin fest davon überzeugt, wenn du dich dort einliest und einrecherchierst, dann wirst du in Holland oder in Belgien oder in Russland oder was weiß ich sonst wo irgendwelche Firmen finden, die halt Glühbirnen bauen, die halt 20, 30 Euro kosten, aber eben halt auch so lange halten. Der springende Punkt ist, dass Osram und die ganzen Großkonzerne, die diesen Hauptmarkt unter sich aufteilen, in ganz bestimmte Bereiche reingehen und reingegangen sind. Die haben nämlich Verträge mit Edeka und Lidl und tralala, damit in allen diesen Supermärkten diese 2,50 Euro Birnen hängen und das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Du kümmerst dich selber als Konsument nicht drum, du holst keine Informationen ein, du suchst das raus, was billig ist für dich und was du schnell erreichen kannst. Ja, aber die Leute kaufen die Leute, egal wie, immer wieder diese 2,50 Euro Osram Birnen. Genau, die Leute sind auf Lustkäufe getrimmt. Und sie werden nicht gezwungen, sie werden nicht gezwungen dazu. Nein, aber unterschwerlich, es wird ihnen gehirnwäschemäßig wird ihnen eingetrichtert und ich habe da eine fließende Grenze. Es ist natürlich klar, jetzt kommen wir wieder zum Anfangsthema. Wenn ich sage, ich will dich zu was bringen, Toni, stellen wir uns das vor, ich will dich von etwas überzeugen, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich halte die Pistole auf die Brust oder ich versuche es unterschwellig. Ich appelliere an deine Intelligenz und deinen Humor und wenn du dann ein einfaches Gemüt bist, dann lässt du dich vielleicht sogar davon überzeugen. Aber es wirkt besser, wenn ich sage, die haben wir mittlerweile erkannt, das sind ja nicht blöd, die Leute, die uns beherrschen. Das sind ja nicht blöd. Die wissen genau, wenn sie die Peitsche rausholen, dann wächst der Widerstand. Aber mit Zuckerbrot, da schmeckt halt danach die bittere Medizin. mit dem warmen Wasser, was immer heißer gemacht wird. Ja, ich wollte noch kurz was zum Kurz sagen, vorhin mit den iPhones und so. Ich glaube, das hat aber auch viel mit Gruppenzwang, also jetzt Zwang in Anführungszeichen, aber viel mit Gruppenzwang zu tun, dass die Leute sich dauernd etwas Neues kaufen, wenn die anderen etwas Neues haben. Ich weiß das ja selbst, wo ich noch in der Schule war, ist mal einer mit dieser, wie heißen die, diese E-Zigaretten da gekommen. Einer, am nächsten Tag hatten alle E-Zigaretten dabei, aber wirklich alle. und ich kann das, ich denke dann immer, ob ich die nicht mehr alle habe, dass ich da nicht mitmache oder so, warum machen die anderen das alles nervt? Warum springen die von der Brücke, wenn die anderen auch noch von der Brücke gehen? Also der Gruppenzwang, der kommt da nicht, außer wenig, der liegt in gewisser Weise im Menschen veranlagt. Also ein gewisser Grad an Gruppen, ich will es nicht Gruppenzwang nennen, aber Anpassung, gegenseitige Anpassung, die ist in einer Gruppe immer da, war auch immer da und wird auch immer da sein. Aber was wir heute haben, das ist eine total hypertrophierte, das ist total übertrieben. Das hat er, also wie ich in die Schule gegangen bin vor 55 Jahren, 50 Jahren, da war Markenkleidung ein kleines Thema, da war er angezogen, was er da war, was die Eltern sich leisten haben können, was einem gefallen hat. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, der hätte gesagt, du musst Marke von Boss oder Schuhe von Nike oder sonst was haben. Das wäre abwege gewesen. Die ist ganz gezielt aufgebaut worden, dieser Gruppenzwang, dieses Markenbewusstsein, dieses Statusbewusstsein über Klamotten, über Autos, über alles Mögliche. Das sind ja viele alte Leute so, das klingt so komisch, aber die sagen dann, ja im Krieg und nach dem Krieg war es so schön. Das klingt wirklich absurd, aber der Toni hat es auch angesprochen mit der DDR. In Zeiten, in denen es den Menschen schlechter geht, neigen sie dazu, sich zusammenzuschließen und weniger auf Ellenbogen. Je besser es den Menschen geht und je mehr das Konkurrenzdenken angesprochen wird, umso mehr kommt es dann zu diesen Konkurrenzsachen. Da gehört ein Gruppenzwang auch dazu. Der Gruppenzwang ist ja nur scheinbar für den Gruppenzusammenhalt. Im Endeffekt ist er etwas, das ist einer gegen den anderen. Das ist ja mehr oder weniger Aggressivität. Das heißt nämlich, entweder du tust das oder du fliehst raus. Und das ist auch ein Gegenteil von Freiwilligkeit. Das hat mit Freiheit genau nichts zu tun. Ja, exakt. Ich würde mal gerne nachher noch, ihr könnt ruhig noch weitermachen, aber ich würde mal gerne nachher noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was ich auch nicht ganz uninteressant fand. Nämlich, Klim, sie hat ja eine interessante Sendung gemacht am Wochenende. Ich hatte leider keine Zeit zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte mal ganz kurz reingeguckt, da hat er irgendwie rumgebrüllt. Ich hatte aber da was anderes noch zu tun. Ich habe mir das aber im Nachhinein, dann habe ich mir tatsächlich beide Sendungen angeguckt und habe auch gesehen, dass er mich da auch in die Sendung einladen wollte. Ich hatte eh keine Zeit. Ich wäre aber auch wahrscheinlich, wenn ich nicht Zeit gehabt hätte, nicht reingegangen. Habe aber tatsächlich mir mal ein bisschen was überlegt. Und zwar, wenn er jetzt, ich habe mir das ja auch mal komplett angeguckt, was er dazu sagen hatte. Und also wenn er jetzt gerade jetzt Zeit hätte, also ihr könnt ihm ruhig den Hangout-Link schicken. Dann könnte er sogar mal ausnahmsweise mal wieder hier reinkommen. Weil das interessiert mich jetzt sogar noch mehr als geplante Obsoleszenz oder Gruppenzwang. Ich bin langweilig, mich gerade zu spuren. Aber das ist nämlich noch so ein Ding. und ja, ich finde auch gerade der Gemsie ist eine ganz, eine ganz hochinteressante Geschichte. Ja, das ist das alles halt. Und ich weiß auch nicht genau, ob er das überhaupt nicht verstanden hat oder das mitbekommen hat. Und warum ich keine Lust mehr hatte, den hier in die Sendung anzuwollen. Obwohl das ja eigentlich doch eindeutig war. Es hat sich aber auch jetzt nicht geändert. Aber trotzdem bitte ich ihn noch mal reinholen, das nochmal zu sagen. Aber diese Dinge halt. Gut, das interessiert jetzt hier wahrscheinlich keine Sau. Aber ja, ich fand es eigentlich schon interessant. Ja, Sendung halt von ihm da. Aber macht ruhig weiter. Ja, ich wollte noch kurz das mit Justin Bieber da aufmachen. Vielleicht habt ihr es ja gehört. Ich persönlich halte das für entweder fake oder es ist beklant gewesen, damit die Leute sich wieder an die Stars rankarren und da Vertrauen dann aufbauen und sagen, ja doch, die Stars sind doch auf unserer Seite und so fort und so weiter und so fort. Aber es ging eigentlich darum, dass in einem amerikanischen Blog stand, dass dieser Bieber da in seine Kirchengemeinde gegangen ist und der hat ja seine Welttournee angeblich da jetzt unterbrochen und der hat gesagt, ja, ich muss beichten, dass ich, also nach diesem Blog, dass ich auf einer Party war, wo viele Manager waren, Hollywoodstar, ja, Hollywood-Mogule, finanziell und so weiter und so fort. und auf einmal haben sie ein kleines Kind, ein kleines Jungen dahin gebracht und die haben ihm gesagt anscheinend, wenn er das Kind missbraucht und tötet danach, dann machen sie ihn noch erfolgreicher und dann wird er noch tiefer in diesen Club oder was auch immer reinkommen und er sagt, er hätte das nicht getan und er wäre gegangen und bla bla bla, aber ich halte das einfach nur entweder als Fake oder dafür, dass die Leute wieder Vertrauen aufbauen, weil, was ich merkwürdig finde, die Katy Perry hat ja auch angeblich ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, sie hat ihre Seele verkauft und so weiter, dann diese eine Schauspielerin von Roseanne, die hat auch damit angefangen, Let's Play hat, wo wir noch privat waren, noch mit Charlie Sheen hat er ja auch noch erwähnt, also ich finde das schon merkwürdig. Das würde mich schon eure Meinung da interessieren, denkt ihr das ist echt oder denkt ihr auch, dass das geplant ist? Ja, ich habe es ja schon gesagt, also ich glaube halt auch, dass es halt dazu dient, wieder Vertrauen zu erwecken oder so, ja, es könnte natürlich auch sein, dass bei dem einen oder anderen die Gehirnwäsche irgendwie nachlässt oder dass das nicht vollumfänglich funktioniert oder die wirklich mal sich dagegen stellen, das könnte natürlich alles sein, aber ich stelle mir halt die Frage, warum haben sie ihn dann nicht ausgeschaltet, wenn er sich komplett dagegen stellt oder warum wurde er nicht einfach ausgetauscht? Ich habe den Hänger und Link mal Glimsy geschickt bei Facebook. Ja, du, ich hoffe, das ist jetzt okay, weil du hattest das ja eben, du hattest die, ich habe schon gesagt, was sagt ihr dazu, zu der Sache hier mit Justin Bieber und so, also, also, ich kann mir schon vorstellen, dass was dran ist, aber es ist halt, was geht es bei Justin Bieber, ich habe, das ist an mir vorbeigegangen, was ist mit Justin Bieber? Also, nochmal, es gibt einen amerikanischen Blog, ich weiß den Namen jetzt, sei er nicht mehr, man findet aber auch ein Video auf YouTube und da wird behauptet, dass Justin Bieber, er hat ja sein Weltturnier angeblich abgebrochen und dass er in seiner Bibelgruppe gebeichtet hätte, dass er auf einer Party war, wo viele Hollywood-Mongole waren, viele von der Musikindustrie und Finanziers und so weiter und sie ihm ein Kind da, einen kleinen Jungen dahingestellt, also, ja, hingesegt oder wie auch immer, haben und er hätte das Kind missbrauchen sollen und danach töten sollen, dann wäre er ja noch erfolgreicher geworden und noch tiefer da in die Machtstrukturen reingerutscht. Laut diesem Blog hat Justin Bieber dies in einem, in seiner Bibelstunde da gebeichtet, aber ich denke nicht, dass das, entweder ist das Fake oder es ist von ihnen geplant, weil Katy Perry ja auch angeblich ihre Seele verkauft hat an Lucifer, hat sie an einem Interview erwähnt und Charlie Sheen und so weiter und so fort, die ganzen Stars, die einmal aufwachen. Ja, ich weiß nicht, was ich davon so halten soll, es ist schon ziemlich komisch, weil wenn man sich mit der ganzen Geschichte so ein bisschen beschäftigt und Transgender und ja, wie diese Leute bearbeitet werden, damit sie überhaupt das sind, was sie sind, nämlich Schauspieler und andere Geschichten. Ja, schwierig, schwierig, dass dann, also auf jeden Fall sind das Leute, die in diesen Kreisen unterwegs sind und ich gehe da auch davon aus, dass in diesen Kreisen sowas veranstaltet wird. Inwiefern das jetzt authentisch ist, ist schwierig. Vielleicht machen sie es gerade deswegen, weil die Leute da draußen mit Skepsis reagieren, um das rauszuhauen. Weil, naja, ich bin da ganz, wieder bei dem Prinzipien einer ganz bestimmten Gruppe. im Prinzip ist das alles offen und die die größte Genugtuung ziehen diese Leute da raus, wenn es nicht verdeckt ist, sondern es auf irgendeine Art und Weise offen in der Gesellschaft drin ist, diskutiert wird und bla bla bla, aber nicht so, wie es den eigentlichen, die eigentliche Intention sein sollte. Ja, weil, nehmen wir mal an, das stimmt, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es stimmt, als News verpufft es, auch wenn viele von diesen Stars jetzt vermeintlich da irgendwie solche Sprüche in dieser Richtung ablassen, verpufft es doch, es verpufft. Also, es werden auf jeden Fall keine Konsequenzen gezogen, es werden auch diese Strukturen nicht aufgedeckt, wer da jetzt dahinter steckt und so weiter. Da werden die News einfach nach außen getragen und es bestätigt mich immer wieder darin, zu sagen, dass das, was viele Leute als NWO beschreiben oder Endzeit, dass wir da mittendrin sind, dass es die Hölle ist, die hier ist, in der wir leben. Wenn man sieht, ich möchte jetzt nicht den Schuldkult bedienen, aber wenn man sieht, wie viele Ressourcen hier verschwendet werden und wie viel Leben nicht nur menschlich ist, sondern halt auch anderes Leben hier in Größenordnungen sinnlos zerstört wird, teilweise gezüchtet wird in Größenordnungen, um dann zerstört zu werden oder verschwendet zu werden, das ist nicht mehr schön. Also, ich finde das unheimlich gruselig. Und das, was Apokalypse meint, ist halt das, dass das aufgedeckt wird, dass das immer Stück für Stück bewusster wird den Leuten und durch dieses Inerscheinung treten, durch das Lüften des Schleiers, durch das Aufzeigen der Zusammenhänge und dem Wegwischen der Täuschung, wird es den Leuten klar, dass sie alle selber unmittelbar daran partizipieren, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und damit meine ich jetzt wirklich nicht den Schuldkult. Das ist ganz wichtig. Sondern, wenn den Leuten das unmittelbare Verantwortungsprinzip bewusst wird, dann bricht das auf. Dann bricht das auf. Und wenn dann also so ein Justin Timberlake oder um wen es jetzt ging, ich weiß es gar nicht, da auf irgendeinem Blog schreibt, dass er in seiner Bibelstunde da so was ausgepackt hat, ja, dann verpufft für mich das irgendwie, weil die Strukturen trotzdem bestehen bleiben. Es ändert sich nichts. Und auch im Bewusstsein der Menschen, die das hören, ändert sich da nicht groß was. Ja, so viele beschweren sich dann und sind dann, es wird halt auch Angst damit geschürt und mein Kind und so und dralala. Aber schlussendlich ändert sich nichts. Deswegen, ich gebe auf diese Art von Nachrichten und so, gebe ich gar nichts mehr. Ich setze da gar nicht mehr so den Fokus drauf, weil ich weiß, dass das ganze Zirkus ein Zirkus ist. So, jetzt ist noch dieser Andy, ist jetzt auch noch reingekommen. Er hat mir vorhin mal irgendwie geschrieben, wollte auch den Link haben. Klimsi ist auch mit dabei. Ja, hallo Klimsi. Ich habe mir letztens, ich habe das noch im Nachhinein angeguckt, deine beiden Streamstar. Ich habe gesehen, du wolltest mich irgendwie auch einladen. Ich hatte aber auch keine Zeit. Ich wäre auch wahrscheinlich nicht reingekommen, wenn ich Zeit gehabt hätte zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe jetzt im Nachhinein, ich habe erst mal geguckt und so und habe das mal ein bisschen an mich wirken lassen und da hast mich ja schließlich auch eingeladen. Also hier hast du halt mal den Link hier und so. Und ja, dann keine Ahnung. Ja, okay, danke. Okay. Ich sage mal, hallo in die Runde. Also, ich war tatsächlich betrunken bei den Stream. Ich habe mich auch gestellt. Ich meine, es war zwar viel Wahrheit dabei, aber ich habe das dann selber noch mal angeschaut und ich habe das auch privat stellen müssen. Es ist einfach mit mir alles ein bisschen durchgegangen. Ich habe da jetzt weiter gegraben in diesem Hamster. Ich habe wieder einige Sachen angesehen, was ich schon länger nicht tue. Mit dem Schrank und so. Und dann da hat er so einen Vortrag gehalten und dann zum Schluss blendet er diesen Gerst ein und wieder die ganze Schuldkult und wir sind auf dieser winzigen Erde und mir ist einfach alles einmal durchgebrannt. ganz ehrlich. Ich kann das meiste da draußen von der alternativen Szene nicht mehr sehen und nicht mehr hören und ich werde jetzt einmal eine Pause machen. Und ich habe es ja angesprochen, da mit der Musikindustrie und so. Es werden da so viele Sachen, was wirklich wichtig werden zu diskutieren und es wird nur auf der Oberfläche herangekratzt und ja, mir sind einfach die Sicherungen da ein bisschen durchgegangen. und ja, mich will. Es ist ein Tutoring sogar noch. Ja, es ist rein. Na gut, na gut, es ist manchmal vielleicht besser, Tagdienst zu reden, als wie irgendwelche anderen Leute da immer rumzuschmobeln und relativieren und so. Ja, ich musste mir das sogar wirklich dann nochmal angucken. Also ich hatte am Anfang, ich hatte zuerst ganz kurz reingeguckt, wo Toni mir den Link geschickt hat und da war ich mir gar nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwie, ob du dich dann nur künstlich aufregst oder nicht, aber dann habe ich mir das tatsächlich dann ja nochmal von vorne irgendwann angeguckt und fand ich eigentlich schon glaubwürdig, weil das fing ja eigentlich ganz normal an und dann hast du dann irgendwann reingesteigert. Auf jeden Fall, ja, weißt du, was wollte ich denn sagen, da hast du auch so ein paar Sachen angesprochen mit Strukturen aufbauen und so, was ich eigentlich ganz interessant fand, aber bist du auch nicht so 100% im Detail, glaube ich, darauf eingegangen. Auf jeden Fall, es ist halt so, ich bin klar, da waren halt ein paar Sachen und ich bin auch immer noch auf dem Punkt, dass ich dir nicht so wirklich vertrauen kann, wegen bestimmten Dingen halt, aber trotzdem wünsche ich dir nichts Schlechtes und ich merke schon, dass du echt was bewegen willst oder ich glaube auch nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder sowas, ja, und was ich halt auch scheiße finde, weiß ich nicht, ich fände es halt scheiße, wenn Leute dich verarschen oder sowas oder irgendwie oder ich habe manchmal das Gefühl, dass du vielleicht, ein, zwei Sachen nicht auf dem Schirm hast, vielleicht habe ich auch ein, zwei Sachen nicht auf dem Schirm und du hast es dafür durchblickt, das weiß ich nicht, aber das ist halt so, ich meine, was ich echt schon mal gut finde, ist, dass du sagst, dass man das eigentlich größtenteils wirklich vergessen kann, ja, mit diesen ganzen Leuten da, mit diesen Figuren aus diesem alternativen Mainstream und dann hast du da irgendwas angesprochen, was aufbauen mit Oliver Zuhmann oder sowas, sorry, der gehört da für mich irgendwie auch mit dazu, ich finde das, du hast ja jetzt auch mit dem Streams gemacht und sowas, ich kann mich ja nicht irren, aber deswegen können wir jetzt darüber reden, der kann übrigens auch gerne in die Sendung rein, ihr könnt ihm einen Link schicken, aber das ist für mich alles, alles total strange auch, ja, also auch ihm, seine Auftritte in letzter Zeit auch und ich stimme dir da wirklich größtenteils zu, dass man das wirklich alles vergessen kann und die Leute, wo ich jetzt wirklich noch sagen tue, okay, sind vielleicht noch ich, halt der Toni und so halt und freiwillig frei und ein paar Leute, da wird es halt langsam echt dünn und das ist halt, ja, also, was soll ich dazu sagen, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich weiß es nicht, also, ja, und das, was da auch noch interessant wäre, dass das mal konkret zu benennen halt, was genau für Strukturen oder was da, das ist, ich verstehe, ich meine, ich habe da doch letztens mit Toni geschrieben, wo er mir den Link da geschickt hat zu deiner Sendung, ich meine, das ist, verstehe, ich bin nicht froh darüber, dass es so gelaufen ist, auch mit anderen Leuten nicht, auch mit ihren oder sogar mit Basti, ja, ich finde, das klingt vielleicht wirklich blöd oder so, aber ich könnte den Basti echt gut leiden, wirklich jetzt, ja, das glaubt mir jetzt vielleicht keiner, weil ich am Schluss auch dann auch mal sauer auf ihn war und so, aber es sind auch so Dinge, also, ich wäre froh, es wäre anders gelaufen halt, ne, und, ähm, ich freue mich garantiert nicht darüber und es glimt sich, wenn als du damals diesen Unfall hattest und sowas, also, mich hat das schon umgehauen, also, ich hatte mir sogar überlegt, sich mal besuchen zu fahren, was ich ja da nicht gemacht habe, aber, äh, das sind halt so Sachen, wo mich doch geflasht hat, weil ich kannte dich ja gar nicht und so und, äh, dass mir das dann doch irgendwie was ausgemacht hat und so, das hat mich dann schon überrascht, aber, äh, es ist halt so, ja, sind halt dann irgendwie ein paar Sachen gelaufen, da ist halt, ist jetzt sehr schwierig, ne, weil das, das hinterlässt immer einen üblen Beigeschmack und das hat man immer im Hinterkopf und das ist dann halt unheimlich schwierig, äh, dann noch Leuten zu vertrauen, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das da jemals wieder kann, aber das ist, äh, aber trotzdem, wie gesagt, wünsche ich dir nichts schlechtes und ich finde das, finde das trotzdem scheiße, wenn, ja, wenn halt auf irgendwelche Leute reinfällst oder sowas, ja, das ist, äh, wie siehst denn du das alles, erzähl mal so ein bisschen auch mit Oliver Zuhmann und deinen Strukturen und so und Toni kann ja vielleicht auch noch einiges dazu sagen, also ich fände das eigentlich, finde das eigentlich mal uninteressant, der Ansatz zumindest und dieser ganze Kram, also übrigens, wie gesagt, schick dem ruhig mal den Link, ne, also hier, hör ruhig mal aus, geben Sie. Ja, kann ich dann gleich machen, ja, Oliver Zuhmann hat jetzt ein paar Mal gesprochen und so, ja, also mir ist das natürlich auch aufgefallen, da mit seiner Wohnung und mit einem Schachbrett, das war das erste, wo ich ihn, äh, bevor ich da überhaupt die Kamera mal angeschalten habe, habe ich schon mit ihm einmal Kontakt gehabt und da hat er auch gefragt, ja, was das soll. Ja, er erklärt es halt so, da, das, das, das Blaue und das Rote, äh, ein bisschen so, also er sagt halt auf so esoterische Art und so kann man das auch für sich nutzen und das hat aber mit Freimaurerei nichts zu tun, hat er mir halt bestätigt, zu denken, was er will oder ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ja, da haben wir mit ihm gesprochen und ja, ist halt einer noch von der Weinigen, von den Weinigen in der alternativen Szene, der war es halt, äh, für mich zumindest, äh, noch, noch am ehrlichsten ist. Der ist halt meine Meinung, also kann jeder so sagen, wie er will. was halt für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, wer hat nochmal diese Sendung gemacht, die hieß, glaube ich, Kryptoherrschaftsgeseier, ne, und wo, äh, wir dann irgendwelche Leute mal gefragt haben, hier mit der Herrschaft und so und da war es ja dann auch später nochmal drin und so und, äh, das war übrigens auch so eine Sendung, wo sich ja im Nachhinein noch Leute beschwert haben, äh, da wurden Leute vorgeführt oder sowas, ne, und ich will, ich sag dir gleich, worauf ich hinaus will, pass auf, jedenfalls, obwohl ich ja vorher noch, paar Tage vorher, sogar eine Vorbereitungssendung hatte, wo ich ja konkret gesagt hätte, worum es da gehen wird, und, das war halt wichtig, das mal wirklich raus zu kristallisieren, ne, wofür ist überhaupt jemand, vertritt jemand wirklich konsequent der Herrschaftsablehnung oder nicht oder wie, inwiefern hat man sich damit befasst und, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also, mir kam halt eben, mir kam halt eben so vor, in der Sendung, äh, dass du das vielleicht nicht, äh, irgendwie komplett zu Ende gedacht hast, ich meine, jeder war an dem Punkt, Toni war an dem Punkt, ich war an dem Punkt, ja, alle, äh, niemand ist irgendwie auf die Welt, gekommen und war dann da, äh, ne, ich konnte mir früher teilweise manche Dinge auch nicht unbedingt vorstellen, wie das jetzt funktionieren könnte, über den Staat oder was, oder mit den Grenzen auch, oder verschiedene andere Dinge, ja, auch mit äußerer Sicherheit und, äh, der ganze Kram und, äh, ähm, ich würde nur sagen, falls es damals so vorgekommen ist, die ja, das, wenn ich denke, wie früher vorhin wollte, das war, das war übrigens nicht der Fall, ne, und, weißt du, und mir kommt das halt eben, da, da kommt mir das halt manchmal, ja, da hast du, sicher viel, viel mehr Ahnung, Herrschaft, ich bin auch gegen Herrschaft, und ja, aber ich fände halt, das ist sehr wichtig, da man das auch sehr oft diskutiert, aber ich fände halt, wie es bei dir ist, das ist halt meine persönliche, also, Einschätzung, du kannst ja machen, was du willst, neben diesem Thema noch viel, viel, also gibt es viel, also auch viele wichtige Themen, die, was auch unbedingt angesprochen, sollen werden, was, was die alternativen Medien da nicht machen, und das sind so Sachen da, mit den ganzen Promis, mit den ganzen Sängern, mit den ganzen Schauspielern, was du überhaupt, für, für einen, also, die sind total okkult, satanisch, die, die sind, die sind auf der, die sind, die, die, die Leute, was da draußen, ihre Vorbilder sind, und was die, denen zujubeln, die wissen ja gar nicht, was sie da machen, verstehst du, und das wären auch wichtige Themen. Exakt, nehmen sie, nämlich das Interessante, bei der, ganz genau, nehmen sie, stimme dir dazu, das Interessante am alternativen Mainstream, ist halt nicht unbedingt das, was erzählt wird, sondern vielmehr das, was nicht erzählt wird, was sie ausklammern, ja, das, das finde ich teilweise noch viel interessanter, und das sind so Dinge, die du jetzt angesprochen hast, weißt du, aber ich wollte nochmal kurz darauf zurückkommen, wie gesagt, wie du auch jetzt vielleicht gesagt hast, hier, der eine oder andere hat vielleicht mehr, hat mir zu Ende gedacht, ich bin jetzt auch nicht der absolute Experte, ich glaube, man muss da so gar nicht sein, auf dem Gebiet oder sowas, ich glaube, da reichen teilweise Grundlagen aus, aber das ist, wie gesagt, da hatte ich halt eben das Gefühl, dass du vielleicht nicht so ganz, wenn du gedacht hast, wie du vielleicht auch selber sagst, und dass das vielleicht, Oliver Zuman vielleicht auch nicht unbedingt hat, wobei ich mir beim Oli, beim Oliver Zuman teilweise auch die Frage stelle, was ist da jetzt Absicht und was nicht, was ist vielleicht sogar gezielte Verhöhnung und was nicht, ja, da bin ich mir nicht so sicher, und gerade mit, da sind Wohlig in seinem Raum, ne, und, eigentlich kann man die Leute ja auch immer festnah gehen, das ist doch eigentlich ganz einfach, mir kommt da ein Satz in den Sinn und der lautet, Wahrheit und Freiheit bilden eine Einheit, ebenso Lüge und Herrschaft, ja, und was heißt das, dass der nur die Wahrheit sprechen kann, der Herrschaft als das Problem erkannt hat, und jeder, der um Herrschaft einen riesengroßen Bogen macht, spricht nicht die Wahrheit, beziehungsweise verschreibt Kernelemente und spricht die Wahrheit nur in einer Richtung aus und relativiert und schwobelt und biegt sich und tralala. So, und wir können Oliver Zuman ja gerne mal hier einladen und dann kann er einfach mal in einem Satz oder in zwei Sätzen und vielleicht auch in fünf Sätzen mal rüberbringen, wie er zur Herrschaft steht, weil es das Einzige, was mich von ihm eigentlich momentan interessiert, weil... Ja, er hatte das, er hat das schon mal gemacht bei mir, also und zwar auf Facebook, das ist ja jetzt kein Geheimnis oder so, ich glaube, das kann ich ja ruhig sagen, aber es wäre schön, wenn er nochmal reinkommt, er hat, ich hatte mal irgendwas geschrieben irgendwie und dass er irgendwie da jetzt mit Sicherheit das nicht konkretisieren würde und er hat eben ja aber doch ganz konkret einen Text geschrieben, ich bin ja leider gesperrt auf Facebook, ich komme da nicht mehr an, und zwar, dass er eigentlich schon irgendwie für Freiheit ist und den ganzen Kram und dass das auch schön wäre, so eine Gesellschaft halt, aber das mehr oder weniger, es wäre schön, wenn er einfach reinkommt und ich will das jetzt hier nicht falsch zitieren. Mir gegenüber hat er sich auch so geäußert, dass er den libertären und freiheitlichen Gedanken sehr zugeneckt ist, aber sich eher zu dem Minimalstaatland zählen würde. Ja, und übrigens, Stalin war ja auch libertär, ne? Aber hat sich ja auch da irgendwie, wenn auch nicht direkt da auch engagiert im politischen Spektrum, also man kennt da irgendwelche Leute und und redet da, ohne ihm da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, ne? Das stimmt schon, ganz gut, das stimmt schon, aber die Videos, was er gemacht hat, also da betont er es und da ist er überhaupt der Einzige, der was sagt, das geht von Start aus. Also diese Dioranschläge, die meisten, die sind total inszeniert von Start aus und man wieder zugutehalten. Das denke ich auch, das denke ich auch, Clemsi, ja? Da stimme ich immer zu in dem Punkt. und das ist aber was ganz Wichtiges bei ihm dabei und das ist diese Islamapologetik, der stimme ich nicht zu, aber die Sache hier mit dem, weil ich jetzt gerade eben gesagt habe, hier auch Stalin war ja auch Libertärer, das Problem ist, jeder kann hingehen und sagen, ich bin ja eigentlich im Herzen für Freiheit und so, aber das eine ist halt eben die Realität und das andere ist die Hüngengespinsel. Wir leben halt nun mal hier in der Realität und die Realität besteht halt eben aus Herrschaft und Herrschaftssystemen und Politik und so, ja? Und weil jetzt die Umstände so widrig sind, muss da halt Stalin deswegen die Leute doch in die Gulag schicken und das alles machen, ne? Aber eigentlich, ich meine, jeder versteht ja, ich meine, an dem krassen Beispiel will ich das nur veranschaulichen, dass jeder das ja eigentlich sagen könnte, ich bin ja eigentlich, ich bin ja für Freiheit und, aber das würde man dem in dem Fall ja nicht abkaufen, dann Stalin. Und das ist dieser ganze Gram, das ist ja auch immer das, was Olli oder so, der gar nicht halt, wir haben ja auch noch mal eine Sendung gemacht, ich und der Toni mit ihm, der mit dem, die haben ja leider wieder zu viel über Wählen gesprochen, ich wollte eigentlich hier über andere Sachen reden, aber was Olli ja auch immer sagt, er ist ja Anarchist und bewirbt dann aber die AfD, was für mich halt im krassen Gegensatz dazu steht, ne? Aber das habe ich ja auch vorher, damals schon mal gesagt, in der Sendung mit dem Wählen, wo ich alleine mit ihm drin war, aber aber das sind halt für mich so Sachen, ja, wie soll ich das beschreiben? Also zum Beispiel, du hast ja was angesprochen hier mit dem, Krimsi, auch mit dem Geldsystem und das alles und das Monopol, was darauf besteht und das ist ja alles, das ist alles richtig halt eben, aber das, das funktioniert alles ja nur deswegen, weil wir halt eben den Staat haben oder eine Entität, die sich so nennt, wir können jetzt auch sagen, das ist eine Firma oder was auch immer, die aber Staatscharakter hat und das ist das Problem und wenn wir das da rausnehmen würden, den Staat, dann hätten wir ja keinen mehr, der das Monopol irgendwie so durchsetzt. Ich will auch gar nicht die Federal Reserve abschaffen, ich will auch nicht die EZB abschaffen, also die können ruhig weiterhin ihr Monopoly-Geld verwenden, nur die anderen Leute dann halt eben ein anderes Geld und dass es halt auch diesen gesetzlichen Annahmezwang nicht mehr gäbe. Das müsste man halt eben rausnehmen, aber den Faktor, den wir da rausnehmen müssten, das wäre quasi der Staat und für mich nicht irgendwie was an den Banken rumdoktern. Gut, das hast du jetzt so in der Form nicht gesagt, aber das ist, ich finde, wie soll ich das sagen, wenn wir das so, Dinge, die aufeinander aufbauen, ja, für mich ist halt der allerwichtigste Punkt, ist halt für mich, das, die Herrschaft abzulehnen, ja, und das halt eben anzusprechen und die Leute, die da immer so drum rumschlingeln, wie der Tuni das gesagt hat, das ist für mich irgendwie die höchste, und da müsste man schon anfangen und wenn wir da eben, kann es gleich stimmen Sie, und wenn wir da auf keiner, verstehst du, wenn da schon nicht die gemeinsame Basis da ist, ne, und ich will nicht Leute, die ja eigentlich für Freiheit wären, ne, ich will Leute, die sind für Freiheit und nicht eigentlich nur und es geht ja jetzt nicht so, ne, und das hätte ich einfach ganz gerne und dass da einfach die Basis stimmt und dass man auch Leuten vertrauen kann oder sowas, ja, und die Leute auch Dinge vielleicht für sich behalten oder nicht irgendwie, so ein paar ganz grundlegende Dinge halt, die man auch so kennt aus dem Real Life auch mit Leuten und so, ne, und das ist schon wichtig, aber wenn das noch nicht mal gegeben ist oder sowas oder wenn da schon, wenn das schon irgendwie strange ist oder so, das ist dann schon für mich keine Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit, sondern eher im Gegenteil und ich sag jetzt nur mal rein vom Gefühl her, ich weiß, vielleicht ist der Oliver Zuhmann wirklich unser Mann, ja, das mag alles sein, ja, ich kann ja nicht in den reingucken, ich weiß ja nicht, welche Intention er hat, aber ich hatte gerade in letzter Zeit und das war insbesondere in den Hangout-Auftritten ein ganz komisches Gefühl, warum auch immer, ja, also, ich kann auch falsch liegen damit, ne, das stimmt schon alles, was du sagst, bei dem Staat und so, ich gebe dir vollkommen recht, aber der Kurt hat das zuerst auch gut analysiert, wer zwingt denn dies in den Staat auf und jetzt müssen wir mal unterscheiden und das sind viele von den alternativen Medien, immer nur, du hast vollkommen recht, dein Geldmonopol die Schuld geben, aber diese ganzen alternativen Medien, die du zum Beispiel machst, nicht dazu betonen, da dies nur durch den Staat dann so möglich ist, verstehst, das fehlt mir einfach. Hallo? Ja klar, weil es wahrscheinlich nicht gewollt ist, es ist nicht gewollt, dass der Staat abgeschafft hat, die ganze Agenda in der ganzen alternativen Szene mich, das ist egal, und verhurt. Ja, wie gesagt, das stimmt schon, ja, also teilweise wird es gar nicht so wirklich angesprochen, das Geldsystem, und wenn es dann angesprochen wird, dann wird halt Herrschaft nicht kritisiert, ja, oder nur unzureichend, ja, das stimmt schon alles. Ja, also ich finde, wie gesagt, ich finde gerade, wenn es um gemeinsame Zusammenarbeit oder sowas geht, ich merke das bei ganz vielen Leuten, wie gesagt, ich merke, die Grundlagen sind einfach nicht da, und dann habe ich dann auch da irgendwie keinen Bock, ich kann das, ich kann zum Beispiel auch deine Intention verstehen, dass du denkst, jetzt willst du endlich mal was machen oder so, und das kann ja so nicht weitergehen, und alles, und ich verstehe das auch, auch, dass du dich da aufgeregt hast und sowas, ja, es ist ja auch zum Kotzen, muss man auch mal ganz klar sagen, aber das ist irgendwie so, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass du dann ein paar Dinge, ja, also, ich weiß auch nicht so genau, wie ich das beschreiben soll, aber das ist halt, dass halt, dass da vielleicht wieder der Kern des Zerfalls dann schon da drin ist, oder dass das irgendwie dann auf Sand gebaut ist oder so, ne, ich weiß es nicht, also was mir halt wirklich extrem aufgefallen ist, ne, und jetzt mal unabhängig von Herrschaft oder vom Geldsystem oder was auch immer, mir ist echt mal aufgefallen, dass, äh, und das fand ich auch total schade halt, ne, dass, ich hab manchmal das Gefühl, dass du echt den falschen Leuten irgendwie vertraust oder so, ja, vielleicht sind die super vertrauenswürdig, ich weiß es nicht, ne, aber mir kommt es halt teilweise nicht so vor und, und bei mir sagst du dann irgendwie in Sendungen, der ist ein Psychopath oder so, oder kommst du mit den Sachen da und das, das fand ich eigentlich, das fand ich echt total schade irgendwie, weil, ähm, ich, vielleicht denkst du das ja, oder hast das gedacht, denkst du jetzt nicht mehr, ich weiß es nicht, aber diese Sachen, verstehst du, ich will dir nichts Böses, ich hab mich halt über Sachen aufgeregt, die mir halt nicht so gepasst haben, das hab ich auch dann in aller Deutlichkeit gesagt, ja, ich finde, da hatte ich auch einen Grund dazu, und, aber das geht nicht irgendwie darum, weiß ich nicht, also ich, du denkst vielleicht, du denkst vielleicht, ich bin nicht vertrauenswürdig, weil, weil ich jetzt nicht mehr irgendwie Facecam angemacht habe, jetzt auch, vielleicht hätte ich das irgendwann mal gemacht, ich weiß es nicht, aber, aber das ist so, verstehst du, das ist jetzt für mich nicht unbedingt der, der Lackmus-Test, äh, ob ich vielleicht auf jemanden zählen kann, teilweise, oder auch nicht, das ist, ähm, gibt's ja noch andere Leute, wie Cäsar, oder was weiß ich, wählen, ähm, das ist, es ist nicht eine Sache, Let's Play, und ich, ich, ich kenne Cäsar, ich hab mit Cäsar auch schon gesprochen, und, ja, das vielleicht, 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 reagieren, und vielleicht, wir sind mal dazugekommen, da, wenn es da gegenseitig, also, gesprochen hätten, irgendwann, weiß ich ja nicht, aber ist jetzt mal egal, oder? Sag niemals, sag niemals, lieb, lieben Sie, ja, also, das kann, das kann tatsächlich mal noch irgendwann kommen, aber, weißt du, ich finde das einfach, mir tut das echt teilweise wirklich in der Seele, wie in uns, das ist kein Scherz, ne, wenn, ich meine, wenn da irgendwelche Leute hier im Chat, oder, mit denen ich eh nichts zu tun habe, ne, und die dann kommen, ja, der Psychopath, oder auch Toni, der Psychopath, irgendwelche Leute, schreib mir ein wenig was, oder so, ne, das geht immer ziemlich am Arsch vorbei, aber wenn dann so Leute wie du halt, ich fand das auch, fand das auch mit Basti ganz schlimm, ja, wo er dann auch damit angefangen hat, mit dem, ja, Psychopath, also mit Basti Wolf halt, der ganze Kram und dieses Zeug, und, äh, obwohl ich den echt mochte und sowas, und, ähm, das ist dann so, das tut einem schon weh, also das ist irgendwie, oder wo ich dann so denke, ey, scheiße jetzt, ne, weißt du, man, dann denke ich so, ich wollte dem Klimasie nie was Böses, ja, und über mich denkt er jetzt schlecht, ja, und dann geht er aber hin und sitzt mitten in der Schlangengrube eventuell und kriegt das überhaupt nicht mit, ja, und ist umgeben von zwielichtigen Gestalt, aber ich bin der Böse, ja, oder so, weißt du, das ist so, wo ich mir echt denke, scheiße, ja, das, das fuckt mich dann irgendwie ab, und, äh, ja, weiß ich nicht, also, äh, ja, ich kann dir irgendwie verstehen, vielleicht, vielleicht kannst du auch irgendwie verstehen, aber, ist ja wurscht, ich will auch niemandem was Schlechtes, das kannst du vertrauen, auch nicht dir, keine Menschen, ich verstehe das sehr gut, ja, äh, auch Dinge, wo du gemacht hast oder sowas, das ist ja alles, das ist ja, oder wo du auch geschrieben hast oder sowas, ja, das ist ja, ist ja alles nachvollziehbar, verstehst du, das ist ja jetzt nicht völlig aus der Welt oder sowas, ja, äh, nur vielleicht hätte man das doch irgendwie, äh, irgendwie auch anders lösen können und so, ja, und ich habe bis heute noch den Eindruck, äh, dass das schon der ein oder andere auch vielleicht ein bisschen gehetzt hat im Hintergrund, ne, jetzt, dass das nicht jetzt Leute dich direkt auffordert haben, irgendwas zu machen, ja, sondern es ist doch schon immer so Gespräche waren über bestimmte Leute und bla bla und so, ne, und dann zieht man auch vielleicht irgendwann selber die Schlüssel, wo man dann denkt, ja, okay, die haben ja schon irgendwie recht und der ganze Kram halt und ich hatte halt damals das Gefühl, das kam nicht alles ursprünglich von dir, ja, naja, da muss ich leider enttäuschen, das kam von mir und da wurde ich auch nicht aufgehetzt oder was, weil, das kam einfach spontan von mir, so ehrlich bin ich und, ja, aber warum kam das so einfach, warum, aber warum kam das so einfach aus dem Nichts, das war, das war einfach so, es war irgendwie nichts, aber mir kam das jedenfalls so vor, alles okay und so, und dann irgendwie, oder wir hatten sogar, glaube ich, ein paar Tage vorher noch bei dir, glaube ich, eine Sendung gemacht, wo auch Basti noch mit drin war, wo es auch mal ausnahmsweise keinen Soft gab, sondern es war wirklich, irgendwie ist da sogar was dabei rausgekommen, man hat ein bisschen über Flat Earth gesprochen und so, ich hatte ihn eigentlich reingenommen, um das Ganze ein bisschen aufzumischen, aber es war, glaube ich, so eine Sendung, wo du sagst, dass jeder kann rein, und, aber es ist dann was anderes dabei rausgekommen, das war eigentlich auch interessant, und, nur, was soll ich dazu, also für mich war da irgendwie alles im grünen Bereich, ja, und dann kam das so aus dem Nichts, ey, zeig da eine Hackfresse und das und das, und, ich möchte ein Spiel spielen, weißt du, wie die Cheeksopuppe aus Thor oder sowas, ja, weißt du, wo ich echt, oder dann auch so Dinger, wo ich dann echt gedacht habe, aber was soll das jetzt, einfach so aus dem Nichts, und das ist, das ist halt nicht besonders vertrauenerweckend, wenn, ich würde dir gerne mal ein bisschen reingrätschen, weil, ja, mach mal, mach mal, mein Let's Play, du versuchst dir jetzt hier wieder Händeringen, Mühe zu geben, ja, und ich, ja, ich, ich versuch's mal ein bisschen direkter, also Klimsi, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht über, das ist jetzt offen und ehrlich, und, äh, es liegt mir völlig fern, dich ja irgendwie bloßzustellen, aber, du bist ein, ein sehr liebenswürdiger, ein authentischer Charakter, ähm, das bringt es mit sich, dass man, in dem, was du sagst, und wie du es sagst, manchmal lesen kann, wie in einem Buch, ja, um ein Beispiel mal zu nennen, äh, gerade eben, vorhin, als du in die Sendung reingekommen bist, ähm, hast du gesagt, ja, ah, ich kann das mit den Medien nicht ertragen, äh, ihr kratzt da alle nur an der Oberfläche, und die Art und Weise, und auch der Terminus, die Termine, die du verwendet hast, ähm, ja, da erkennen halt einige Leute, dass das ein Direktzitat, zum Beispiel, aus meinem Video ist, so, und dafür muss, muss man jetzt nicht irgendwie, äh, äh, ein Spezialist für Psychologie oder Linguistik sein, so, und es gab mehrere Situationen, in denen du dich geäußert hast, in denen genau diese Muster, in Bezug auf andere Leute halt, offenkundig sind, und ich könnte mir jetzt die Arbeit machen, und das raussuchen, und bla, 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 ich hab das auch erst nicht erkannt, aber das sind eindeutige Hinweise darauf, dass du unbewusst, ähm, Meinungen, äh, adaptierst, auch wenn du sie für dich selbst umwandlässt, und bla, 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 das ist einfach so, und deswegen ist es ziemlich schwierig, wenn du dich jetzt hier hinstellst und sagst, äh, das ist alles aus dir gekommen, naja, aber deine eigenen Worte, äh, sprechen da dagegen, so, und, äh, wie Let's Play das gesagt hat, ich bin auch, es liegt mir völlig fern, dich jetzt hier irgendwie bloßzustellen, oder vorzuführen, oder so, aber, ich weiß, es hilft dir dabei, dich selbst besser zu reflektieren, hoffe ich, und wenn jetzt, äh, unsere Freundschaft, oder das, was als Rest davon noch übrig ist, jetzt endgültig endet, ja, dann, äh, gehe ich lieber das Risiko ein, als hier weiter, äh, den Heuchler zu spielen, ja, ist mir unheimlich wichtig, da jetzt ehrlich und direkt und authentisch zu sein, und zu sagen, Glimsi, so und so sieht's aus, wenn du das selbst nicht so empfindest, und wenn du das selbst nicht so mitkriegst, das ist genau das, was Freunde untereinander machen, indem sie sich darauf hinweisen, äh, was da jetzt gerade passiert, oder wie man irgendwelche Sachen betrachtet, ja, ja, Glimsi hat, Glimsi hat geschrieben, äh, das irgendwie gerade am Essen, oder was, oder so, was dann zuhört, na, ich bin noch hier, also, ich geh dann kurz essen, na, ich bin ja noch, ich bin ja da nicht böse, oder was, Toni, und, äh, du weißt auch, egal, was war, oder, dich haben sehr oft auch Leute attackiert, und, du kennst mich, und du weißt, ich habe da immer die, das heißt Stange gehalten, aber ich habe immer zu dir gehalten, und da habe ich sehr oft verteidigt, das weißt du auch, das habe ich auch oft geschrieben. Ich will noch ganz kurz was einwerfen, und zwar, mir ist das klar geworden, wo ich mir diese Videos von dir angeguckt habe, diese Sendung, äh, weißt du, die ganze Zeit, ne, wenn ich mal kurz bei dir reingeguckt habe, das war eigentlich nicht so auf der Fall, und dann war da immer was, wie gesagt, mit dem Psychopath, und dann, klar habe ich natürlich dann die ganze Zeit gedacht, hier, da geben sie und so, nur, da in der Sendung, da hast du ja mal ganz normal gesprochen, hier, falls der Let's Play jetzt zuhört, und bla bla, und ja, wir hatten zwar Differenzen, und so, da bist du jetzt nicht wieder gekommen, der Psychopath hat irgend so einen Scheiß, und da, äh, war dann auch diese, diese Wut, oder auch bei mir jetzt auch dieses, weil du da mal wieder normal gesprochen hast, ich habe, ich habe gemerkt, das war, das war eigentlich sehr schnell wieder weg, also dieses, ähm, und, äh, verstehst du, ähm, es gibt wirklich Leute, die sind mir echt egal, also ich wünsche jetzt nicht irgendwelchen, Leuten was Schlechtes oder so, dass denen irgendwas wieder fahren soll, aber es gibt halt einfach Leute, wenn die jetzt morgen irgendwo gegen die Wand fahren, mit dem Auto oder so, und sind tot, oder fallen die Brücke runter, ist mega, dann, dann ist es zwar schon schade, dass das passiert ist, aber das wird mich jetzt nicht so krass, helfen, ja, äh, aber, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, das ist, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwo gegen die Wand fahren würdest, oder so, obwohl, äh, diese Sachen da waren, oder sowas, ja, äh, das würde mir, glaube ich, schon was ausmachen halt, ne, und, äh, das ist, das ist halt eben der Unterschied, verstehst du, und, äh, dass einem Leute eben nicht egal sind, obwohl da vielleicht halt eben mal was war, oder vielleicht auch immer noch ist, äh, das ist, ja, weiß ich nicht, das ist, und ich glaube, ich glaube, das geht dem Toni ganz genauso, das ist, wir, wir mögen dich halt einfach, und, und es geht nicht darum, dich irgendwie vorzuführen, oder, oder irgendwas, oder gegen dich zu schießen, sondern, ich, ich glaube, da ist wahrscheinlich, und das klingt ja ziemlich phrasenmäßig, weil, es gibt ja so Leute, die kommen da auch so, wir sind alle deine Freunde, und, wir wollen dir nichts Böses, aber die wollen einem dann gerade was Böses, ja, ich will jetzt nicht genauso klingen wie diese Leute, aber, äh, das ist halt einfach, ja, mich, 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 mich einfach ab, ich, mich, mich einfach ab, wenn, wenn ich halt sowas sehe, dass, du da irgendwie in eine komische Richtung dann gehst, oder so, oder, weil ich dich halt eben auch leiden kann, ja, oder weil der Toni dich halt eben auch leiden kann, deswegen sprechen wir halt eben auch solche Sachen an, das ist, weil ich das einfach, ich finde das einfach schade, weil, weißt du, es gibt Leute, die sind wirklich falsch, äh, und abgrundtief, widerwärtig, und die Leute gibt's, ganz klar, ja, und nur, da gehörst du eigentlich nicht dazu, aber ich glaube, dass du halt einfach, dass man dich halt irgendwie leicht manipulieren kann, ohne, dass du das vielleicht groß mitbekommst, das kann, das kann extrem unterschwäch sein, mich, mich kann man auch manipulieren in gewisser Hinsicht, das gebe ich dazu, ich habe mich ja auch triggern lassen oder so von gewissen Leuten, aber das ist, äh, und das finde ich halt eben dann gerade schade, wenn, wenn dann Leute wie du vor die Hunde gehen oder sowas, ja, die eigentlich ein herzliches guter Mensch sind, verstehst du, weil, weil, weil um solche Leute, oder wenn, wenn die irgendwie dir sich dann verarschen lassen von anderen oder was, oder, oder vielleicht irgendwann sogar instrumentalisieren lassen irgendwas, dann, das ist einfach schade, es ist halt einfach schade um dich, verstehst du, was ich meine, wenn sowas ist, bei anderen Leuten ist mir das egal, das ist, interessiert mich nicht, ja, aber, aber du bist halt eben einer von denen, wo, denke ich halt einfach nur Kacke, mich stört das irgendwie, ich hab, ich finde das scheiße, ich will nicht, dass das so ist, das ist nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber es ist halt einfach so, Toni meinte das vielleicht so ähnlich. Ja, hast du schön, hast du schön beschrieben. Ja, also ich, gut, Klimsi ist jetzt vielleicht noch am Essen, oder war es noch stumm geschaltet, ich finde es halt einfach scheiße, wenn, wenn vielleicht der ein oder andere hingeht, und dich einfach benutzt, für, für bestimmte Dinge halt, ja, oder dich dann einfach dann nach vorne schickt, oder was auch immer geben sie, was jetzt nicht unbedingt so sein muss, aber das ist halt, ich finde das halt einfach, ich finde das einfach zum Kotzen, und, und ich wünsche mir, das wäre total geil, wenn, wenn vielleicht einfach irgendwann der Tag kommt, wenn das vielleicht so sein sollte, wie ich sage, oder auch nur ansatzweise, dass du dann da irgendwie dahinter steigst, und diese, diese Muster einfach dann erkennst, ja, und, und das nicht nur auf der persönlichen Ebene dann, wenn vielleicht bei dem einen oder anderen, du dann merkst, oh, der war vielleicht nicht so vertrauenswürdig, oder so, sondern, sondern einfach das Muster erkennst, und auch in Zukunft dann, dass dir das dann auch auffällt bei Leuten, und, und gerade, gerade nämlich die Leute, die, die herzensgute Menschen sind, ja, gerade die sind nämlich oft anfällig dafür, äh, weil, mir geht das auch so, also bei mir war das früher so, ich habe früher null Ahnung gehabt von, von Psychopathie, oder, diesen Leuten, dass die kein Gewissen haben, oder sowas, ne, und gerade, gerade wenn man vielleicht sehr empathiefähig ist, dann vermutet man das bei den anderen auch immer, dann kann man das gar nicht so wirklich verstehen, ja, dass Leute so drauf sind, und gut, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, du weißt ja, was Psychopathen sind, aber, äh, aber das ist, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also das ist dann, man ist dann irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht auch arglos, oder sowas, bestimmten Leuten gegenüber, oder so, ja, oder, äh, vertraut denen vielleicht zu schnell, oder was, ja, ich habe früher unheimlich oft, ich habe unheimlich viele Fehler gemacht, ja, ich habe früher Leuten vertraut, ich habe früher mit Leuten zu tun gehabt, äh, mit denen habe ich heute zum Glück nichts mehr zu tun, aber ich habe, ich habe unheimlich viel Lehrgeld bezahlt, weil ich das alles nicht verstanden habe, jahrelang nicht, ja, irgendwann bin ich dann mal dahinter gestiegen, ne, und, äh, ich habe immer auch den falschen Leuten auch vertraut, da wären vielleicht gute Leute dabei gewesen, und dann dachte ich, jö, nee, der ist scheiße und so, ne, und dann lieber mit Idioten rumgangen, oder so, ja, auf die man überhaupt nicht zählen konnte, und, äh, das ist, das ist unheimlich schade, zum Glück bin ich irgendwie dahinter gestiegen, aber das, äh, äh, ja, das sind alles nur Beispiele, oder so, wie ich das genau da in Worte fassen soll, das weiß ich nicht, ja, äh, 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 und, äh, das, ich finde, was auch ganz wichtig ist, ähm, auch jetzt, oder auch die Sachen, die waren, oder das, wo ich dann gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock mehr, dass dann in die Sendung kommt, oder so, dass das auch nicht unbedingt jetzt, dass das einfach nur wirklich direkte Reaktionen waren, auf bestimmte Dinge, und jetzt nicht, äh, der Klimsie ist komplett scheiße, ach, der könnte jetzt aber verrecken, das interessiert mich nicht, so dieses, das ist nicht, ja, sondern halt, äh, ja, das ist halt, äh, weiß ich nicht, vielleicht bist du, wenn du nachher fertig bist und essen oder so, kannst du ja vielleicht da irgendwie auch mal was sagen, ähm, und, äh, ich weiß, äh, hast du, wer ist denn eigentlich der Andi hier mit der, mit der, mit der Herrschaftssymbolik? Ach, der wollte da irgendwie auch rein, äh, Andi, genau, wer bist du überhaupt? Ja, hi, bin ich zu hören? Ja, wer und ich? Super, ja, ich bin Andi, vom Bodensee, und ich bin ja normalerweise ein stiller Beobachter, hatte ich dir auch schon geschrieben, und ich hab jetzt seit dieser Robert-Stein-Geschichte, hier mal ein bisschen was von euch mitgekriegt, und mir sämtliche Hangouts, die seitdem so stattgefunden haben, angehört, und ja, ich finde es eigentlich recht interessant, die Ansichten von Toni oder von dir, Let's Play, in Sachen Freiheit, sind für mich interessant, ich hab zwar von der anderen Seite aus, äh, jetzt nicht über diesen Libertarismus oder so weiter, ich hab da ein bisschen von der anderen Seite aus, mich da ran getastet, und bin auch zu dem, äh, Schluss gekommen, dass Herrschaft in jeglicher Form auszuschließen ist, also so, ähm, ich denke immer so, dass es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der das Recht hat, über mich zu bestimmen, und das Recht hab ich in dem Fall auch nicht über ihn, kann es ihm also auch nicht übertragen, und ja, wir werden hier wie in einem System gehalten, und gezwungen, da mitzumachen. Nur leider ist es oft so, dass die die Macht und die Pistole haben, und wenn man versucht, sich dahin zu wehren, dann kann es auch oft in der Hose gehen. Meistens ist es auch noch mit, ähm, sag ich mal, juristischem Halbwissen verbunden, dass manche Leute was versuchen, und sich dann da in die Nesseln setzen, und deswegen bin ich eigentlich schon seit langer Zeit jemand, der nur innerhalb des eigenen Familienkreises sozusagen versucht, ein bisschen aufzuklären, und auch, dass wir uns hier in unserem Kleinkreis die Dinge so hinlegen, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, vom System Abstand zu nehmen, da auch Abstand nehmen. Natürlich muss ich eine Familie ernähren, ich hab eine kleine Tochter, das heißt, bis zu einem gewissen Grad muss ich mitspielen, und eben auch diese unsäglichen Steuern ertragen, die man uns einfach wegnimmt. Aber wir sind, wenn wir nicht gerade damit beschäftigt sind, Familien zu erfüllen, auch oft hier zu Hause zu diskutieren, oder darüber zu sprechen, was man machen könnte. Wir haben auch schon überlegt, mal von hier wegzugehen, aber ich bin dann auch ganz schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass man vor dem System nicht wegrennen kann, egal wohin. Dieses System heißt aus meiner Sicht Welt, und hält diese Erde und seine Lebewesen im Würgegriff, und das müssen wir loswerden. Ja, das war so mal das Erste, was ich zu sagen hätte. Ja, das klingt doch schon mal ziemlich vernünftig. Ja. Ja, das gefällt mir, dass du gleich in den ersten Sätzen halt auf den springenden Punkt gekommen bist, wie du selbst zur Herrschaft stehst. Das erübrigt jetzt das ewige Nachfragen, was bei vielen anderen Leuten, die in die Hangouts reinkommen, dann so ist. Super. Ja, so ein super Einsatz. Gefällt mir. Zu dem Herrschaftssymbol könnte ich vielleicht auch noch was sagen. Wir schimpfen heute immer über diese Freimaurer und diese ganzen Zahlen, die die benutzen, und diese Symbole, die sie benutzen, auch in den Filmen, in Videospielen. Wir sehen es ja überall. Es erschlägt einen ja fast. Aber ich muss dazu sagen, dass im Ursprung, und das wissen die leider heute auch nicht mehr so wirklich, da nennen die sich teilweise höchst erleuchteter Landesgroßmeister im 33. Grad, und wenn man mal genau hinschaut, was die noch an Wissen haben, dann stellt man fest, dass sie gerade mal dunkelleuchtend sind, die aber leider ein bisschen mehr wissen noch als die große Masse, weiter, weil dieses Wissen natürlich auch geheime halten wird. Und in seinem Ursprung, muss man dazu sagen, waren gerade diese Bauwerke, wenn ich hier eine Pyramide habe, oder ich nehme auch mal die in Kairo von mir aus, dort wurden früher nach meiner Ansicht humanistische Dinge gelehrt. Und wenn dort jemand von einem Schüler zu einem Meister aufgestiegen ist, aufgrund seines Wissensstandes, dann hat dieser Mensch auch gewusst, dass er die erlernten Dinge zum Positiven wie auch zum Negativen verwenden kann. Beides ist in unserem Universum zulässig, aber sie wurden gelehrt, das rechte Maß immer anzusetzen, und das bedeutet natürlich auch in einem, wie soll ich sagen, in einem Einklang mit seiner Umgebung und mit all den Menschen und so weiter zu leben, oder in einer friedlichen Art und Weise. Nur leider sind im Laufe der Geschichte diese Dinge verloren gegangen und die vermeintlichen Herrscher, die das Wissen zum Teil noch haben, benutzen das heute leider nur im nicht-humanistischen Sinne, will ich mal so sagen. Ja, stimmt auf jeden Fall. Also, wie gesagt, der Ursprung ist für mich etwas Positives, auch von mir aus auch die 33 und was es da so alles gibt. Es gibt immer Zahlen, gibt es immer über Null, das sind die mit dem Plus davor, das wissen wir alle, und es gibt Zahlen unter Null mit dem Minus davor. Und so wie ich mich als Mensch entscheide, entscheide ich mich entweder für das Positive oder für das Negative. Ja. Ja. Ja, so einfach könnte das sein, oder eigentlich ist es auch so einfach. Nun, die Welt da draußen wird halt bestimmt davon, dass den Menschen der freie Wille, der eigentlich allen zugrunde liegt, ständig verwaschen und verklärt wird und ja, dass man immer mehr davon abgelenkt wird. Denn wenn man genau hinschaut und sich nach diesen, nach dem Plus und nach dem Minus orientiert und immer guckt, wie die Situation ist, Zwang und Freiwilligkeit und ob das Richtung Herrschaft geht oder Richtung Freiheit oder Richtung Täusche, Täuschung oder Richtung Lüge. Eigentlich ist es ganz einfach, nur es fällt uns ganz schwer. Ja, wir verführt werden. Verleitet. Ja, wenn, sorry, ich bin gerade noch ein bisschen überfordert. Ich versuche nebenbei auch ein bisschen diesen Chat zu verfolgen, weil hier irgendjemand Hallo Andi geschrieben hat und eine Frage gestellt hat. Jetzt konnte ich dir nicht wirklich folgen, Toni. Ja, ihr wisst ja Männer und zwei Dinge gleichzeitig funktionieren nicht. Das hat nicht nur was mit Männern zu tun. Es geht schlicht und einfach nicht. Also ich halte, wie nennt sich das Multitasking, für absoluten Unsinn. Weil man sich per se immer nur auf eine Sache konzentrieren kann. Also wenn man dann die zweite Sache dann tut, dann tut man sie aus angelernter Automatisierung. Aber man könnte sich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Ja, das stimmt. Und dieses Wort Konzentration, ihr habt es auch oft mit den Begriffen und einer exakter Begriffsbestimmung. Und ich bin, habe mich auch schon ein bisschen mit Sprache beschäftigt, weil das wirklich sehr wichtig ist und weil es ja auch eine Herrschaftssprache gibt, die wir ja nicht verstehen sollen und auch nicht verstehen. Teilweise, weil wir die exakte Definition der Begriffe nicht kennen. Und ich habe festgestellt, in der Zeit, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, also mir kam es immer so vor, als wenn wir unterbewusst oder unser Gehirn die richtige Bedeutung kennen. Nur wir benutzen Begriffe im falschen Kontext und dadurch entstehen auch wie so eine Art Knoten oder Blockaden im Gehirn. Und wenn wir rausfinden, wie soll ich sagen, wenn wir rausfinden, was ein Begriff für eine wirkliche Definition hat, dann können sich die Knoten lösen und wir können, wir haben die Möglichkeit, auf ein höheres geistiges Niveau zu kommen, was auf jeden Fall auf unserem Weg oder auf dem Weg, den wir beschreiten sollten, um in die Freiheit zu kommen, brauchen wir ein höheres geistiges Niveau und zwar flächendeckend. Da reichen überhaupt 0,5% der Menschheit nicht aus, wenn es überhaupt so viele sind. Genau, es ist schön beschrieben, wenn man genauer hinschaut, da wird genau dieses Prinzip in allen möglichen Bereichen des Lebens angewendet. Das ist in der Bildung so, ganz, ganz verschärft. Die ganze politische Diskussion und die Mediendiskussion trägt übrigens dazu bei, überall wird mit diesen Dingen operiert, mit diesen Begrifflichkeiten. Ja, ja. Wird regelrecht gelähmt. Die Diskussionskultur wird gelähmt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte zu dem Begriff Konzentration. Mir ist aufgefallen, wenn ich mich auf eine Sache fokussieren möchte, um sie gut zu machen, dann sagen wir umgangssprachlich, ich muss mich konzentrieren. Das ist aus meiner Sicht der falsche Begriff. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel vom Modismus ausgehe, da wurde immer davon gesprochen, dass der Mensch in seine Mitte kommen soll. Und die Mitte wäre zentral. Das Adjektiv dazu zentriert. Und wenn ich mich auf etwas fokussieren möchte und es gut machen möchte, dann muss ich in meine Mitte kommen. Und das würde bedeuten, dass ich sagen muss, ich muss mich zentrieren und nicht konzentrieren. Also ich bin... Ich kann aber fokussieren auch nicht. Ja, okay. Vielleicht aber da bin ich ganz schnell bei Kamera, Linse, Auge und den Jesuiten. Ich wollte nur das als Beispiel anbringen, dass ich mir eben so in Sachen Sprache schon die Gedanken gemacht habe. So ein bisschen. Und versuche auch, die Begriffe richtig zu verwenden. Wir zu Hause reden zum Beispiel gar nicht mehr von Welt und sagen immer Erde. Ja, Welt ist nur so ein Beispiel. Ja, das ist schön, ja. Deswegen habe ich mir auch die Begrüßung Hallo Welt auch abgewöhnt. Weil für mich ist Welt ein absolut assoziierter, heliozentrischer Begriff und ja, sollte man vermeiden. Ja gut, das wäre jetzt ein Grund für dich und mein Grund ist, dass ich eben dieses System als Welt benenne. Ja, dieses geistige Konstrukt, das uns in Rahmenbedingungen hält und auf jeden Fall gegen die Menschheit arbeitet. Ja, auch interessant. Ja, und der Planet Erde ist eben etwas physisches, egal ob er jetzt flach, rund oder wie ein Schuhkarton aussieht. Das ist etwas physisches, was wir anfassen können. Und die Welt ist eben ein geistiges Konstrukt aus meinen Augen, das auf irgendwelchen Zetteln verewigt ist, wie der Freeman immer so schön sagt. Ja, super interessante Runde. Ich muss mich trotzdem erstmal ausklinken. Für ein halbes Stündchen, Stündchen. Ich muss noch was Dringendes erledigen. Vielleicht komme ich etwas später noch dazu. Let's play. Ja, das wäre unheimlich schön, wenn du nochmal dazugehörst. Ja. Bis später. Ciao. Tschüss. Ja, Andy, also mir gefällt das auch ganz gut, was du da erzählst, größtenteils. Also ist mal was anderes. Letztens sind halt so viele Schwurbler hier drin und am schlimmsten fand ich diesen Typ von dieser Nicht-Partei. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. der gar nicht mal irgendwie was auf den Punkt gebracht hat. Das hat mich total aufgeregt. Ich mache das auch in Zukunft nicht mehr so was. Schmeiße die Leute in Zukunft frühzeitig raus. Ja, freut mich wirklich, dass da draußen noch andere Leute gibt. Ja, ich weiß nicht, wie lange du jetzt zugeguckt hast der Sendung. Was sagst du denn zu den anderen Themen, die wir jetzt heute so angesprochen haben oder so? Fällt dir da irgendwie noch was ein oder würdest du da mal deinen Senf dazugeben oder irgendwas? Ja, da musste ich mich entschuldigen. Ich hatte vorhin erst Schwierigkeiten mit der Technik und dann musste ich, was heißt ich musste, ich wollte meiner Tochter gerne noch eine Gute-Nacht-Deschichte vorlesen und dann habe ich bestimmt eine Stunde nicht mitbekommen und bin erst seit, ja, um acht wieder hier bei euch. Ja, ihr hattet vorhin ein Zwiegespräch mit dem Klimsi, da hätte ich natürlich nichts dazu beitragen können. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so viel im Internet und im YouTube und so weiter unterwegs. Ich kann mit den meisten Leuten, über die ihr sprecht, nicht wirklich was anfangen. Ich habe so ein bisschen vor längerer Zeit schon aufgehört, mich durch diese ganzen Kanäle zu ziehen, auch gerade dieses Noviso-Thema und so weiter, weil mir das schon seit Jahren zu weich gespült ist und auch bei den ganzen anderen. Ich habe mir halt am Anfang, wo die so angefangen haben, die Dinge rausgezogen, die für mich gut waren und die ich als wichtig empfunden habe und habe dann aber irgendwann damit aufgehört, weil man sich ja auch ganz schnell da drin verlieren kann und ja, deswegen habe ich jetzt eigentlich zu dem, was ihr vorhin so besprochen habt, nicht wirklich was zu sagen, weil mir da auch viel fehlt. Ja, jetzt wo du Noviso angesprochen hast, ist mir noch was eingefallen. Ich habe ehrlich gesagt hauptsächlich aufgehört oder ja, nicht mehr so häufig das zu schauen und das nicht so ernst zu nehmen, als sie diese, ja, dieses S da mit in die Sendung genommen haben, diese österreichische, die da in dem Verteidigungs-, oder der oder es in dem Verteidigungsministerium, da arbeitet, diese Transgender-S. Ab dem Moment habe ich irgendwie mich komisch gefühlt und da habe ich das nicht mehr so ernst genommen. Ich habe mich voll verarscht vorgekommen, als sie diese Monika Donner meintest du. Ja, ja, genau, Monika Donner. Danke für den Namen. Ja, und ab dem Moment bin ich ziemlich misstrauisch geworden, obwohl ich in dem Moment noch nichts wusste von der Transgender-Agenda. Trotzdem ist mir das alles ziemlich merkwürdig vorgekommen. Ja, mehr wollte ich jetzt nicht dazu sagen. Ich darf vielleicht gleich den einen noch mal nachfragen, weil mir ist es eigentlich eh nicht gegangen. Ich bin aber eher schon von Noviso weg, weil es passt ganz gut zu dem, was Daniel gesagt hat, er hat gesagt, er hat zu weich gespielt. Es kommt aber von Noviso immer das Argument, wir dürfen ja nicht zu, wie soll ich sagen, zu herrharsch sein, zu, die Wahlen zu brutal raus haben, wir müssen ja die Leute abholen, wo sie sind. Das heißt, wir müssen mild und bestimmte Themen wie flache Erde lassen wir ganz weg am besten, weil die bloß abschrecken. Was sagst du an die? Würdest du sagen, die sollen sagen, was Sache ist oder sollen die sozusagen mal so ganz vorsichtig die Leute da, ich sage meine Theorie, meine Theorie ist, jeder sagt was von dem, was überzeugt ist und die Leute kommen dann schon. Ich habe nichts davon, Leute so auf die Linke-Tour anzulocken, also meiner Sicht Linke-Tour. Aber was meinst du? Ja, also das sehe ich genauso. Wenn Leute nicht von sich aus sagen, was Sache ist, denn oder anders gesagt, wenn jemand etwas verbirgt oder seine wahre Sichtweisen verbirgt, denn das riecht immer so ein bisschen. Es riecht immer so ein bisschen für mich, ich meine, ich bin Berliner, wir haben eh so eine Mentalität, wir sagen immer frei, schnauze, raus, was ist und ich hätte gerne, dass mein Gegenüber so ist und wenn diese Mitstreiter dort bei Nugo Wiese zum Beispiel nicht klar sagen, was Sache ist aus ihrer eigenen Sicht heraus, dann ist das für mich dort einfach nur ein Unternehmen, was laufen soll und Profit abwerfen soll und da wird immer so ein bisschen wie so eine Art Mittellinie gefahren, die so ein bisschen vielleicht auch eine Schlangenbewegung hat, aber ja, die wollen halt wirklich niemanden wahrscheinlich abschrecken, damit alle kommen und alle DVDs kaufen oder abunden hin oder was auch immer. Ich freue mich, dass du sagst, weil da treffen sich die Bayern und die Österreicher und die Berliner wieder, weil der Kimsey da ist der genauso, der kann es auch nicht aushalten, wenn er um den Brei rum geredet wird, das ist bei uns Bayern auch typisch, also Reinhard will uns der Schnabel gewachsen ist, mehr oder weniger und ich mag es halt auch nicht, was diese flache Erde bedarf, kann man jetzt zur flachen Erde, kann man stehen, wie man will, aber wenn es heißt, für das Thema bist du noch nicht reif genug, das ersparen wir dir, also das halte ich für einen Jungen verschämt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. What the fuck hat das dir einer erzählt, also gesagt? Nein, so kommt es von No Wieso rüber, weißt, also die sagen, wir dürfen die Leute nicht verschrecken mit dem Thema, das ist doch auf gut Deutsch heißt das, wir überfordern die Leute mit dem Thema, die sind so blöd. Ja, genau, man geht schon von vornherein davon aus, dass die Leute damit nicht klarkommen, aber ich sage mal so, wenn sie das Tablet bringen, wenn die Menschen, die etwas damit anfangen können, oder das geistige Niveau besitzen, das zu begreifen, werden dann schon kommen und zuschauen und werden das auch konsumieren. Meine Theorie ist halt, ich kann den Leuten alles präsentieren und die Interessierte springen dann schon drauf an, aber ich kann da nicht sagen, bevor ich das schon vorauseilend über den Kopf der Leute hinweg, jetzt passen mal auf, das können wir denen zumuten, das können wir denen nicht zumuten, das hat für mich was Anmaßendes. Ja, das ist auch das gleiche Schema wie im Mainstream. Ja, klar. Zum Teil. Die haben natürlich noch andere Interessen vom Mainstream, aber das Schema läuft da auch? Ich sehe auch mittlerweile die Grenzen immer fließender zwischen Mainstream und den sogenannten alternativen Medien. Robert Stein und so, die Sache, das hat das wieder ein bisschen verstärkt. In seiner Stellungnahme hat der Frau Köhler dann geschrieben, wir wollen ja keine Spaltung mit den Mainstream-Medien, wir wollen ja die Hand ausstrecken. Wir wollen ja zusammenarbeiten. Und das ist ja an sich ist ja das nicht schlecht, Zusammenarbeiten. Nur muss man anschauen, mit wem und bei welchen Sachen arbeite ich zusammen. Wenn das dann heißt, ich arbeite, ich möchte gerne mit den Mainstream-Medien zusammenarbeiten und deswegen verbiege ich mich. Das ist dann für mich keine Basis. Und ich sage immer, es soll jeder sagen, was er denkt und soll es dazu stehen. Und dann gibt es vielleicht Kontroversen, aber ich bin einfach der festen Überzeugung, die Leute reagieren, also Sender und Empfänger. Das reagieren ja noch auf das, wofür sie Sensoren haben. Das andere, das geht ja durch, das fällt ja durch das Raster. Deswegen ist das meiner Meinung nach überflüssig, dass ich das schon vorher zensiere, sondern ich biete ein Buffet an, sozusagen, an allen möglichen Themen und die Leute dürfen sich dann raussuchen, was sie wollen. Aber das ist schon einzuschränken und sagen, ja, das lassen wir weg und das lassen wir weg. Weil es könnte ja und es wäre ungefähr wie wenn der Toni ein Video macht und sagt er nicht das, was er denkt, sondern was er meint, die Leute könnten da am ehesten darauf ansprechen, weil er will ja sozusagen den Libertarismus verbreiten. Das ist keine Basis, meiner Meinung nach. Ja, also ich komme mir auch vor allem den Zuschauer auch total bevormundet vor oder so, oder auch wie so ein kleines Kind. Messer, Gabel, Schere und Licht sind für kleine Kinder nicht. Also da lässt du jetzt auch mal die Finger weg davon, von diesem Thema. Das ist irgendwie so, so komme ich mir dann persönlich vor. Übrigens, ich wollte ja noch was sagen, und zwar zur Webbilddiskussion, weil ich eigentlich immer sehr wenig dazu sage. Und hier ist Sam, wir hatten vorhin immer darüber gesprochen, du hast ja gesagt, es ist dir eigentlich relativ egal. Ich wollte noch mal sagen, warum es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, das Thema. Und zwar, gut, ich bin ja kein Flat-Earth-er oder so, wie ja die meisten wissen, ich bin aber auch keiner, der jetzt irgendwie sagt, die Erde ist auf jeden Fall eine Kugel. Also ich sage, ich weiß es nicht, ich habe mich auch eine Zeit lang auch intensiver damit befasst, auch mit Flat-Earth-Videos und sowas, und da war für mich immer das eine, so und so, es klang ganz sinnvoll, dann kam wieder von den anderen wieder eine Gegendarstellung, das war immer so ein Ping-Pong, das ging immer hinterher. Ich bin ja nicht zu einer endgültigen Schlussfolgerung gekommen und ich bin auch nicht so einfach zu überzeugen, was das eine angeht und was das andere angeht auch. Nur, es ist halt eben so, dass, es ist deswegen sehr wichtig, weil, nur mal angenommen, mit dem Weltbild stimmt wirklich was nicht und das kann ich mir extrem gut vorstellen, wie die Erde dann wirklich beschaffen ist oder so, keine Ahnung, aber ich glaube, dass uns einfach was vorenthalten wird, ja, dass wir wirklich regelrecht verarscht werden in der Hinsicht auch und das ist halt eben deswegen so wichtig, weil das so ein Opener ist, ja, ich meine, weil das einfach für Leute, wenn sie das erkennen zum Beispiel, nur mal angenommen, die Erde ist jetzt flach und die Leute erkennen das, das ist ja dann ein Riesenbedrug, ja, und wenn denen das klar wird, dann werden denen vielleicht noch ganz andere Sachen klar, dann fangen die an, ganz andere Sachen auch noch zu hinterfragen. Moment, wenn sie mich da jahrelang verarscht haben seit meiner Kindheit, was stimmt denn dann noch alles nicht, ja, und deswegen finde ich es zum Beispiel auch wichtig mit JFK zum Beispiel auch diese ganze Geschichte, wo auch Leute sagen, das ist doch jetzt unwichtig. Nein, das ist ganz wichtig, wenn jemand dadurch erkennt, Moment, wie er verarscht wird, dann fangen da an, noch andere Sachen zu hinterfragen und ich finde, deswegen ist es extrem wichtig und vor allem, was auch das flache Erde-Thema angeht, also nur mal angenommen, wir leben nicht nur auf einer Kugel, sondern die Erde ist flach, ja, dann wissen wir gar nicht, welcher Ausmaß hat das Ding überhaupt, ne, also die Kontinente, die uns jetzt bekannt sind, okay, aber was ist da sonst noch, ist da vielleicht ein Eisring drum, kommt dann vielleicht irgendwann mal wieder Wasser, kommt da noch mehr Land, was ist da alles, ja, und solange wir sagen, es ist uns egal oder so, dann kommen wir vielleicht gar nicht auf die Idee, das mal zu hinterfragen oder irgendwie dann vielleicht auch zu erforschen oder sowas, weil wir denken ja, wir kennen ja schon alles, ne, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Land von uns verborgen wird oder sowas, ja, oder was auch immer da ist, ne, und das ist, schränkt dann irgendwie ein, ja, also mir kommt das jedenfalls so vor und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, wenn wir wirklich einfach auf einer stationären, wenn die Erde einfach stationär ist und auch dieses Weltall in dem Sinne nicht existiert, wie man uns das vorgaukelt, sondern einfach, das hier quasi schon das Weltall ist, ja, die Erde einfach und, ähm, vielleicht, vielleicht ist das ja sogar unendlich, vielleicht geht das ja, vielleicht dehnt sich das ja unendlich aus, ich weiß es nicht, wenn es so wäre, äh, und, äh, dann, dann ist das auch nochmal so ein Ding, dass ja auch diese, diese ganze Alien-Agenda und sowas, ne, was man uns immer erzählen will, ne, dass Aliens existieren oder dass die irgendwann vielleicht vorbeikommen oder was auch immer, dann, dann fängt man das auch mal an zu hinterfragen, da ganze Kram. Deswegen, ich finde das, ich finde das schon sehr wichtig, mit der Weltbilddiskussion, ja, also, äh, jetzt kann natürlich, jetzt denkt vielleicht auch der ein oder andere Moment, ja, der Let's Play, wenn das bis heute noch nicht geschnallt hat, ne, dann, äh, da stimmt doch was nicht und so, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für mich ist das nicht so eindeutig, ja, ich, ich ziehe auch immer noch Sachen in Erwägung, wie zum Beispiel auch optische Täuschungen, Lichtreflektionen oder auch zum Beispiel, äh, diese, was, was sagen Sie, atmosphärische Refraktion oder so, wo da einige Leute davon reden, ja, äh, was zum Beispiel für mich sehr eindeutig ist, das sind zum Beispiel Chemtrails oder sowas, das war für mich eigentlich von Anfang an klar, Moment, das stimmt so nicht, ja, aber das ist halt, es gibt halt auch für mich da Argumente von, von Flat Earthern oder auch von Globe Earthern, wo ich mir echt denke, okay, das hat euch jetzt überzeugt, kommt zum Beispiel ein Globe Earther, der sagt dann hier, äh, ja, frage ich dich, wie kommst du da rauf und dann, und das weiß doch jeder, das habe ich doch schon im Kindergarten gehört, okay, und deswegen stimmt das jetzt, weil das im Kindergarten gehört hat, weil das dir jemand erzählt hat, okay, bist du aber sehr leicht zu überzeugen, das ist so, oder, oder, das weiß man doch, oder bla bla, oder, ja, und so ein Kram, das sind, das sind für mich keine echten Erklärungen, das ist einfach nur Schwachsinn, und die meisten, ja, die meisten kommen mit irgendeinem Bullshit, ja, und dann denke ich mir, okay, ihr seid aber echt leicht zu überzeugen, ich habe das aber auch bei Flat Earthern schon erlebt, dass da Sachen kommen, wo ich mir halt auch denke, okay, das ließe sich jetzt aber auch anders erklären, ne, also, äh, aber wie auch immer das jetzt ist, wie auch immer die Erde jetzt wirklich aussieht, ja, äh, ich finde es trotzdem wichtig, dass, dass es wirklich so eine Art Opener darstellt, und, äh, mich persönlich interessiert das. da muss ich aber etwas kurz klarstellen, ich habe, nur weil, weil ich sage, es ist mir relativ egal, wie die Erde aussieht, oder ich lasse mir von keinem Menschen, äh, sagen, wie die Erde aussieht, solange ich sie persönlich noch nicht mit eigenen Augen gesehen habe, heißt das nicht, dass das Thema nicht wichtig ist, das habe ich nicht gesagt. Ja, du hast recht, das ist recht, Sam, ja, also, dass, äh, dass man es nicht verwechselt, ist gut, dass du es nochmal jetzt angesprochen hast, ähm, das stimmt, das stimmt, nur weil, nur weil einem für persönlich irgendwas nicht wichtig ist, heißt das nicht, dass, äh, dass es generell unwichtig ist, ja, ja, das ist ein guter Punkt, ähm, ja, und ich sehe es halt eben auch so, ne, ich müsste da wirklich mal mit einer Rakete hochfliegen, wenn das überhaupt möglich ist, ja, oder was auch immer, äh, dass das für mich, dass das für mich völlig klar wäre. Es gibt aber wirklich, und ich finde, sehr gute Argumente bringt, ja, das ist dieser Typ, äh, Sinnwelle nennt er sich, glaube ich, ne, oder wie auch immer, äh, wo der das dann ausgemessen hat, und da müsste eigentlich die Krümmung sein, mit Fotos und so, und wo der noch dieses Modell nochmal nachgebaut hat, mit seinen Vektoren da, oder was das ist, ja, äh, und das, das sind für mich so Dinger, das finde ich schon interessant, ja, und, oder auch andere Sachen, wo ich dann immer mal wieder gesagt habe, mit dem Mond, das finde ich aber sehr merkwürdig, dass, wenn das Licht wirklich kühlen sollte, einfach nur reflektiert wird, also, wenn der nur angestrahlt wird, dann kann ich, Photonen, die kühlen ja nicht einfach, das ist, so sind solche Sachen halt, ne, das sind dann Sachen, die mich dann stutzig machen, ja, da hatte ich auch schon mal mit dem Tony drüber gelabert, und alles auch privat, über die Sachen da, und, ja, gerade auch insbesondere mit dem Mond halt, und, ja, ja, das sind schon eher die Sachen, ne, wo mich dann halt eben total stutzig machen halt, ne, oder wie gesagt, ich, ich streite es auch gar nicht ab, mit diesen Geschichten, dass man dann da ranzoomen kann, und, oder man kann eine Stadt sehen, die man eigentlich so nicht sehen könnte, wegen der Krümmung, ja, und, dieser ganze Kram, und mich macht das auch alle stutzig, ne, also, wie gesagt, weil das ja jetzt auch von mir auch wie Relativierungsgesprobe klingt, aber da bin ich mir halt echt unschlüssig, ne, was das angeht, ja, ich bin mir aber auch bei anderen Sachen unschlüssig, ne, wenn es um Tiere geht oder sowas, haben wir jetzt eigentlich das Recht, die zu schlachten oder nicht, ja, und dieser ganze Kram, oder mit Schwangerschaftsabbrüchen, wie sollte das sein, da Privatrechtsorten, das sind alles so Dinger, da bin ich, bin ich ganz ehrlich, bin ich mir unschlüssig, ja, ich halte das für positiv, dass man eben, dass man sagen kann, ich habe da noch keine feste Meinung, sondern, ich halte es eher für gefährlich, wenn einer zu schnell eine feste Meinung bildet, ohne alle Informationen zu haben, nicht, es ist ja, du hast es gerade erklärt, auch viele, sowohl Flacherdler wie Globalisten, die fallen aufs SPST-Argument rein, und ohne das überhaupt zu hinterfragen, das ist aber dann keine echte Überzeugung, das ist einfach nur im Glaube, nicht, aber, für mich gehört es zu den Stärken eines Menschen, dass er sagen kann, in dem Punkt schwanke ich noch, da sammle ich noch, da sammle ich noch Argumente, da sammle ich noch Informationen, weil es ist ein schwieriges Thema, solange ich setze mich damit auseinander, weil es ist ja oft so, in dem Moment, wo einem dann eine Meinung fällt, eine Entscheidung fällt, über seine Meinung, dann lässt er das Thema beiseite, und das passiert halt oft aus Faulheit, oder Bequemlichkeit, oder sonst was, aber solange ich sage, in dem Punkt bin ich noch unentschieden, bin ich ja offen noch, bin ich ja, idealerweise bin ich für alle Seiten offen, für alle, was soll ich sagen, Argumente, und das ist ja für mich eine Stärke eines Menschen, wenn ein Mensch für Argumente offen ist, verstehst du, was ich meine, die, wir haben es zu viel, heute zu viel mit Menschen zu tun, die sind nicht mehr offen, die haben ihre Meinungen, die haben ihre Ansichten, die haben ihre Weltbilder, und das ist fix, und wir bräuchten wieder, wenn wir Veränderungen wollen, zum Positiven, dann bräuchten wir wieder Menschen, die offen sind, die offen für neue Einflüsse, für neue Vorschläge, für Utopien auch zum Beispiel, aber ich denke, das hat auch damit zu tun, wenn man, wenn die Leute einen fixen Standpunkt haben, oder die Meinung, wenn man das dann widerlegt, oder, Entschuldigung, oder es anders sieht, dass die sich dann dumm vorkommen, oder verarscht vorkommen, dass sie das geglaubt haben, und das wollen sie vielleicht nicht sich selber zugeben. Ja, da hat Mark Twain ausgesagt, das ist leichter, die Menschen zu betrügen, als sie davon zu überzeugen, dass sie betrogen wurden. Also, wenn einer mal was glaubt, dann verhält er das oft fest, wie seinen persönlichen Besitz. Und das ist jetzt schade, weil, im Idealfall, das habe ich mir auch eigentlich vorgestellt, bei der Weltbilddiskussion, dass jemand, der anderer Meinung ist, dass sie sagt, aha, du bist anderer Meinung, jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Sammeln wir Argumente, sammeln wir Fakten, sammeln wir einfach Indizien, und dann können wir das mal genauer anschauen. Aber, es passiert meistens genau das andere. Da wird reagiert auf Schlagworte, Flacherdler oder Globalistiker, und sofort geht der Vorhang runter, und es wird auf persönlicher Schiene argumentiert. Nicht mehr mit Argumenten, sondern mit Beleidigungen. So ungefähr, ja, die Flacherdler sind Flachköpfe, und die haben, das weiß doch jeder, und immer auf so einer ganz billigen Schiene. Es wäre bei jedem Thema, wäre es wichtig, dass wir sachlich mit Argumenten drüber reden können. Und auch mit Argumenten, die uns neu sind, oder uns ungewohnt sind. Dazu gehört aber eine gewisse Umstände, gewisse Offenheit. Offenheit bedeutet, ich bin noch nicht ganz festgelegt. Ich bin immer offen für neue Erkenntnisse. Das ist meiner Meinung nach das, was die Menschen am weitesten, am schnellsten voranbringen könnte. Dass wir sagen, wir stehen zwar jetzt hier, aber, ich kann die Meinung auch ändern, sobald neue Erkenntnisse kommen. Das ist eine Art Flexibilität. Übrigens, alternativer Kommentar ist gerade noch im Chat drin. Ja, schön, dass du nochmal kurz reingeschaut hast. Ich sehe gerade, du hast keine Zeit mehr, die Sendung reinzukommen, macht aber nichts. Ja, wir haben vorhin noch mal ein bisschen was aufgegriffen, auch von deiner Sendung vorhin. Anderen ein bisschen was weiter besprochen und so, weil ich fand das echt hochinteressant. Aber vielleicht gab es das demnächst mal wieder, oder so, ja. Und es würde mich auch freuen, falls du vielleicht auch demnächst wieder öfter Sendungen machst. Also ich fand das, mich hat es echt gefreut. Ja, ja, Kurt, das ist wirklich alles so eine Sache. Wer wollte was sagen? Ja, bitte. Ja, Kurt, ich gebe dir da vollkommen recht, was du gesagt hast. Und auch dir, let's play mit deinem Opener. Was heute, also bei uns Österreich, Deutschland, bei uns noch ein bisschen, wir hängen da sehr stark hinterher. Weil in Amerika zum Beispiel, da gibt es den Alex Jones und wie heißt der, der Breitband, oder wie heißt der, andere. Und wenn man das ein bisschen, ja, genau, wenn man das ein bisschen verfolgt, das sind es viel, viel weiter. Wir sind ja die, so eine kleine Gruppe, die was dann so über andere Themen so sprechen. Aber in Amerika, bei mir ist das Problem, dass ich eigentlich nicht gut kann und auch schlecht verstehe. Da kann man wirklich verfolgen, die machen schon eigene Kanäle da drüben und sagen einfach, noch eiskalt. Da Alex Jones am Anfang, da war nicht schlecht und so, aber drauf gekommen, da das in Amerika auch so ist, da da irgendwas mit den alternativen Medien auch ein bisschen faul ist. Verstehst du? Und das werden ja immer mehr, in Amerika sind die schon viel, viel weiter mit dem Weltbild, mit diversen anderen Themen, sei es Transgender oder die ganzen Schauspieler oder Musiker und so, auch die okkulten Sachen und so. Die sind da viel, viel weiter, als wir da im deutschsprachigen Raum. Das ist das größte Problem. Aber das ist doch immer so, dass die Amerikaner weiter sind, als wir in Europa. Ja, ich kenne es nicht. Ja, ja. Weiter. Ich möchte jetzt gleich in Frage stellen, dieses Weiter. Weil ich habe nämlich den Eindruck, da möchte ich auch nochmal auf den Sam antworten, mit diesem Justin Bieber. Ich habe den Eindruck, es sind zwar weiter und es kommt scheinbar mehr auf an Fakten, an geheimen Tatsachen, aber wenn du das mal anschaust, ich habe immer das Gefühl, die treten auf der Stelle. Das hat aber auch so eine Beschäftigungstherapie. Versteht ihr, was ich meine? Das mit dem Justin Bieber, da habe ich den Eindruck, die Leute sollen an mich desensibilisiert werden für das Thema und das soll praktisch, und das ist ja so ziemlich das brutalste Thema, was du vorstellen kannst. Kindesmissbrauch, Kinderstötung, satanistische Rituale, das ist ja, einem normalen Menschen dreht es da den Magen um. Und dadurch, dass das jetzt immer mehr in die Öffentlichkeit kommt, da habe ich das Gefühl, die möchten das sozusagen unter die Themen einreihen zur Unterhaltung. Da eben durch das, dass es jetzt so ganz gezielt rauskommt, dass es immer öfter besprochen wird, aber mit Distanz, so dass es praktisch keinem weh tut, immer so, wird er mir so Fingerspitzen. Und da habe ich das, vielleicht, Justin Bieber weiß ich nicht, vielleicht ist das rein erfunden, vielleicht, es gibt ja auch die Geschichte von dem Banker da, der da ähnliche Rituale berichtet hat, wo er dann auch wieder rausgeladen wurde, also praktisch vor die Tür dann gesetzt wurde, als er nicht mitmachen wollte. Ich bin sicher, dass da was läuft, aber dass das jetzt aufkommt und dass das auf diese Weise behandelt wird, das halte ich für eine ganz hinterlistige Taktik, um die Leute erstens daran zu gewöhnen und zweitens, wie gesagt, das auf so die Unterhaltungsschiene, dass die Leute dann drauf lauern, ja, wann bekommen wir wieder neue Nahrung, neuen Klatsch und Tratsch aus der Pelo-Szene und aus der Satanisten-Szene und passieren tut genau gar nichts. Die machen weiter wie bisher und es geschieht nichts. Sehr interessant. Also so wie mit dem Frosch, meinst du, mit dem Bild, dass sie uns, also wie mit dem Frosch, mit dem Wasser, was Toni vorhin erklärt hat, uns langsam, beziehungsweise die Masse, langsam an rituellen Kindesmischbrauch heranführen wollen. Ja, und zwar so, dass das irgendwann mal, ja, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja gar nicht so schlimm, das machen ja alle so ungefähr nicht, übertreibe jetzt ein bisschen, aber in die Richtung läuft das für mich. Und das hat für mich einen sehr schlechten Beigeschmack, wenn das immer so, das kommt dann so häppchenweise auf. Wie gesagt, das ist Desensibilisierung, das ist diese Frosch-Geschichte. Das ist, wenn man überlegt, mit Dutroux, das ist ja nichts Neues. Da war ja auch, die Einzeltäter, die Theorie hat sich auch nicht halten lassen. Wer ein bisschen Hörn hat, weiß, da steckt mehr dahinter. Ja, viel mehr. Aber ich meinte, das ist ein bisschen anders, vielleicht, ich weiß auch, was du jetzt meinst, aber ich meinte, in Amerika, die richtigen Troofer da, wenn es da um die NASA geht, das ist lange abgeschlossen. Die lachen sich einen Holzfuß. Die lachen sich einen Holzfuß. Auch in Russland wird das schon stärker. Das stimmt. Und die NASA. Da ist recht die NASA. Das ist nicht wie bei uns, da die Mainstream-Medien dann irgendwo, irgendwo sagen, ja, die müssen wir doch jetzt das geringere Übel wählen, die AfD oder was. Nein, die da drüben wissen, das ist Herrschaftsgesail, wie es der Donner immer sagt, ist egal, wer da, wenn die wählen, oder wer da irgendwo auf ihrer Liste steht, die wissen das, die sind und nicht gut für das Volk. Die sind viel weiter. Dein Punkt meinte ich das. Das mit deinem, mit deinem, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, da um mit deinem, um was ist da gegangen. Was meinst du mit Justin Bieber? Ich habe das überhaupt nicht so mitbekommen. Also nochmal zum dritten Mal heute. Nein, sogar schon zum vierten Mal. Es gibt einen Blog in den USA, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber wenn man sucht, findet man auch auf YouTube ein kurzes Video darüber. Entschuldigung. Justin Bieber soll ja angeblich seine Welttournee abgebrochen haben und als er jetzt letztens da in seiner Bibelstunde war, soll er angeblich gebeichtet haben, dass er zu einer Party, in einer Party war, auf einer Party war und da waren halt nur Hollywood-Mogole, oh scheiße, diese Hollywood-Bosse und diese Musikindustrie und Financiers und so, die Leute halt, die Litte so und wir haben ihm dann einen kleinen Jungen hingestellt und er hätte das Kind missbrauchen und danach töten sollen und dann hätte er mehr Geld verdient, wäre er noch tiefer in den Kreis reingekommen und so weiter und er hätte, er sagt, er hätte das nicht gemacht, er wäre gegangen, hätte das Kind da nicht angefasst und sie haben ihm anscheinend auch gesagt, sie hätten das Kind unter Drogen gesetzt, es spürt nichts und so weiter, da trotzdem sagt er, er hätte nichts gemacht, also nach diesem Blog da und meine Frage war dann einfach nur, weil ich persönlich halte das entweder für ein Fake oder für so geplant, damit die Leute aus der Szene hier wieder Vertrauen auf diese Stars aufbauen, weil er ist ja jetzt nicht der Einzige, der da mitkommt, Katy Perry hat vor ein paar Wochen auch ein Interview gemacht, dass sie ihre Seele an Satan verkauft hätte und jetzt Play hat Charlie Sheen erwähnt, dann fällt mir noch diese Roseanne Barr ein, die hat ja auch mal da bei RT etwas über MKUltra geredet, ja und es ging einfach nur darum, ob das wirklich eine Erwachung ist von den Stars oder ob das gezielt ist, um die Leute wieder einzufangen oder wie Kurt jetzt zum Beispiel gesagt hat, um die Masse langsam an rituellen Kindesmissbrauch und so heranzuführen, damit die das als normal, ja denken, das wäre normal. Ja, ich kann halt nur eins sagen, wenn es da um so Kindesrituale oder was geht, also ich meine, da braucht man nicht mehr weiterreden, ich meine, das ist was für die Sachen, was es überhaupt gibt und es ist neu, dass es da gewisse Gruppen oder Leute gibt, die das wirklich machen, ja, das ist einfach schrecklich. Ja, aber was denkst du denn? Denkst du, das ist Show, Fake oder denkst du, er wäre Wirt wirklich erwacht? Ja, das muss man wahrscheinlich jetzt weiterverfolgen, was da jetzt noch kommt oder ob da noch mehr kommt von mehreren Stars oder was, was wirklich dann glaubwürdig klingt, ja, das ist schwierig. Wie gesagt, ich würde ja nicht den Klimsie mal noch was fragen. Ja. Du hast gesagt, dass die in Amerika da viel weiter sind, kannst du mir sagen, ob du festgestellt hast, dass die auch schon dementsprechend weiter abgestumpft sind bei diesem Thema oder gibt es da größte Empörung? Ja, wie gesagt, mit diesem Thema jetzt grundsätzlich, ich habe es die Nase gemeint und so, auch mit Herrschaft, dass die das durchschaut haben, dass das, egal, Clinton oder Trump oder Putin, weißt du, was ich meine, oder wenn es da jetzt um Nordkorea geht, dass das im Endeffekt eine große Glücke ist, verstehst? Und dass das nur Angst stüren ist, also, nein, für mich, was da, für mich, ist das nur mehr Angst stüren und Panik machen. Und die, die haben, die kleinen, nicht die ganz großen, haben das da drüben schon erkannt und wenn man sich jetzt zum Beispiel bei Noviso das ansieht, da, wo es da Putin-Bashing gemacht wird und der gute Putin ist gerade ein Beispiel, auch so ein Monika Donner oder was, dann kommen wir irgendwann auf einen Punkt, wo man sagt, nein, ich kann mir das nicht mehr ansehen, weil das ist nicht mehr glaubwürdig. Für mich persönlich, zu melden. Ja, das ist eben diese Synthese-Anti-These-Ding oder These-Anti-These, später wird Synthese draußen, die Schichte verkaufen sie uns denn als die Schichte. Das geht nicht mehr. Deswegen, also egal, ob jetzt Noviso pro-russisch ist oder der Mainstream ist anti-russisch oder was auch immer, ich bin immer grundsätzlich der Meinung, vielleicht sollte man mal hinfahren in so ein Land oder vielleicht auch mal nach Nordkorea fahren und sich die Situation mal vor Ort direkt angucken, um sich mal eine richtige Meinung zu bilden. Und für mich sitzen die alle, wie sie sich da immer offiziell bekriegen, ich sage immer, das ist wie beim Wrestling, wenn die Kamera läuft, hauen sie sich sozusagen die Fresse ein und wenn die Kamera aus ist, trinken sie auf unsere Kosten Champagner und hauen sich vor Lachen nicht weggeblieben. Das ist ja nur wirklich... Das hast du schön gesagt, weil das genau ist das gleiche Beispiel habe ich auch schon mal gebracht und das mit dem Wrestling, genau so kann man sich das vorstellen. Und es gibt ja die alten Szenen, weil in früher haben wir wirklich mal Wrestling geguckt, da wurde ja auch, da ist ja auch ein paar Mal auch der Trump eingeladen gewesen und es ist wirklich nichts anderes. Also es ist egal, ob der jetzt da steht und redet zum Volk oder ob er da bei der Wrestling Generation dabei ist. Es ist eine riesengroße Show. Wir sind halt in Amerika schon so weit, dass die alternativen Medien sind da der Mainstream. Also Alex Jones oder die Young Turks, die haben halt eine Größe erreicht, die erreichen mehr als bei uns ZDF und ARD. Also das ist halt, das sind wirklich einen Schritt schon weiter. Die stimmen schon, aber wie gesagt, viele Leute, die was, haben Alex Jones da angefangen, aber so viele Leute schon kritisch. Das ist extrem. Ja, die alternativen Medien sind ja die in Amerika, die den Alex Jones kritisieren. Also wie gesagt, die sind den Schritt weiter. Bei uns wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass eben die jetzt Noo Viso noch für alternative Medien halten. In ein paar Jahren ist halt, Noo Viso steht dann auf der Ebene von Alex Jones. Ja, aber Alex Jones war aber schon immer Republikaner, das hat der ganz klar immer gesagt. Das ist richtig. Und er ist ja nicht Bill Hicks. Er hat ja eine andere Person angenommen. Also zumindest mit 80-prozentiger, 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Das ist der Mensch eine Kunstfigur. Das heißt, er ist nicht der, aus der er sich darstellt. Aber das ist nur am Rande, weil es und es ist halt immer je größer ein so ein Komplex wird, umso stärker ist natürlich auch der Zwang Geld zu verdienen und dann kommt die Publikums, der Druck vom Publikum und dann ist man vom Publikum abhängig und dann mit der Wahrheit ist dann irgendwie wird Larry Fahre. Das wird dann immer die haben, die sind dann schon ein paar Schritte weiter. Der Bellish hat ja mal in einem Video gesagt, er sei Alkoholiker oder sowas, deswegen sei er erpresst war und so. großen Unterschied, ob das jetzt so alternativen Medien sind, die sich auch so nennen oder ob das so kleinere Trufer sind, sage ich mal. Wie der Ritchie vom Posten, ich weiß nicht, ob Sie den kennt oder was, der schaltet einfach live, der ist immer live, verstehst du, der ist präsent, der ist live, der schaltet seine Kamera ein, hinter dem Auto fahren und der braucht kein Studio, der braucht da nicht irgendeine Sendung mit, mit 5 Leuten Seiten mit, Vorgespräche, der haut da einfach sein Stuff raus und das gefällt mir einfach. Wir sind ja auch live. Ich habe sicher auch schon ab und zu einen Blödsinn gesprochen, aber das ist halt, wenn man live ist, das ist so. Ja, dann kommen die von den alternativen Medien und sagen, wir müssen ja aber qualitativ gut arbeiten und wir müssen gute Qualität bringen und wir dürfen, wenn wir nicht so gut rüberkommen, dann wirkt das unseriös und dann kommen die mit solchen Dingen. Ja, wenn ich so ganz kurz noch, aber die Leute erkennen, da das sicher, wir sind nur so kleine Hangouts Kanals jetzt noch, das ist für mich authentisch, als wenn man irgendwo was vorbereitet, stundenlang oder was und das beste Studio hat, das Erkennen mit der Zeit, während das die Leute da draußen erkennen, ist das Einzige, also was mich, was mich, sagen wir mal so. Ja, ich sehe das auch so, weil ich glaube nämlich, dass die Menschen einen riesen Hunger nach Wahrheit haben, Authentizität und Ehrlichkeit. Wenn du mal dein Leben lang dieses, ja, diese Verlogenheit der Medien kennengelernt hast, das ist alles ein Schauspiel und das ist alles gestellter, gibt es in Bayern, gibt es so eine Sendung, da ist, jetzt rede ich, also jetzt rede ich, da sollen angeblich, das Volk wird aufs Maul geschaut, wie es der Luther gesagt hat, also, wenn man da ein bisschen hinterblickt, merkt man, das ist alles vorgeplant, die werden vorher ausgesucht, die bekommen, ähnlich wie da mit dem Merkel da, das aufgezogen ist, die werden die Fragen vorher vorgelegt, da gibt es keine Überraschungen, man sollte sich doch wer reinschleichen, wird eben kurzfristig abgeschaltet und irgendwie Pause gemacht oder sowas und die Leute sind ja nicht so blöd, die merken das ja, dass das nicht die wahre Stimme des Volkes ist, sondern dass das aufbereitet wird und das ist, die ganze Medienszene ist mittlerweile so und deswegen glaube ich, die Menschen haben einen extrem großen Hunger, ein Verlangen, die türsten nach Wahrheit, nicht alle, vielleicht nicht mal die Mehrheit, aber sehr viele und die kannst du mit diesen Hochglanz-Sachen und mit diesen abgelegten Sachen, die wollen nicht wirklich Leben pur, Meinung pur, nicht, und da ist jetzt, das ist dann unser, sozusagen, unsere Aufgabe, unsere Milität, natürlich, Mr. Kims, wie du es dir selbst gesagt hast, man macht Fehler, man macht vielleicht mal was, was man nicht zu sagen hätte sollen oder so, aber da ist mir persönlich lieber so, als wenn ich immer nur was vorgekautes wiedergebe, nicht, ich habe es halt auch gern spontan und nicht lange vorbereitet und so, wie sie sagen, so konstruiert, sondern spontan und vom Herzen kommend, und da ist die Chance am größten, dass man zumindest die Wahrheit dieses Menschen erfährt, meine Meinung. Das große Schweigen, Andi, ich würde dich mal was sagen, und zwar, hast du das zufällig gesehen von Thirman Knechtel alias hier trau kein Promi und Oliver Jahnig, da hat doch Kulika vor einiger Zeit, jetzt vor ein, zwei Wochen, da das Geldsystem kritisiert und die haben das ziemlich abgefeiert, hast du das zufällig mitbekommen? Da muss ich dich enttäuschen, Oliver Jahnig ist auch jemand, den ich schon seit langer, langer Zeit ausblende. Ja, schade, dass du dich mitbekommen hast, weil es hätte mich nämlich mal deine Meinung dazu interessiert, ja. Ja, meine Meinung zum Geldsystem interessiert dich vielleicht, oder? Nee, mich hätte mal interessiert, was du dazu sagst, dass sie dich dazu abgefeiert haben und was es dazu vielleicht noch zu sagen gibt, ja, weil ich habe das nämlich sehr kritisch gesehen, aus bestimmten Gründen, aber wenn du es nicht gesehen hast, ist halt schlecht, da kannst du auch schlecht was dazu sagen. Aber lief das nicht bei Trau keinem Promi? Also, ich habe es da gesehen, nicht bei Oliver Jahnig. Ja, der Knechtel ist ja Trau keinem Promi. Ja, pass auf, der Timan hat da was drüber gemacht und der Olli hat das aber auch nochmal abgefeiert in einem Video. okay. Ja, aber ich konnte das Video auch ehrlich gesagt gar nicht anschauen, ganz sobald ich schon gehört habe, ja, er hat das kritisiert, habe ich schon ausgemacht und so. Also, dümmer geht es nicht, sorry, aber dieser Knechtel wirkt mir auch ziemlich suspekt. Der Korte wollte, glaube ich, was sagen, ne? Ja, der Zimmer Knechtel hatte ja auch ein Video über das in Rapper den Anschlag von Las Vegas vorhergesagt haben oder angedeutet haben. Also, und ich glaube... Dieses Video, Kurt, das habe ich auch gesehen, das fände ich wieder nicht schlecht von ihm, weißt du? Man darf nicht alles schlechtreden. Nein, finde ich sehr interessant. Ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, dass die Rapper, wenn ein Rapper heute, der ganz vorne steht, etwas veröffentlicht, dann glaube ich nicht, dass er das spontan macht. Da steckt wer dahinter? Also, das ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Rapper sich da nach vorne traut und der Oliver Janich hat ja auch den, das ist mein Lieblingsbeispiel, hat er auch den Trump für einen Truuser gehalten. Der Wolfgang Eckert übrigens auch. Er sagt, ja, Trump ist ja übrigens ein Truuser. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, aber da muss ich dem anderen zustimmen. der Janich ist für mich auch schon lange. Er hat auch gute Seiten, er berichtet auch teilweise was Gutes. Ich möchte ihn nicht komplett schlecht machen, aber so als Wahrheitsquelle würde ich den nicht hernehmen, sage ich ganz ehrlich. Das ist... Ja, aber wenn du sagst, der tut das nicht umsonst da oder der Let's Play oder Kurt, was steckt denn da dahinter? Was denkst du da? Das würde mich mal interessieren. Meinst du das bei Kollegah oder was? Ja, genau, zum Beispiel. Was ist deine Meinung? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, vielleicht, um irgendwie Vertrauen zu erwecken oder so, ach, guck mal, da ist jetzt jemand, der kritisiert jetzt die Herrschenden oder so und um da vielleicht jemanden aufzubauen, das könnte vielleicht der Grund sein. Ich meine, was ganz wichtig ist, die haben es ja total abgefeiert, an der Knechtel und Olli. Der Witz ist, da hat auch der Thema Knechtel noch gesagt, oh, das wird der Elite jetzt aber nicht gefallen und so am Arsch. Natürlich gefällt ihm das. Was hat er denn Wichtiges gesagt? Hat er in einem einzigen Punkt auch nur ansatzweise Herrschaft kritisiert? Nein, er hat zwar das Geldsystem kritisiert und bla bla, aber so auch nicht so ganz konkret und ja und da könnte man jetzt schön was draus basteln. Man könnte jetzt nämlich hingehen und dann man könnte auch eine Partei rausbringen, die das nochmal massiv kritisiert und dann aber eben jetzt doch mehr Herrschaft oder das und das ist jetzt die Lösung darauf. Wir müssen das mehr regulieren oder was auch immer oder wir brauchen jetzt eben ein goldgedecktes Problem, aber auch wieder zwangsweise oder sowas und das ist so ein Zeug, also für mich ist da viel interessanter, was Kollegah eben nicht gesagt hat und für mich ist das so lange kein Grund, um das abzufeiern. Das ist, wie gesagt, weil die wichtigen Sachen, die werden nämlich ausgeklammert. Wenn er jetzt mal Herrschaft kritisiert hätte, ja, glaubhaft und das alles, das wäre mal ein Ding gewesen, okay, aber das macht er komischerweise nicht und mit dem Geldsystem, da sind ja inzwischen schon ganz viele dahinter gekommen, das ist ja jetzt kein so großes Geheimnis mehr, aber dann kannst du auch wieder völlig falsche Lösungen bringen für das Problem meiner Meinung nach und da kann man wieder was zusammenbauen und deswegen kritisiere ich das auch und dann hat der Thema Klechtel, der hat das, kannst du gleich schreiben, der hat das total so, okay, ja, Kollegah hätte das und das hätte er jetzt auch noch sagen können, aber das ist ja schon mal ganz gut. Nein, es reicht nicht, was Kollegah gesagt hat. Wenn man die wichtigen Sachen rauslässt, dann ist es trotzdem wieder scheiße meiner Meinung nach irgendwie, dann ist es nur wieder limited hangout. Das ist einfach, dann gibt man sich wieder damit zufrieden. Ich weiß nicht genau, wie ich das auf den Punkt bringen soll, aber irgendwas ist da faul, ja, also das kommt mir total komisch vor, oder was hast du dazu geben? Ja, ich sehe das so ähnlich wie du, ich sehe da ein bisschen so eine Strategie, die jetzt vielleicht, wenn man das beobachtet, auch im Mainstream schon immer jetzt, diese Werbung oder es wird direkt ein bisschen gehypt oder gepusht vom gewissen Fernsehsendern dieses bedenungslose Grundeinkommen, da das so eine Strategie ist, da das dann vielleicht kommt und diesen Chip dann schmackhaft machen wollen. Verstehst du, weil wenn ich jetzt ein bedenungsloses Grundeinkommen dann irgendwann die Leute wieder für eine Zeit lang ruhig gestellt, vielleicht ist eine Strategie vielleicht dahinter. Also ich sehe das klar ist deine Strategie dahinter. Entschuldigung, wenn ich kurz unterbrochen habe, ich muss das, sonst Platte sehe ich. Bei dem Thema muss ich mitreden. Erstmal zu das mit den Anschlägen, was der Knechtel immer sagt. All die Mainstream-Rapper, die schreiben ihre Texte nicht selber. Die bekommen die alle geschrieben oder dahin geprägt. Alle die Mainstream, alle. Die schreiben das nicht mehr selber. Die haben vielleicht am Anfang selbst ihre Texte geschrieben, aber jetzt hundertprozentig nicht mehr. Da muss man sich mal die Labels ansehen, wo diese Webber vertreten sind. Ich glaube, ein Kollege ist bei Universal Studios, sagt ja schon genug. Das hat für mich nichts mehr mit Systemkritik zu tun. Das ist meiner Meinung nach von denen so, dass der das machen soll. und es gibt ein Video, eine Dokumentation von diesem Kollegen, wie er dann in Palästina ist und wie er dann da groß auftritt und dann die Geldscheine fliegen lässt und den Leuten da Computer kauft für die Schule und die noch selbst dahin trägt, ganz alleine, ohne Hilfe und er spricht mit den Leuten und er möchte die Wahrheit über den Palästina-Israel-Konflikt da rausbringen und so. Und er ist dann so der große Mann, der den Leuten dann hilft und wird das alles inszeniert in dieser in Anführungsstrichen Doku. Und wenn man sich seine Videos anschaut, gerade die letzten, also was heißt die letzten von einem Jahr so, die sind voller Symbolik. Also da sind so viele Pyramiden-Strukturen, auch wenn sie nicht als Pyramide auffallen, aber es ist genau dieselbe Struktur. Es ist voller Symbolik seine Videos, allgemein all die Mainstream-Rapper. Aber ich denke schon, dass das so ist, wie Klim sie gesagt hat, dass das wird er für die Jungen jetzt so seine Fanbase da halt, dass er so eine Art Guru-Anführer werden soll und dass er dann den Leuten sagt, ja, wir müssen das so machen, vielleicht AFID-Chips wäre dann besser oder goldgedecktes Geldsystem oder vielleicht, ich denke sogar, das hat sogar etwas mit der kommunistischen Langzeitstrategie zu tun. So denke ich das eigentlich, dass das so ist, weil das Video von, ich muss schon sagen, es hat mich wütend gemacht, als ich das Video gesehen habe und als der Knecht, der das so gelobt hat, ich fühle mich da verarscht von der Person, da komme ich verarscht vor, als wenn der seine eigenen Abonnenten verarschen möchte, wie kommt mir das vor? Das ist genauso, dass der Kollege halt garantiert nicht eigenständig das Geldsystem kritisiert, sondern das kommt von interessierter Seite und ich spekuliere jetzt mal ein bisschen, gut, da erst der Toni wieder da ist, meiner Meinung nach, werden bald ziemliche Veränderungen erleben. Das betrifft unter anderem auch das Geldsystem und ich kann mir vorstellen, dass demnächst bald von der EZB herausgegebene Bitcoins vertrieben werden und gleichzeitig Bargeld wird vielleicht nicht verboten, aber es wird so uninteressant gemacht, dass es keine Bedeutung mehr hat und der Chip lauert auch schon, wie es das machen weiß ich auch nicht, eventuell nicht einpflanzen, aber angeblich können sich 70% der Europäer schon vorstellen, sich einen Chip einpflanzen zu lassen. Wer steckt jetzt wohl hinter so einer Umfrage? Also die Leute werden schon darauf vorbereitet. Ehrlich? Gibt es so eine Umfrage? Gut, ich habe es im Internet gelesen. Ich tendiere auch in diese Richtung. Ich habe das auch mitgekriegt, dass der IWF das Ubers jetzt veröffentlicht hat, zwar heute erst, es waren mir aber schon von vornherein klar, dass das auch in diese Richtung geht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich gerade mit Kryptowährungen und so weiter einfach mal ein bisschen auseinandersetzt. Was ist das? Was hat das für eine Grundlage? Wie entsteht es? Und so weiter. Man muss da jetzt wirklich nicht zum Geldexperten oder irgendwas werden, aber es ist ein dezentrales Konzept, was auf freier Basis ist und es kann natürlich auch von Herrschaftsstrukturen missbraucht werden, weil man kann auch ein dezentrales System versuchen zentral zu kontrollieren. Diese Unterwanderung findet schon seit einer ganzen Weile statt in der Kryptoszene. Es ist hochinteressant das zu betrachten. Sputnik hat die letzte Zeit des Öfteren über Bitcoin berichtet, also dass die russische Zentralbank das wahrscheinlich irgendwie kontrollieren, versucht es zu kontrollieren und den Leuten im Moment sogar davon abrät. Parallel dazu sind die positiven Äußerungen von Draghi und auch von der EZB, die hat gesagt, okay, das kann man nicht kontrollieren, das ist alles lanciert, es brodelt da momentan in dem ganzen Bereich, das ist hochinteressant. Aber ich denke trotzdem, dass die schon was Neues in der Schublade haben und wenn wir nicht aufpassen, dann stülpen sie uns wieder was über. Und auch dieser Bitcoin, ich denke, dass alles, was innerhalb des Systems zugelassen wird, auch für das System eine entsprechende Arbeit leistet. natürlich, der Tony hat recht, man kann alles, was auf der Welt existiert, irgendwie missbrauchen. In den falschen Händen. Das tollste Werkzeug in den falschen Händen ist schädlich. Und wenn du die Macht hast, und diese Leute haben die Macht, vor allem haben die Macht, das Denken der Menschen zu manipulieren, das ist die größte Gefahr. Manipuliertes Denken, das führt zu den allerschlimmsten Folgen. Das haben wir bei Kriegen, das merken wir bei Kriegen, das merken wir bei der Wirtschaftsform. Es muss uns immer klar werden, es ist mehr als genug für alle da. Es ist mehr als genug für alle da. Essen, Wasser, alles da. Im Überfluss. Wir können doppelt so viel ernähren, wie wir momentan auf der Erde leben. Mit Produktionsmitteln, Methoden. Und trotzdem, ich komme wieder zur Verknappung, es wird ganz gezielt verknappt. Aus Wirtschaftsinteressen, es wird mit Nahrungsmitteln spekuliert. Das ist eigentlich ein Verbrechen. Aber es wird so hingedreht, als ob das irgendwie unausweichlich alternativlos etc. Als freier Markt wird das verkauft. Das ist die Frechheit. Aber wie gesagt, es könnte ganz anders aussehen. Dann komme ich aber wieder zum Kimse. Der Kimse möchte die Leute gerne wachrütteln. Ich verstehe das, ich möchte es auch manchmal, aber es klappt so nicht. Es klappt so nicht. Ich kann keinen wachrütteln, der schlafen will, der nicht zuhören will, der nichts wissen will, weil er lieber in seinem Denkschimmer drin bleibt und lieber in seinem Hamsterrad drinsteckt, weil das gibt ihm mehr momentan, dafür, dass er sich sicher, dafür, dass er sich geborgen, auch wenn er noch so darunter leidet, aber es ist immer für ihn noch besser als die Unsicherheit da draußen. Das ist das Problem. Ich weiß aber auch keine Lösung auf die Schnelle, weil wenn wir jetzt warten, bis der Letzte von selbst kapiert, das ist auch wieder schwierig. Also ich bin sogar der Meinung, dass es sinnlos ist, dass wir diskutieren, denn für mich geht alles ganz genau nach ihrem Plan, wie es soll. So ist das jedenfalls. Deswegen, also sinnlos ist es jetzt nicht, also für uns ist das ja gut, kann man mal etwas loswerden und so, aber im Grunde, im Großen und Ganzen wird der Plan aufgehen, denke ich. Es läuft alles so, wie es soll. Ja, ich finde nicht, dass sinnlos ist, weil ich denke, wenn er eine gewisse Potenz hat, einmal das Ganze verstanden hat, was die mit uns dann kann sich sowas auch ziemlich schnell entwickeln, in die positive Richtung sein. Ich denke, seinesfalls sinnlos ist, sonst würden wir das nicht machen wahrscheinlich oder öffentlich darüber sprechen und so, weil das ist meine Meinung. Herr Enner schreibt hier nochmal, die Lösung ist, sich nicht um andere zu kümmern, wieso denn auch, wenn sie nicht wollen, ja, da ist schon was dran. Enner, hast du keinen Bock, doch nochmal in die Sendung reinzukommen? Ja, also ich würde da tatsächlich gerne nochmal anknüpfen, an vorhin, du hast jetzt eigentlich nicht unbedingt so viel verpasst, warst ja auch nicht so lange weg, und zwar die Sachen, wo du gesagt hast, in deiner Sendung, mit Strukturen aufbauen und das und das konkret aussehen soll, ich würde einfach gerne mal an die Sachen nochmal, was du da gesagt hast und auch das Personal und das alles. Übrigens hat jemand von euch den Link geschickt oder sowas? Hat das irgendjemand gemacht? Nein, aber der ist auch nicht online, glaube ich. Kannst du ja vielleicht trotzdem mal schicken, vielleicht kommt er ja noch online und dann kommt er rein, aber ich bezweifle irgendwie, dass er hier reinkommt. Ja, und so, also ich würde das gerne mal ein bisschen aufgreifen und so, also, das Zeug ich halt oder ich habe irgendwie das Gefühl, das interessiert hier gar keinen. ich will euch ja nicht den Abend vermiesen. Nein, also ich fand das vorhin, bevor ich los bin, interessant, das trifft das so ein bisschen in Weltbilddiskussionen, also ich habe nur mitgekriegt, was du da Let's Play so gesagt hast. Ja, da können wir gerne dann nochmal einschließen, aber ansonsten macht ruhig auch erst mal weiter. Also ich bin auch gerade am Essen. Also der Gedanke war schon wichtig, den er das Play gesagt hat, mit dem, dass, wenn die Leute merken, dass sie betrogen werden bei einem so zentralen Thema, dass sie dann nämlich hinterfragen, ob sie nämlich vielleicht nicht doch auch bei einem anderen Thema betrogen werden. Und das ist ja... Das fand ich interessant, genau. Das ist nämlich der springende Punkt. Das ist für mich auch, weil es ist sogar zwischen Leuten, die noch an den Globus glauben und Flacherdlern, besteht eine Einigkeit zum Beispiel, bei der NASA, die ist unzuverlässig, oder die ist betrügerisch, die betrügt die Leute, nicht. Also wie gesagt, selbst Leute, die an Planeten und Sterne und alles glauben, die flache, runde Erde, die haben mittlerweile erkannt, also das mit der NASA, so wie sie erzählen, klappt nicht. Also das ist schon mal ein entscheidender Punkt, wo wir uns dann treffen können. Ja, aber genau das schließen ja diese anderen Medien auch aus, oder sprechen das Thema nicht einmal an, nicht einmal ansatzweise. Nein, das Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Bei gewissen Themen, wie soll ich es ausdrücken, nehmen sie sogar noch die NASA da ernst und nehmen da irgendwelche Daten dann noch her von der NASA. Das ist ja das Problem, was ich damit habe. Ja, ich verstehe schon, aber meiner Meinung ist das ein Armutszeugnis für die Betreffenden. Es sind oft dieselben, die dann, gut, man muss sagen, die versuchen dann objektiv zu sein, aber das ist dann komisch, wenn ich Sendungen bringe, dass die Mondlandung ein Fake war und in der nächsten Sendung verwende ich dann die Zahlen der NASA, um etwas zu belegen. Das ist schon recht. Das wirkt nicht sehr seriös oder nicht sehr glaubwürdig. Aber ich glaube halt, wenn wir jetzt, um auf die Frage vom Let's Play zurückzukommen mit den Strukturen, ich glaube, wenn wir schon mal vorbereiten, Lösungsmöglichkeiten und Wege es kann sein, dass das mit dem Aufwachen dann schlagartig kommt, wenn wirklich irgendwas ganz Großes aufkommt, wenn irgendwas ganz große Täuschung entlauft wird. Da muss ich auch immer sagen, wird das dann gezielt, kontrolliert, aufgedeckt sozusagen von denen, die dahinter stecken, oder wird das wirklich zum Beispiel vom Whistleblower aufgedeckt und dann auf einmal kommt es wie ein Dammbruch. Das wäre natürlich das Optimale. Da gäbe es erstmal einen Riesenschock bei den Menschen, dann wäre so eine Art Starre und dann würden sie vielleicht das Denken anfangen, dann könnte wirklich was passieren. Und dann, wenn wir dann sozusagen die Strukturen anbieten, wenn wir Lösungsmöglichkeiten anbieten, dann könnte das eine Riesenbewegung werden. Das ist für dich ein Whistleblower. So ein Assange oder ein Snowden, das sind auch Klenkeagenten. Die sind genau da, wo sie stehen sollen. Genau, es sind kontrollierte Whistleblower. Die sind eben abgestellt und genau die dosierten Wahrheiten los. Der Assange spricht ja auch nicht zum Beispiel die flache Erde an oder das Geldsystem an den entscheidenden Stellen, sondern das läuft für mich wieder unter Unterhaltung. Die Leute so ein bisschen abzufüttern und immer wieder zu hoppen hinzuwerfen und dass sie so irgendwie interessiert bleiben, aber genau unterhalb der Schwelle, dass die Leute sagen, jetzt reicht es, jetzt werde ich aktiv. Ja, mich würde halt mal interessieren, zum Beispiel, wenn es immer heißt Strukturen aufbauen, ja, wir müssen irgendwas machen und so, dann fände ich es mal sehr interessant, vielleicht sich mal Gedanken darüber zu machen, nach welchen Kriterien man überhaupt Leute auswählt, wen kann man gebrauchen, den kann man nicht gebrauchen, warum ist das so und auch, ja, was sind so die Basics halt eben, was ist so die Quintessenz, was muss man da mitbringen? Ganz einfach, Herrschaftsablehnung ist der gemeinsame Nenner und alles andere, was Herrschaftsgesäier bedient, ist halt, ja, außen vor. Wie siehst du das, Klimzi? Oliver Zuman bedient nach meiner Meinung nach Herrschaftsgesäier, also mit deinem Zeug, statt, kannst du sagen, wie siehst du das, du siehst das ja nochmal anders, ich will da mal irgendwie eine Kontroversie reinbringen, ich will mal, du kannst auch hier ruhig wirklich in die Folgen gehen, kleben sie, ohne Scheiß, also wirklich komplett auch, ist mir egal, also ich will einfach, wenn du schon mal hier bist und so, ja, und diese Dinge, ich will das vielleicht einen Schritt weiter kommen, ja, also ich will auch gar nicht, dass wir uns hier gegenseitig irgendwie die Eier schaukeln oder was, ja, sondern wirklich mal, dass das auf den Punkt bringen, ja, auch wenn man da anderer Meinung ist oder so, einfach, dass das raushauen und, ne, dass wir dahinter vielleicht mal schlauer sind als vorher, das wäre mal was Neues, was sagst du dazu, Clemsee? Ja, wenn du mir jetzt so fragst, da bringen Oliver Zumann, das hat er ja selber gesagt, da ist da bei irgendeiner kleinen, ganz einer kleinen Volkspartei dabei und da ist er sogar Mitglied und die sind halt für einen EU-Austritt, der Österreich-Aus-EU-Austritt und so, ich will doch jetzt nicht sagen, Oliver Zumann, nur weil du da jetzt dabei bist oder was, du bist jetzt total raus, verstehst du, das kann ich auch sagen, ich selber, ich war noch nie wählen in meinem Leben und es wird auch nichts ändern, das System wird sich durch wählen nie ändern, nie, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, Oliver Zumann, ja, du bist jetzt raus, wie es der Toni manchmal schreibt, du bist raus, oder auch andere Seiten, wo es wieder gut sind, weißt du, es ist schwierig, oder was willst du von mir hören? Ja, ich will mal von dir hören, also was für dich denn so die Quintessenz ist und die Quintessenz ist doch anscheinend nicht Herrschaftsablehnung, sondern die Quintessenz bei dir ist ja anscheinend das Geldsystem, oder was ist da die Quintessenz, also was ist da, also wie, 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 nach welchen Kriterien wählst du das aus? Ich habe ja auch bestimmte Kriterien, wie ich irgendwelche Leute auswähle, ja, nach bestimmten Sachen da oder so, ja, und das ist, hast du, musst du auch welche haben oder wie, wie siehst du das? Oder wie, oder woher, oder was, was sagt dir zum Beispiel, dass diese Leute vertrauenswürdig sind und warum ist das, warum denke ich da wieder anders drüber? Also ich will das einfach mal ein bisschen erkunden halt, weil vielleicht liegt da einer von uns falsch und vielleicht bin ich das sogar, aber dann kann man mich ja jetzt zum Beispiel immer vom Gegenteil überzeugen, also es ist einfach, einfach, wo ist, wo ist für dich die Quintessenz? Toni hat vorhin gesagt, die Quintessenz ist Herrschungsabliegen, wo ist das für dich? Da hat er auch recht, der Toni, verstehst du, aber uns muss auch bewusst sein, da das Leute da draußen schwierig zum Verstehen ist, verstehst du das große Ganze? Siehst du, wie oft hat es sich da schon diskutiert und immer wieder im Chat, ja na, durch die AfD oder was machen wir ohne Herrschaft und es geht ja dann nicht, wer schützt die Grenzen und so und so und das ist halt sehr, sehr schwierig. Nein, das ist eben nicht schwierig und ich verstehe nicht, warum, warum es nicht schwierig, Toni, Ja, warte mal kurz, also im Prinzip habe ich das ja jetzt gesagt, so was für mich die Quintessenz ist und dann hat Let's Play dich gefragt, ja, was ist denn deine Quintessenz, wenn das nun mal nicht die ist, nach der du das bemisst, also wer jetzt, sage ich mal, zusammenarbeiten und so weiter ist und wieso, wieso kannst du es nicht thematisieren? Also was ist es denn? Ist es denn vielleicht das Geldsystem oder was ist für dich das Allerwichtigste? Ja, es ist beides, es ist die Herrschaft und auch natürlich das Geldsystem. Leute, wo es das Monopole auf das Geldsystem haben, die kontrollieren auch die ganzen, den Staat in den diversen Ländern. Es hängt alles zusammen und es hängt ja irgendwie alles zusammen. Verstehst du, es sind immer wieder die gleichen Leute. Ich weiß nicht, aber der Ursprung, das Problem beim Geldsystem ist auch Herrschaft. Also wir können das abklopfen. Ja, das stimmt ja. Das stimmt ja. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, ja, aber Oliver Zuman und der macht ja das und das und das, dann frage ich mich doch, was ist der Punkt, wo du bei ihm sagst, das ist euer gemeinsamer Nenner und ach, wie soll ich das sagen? Ja, by the way. Also ich sage ganz ehrlich, wenn es darum geht, mit wem ich zusammenarbeite, dann geht es mir um menschliche Sachen, nicht um ideologische. Ja, gut. Also ich muss mich mit dem verstehen, weil ich hast du das vorausgesetzt. Ja, Kurt, nee, Kurt, also gut, das haben wir jetzt nicht gesagt, ja, extra dazu, aber das ist natürlich auch klar, ne, das ist natürlich Zuverlässigkeit, ja, auf wen kann ich zählen, ja, was ist da, also das, also, also wem das jetzt noch nicht klar ist, dann sage ich das extra nochmal dazu, äh, das ist natürlich auch völlig klar, ne, da ist es auch vollkommen egal, da kann jemand ultralibertär eingestellt sein, wenn man auf den nicht zählen kann oder so, ich kann ihm nicht vertrauen, dann ist das scheißegal, dann gibt es da natürlich auch keine Zusammenarbeit, das ist völlig klar, ne, also, wir reden jetzt mal davon, wenn diese anderen Sachen vielleicht gegeben wären oder so, wobei wir können es auch nachher nochmal extra ansprechen, ja, aber, äh, jetzt, jetzt mal rein, rein so vom, jetzt drüber reden, das ist rein, rein verstandesmäßig, oder, oder mal Verständnis oder das, das einfach mal grundlegende Dinge begriffen worden oder, einfach so dieses, was da halt die Quintessenz ist, ich weiß auch nicht genau, wie ich das, wie ich das beschreiben soll, ja, aber einfach, äh, mh, das, sagen wir es mal so, ja, wie soll ich das beschreiben, mh, naja, aber ich glaube, also, äh, ich verlasse mich zwar darauf, höchstens auf mein Bauchgefühl, und das hat mich, bin ich jetzt nie im Stich gelassen, und wenn ich ein komisches Gefühl bei einem hatte, dann hat sich das immer, ähm, als richtig herausgestellt, oder meistens, aber, und das, so sehe ich das auch hier in dieser Sache, wenn ich schon von Anfang an spüre, in, also, so ein Bauch, das Bauchgefühl halt, oder, ja, auch schon logisch denken kann, und sage, das kann nicht sein, oder, das geht nicht auf, dann ist die Person für mich schon gestorben. Okay, dann bringe ich mal ein Beispiel. Ja, mach ruhig. Bring ich mal ein Beispiel, wenn ich also mit ihm zusammenarbeite, und der fängt dann an, ja, das kann man nicht selber machen, da müssen wir erst Kommissionen bilden, und dann müssen wir das nach oben geben, und dann müssen wir das irgendwo einreichen, oder sowas, dann denke ich mir, mit so einem ist man dann auch nicht sympathisch, also, insofern überschneidet sich das, von meiner Meinung nach. Also, ich muss mal kurz unterbrechen, ja, also hier, alternativer Kommentar, hört auf, klimmen Sie eure Meinung aufzudrücken, Wenn ich sowas lese, da schwillt mir schon wieder die Schlagader ein, ja, was tun wir hier? Erstens mal unterhalten wir uns hier ganz normal auf Augenhöhe, und wir stellen, klimmen Sie Fragen, ja, wir sind meilenweit davon entfernt, irgendjemanden hier eine Meinung aufdrücken zu wollen, was soll dieses dümmliche Geseier, manchmal frage ich mich wirklich, was für Schwachmarken hinter irgendwelchen Erkennungszeichen hier stehen, die solche dummen Fragen stellen, Spalte und Herrscher, hier wird überhaupt nicht gespaltet, hier wird endlich mal was auf den Tisch gelegt, und hier wird auf Augenhöhe diskutiert und geredet, das, was du hier machst im Chat, das ist widerliches Spalterei, indem du die Leute da draußen framest, mit deiner dümmlichen Meinung, blöder, vielleicht hast du ja doch noch kurz Zeit reinzukommen, dann können wir nämlich mal drüber quatschen, also, das würde uns vielleicht weiterbringen, ja, ja, also pass auf, nee, jetzt, jetzt ist mir, glaube ich, was eingefallen, ja, und zwar, hier, wo ist die Essenz, auch zum Beispiel jetzt von mir so auf das System, von mir aus jetzt bezogen, was, ich meine, das Geldsystem ist auch eine der tragenden Säulen, das ist schon klar, aber, was ist denn hier wirklich die Hauptsäule, was könnte ich rausnehmen, um alles komplett zum Einschul zu bringen, sofort, was, was könnte ich rausnehmen, was ist wirklich das Wichtigste, wo ist hier der Letalitätsfaktor, ja, wie kann ich einen sofort ausschalten, mit einem Schuss oder sowas, ja, dass das direkt, äh, im Arsch, also, ihr wisst ja, wie ich das meine, also direkt, äh, ähm, was, was ist da wirklich das Wichtigste, was, was ist das Hauptziel, was ist, äh, ja, was, was, was weiß ich, wenn ich jetzt nur einen Schuss hätte, wo vorher hätte ich dann drauf, natürlich auf dem Kopf oder so, ja, oder was weiß ich irgendwo hin, es müsste irgendwas Letales sein, das ist einfach, ähm, und, und das ist, ähm, ähm, ja, und das ist, das ist halt der Punkt, dass wir das irgendwie mal identifizieren, oder, wo legen wir jetzt den Schwerpunkt darauf, was, welches Element können wir entfernen, damit das, damit das alles nicht mehr funktioniert, und, äh, äh, das ist jetzt nicht, ja, und meiner Meinung nach ist zwar das Geldsystem sehr wichtig, ja, aber solange immer noch Herrschaft existiert, ist da immer noch, ich will, ich will ja das Krebsgeschmück, ich will ja den Krebs komplett ausrotten, ja, ich will ja das einfach, äh, äh, und nicht immer noch ein bisschen was übrig lassen, damit das wieder größer werden kann, deswegen bin ich auch kein Minimalstaatler, das ist, äh, wie soll ich das sagen, wobei ich will das auch nicht ausrotten, ich will die Leute, die beherrscht werden wollen, die können ja ruhig beherrscht werden, aber, äh, das Dumme ist, es werden halt auch Leute beherrscht, die es nicht wollen, aber, ähm, äh, und das einfach mal zu identifizieren, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass, da Leute unterschiedlicher Meinung sind, und, dass das einfach jetzt mal zu benennen, und, und daran auch mal dann auch vielleicht zu erkennen, dass bestimmte Leute das eben nicht benennen, und auch mal die Frage zu stellen, warum ist das denn so, und, äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass wir sonst nicht, ja, ja, darf ich kurz, ja, äh, also das Hauptproblem ist, ist sicher das Geldmonopol, natürlich auch der Staat, weil der Staat, wie das Don immer sagt, er nimmt ihn 70% weg, das ist richtig, und ich hätte auch überhaupt kein Problem, wenn der Staat, äh, äh, hier wäre, er hat seine, er hat seine Berechtigung, aber, dieser Staat, wenn sich Leute, andere Leute, Geldmonopol machen, oder eigene Strukturen machen wollen, dann, dann, darf sich da der Staat nicht einmischen, dieser Zwang, oder, egal, wenn es da Leute gibt, die was sie 70% wegnehmen lassen, und, die haben halt ja eine Versicherung, und, und, die sind einverstanden mit denen, dann sollen sie beim Vaterstaat bleiben, aber, sie sollen die anderen Leute in Ruhe lassen, die was tun. Du hast es doch gesagt, du hast es doch gesagt, der Staat hat seine Berechtigung, und ich sage, der Staat hat keine Berechtigung, ja, und da haben wir schon die Differenz, das ist das Problem. Nein, du hast es mir jetzt wieder falsch verstanden, ich habe gesagt, wenn er uns in Ruhe las, die anderen, wenn sie dir selber was aufbauen, eigene Strukturen, dann bist du nicht, dann geht dich der Staat nichts mehr an, dann bist du da nicht mehr dabei, gezwungen, du wirst, wie es jetzt ist, wirst du gezwungen, dass du da diese Steuern, also, dass du da die 70%, nehmst du da einfach weg, weil du hast keine Wahl, du hast in diesem System keine Wahl. Also, wenn ich das so verstehe, dann hat der Staat seine Berechtigung, aber er darf nicht auf Zwang agieren. Genau. Okay, das war mal ein Widerspruch, weil das Wesen des Staates ist die Gewalt. Verstehst du? Das ist, ja, man kann mit einem gewalttätigen, Konzept keine Freiheit erreichen. Also, das ist, das ist jedenfalls meine Meinung. Ja, so, das ist halt der Punkt, wo, wo es halt bei vielen auseinanderdriftet. So, und, ja. Ja, aber Toni, wir haben da ein bisschen auch ein Definitionsproblem, was da ist, weil, Menschen tendieren halt dazu, sich zu organisieren, weil wir sind ja nicht allein überlebensfähig, ne, also, irgendwelche Organisationen wird es immer geben, im Sinn von, dass sich Leute zusammenschließen, zu Gruppen. Ja, aber, Kurt, weißt du, warum wir das nicht Staat nennen, weil das ein Verein ist, deswegen. Ja, ja, klar, ebenso sage ich Definition, ich glaube nicht, dass der Klimse einen Staat gemeint hat, weil er gesagt hat, der Staat hat seine Berechtigung. Ich glaube, der hat gemeint, bestimmte Zusammenschlüsse von Menschen, die sich auch gegenseitig schützen oder die sich gegenseitig... Also, ich sage mal, eine natürliche Ordnung hat seine Berechtigung. Ja, aber da muss man aufpassen, was man sagt. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Ja, aber dafür bist du ja du da, am meisten ja darauf hin. Aber du hast schon recht, wenn wir Staat, ich bin mit der Erklärung groß geworden, Staat, das sind wir alle. Nicht? Nicht? Alle Deutschen zusammen, das ist ein deutscher Staat. Also, ich bin das nicht. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin auch jünger. Darum sage ich, wir haben das. Ja, auf was ich hinaus wollte, wann das Monopol gebrochen ist und es können sich wirklich Leute mit eigenen Ideen oder eigenen Systemen und wirklich mal was anderes strukturell aufbauen, dass dann diese Leute, was dann mit diesem Staatskonstrukt noch dabei sein, diese erkennen werden, da das anders viel, viel besser ist. Die es mit der Zeit irgendwann ergeben. Wir wissen doch alle, da wir jetzt von heute auch morgen den Staat nicht beseitigen können. Das wissen wir doch. Also, naja, eine Woche würde reichen. Aber das muss dann halt zusammen gemacht werden. da muss wirklich konsequent Herrschaftsverweigerung durchgezogen werden. Moment, der Staat ist ja... Dann dürfen wir auch kein Geld mehr benutzen, also ihr Geld. Dann dürfen wir nicht mehr einkaufen gehen. Sie dürfen nicht mehr arbeiten gehen und in dieser Zeit, in dieser Woche, wo wir das machen, müssen wir unser eigenes aufbauen, dass jeder selbstständig wird und autark. Das ist möglich, aber die Leute, die Masse... Wie bitte? Wieso musst du autark leben? Das stimmt ja nicht. Du kannst ja genauso eine Firma dann gründen. Oder egal. Ich sage doch nicht, dass man das muss. Ich sage das jetzt für mich, aber für die Übergangszeit sollten die Leute aber wenigstens für sich selbst etwas absichern. Ich glaube, da gibt es ein Problem. Staat, das ist das eine, die Definition von Staat. Das andere ist, Staat, das ist auch in den Köpfen der Menschen. Das ist ein Konstrukt, ein Gedankenkonstrukt in den Köpfen der Menschen. Und jetzt komme ich zum Geldmonopol. Es ist durchaus möglich, dass wenn nämlich das Geldmonopol abgeschafft wird, dass sich trotzdem nichts ändert, weil die Leute einfach das andere Geld hatten nicht annehmen, aus Bequemlichkeit, aus Gewohnheit, aus Angst oder was auch immer. Weil einfach dieses Bild des Geldes so mit dem bisherigen Geld verbunden ist, dass sie gar nicht zu etwas anderem greifen, obwohl es die Möglichkeit da wäre. Aber das könnte schon sein, aber das sind sie schon selber schuld dann. Aber weißt du, ich sehe halt einfach die Gefahr, dass Herrschaft trotzdem bleibt und dann sagen wir halt einfach, so jetzt eben ein goldgedecktes Geldsystem und dann sind die Leute wieder zufrieden. Oder wenn die FED abgeschafft wird oder die EZB oder so, ja, und dann passt es auch wieder. Ja genau, die Gefahr sehe ich auch. Die Gefahr sehe ich auch. Das ist eben, das ist nicht die Wurzel angepackt, das ist nur ein Teil von der Wurzel, aber nicht wirklich insgesamt, ja. Ja genau, genau. Darauf wird es auch momentan hinauslaufen, so wie ich das sehe, dass wir ein anderes Geldsystem bekommen, vielleicht sogar ohne Zinsen, das geht dann irgendwie anders, aber es wird sich nichts ändern. Und ich sage, für mich ist der zentrale Punkt, den du angesprochen hast, das ist die Augenhöhe, das ist das von Mensch zu Mensch und wenn in dem Moment, wo einer sich über den anderen stellt, wird er mir schon verdächtig. Ja, also ich will jetzt wirklich weiter machen mit dem Staat und alles. Übrigens, ja, der alternative Kommentar ist drin, also kurze Frage, du warst doch schon mal auf Discord und dann hatte ich dich auch entsprechend freigeschaltet, aber jetzt habe ich gesehen, du warst jetzt gar nicht freigeschaltet, also wo du jetzt, ich habe dich jetzt wieder freigeschaltet. Nicht, dass du irgendwie denkst, shit, das ist irgendwie gelöscht bei dir oder was auch immer. So, ja, dann hau jetzt mal was raus, weil ich will da echt weitermachen bei der Klimsie-Geschichte und bei dem Staat und bei Strukturen aufbauen und ich will da jetzt auch nicht wieder weg. Also ich will das jetzt echt mal hier zum Ende bringen, ja, und ich hoffe dann, ist Toni auch dann fertig mit Essen oder so und dann, ja, alternativer Kommentar, hau mal was raus zu dem, was Toni vorhin gesagt hat. Ne, ich wollte eigentlich nur vorhin was sagen, dass es wohl ein Missverständnis war, also, ich fand es nur, es kam eben so rüber, für mich zumindest, wenn jemand in der politischen Partei ist, ich muss auch sagen, ich kenne die Hintergründe gar nicht, dass gleich vorweg als Generalverdacht kritisiert wird und das halte ich eben für falsch. Naja, also es geht um Folgendes. Also, ja, ja, erzähl mich jetzt mal auf, ja. Und zwar ist, bei mir ist es so, ne, also ich versuche das irgendwie zu trennen, ja, ob ich dich immer sympathisch finde oder nicht, ja, das ist ziemlich unabhängig davon, ob der jetzt in irgendeiner Partei ist oder was der wählt oder so. Ich meine, du siehst halt ja auch sicherlich ganz anders wie ich mit dem Wählen, aber ich mag dich ja trotzdem, ja, und das ist halt, oder ich kann auch andere Leute leiden, die teilweise auch Libertäre, die behaupten, hier, man soll die AfD wählen oder so oder die sich dann Libertär nennen, da auch teilweise, das ist nicht unbedingt, das ist nicht zwangsläufig abhängig davon, was für eine Gesinnung jemand hat, ne, ob ich den jetzt irgendwie sympathisch finde oder nicht, ja, ich kann zum Beispiel auch den Johannes ziemlich gut leiden von Philosophie-Workout, aber der wird mir jetzt da politisch in vielen Dingen sicherlich nicht zustimmen, ja, das ist, nur, das ist halt für mich so ein Ding, das ist halt dann für mich Sympathie oder sowas, ja, oder oder mit den Leuten würde ich auch ein Bier trinken oder so, ja, aber ich gehe nicht hin und baue da mit diesen Leuten, die bestimmte Dinge offensichtlich nicht erkannt haben oder nicht verstehen wollen oder, ich meine, intelligent sind die Leute, ja, ja, sicherlich intelligenter als ich oder zumindest mal meiner Meinung nach nicht auf dem Schirm haben, ja, da merke ich dann einfach, da ist dann, die Quintessenz ist nicht da, ne, da ist halt die Basics, um da wirklich was hochzuziehen, das ist nicht da und das mache ich auch dann nicht, ja, das ist dann, da freue ich mich dann, wenn die Leute dann irgendwann noch da einen Schritt weiter gehen oder so, ja, das ist ja, weiß ja nie, aber ich merke dann einfach, da ist, wie gesagt, die gemeinsame Basis, die ist nicht da und was für mich angeht, also irgendwas aufzubauen oder so, wenn das überhaupt möglich ist, äh, in der Hinsicht oder, oder noch ein anderes Beispiel, das ist auch noch sehr gut, dieser Discord-Server, den ich habe, ne, das ist ja einfach nur mehr oder weniger hier für die Sendung halt, ne, und für die Zuschauer halt, dann sind die da drin und da, da gehe ich ja jetzt nicht hin und nach strengen Kriterien wähle ich da jetzt irgendwelche Leute und da darf ja so gut wie jeder hin, ja, also das ist ja, nur die werden halt nicht für alle, das freigeschaltet, aber, äh, aber das ist, ähm, ja, das ist auch noch mal so ein Beispiel dafür, ne, aber, äh, wie gesagt, jetzt wirklich hier was aufzubauen, richtige Strukturen oder so, da ist für mich schon essentiell, erkannt zu haben, äh, dass Herrschaft abzulehnen ist oder sowas, ja, das ist für mich, äh, das bringt mir das nicht, da merke ich einfach, da sind die Basics nicht da oder auch gewisse andere Sachen, das ist nicht nur dieser eine Punkt, ja, aber auch, wenn das nicht da ist oder so, deswegen suchen ja auch Toni und ich Leute, die das wirklich konsequent ablehnen halt, ja, das ist, äh, äh, da gibt's aber leider nicht so viele, ja, aber das wäre mal schön, wenn man welche finden, kann, aber das ist, verstehst du, was ich damit meine, das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun, ja, du könntest jetzt auch Kommunist sein und ich würde dich trotzdem noch leiden können, Steffen, ne, also, scheiße, ich soll es ja nicht mehr sagen oder ich weiß es nicht, aber, äh, sorry, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, äh, äh, also am besten nur noch alternativer Kommentar, ne, oder wie war das jetzt, also, vor allem auf deinem Kanal, ne, äh, wie meinst du das, ich, ja, du hattest ja auch vorher schon mal in Sendung deinen Vornamen gesagt, aber du willst doch eigentlich gar nicht mehr, dass es genannt wird, oder, das war jetzt im Versehen, also, ne, ich, ähm, mein Vorname einfach nur, das ist ja eh bekannt, ach so, ne, ich wusste jetzt nicht, also deswegen, äh, dann kann ich ruhig, weil ich nenne dich eigentlich lieber manchmal Steffen als alternativer Kommentar, äh, äh, ich würde nur sagen, ähm, ich weiß nicht, warum mir alle mich so aufregt, also, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Skandal oder so gab, äh, mit der Person, Oliver Zuman, ähm, bloß, ja, ich weiß nicht, wenn Leute für eine Sache kämpfen, dann, äh, verbünde ich mich mit jedem, und, äh, ich sage auch, ich, wie gesagt, ich feiere euch, aber ich finde es halt nicht so gut, wenn ihr auch andere da zu akkritisiert, die eigentlich was ähnliches wollen, was in die Richtung geht, eine Veränderung sozusagen, das Problem ist halt nur, weshalb wir das machen, ja, warte mal kurz, ähm, und da feiere ich zum Beispiel auch, ähm, wie heißt der, ähm, den Chef von der österreichischen IP oder so, Leute, Martin Selner, genau, und, ja, da sollte man sich nicht so arg aus dem Fenster lehnen, ähm, und sie wollen alle, was ähnlich ist. Ich mach's aber trotzdem, ich lehne mich immer gerne aus dem Fenster, aber, äh, ja, Manuel ist jetzt auch nochmal drin, sehr schön, äh, ich will nur was sagen, also pass auf, die Wege, ne, die sind schon sehr ähnlich, also das ist jetzt sehr, die Wegen sehr dicht beieinander, äh, aber ich glaube, das ist einfach so, für mich, mir kommt das jedenfalls so vor, als ob, äh, als ob es da Wege gibt, die ziemlich weit gehen, die aber doch dann in der Sackgasse enden, und, äh, und da gibt's vielleicht Wege, da kommen wir wirklich bis zum Ziel, ja, und die anderen, da kommt man zwar ziemlich weit, aber nicht weit genug, ja, für mich, zumindest für meine Begriffe nicht, ja, und, äh, ja, weiß ich nicht, ich will halt nicht, ich will halt nicht in die Sackgasse reinfahren, sondern lieber den Weg, und dann gehe ich auch lieber mal hin, da gehe ich auch lieber mal hin, wenn ich in der Sackgasse drin bin, und kriege das mit, ja, äh, dann fahre ich lieber nochmal zurück, und dann lieber nochmal auf den Weg, der ein Ziel führt, also lieber auf halbem Weg umkehren, als an der Straße zu folgen, die nie ein Ziel führt, so sehe ich das halt, ja, und, äh, ich war mit Sicherheit auch schon in einigen Sackgassen drin, und ob ich jetzt auf dem Weg bin, der ein Ziel führt, ja, das ist auch sehr fragwürdig, das weiß ich nicht, aber, äh, äh, das ist halt, aber ich will wirklich auf diesem Weg fahren, und nicht nur halbherzig irgendwas, ne, dass ich halt dann fast an Ziel komme, oder, oder sowas, das will ich nicht, ja, äh, ich will auch nicht, ich will auch nicht, wenn ich an irgendeinem Wettkampf teilnehme, dritter oder zweiter sein, sondern erster, das andere ist, so sehe ich mich nicht, ja, das ist, äh, äh, ja, das ist, daran habe ich keinen Bock, so dieses, ach, ja, das passt schon irgendwie, und wir müssen doch alle zusammenarbeiten, und, ja, und so, und wir haben doch irgendwie ähnliche Ziele, ja, das erscheint, auf den ersten Blick erscheint das sehr ähnlich, aber wenn man da mal ins Detail geht, ist das, diesen Unterschied, da ist ein Riedengraben dann dazwischen, das ist, äh, ach so, pass auf, ich glaube, ich weiß ungefähr, wie man das beschreiben kann, äh, ihr kennt doch dieses, dieses, äh, Omega-Symbol, ne, also der, der Buchstabe halt, ne, Omega, und vielleicht kann man das wirklich, wie so, oder einfach wie so ein Ring, stellt euch das vor wie so ein Ring, und da ist aber, äh, ein Spalt dazwischen, ne, und das ist so ein bisschen wie, ja, also da ist jetzt, da ist jetzt also dieser Ring, ich stelle mir das jetzt einfach mal vor, so ein Kreis, und da ist jetzt aber so eine Schlucht irgendwo, ne, und dann bin ich bei dem anderen schon sehr nahe, also wenn der auf der anderen Schlucht ist, dann, dann sind wir eigentlich nicht so weit auseinander, Luftlinie, ne, aber, äh, in Wirklichkeit sind wir total weit auseinander, weil ich muss diesen ganzen Kreis, den ganzen Bogen, wuh, wuh, rumfahren, bis ich da hinkomme, also das ist so, dieses so nah und auch so fern, ich weiß nicht genau, wie ich das so ein Buch bringen soll, ne, das ist, es klingt so alles so, so ähnlich, aber zum Beispiel ist es ein Riesenunterschied zwischen Herrschaftsablehnung und Herrschaftsbefürwortung, äh, Gewalt gegen, äh, friedliche Menschen, äh, zu befürworten, auch wenn das, wenn man das so eigentlich ja nicht will, aber man macht das ja dann doch wieder, ja, oder das eben abzulehnen, das ist, das ist eigentlich ein Riesenunterschied, das ist eigentlich, äh, das genaue Gegenteil davon, obwohl das ja so ähnlich klingt, ja, zum Beispiel auch zwischen NCAPs, also Anarcho-Kapitalisten und, äh, Minimalstaatler, das klingt ja alles so ähnlich, aber das ist, ich finde mich wieder, liegen da wieder Welten dazwischen, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, aber das ist einfach so, äh, ja, schwierig, echt schwierig, also, ja. Ja, ja, ich denke, du bist da zu blauäugig, da, mit der AfD und mit den, mit den SELNA, also, wenn du dich da ein bisschen näher beschäftigst, äh, das ist auch wieder so eine Agenda und die wollen keinen Minimalstaat und hier in sowas, das kannst du alles vergessen, deinen Tipp kann er nur geben. Ist das der von der Identitären Bewegung? Ah, ganz genau, ganz genau. Ah, ja, aber auf deren Fahnen ist ja schon die Pyramide, sagt ja schon genug. ein schlimmer Fänger für mich, ein schlimmer Fänger. Ja, okay, keine Ahnung, also, ja, ich, ich kenne diese Kritiken, aber, keine Ahnung, ich, ich fühle mich irgendwie, dass er schon ein bisschen verbindet ist, genauso, ähm, ja, andere Kanäle eben in der Richtung, wie gesagt, natürlich ist er wieder, ähm, aber die kritisieren ähnliche Sachen, wie gesagt. Was ähnliche Sachen? Was ist bei deinem ähnlich? Überhaupt nichts ist du eigentlich bei deinem, bei deinem Selma. Überhaupt nichts, was wir da diskutieren. Der fahrt genau die andere Schäne. Okay, dann, äh, wenn ich wohl falsch sehe, ähm, ja, sehe ich dann wohl etwas anders. Ich, ähm, aber du bist doch nicht, du bist doch nicht, du bist doch nicht deswegen, aber Steffen, Steffen, guck mal, du bist doch nicht deswegen, du bist doch nicht deswegen, wartet doch mal, wartet mal alle. Steffen, nee, wartet doch, nee, ich will mal kurz was sagen, warte ganz kurz, nehmen Sie das sofort. Guck mal, Steffen, du bist doch nicht deswegen hier, weil ich hier eine Echo-Kammer errichten will und alle immer nur mir und Pony alles nachblabbern sollen, ja, äh, sondern, ich will ja kritische Stimmen haben, ich will ja mal einen haben, der mal sagt, nö, ihr labert hier Blödsinn, aus dem und dem Grund, ja, weil das ist doch, das ist doch langweilig sowas, ich mag das nicht und du brauchst doch nicht zu denken, nur weil du vielleicht anderer Ansicht bist oder sowas, äh, dass, zumindest mal bei mir ist es so, dass ich dich dadurch irgendwie weniger leiden könnte oder so, nee, ganz im Gegenteil, ja, wenn du nur rumschwurbeln würdest oder nur so, und, und so, ja, das fände ich irgendwie blöd, verstehst du, aber nicht, wenn du knallhart sagst, so und so sieht es aus und das auch knallhart begründest, ja, ich hab mir sogar teilweise deine Audio-Monologe da angehört, ne, wo du im Auto gefahren bist oder so und hab das sogar auch gepostet bei mir im Kanal, also, äh, mich interessiert das schon und, ähm, ja, einfach, äh, weiß ich nicht, das, das wird einfach mal einen Schritt weiter kommen, also, wenn, verstehst du, wenn, wenn wir irgendwo einen Denkfehler drin haben oder so, das kann ja alles sein, dann bin ich aber froh, wenn jemand kommt und das kritisiert und das mal dann, dann zur Sprache bringt und dass wir das mal korrigieren können und dass wir dann weitermachen, ja, damit ja nicht die ganze Rechnung irgendwann falsch ist, ja, wenn schon am Anfang ein Fehler drin ist, ja, da freut mich, verstehst du euch mal? Ja, ich würde einfach sagen, mehr Offenheit in der Hinsicht und nicht sich zu arg einschränken, natürlich mit den Hintergedanken, dass es eben schon so sein kann, dass vielleicht die Dinger bestätigt sind und da wollte ich eben auch äh, dem Sie verteidigen, dass er Das hat er nicht persönlich gemacht, äh, Steffen, das war nichts persönlich hier, oder wollte ich da angreifen oder was, das ist jetzt einfach nur meine Meinung, weil ich habe den auch eine Zeit lang beobachtet und, und der, was sich so patriotisch hinstellt, dieser Selna, äh, was ich so mitbekommen habe, das ist genau für dem und für das, was sich ausgibt. Das ist meine Meinung einfach und ob man die jetzt glaubt oder nicht, oder, das ist ja egal. Wie der Let's Plasher sagt, wir sind zum Diskutieren da und du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung. oder es sollte kein Angriff sein oder irgendwas. Das ist sogar derselbe Punkt, den wir vorhin in deinem Stream, äh, Steffen, noch beredet haben. Ich habe gesagt, sag was du, sag doch deine Meinung, es beißt doch keiner. Scheiß doch auf die, äh, auf das, was die anderen, äh, jetzt über dich denken oder so, ist das scheißegal. Aber, äh, aber, äh, du kannst doch deine Meinung dazu sagen, äh, ohne dass du, auch wenn dir andere, oder andere Leute hier anderer Meinung sind. Äh, ohne ohne, dass du jetzt hier, äh, fertig gemacht wirst, oder so. Du sagst es nur klar und das ist wieder gut. Aber das ist genau das, was wir vorhin hatten in deinem Stream. Dass du jetzt gesagt hast, ja, dann bin ich, äh, nicht richtig hier. Aber so ist das gar nicht. Ähm, ja, wie gesagt, mir kommen eben auch manche Themen, ich fand euch deswegen auch alle so geil, aber irgendwie, es wird mir langsam zu suspekt, langsam. Ähm, da kommen mir eben Themen auch zu kurz, die wirklich wichtig sind und dann kommt irgend so ein Quatsch und was dann meinen, was dann meine... Ja, was ist deine Meinung nach wichtige Themen und was ist Quatsch? Ähm, für mich ist die Zuwanderung wichtiger, dass die Frage, ähm, zu klären ist und wie die weiteren Verlauf da sind, wichtiger als irgendwelche Formen von, was weiß ich, für ein Scheißdreck. Äh, da habe ich das auch im Hinterkopf. Äh, der Scheißdreck, der Scheißdreck ist genau die Welt, die dich umgibt und es gibt halt Leute, die halten es für elementar. Was ist in deiner Meinung nach, äh, die Ursache der Flüchtlingsproblematik? Ja, die Frage gilt es ja zu klären. Nein, das ist ganz einfach. Könnt ihr das mit mir, könnt ihr das mit einem Wort beantworten? Herrschaft, Herrschaft ist die, ist die Grundlage dieser Konsequenz. Ja. Und was würdest du machen, wenn das, ähm, ist eine, ein, 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 von heute auf morgen sich verändert? Das ist eben die Frage. Die, ähm, ist noch nicht, ähm, bei deinen Regeln beantwortet, habe ich so das Gefühl. Warte mal, ich versuche dir das mal zu erklären. Du kannst es so nicht einfach hingehen und den Leuten sagen, hey, Herrschaft ist das Problem bei, äh, der Flüchtlingsproblematik. Ich sage eher, Leute, schaut euch bitte mal hin, äh, wer die Weltbilddiskussionstäuschung, auf den Weg gebracht hat und dann werdet ihr erkennen, dass Herrschaft das Problem ist und dann werdet ihr auch erkennen, was die Ursache der Flüchtlingsproblematik ist. Ja? Das ist der springende Punkt. Ja, das ist auch das, was ich vorhin sagen wollte. Herrschaft, Toni. Genau. Das ist die Ursache. Die einzige Ursache. Und, ähm, mich haben mal vor ein paar Jahren Leute gefragt, ob ich mit zu einer Demonstration gehen möchte, wo es um die, äh, äh, ähm, da hatten sie damals gerade die Atomkraftwerke hier abgeschaltet wegen Fukushima und wollten trotzdem die Einspeiseverwaltung aufgehen. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich komme nicht mit. Dann fragte man mich, warum. Ich habe gesagt, es bringt nichts, gegen die Folgen von etwas zu sein. Wir müssen an die Ursache. Ja. Und wenn ihr an die Ursache gehen wollt, dann komme ich mit. Vorher nicht. Ja. Und diese Völkerwanderungen, die wir jetzt aktuell erleben und auch alle in der Geschichte hatten immer die Ursache, also Herrschaft als Ursache. Immer. Immer. Wenn wir keine Herrschaft mehr hatten, dann kann jeder, dann wird es passieren, dass jeder Mensch dort, wo er geboren ist, wo er sich zu Hause fühlt, auch vernünftig leben kann. Und dann hat er auch nicht den Drang wegzugehen. Es wird immer ein paar Einzelne geben, aber die großen Wanderungen werden wir nicht mehr erleben. So einfach ist das. Das ist so schön. Sehe ich auch so. Es spielt da so keine Rolle, ob wir in der jetzigen Zeit uns das anschauen und sehen, dass halt Völkerwanderung stattfindet. Auch zu Zeiten von Sklaverei war Herrschaft das Problem. Nur hatten sie damals nicht die Informationsstrukturen und auch die Medien nicht und bla bla bla. Heute muss das alles ein bisschen geschickter gemacht werden. Also den Leuten werden hier alle möglichen Zusammenhänge facettenreich aufs Brot geschmiert, damit sie von den eigentlichen Zusammenhängen und Hintergründen abgelenkt werden und das nicht verstehen. Ja, und deswegen ist für mich eindeutig, es ist wichtig, sich mit der Weltbilddiskussion auseinanderzusetzen. Weil so wie Let's Play das vorhin schon schön angerissen hat, ist es so, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, unabhängig von der Diskussion und ob das so ist und bla bla bla, wir nehmen das einfach mal an, die Erde ist flach. Was heißt das denn? Das heißt auf jeden Fall NASA, ein totaler Fake von vorne bis hinten. Die gesamte Raumfahrt, ja, unabhängig von der NASA auch, totale Hirnputzelei. Ein riesengroßer Teil unserer wissenschaftlichen Arbeiten und Bereiche ist total sinnlos und basiert auf Fiktion und so weiter. Da brechen so viele Sachen weg und wenn dann die Leute an den Punkt kommen und sagen, ey, wenn die uns sogar, was das Weltbild angeht, hier verarscht haben, dann nehme ich denen noch den Rest auch nicht ab und schon wird keiner Autoritätsperson mehr zugehört. Sofort wird die breite Masse der Bevölkerung absolut kritisch. Sie laufen keinen Affen mehr hinterher, der meint eine Deutungshoheit über irgendein Thema zu haben. Das bricht alles weg und damit hat sich auch die künstlich geschürten Ängste lösen sich in Luft auf, weil die Leute erkennen, dass es fokussiert ist, dass es forciert ist, dass es konstruiert ist und zwar mit einem ganz bestimmten Ziel. Und dann nehmen die Leute nicht mehr die Angst an, sie gehen nicht mehr in die Angst, sondern sie gehen in die Kontroverse, sie gehen in die Eigenverantwortung und sie gehen in die Aktion, indem sie als allererstes das Herrschaftsgeseier nicht mehr vervollnehmen. Und es ist unheimlich wichtig, dass die Menschen über ein breit gestreutes Thema, also ein Thema zu kriegen, was alle Lebensbereiche abdeckt. Und es ist nun mal die Welt mit Diskussion, weil sie alles abdeckt. Sie ist überall mit drin. Und da können solche Figuren wie keine Ahnung und Flo Plus und Harald Lesch übrigens auch noch tausend Videos machen und das erzählen. An der Realität und an der Wahrheit kommen die einfach nicht vorbei. Früher oder später bricht sich das Bahn. Das ist nicht aufzuhalten. Aber ich denke mal, die Strukturen, die arbeiten mittlerweile auch daran, dass selbst dieser Apokalypse von ihnen kontrolliert wird. Dass das alles in kontrollierten Bahnen abläuft. Und dass das nicht irgendwie zum Selbstläufer wird. So, wer weiß, dass Herrschaft das Problem ist, weht nicht mehr. Wer weiß, dass Herrschaft das Problem ist, weiß, welche Strukturen in unserer Gesellschaft die Völkerwanderung initiiert und zu verantworten haben. und der weiß, dass gerade das politische Spektrum da ganz vorne daran interessiert ist, dass das aufrechterhalten wird. Die sind dafür verantwortlich. Die haben das eingerührt. Und erkennt das doch. Es ist noch nicht mehr verdeckt. Es gibt den Kugeln-Huf-Kalerie-Plan, noch zwei, drei andere Pläne, die genau aufzeigen, welche Strukturen aus welchen Gründen genau diese Situation, in der wir jetzt stecken, herbeigeführt haben. Und was passiert? Die Gazetten labern weiter Herrschaftsgeseier und nichts ändert sich. Es ist echt, also ich finde das großartig. Ich bin von diesen Strukturen, ich finde das unheimlich intelligent, unheimlich geschickt und unheimlich interessant, wie die arbeiten. Das ist echt der Wahnsinn. Ich muss da auch bedenken, wo eine Zeit Menschen gedenken, werden die Kinder in diesem Herrschaftsdenken erzogen. Nehmen wir nur mal die Geschichte. Die Geschichte ist eine Ansammlung der berühmten Namen. Was hat Cäsar gemacht? Was hat Alexander der Große gemacht? Was hat Napoleon gemacht? Was hat Hitler gemacht? Das zieht sich durch die ganze Geschichte. Und immer die einzelnen Menschen, die normalen Menschen, der kleine Mann zählt nicht. Da musst du dich nicht wundern, dass die Menschen in diesem Denken groß geworden sind. Gar nicht auf die Idee kommen, dass sie selbst etwas bewegen können. Die warten auf den großen Meister, auf den großen Heilsbringer, auf den Führer, auf die Superpolitiker, der ihnen dann zeigt, was lang geht und der die Kartoffeln aus dem Feuer hat. Und da müsst ihr eben ermutigen, ich sage immer ermutigen, wir müssen, das heißt müssen, die Menschen ermutigen, ihre eigene Macht zu erkennen, ihre eigene Bedeutung, ihre eigene Wichtigkeit. Das wäre für mich der Weg. Die haben schnellsten zum Ziel für den König. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, das ist schon sehr, sehr lange her, da war ich noch, da war ich, ich habe das nicht verstanden, weil so ziemlich an jedem Bettler, an dem wir vorbeigekommen sind, dem hat sie irgendwas gegeben. Da habe ich sie irgendwann mal gefragt, weil ich habe das nicht so inflationär gemacht. Und da habe ich sie mal gefragt, warum sie das macht. Und da hat sie gesagt, ich stelle mir einfach bei jedem einzelnen Menschen vor, den ich da sehe, dass der auch jemand sein könnte, der mein Leben retten kann. So, dann habe ich erst mal, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Und bla und tralala. Und dann fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Ja, na klar. Ja, das kann durchaus sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass irgendein Penner da auf der Straße, zu dem ich wirklich gar keinen Bezug habe, der auf dem sozialen Level ganz woanders ist, der, was weiß ich, ein Alkoholiker ist oder ein Junkie und bla bla bla. Die Wahrscheinlichkeit, dass der in die Situation kommt und in die Gelegenheit, mir das Leben zu retten, geht gleich gegen null. Aber es ist natürlich auch möglich. Das fand ich großartig. Ich habe da ganz viel drüber nachgedacht. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jedem Bettler das jetzt so mache und jedem Bettler jetzt ja irgendwas gebe. aber das hat ziemlich viel in mir ausgelöst. Da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, über diese Aussage. Ja, ich kann damit schon was anfangen. Wenn ich zum Beispiel jemandem eine Plattenflücke beim Rausfahren, mache ich öfter, und dann möchte er mir was geben, Geld geben, dann sage ich immer, nein, helfen Sie lieber jemand anderem, wenn Sie in der Gelegenheit. Geben Sie praktisch das weiter. Hilfe weiter. Das ist dann so ein Stafettenlauf, so ein Domino-Effekt. Wenn Sie das genug machen. Es geht ja schon los, wenn ich jemanden freundlich grüße. Da erwarte ich auch keinen. Sondern es ist einfach, ich versuche, die Atmosphäre zu verbessern oder irgendwas in die Welt zu tragen, das dann die Runde macht. Versteht ihr? Es ist ja wirklich so, wenn es gibt Menschen, für die kann so ein Gruß ganz gewaltig was bedeuten. Also nicht der Gruß an sich, sondern die Erkenntnis auch, da ist jemand, der nimmt mich wahr, der betrachtet mich als Gleichberechtigtes gegenüber. Da gibt es Menschen, für die ist das extrem wichtig. Und die haben dann eine bessere Stimmung, das strahlt wieder aus und es führt zu einem Effekt, zu einem Effekt, der sich positiv rückkoppelt. Genauso, wenn ich rumgehe, schlecht gelaunt und der anderen Menschen fertig mache oder an Schnauze, führt das auch zu einem Rückkopplungseffekt, aber eher zu einem negativen. Und ich glaube, wir müssen auch weg, zum Beispiel vom Ton ist ja gut, wir müssen weg von den ganz großen Aktionen, sondern mehr zu den kleinen Aktionen im Alltag, zu den scheinbar kleinen Aktionen, eben kleine Gesten, dass ich Menschen wahrnehme, dass ich mal freundlich bin, dass ich mal fünf Grad sein lasse, dass ich mal, es gibt zum Beispiel an der Kasse, fehlt dir mal ans Geld, legt man es schnell aus oder sowas in die Richtung. Das ist für sich genommen überhaupt unbedeutend, aber es verändert die Atmosphäre und vor allem verändert es die Einstellung, die wir Menschen haben, zum Leben und zu den anderen Mitmenschen. Und natürlich muss man es ehrlich machen. Ich darf erst das nicht machen, ich gebe jetzt den fünf Mark, dafür möchte ich von ihm gerettet werden. Das ist Blödsinn. Aber es ist das Resonanzgesetz. Ich habe jetzt genug Lebenserfahrung, es kommt zurück. Was ich ausstrahle, kommt zurück. Nicht immer direkt und nicht immer sofort, aber es kommt zurück. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Wenn man das weiß, da hat man eine ganz andere Basis für sein Leben. Und ich sage immer auch, die Strukturen, wo der Letzbläum gesprochen hat, wir müssen nicht gleich Staatsstrukturen schaffen für die ganzen Deutschen, für alle Deutschen oder alle Bayern oder so. Erstmal für sich selbst und das engere Umfeld. Das ist mal der Anfang. Und auf dem Anfang können wir dann aufbauen. Das wäre meine Ansicht. Ich halte nicht so viel davon, sich die Ziele so hoch zu setzen, sondern immer Zwischenziele und das, was ich erreichen kann, aber das danach zu machen. Es soll nicht heißen, dass man sich nicht keine hohen Ziele setzen soll. Dann heißt es immer, der Star ist der Limit. Also der Sky ist der Limit, der Himmel ist das, was man sich setzt. Also es kann gar nicht hoch genug sein, aber eben nicht von heute auf morgen, sondern da hat der Klimmse wieder recht. Man kann die Verhältnisse nicht von heute auf morgen ändern. Aber ich kann von heute auf morgen meine Einstellung zum Leben und zu meinen Mitmenschen ändern. Ich kann beschließen, ich sehe jetzt das Positiver und nicht mehr so negativ wie bisher. Ich versuche jetzt, in den kleinen Dingen des Alltags etwas zu ersehen, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet und diese Freude weiterzugeben. Und das ist, wie gesagt, ein kleiner Schritt, der kann uns schon weiterbringen. Zumindest kann er mich weiterbringen. Weil ich, das weiß auch jeder, wenn ich jemandem helfe, dann tut es mir auch gut, freut mich das auch. Und deswegen ist das der Anfang. Wie gesagt, der Beispiel mit dem Bettler passt da super rein, weil keiner wird ärmer wirklich, wenn er mal 50 oder 1 Euro hergibt. Und man kann dabei nur gewinnen, meiner Meinung nach. Und selbst wenn man es mal jemanden gibt, der es nicht verdient hat, ist auch kein Beinbruch. Man darf sich ja nichts davon erwarten, man muss es jährlich geben und es ist ein Zeichen. Ja, das hängt ja aber auch davon ab, also bei uns gibt es keine richtigen Penner. Bei uns, alle, die auf der Straße sitzen, die bekommen Geld vom Staat. Also das gibt es bei uns nicht. Aber euch wahrscheinlich schon und in den anderen Ländern auch rundherum. Aber eigentlich, die Leute, die bei uns auf der Straße sitzen, machen das freiwillig. Die wollen das so. Die bekommen ja Geld vom Staat. Die haben ja eine Wohnung eigentlich. Aber die möchten gar nicht. Ja, die möchten das System eigentlich nicht. Oder die können das nicht. Oder ja, sind halt Alkoholiker geworden. Oder ja, Junkies. Was auch immer. Aber die verweigern das. Soweit ich weiß und ich das hier gelernt habe, gibt es hier keine richtigen Obdachlosen. Kann auch Blödsinn sein. Natürlich kann auch Propaganda sein. Aber ich weiß mal, von 18 bis 25 bekommt man kein Geld vom Staat. Das weiß ich. Auch nicht, wenn man keine Arbeit hat oder so. Erst ab 25 bekommt man Geld vom Staat. Aber so richtig Obdachlose offiziell gibt es hier nicht. Ja, okay. Aber ich muss eigentlich sagen, ich betrachte einen Alkoholiker oder einen Junkie, wie auch immer das nennt man, als Kranke. Und nicht als Verbrecher oder als Schwächling oder so. Ich habe dir aber nicht gesagt, dass das Verbrecher sind. Nein, nein, da will ich dir nichts unterstellen. Nein, nein. Ich sage es halt nur. Wenn ich jemanden sehe, der da auf der Straße liegt und besoffen ist oder so was, dann ist das für mich kein Versager oder so was. Ich betrachte ihn erst mal als Kranken. Das ist, was ich meine. Weil ich tue mir auch leichter damit. Weißt, weil wenn ich alle Menschen gleich was Böses unterstelle oder ich versuche immer, wie wäre es umgekehrt. Wenn ich da liege, dann möchte ich behandelt werden. Das ist immer meine Basis. Das ist sozusagen mein, wo ich sage, an dem orientiere ich mein Handeln. Und dann stellt sich heraus, im Endeffekt wäre es mir dann doch lieber, wenn es mir was gibt. Selbst wenn ich dann auch weiß, eigentlich bräuchte ich jetzt die Härte und eigentlich bräuchte ich jetzt den Ausstritt, aber im Endeffekt möchte ich dann doch lieber milde bekommen. Milde und Nachsicht. Ich weiß nicht, ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen. Es kann jetzt einer sein, der bräuchte jetzt Härte vielleicht und ich gebe ihm mit dem Euro noch die Gelegenheit zum weitermachen. Also einem Obdachlosen oder so, wenn ich mal da in der Hauptstadt bin, ich gebe denen kein Geld. Ich gehe da zu denen und ich sage ihnen, hier kannst du mit mir dann in die Bäckerei gehen oder wie auch immer. Ich kaufe dir was zu essen und Kaffee oder was zu trinken, aber ich gebe denen kein Geld. Weil ich weiß ganz genau, mit dem Geld gehen sie sich wieder Stoff oder was anderes kaufen. Daran bezahle ich ihm aber lieber, was zu essen. Das ist ja richtig. Das ist ein richtiger Weg. Also ich treffe selten Obdachlose. Ich habe mal ihn getroffen, bei dem habe ich es genauso gemacht. Ich habe dem, glaube ich, einmal, der hat im Ort gewohnt. Dem habe ich ihm einen Apfel gegeben oder was zum Essen oder sowas. Oder ab und zu, wenn er ehrlich war, dann hat er gesagt, er möchte ein Bier, dann habe ich ihm ein Bier zu haben. Aber im Endeffekt hast du recht. Das ist ja ein sehr eleganter Weg, einem zu helfen und ihm auch wirklich was Gutes zu tun. Wenn er wirklich Alkoholiker ist, dann ist er auch zu wenig. Aber es gibt auch Fälle, muss ich auch klar sagen, da haben Leute wirklich zu mir gesagt, nein, ich möchte lieber das Geld haben. Und dann frage ich noch einmal, ja, entweder kommst du, ich gehe jetzt mit dir etwas kaufen, zum Essen und zum Trinken oder lasse ich stehen. Die beharren dann darauf, die wollen wirklich Geld haben. Okay, aber das ist auch nicht unglücklich. Du hast schon recht. Wenn er sagt, er braucht was zu essen und sagt er, ich brauche das Geld, dann ist er halt nicht hungrig. Wenn ich wirklich hungrig bin, dann esse ich alles. Aber wie gesagt, nein, ich wollte es ja nur ganz allgemein sagen. Aber es gibt auch, da muss er dem Let's Play wieder zu sagen, weil er gesagt hat, es ist schwierig, es ist, viele Entscheidungen sind halt schwer und es gibt kein absolutes Falsch und Richtig. Gibt es nicht. Es kann sein, dass ich jetzt dem, wie gesagt, dem Oblachlosen durch das Geld eher schade. Es kann sein, dass ich ihm allein durch die Geste etwas Gutes tue und so noch am Leben halte. Also sagt er, er schafft mit Hoffnung. Er weiß das schon. Absolut Falsch oder Richtig, das existiert für mich nicht. Ja, aber ich stelle mir auch die Frage, was heißt wie schaden? Also ich weiß nicht, wie ich ihm schaden kann, wenn ich ihm Geld gebe. Gut, ich gebe denen ja kein Geld, weil ich geizig bin. Aber ich meine, selbst wenn der sich jetzt Alkohol kauft davon oder so, dann schadet er sich ja selber. Da bin ich ja nicht unmittelbar verantwortlich dafür. Aber man könnte ja sogar auch mal hingehen und dem Geld geben und das sogar in Kauf nehmen, dass er sich Alkohol kauft und einfach sagen, hier, mach da einen guten Tag. Also das könnte man auch so sehen sogar. Das ist ja schwierig. Im Übrigen, ich finde es sehr, sehr schade, dass es Glimsy jetzt schon weg ist. Er war ja eigentlich lange genug hier drin, aber ich finde, wir haben uns da echt total aufgehalten und total verzettelt und irgendwas geschwurbelt. Ich finde es scheiße, dass der jetzt schon raus ist. Also weil ich wäre eigentlich da noch gerne näher drauf eingegangen auf die Sache da. Muss man vielleicht irgendwie auf mal demnächst verschieben oder so, weil ich finde das nämlich total wichtig. gut sehen jetzt andere vielleicht anders, aber mir doch egal. Ich sehe es doch was. Ja, also ich, keine Ahnung. Ich komme mir echt gerade so vor, als ob hier, äh, scheiße, als ob ich mit meinen Arbeitskollegen über Leberterismus reden würde. Ja, irgendwie, weil ich hatte auch irgendwie heute die ganze Zeit das Gefühl, ja gut, wo ich sagen muss, der Toni, der ist ja schon auf die Sache eingegangen, ja, aber er, irgendwie so, dass nur mir das so wichtig vorkam oder so, oder dass das eigentlich vielleicht da unwichtig ist oder, keine Ahnung. Gut, das ist ja eh nur immer alles relativ, aber, ja, weiß ich nicht. Also, Was meinst du, die Sache zwischen dir und Glimsy? Nicht nur zwischen mir und Glimsy. Also, das Ganze ist doch nur ein Symptom. Verstehst du? Verstehst du, dass der da gesagt hat, äh, mit, äh, Hackfresse und zeig deine Hackfresse, nö, ich könnte ja was veröffentlichen und so. Äh, das Ganze ist ja nur ein Symptom, ja. Ähm, äh, weil er halt irgendwie, ähm, hm, ja, da wollte ich halt irgendwie mal auf den Kern der Sache, wollte ich da heute mal hinaus, ja, das ist, äh. Ja, aber da können wir ja aber nicht mitreden. Und das ist ja eine Sache hauptsächlich zwischen dir und ihm. Da können wir, was sollen wir denn da mitreden? Nicht unbedingt. Nee, darum ging's nicht. Darum ging's eigentlich nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich das Wort erfassen soll. Ja. Äh, 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 da hat's mal angeschnitten heute. Und zwar, Toni, hast du gesagt, äh, dass es manche Sachen, die klingen einfach so, als wären sie nicht von ihm, ja. Und, äh, ich meine, Glimsy, das ist eine komplizierte Geschichte, ne, weil ich da jetzt auch wirklich in der Zeitung noch sauer war, wegen bestimmten Dingen, und die sich für mich auch eigentlich immer noch nicht aufgelöst haben, so richtig. Äh, und, äh, auch, mh. Ich fand das Wort, das war trotzdem wichtig heute, ja. Ja, aber wir sind nicht, wir sind nicht so, ich weiß, du, du hast ganz schön Gas gegeben und du wolltest da durchbrechen, aber, ähm, 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 klingen sie die, die Zeit, dass, dass sich das mal setzt. Na, ich finde es wirklich gut, dass er rausgegangen ist jetzt und das da jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, äh, 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 vielleicht schaut er sich den Hängert auch nochmal an und so weiter. Ich, ich denke, das ist besser. Ich denke, das ist besser, wenn, gerade bei Klimsy, wenn sich das so ein bisschen durchsetzt, wenn das so ein bisschen Zeit vergeht und wenn man sich dann nochmal etwas später, äh, mit dem Ding wieder auseinandersetzt. Ja, aber sind wir denn überhaupt zum Punkt gekommen, damit sich da überhaupt irgendwas mal, äh, Nein, aber es wurde ein Grundstein gelegt, ja, ein Grundstein gelegt, in dem erstmal gegenseitige Polarisierung und, äh, äh, und, äh, Tralala erst mal aufgehoben wurde und man sich gemeinsam erstmal wieder an einem Hängert getroffen hat, miteinander geredet hat. Ich finde das unheimlich wichtig, und finde das cool, dass es so ist und man sollte diesen Bogen nicht überspannen, denn, Ja, vielleicht hast du recht. Wenn du das jetzt übertreibst, ja, und, äh, sag ich mal, da was, äh, vom Zaun brechen willst, wofür, sag ich mal, Klimsy vielleicht nicht bereit ist, noch nicht, dann, äh, ja, dann, äh, redet man wieder aneinander vorbei und dann ist man genau da, wo man, äh, schon mal war. Verstehst du? Ja, ich bin da, bin da hin und her gerissen. Also, vielleicht hast du recht, ja, vielleicht hast du recht. Das ist, äh, ja, ich wollte halt einfach nur mal, dass er merkt, dass, ich hoffe wirklich, er guckt sich das dann nochmal an, äh, den Schluss, äh, dass, na gut, du warst ja auch noch ab und zu mal drin bei der Sendung, aber, äh, aber, dass wir auch, oder auch ich, äh, den so auch nicht hängen lassen will oder so, oder auch dieses, äh, dass das ja einem nicht egal ist oder so. Ich meine, es war ja jetzt total easy eigentlich, ja. Ich meine, jetzt hat er einmal, äh, hier mal in der Sendung gesagt, hier so, äh, hat er mal normal über mich geredet oder so, ja. Oder mal so gesagt, er wollte irgendwie quatschen oder so und, äh, singselabim, auf einmal war der wieder in der Sendung drin. Ja. Es ist ja total easy, ja. Nur, wenn man die ganze Zeit immer hingeht, let's play, der Psychopath, der Psychopath, der Psychopath und, äh, bla, 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 und so kommt, ich könnte ja Sachen veröffentlichen. Ja, ist ja klar, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ja, und, und das ist doch, ja, und das, das hat mich aber auch, das hat mich wirklich gefreut, dass er da auch mal von dieser Schiene jetzt auch mal wieder, äh, zumindest zeitweise runtergekommen ist und, äh, äh, ja, dann war das jetzt auch wieder, weil das jetzt auch wieder ein anderes Ding für mich, ja, oder auch gar kein, gar kein Problem oder so und das hat mich dann sogar auch gefreut, dass er jetzt ein Sendung drin war, ähm, ja, ich, das ist halt einfach, ich hoffe wirklich einfach, ähm, weil ich ihn auch leiden kann, dass das einfach, dass der einfach mal da, dass da mal irgendwie der Groschen fällt oder so bei bestimmten Sachen, ja, gut, vielleicht haben wir das auch nicht im Blick oder so, vielleicht sind wir das auch falsch, kann sein, aber, äh, das ist, ich will einfach nicht, dass der sich von anderen farschen lässt, also ich hab da irgendwie keinen Bock drauf, mich nervt das irgendwie, ja, äh, das ist genauso wie, ich hab einen Kumpel, ja, mich nervt das, aber, aber es ist so, du musst den freien Willen respektieren, ja, natürlich, ja, ist schon klar, ja, ich, das ist ja auch seine Sache, ja, aber das ist trotzdem einfach, ich wollte jetzt nur mal sagen, dass es mich halt nervt, ich hab, ich hab zum Beispiel einen Kumpel, der hat einer Freundin Geld geliehen, ja, und dann hat sie, hohe Neidisch versprochen, dann kriegt ihr das wieder, es ist kein mega krasser Betrag, ja, aber egal, und dann, und dann hat er das Geld nicht bekommen, da hat die dann gerufen, ey, wie sieht's denn aus mit der Kohle, und da kam die dann so, ja, ich hab genug Probleme, was nervst du mich, und so, Wünsche gehen halt nicht in meine Erfüllung, richtig krass, und der Witz ist, der hat sich das einfach gefallen lassen, ich an seiner Stelle hätte völlig anders reagiert, und ich hätte das Geld auch wieder bekommen, auch wenn es kein großer Betrag war, aber da sind halt Leute bei mir in der falschen Adresse, wenn sie so reagieren, und das ist so ein Ding, und der Witz ist, das ist einfach im Sand verlaufen, und der lässt das jetzt einfach durchgehen, und das ist irgendwie so ein Ding, das nervt mich irgendwie, das nervt mich, dass die damit durchkommt, und ich kann da ja auch nicht wirklich was machen, es geht ja nicht um mich, ja, und das ist so, das fuckt mich so ab, ja, das fuckt mich so ab, ich mag das nicht, ja, mir gefällt das nicht, wenn Leute sich verarschen lassen, und wenn die anderen dann damit gewinnen, und sich dann drüber freuen, oder was auch immer, das ist, auch wenn der eigene Wille ist, schon klar, man kann nichts dagegen machen, die sind auch selber schuld, die Leute, ja, und, das ist so, es fuckt mich ja trotzdem ab, ja, das gefällt mir einfach nicht, ja, und dann solche Aktionen, wie er dann da kam, ich könnte ja was veröffentlichen, oder zeig, da fressen und so, das ist auch dann für mich kein, das ist auch für mich kein Gewinn, oder kein Sieg, oder so irgendwas, den da jetzt irgendwie dann da, da verbannt zu haben, aus der Sendung, oder was auch immer, oder da gesperrt zu haben im Chat, oder wie auch immer das ist, ja, das ist, das hat mir keine Freude bereitet, ganz im Gegenteil, das ist, das ist irgendwie so ein Ding, pff, das ist einfach, das war, aber für mich war das aber notwendig auch, ja, weil das einfach dann so laufen zu lassen, das wäre, glaube ich, auch das falsche Signal gewesen, aber, äh, äh, ja, was weiß ich, ich, ich hoffe, ich habe da echt immer noch die Hoffnung, ne, ich habe da wirklich immer noch die Hoffnung, dass, dass du dann noch irgendwie, äh, ans Wesentliche, oder an die Quintessenz, oder irgendwie, hervorstößt, oder dahin kommt, ich, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, und, und, dass bestimmte Dinge, weil da hat ja schon unheimlich vieles erkannt, und dass er das dann irgendwie auch noch schnallt, und das aber dann wirklich auch diese Muster erkannt werden, und nicht dann nur auf der persönlichen Ebene bei Leuten, sondern wirklich, und, das wäre geil, das würde mich, das würde mich einfach unheimlich freuen, ja, äh, ich hoffe wirklich, dass man, dass man da irgendwie immer hinkommt, oder so, ja, und, äh, ja, was weiß ich, ja, also, äh, ja, ich hoffe, du hast da recht, ich hoffe, du hast da recht, er wurde dann, was weiß ich, ist ein sehr unvorteilhaftes Füllwort, hahaha, wir hatten das geschrieben, hä? Ne, du hast es gerade eben gesagt, was weiß ich, ja, und es gibt halt so Füllwörter, ja, und, und, äh, ja, macht schon sein, ja, und was weiß ich, ist, ist ein sehr unvorteilhaftes, sehr unglückliches Füllwort, haha, ja, da hast du ja schon recht, ja, ja, ich wollte jetzt noch ein bisschen auflockern, und das immer ein bisschen das Thema wechseln, ja, Klimsi ist jetzt nicht mehr hier, ich, ich kann daran jetzt nichts Schlimmes finden, im Gegenteil, ich finde das gut, das, ähm, was jetzt hier lief, das war super, ja, äh, es ist immer besser, als jetzt irgendwas vom Zahn zu brechen, und dann, äh, hat man sich wieder verkracht, ja, deswegen, gehen lassen, mal schauen, wie es nächstes Mal ist. Nämlich ist sogar manchmal das Verkrachen noch lieber, ja, Nämlich ist sogar manchmal das Verkrachen noch lieber, weil das ist jetzt für mich schon ein Ding, du weißt es schon, wie das, wie das, wie das bei Klippen ist, ja, das ist, ja, für mich ist das so ein Ding wie, äh, Klimsi ist jetzt wie so ein Geist, oder so irgendwie, ne, also der ist jetzt nicht auf der anderen Seite, aber der ist auch nicht hier, das ist so, in der Zwischenwelt, oder so irgendwas, so ganz komisch, also zumindest aus meiner Perspektive, zum Beispiel, was die Sendung betrifft, ja, du kannst dir aber die Entscheidung nicht, nicht herbeizwingen, ja, oder, aber das ist einfach so, das ist so, so für mich wie so, so inzwischen, das mag ich irgendwie nicht, ich mag immer, ich mag immer klare Verhältnisse, ja, dann von mir aus auch total verkrachen, ja, egal, aber das, das ist einfach, das ist einfach super, wie wir mit Klimsi heute über das Thema Herrschaft geredet haben, und wie wir uns da rangepirscht haben, und so, ja, nein, ich finde das cool, das ist genau die richtige, die richtige Rangehensweise. Ich hoffe, du hast recht, es war gut, dass er da war heute, der Klimsi wäre ja schon gerne öfter gekommen, aber der Display hat sich immer abgeblockt, nicht, also, ja, warum wohl, ja, ja, ich verstehe schon, nein, aber, ich, ähm, Klimsi hat sich, er entwickelt sich ja ständig, muss man auch sagen, nicht, und er ist, er ist halt spontan und impulsiv, und er, hat man auch bei seinem HU gemerkt, er ist halt, ähm, wie soll ich sagen, nicht der, wie soll ich sagen, der kontrollierende, das dritteste, er sagt, aber, ich finde das sympathisch, muss ich sagen, denn wir sind die übermäßig kontrollierten, die mag ich nicht so gern, und die immer, äh, alles, sie mal abwägen, bevor sie sagen, so, was könnte ich damit erreichen, und so, das, das, ich könnte ja weiterreden, und beim nächsten Mal, was er mir hat erzählt hat, dass er dir vorwürft, ist, dass du ein Spalter bist, und was, das, was du auch selber sagst, letztes Mal, dass du auch ganz bewusst spaltest, und da, wenn ich da mal unterhalte, ich glaube, da kommt dann eher an das Thema, was das Spalten betrifft, das andere mit Haugfresse, es war einfach, der Kimse wollte halt, genau, da war er mit Markus stark beieinander noch, zu der Zeit, er wollte halt, wenn er mit jemandem, der du ist, und mit dem näher, intensiver zusammenkommt, er möchte ja für die ins Gesicht ziehen, ich glaube nicht, dass da mehr dahinter gesteckt hat, das ist ja, ja, die Art und Blöte, ich meine, dass, dass er den Wunsch hat, und ich finde das ja, jetzt ist ja nicht mal negativ, ich finde das ja sogar positiv, dass der einen da mal näher kennenlernen wollte, und so, ja, nur halt die Art und Weise, wie er das dann da gemacht hat, das war ja wohl der absolute Griff ins Klo, hätte man doch irgendwie anders machen können, dann weißt du so, hat er selber gemerkt, mir hat er gesagt, er hätte ja nie was veröffentlicht, das hat er nur so gesagt, nee, darum geht es ja gar nicht unbedingt, ob der das gemacht hat oder nicht, ja, ich habe auch nicht gedacht, dass der das macht, aber, allein mit sowas zu kommen, und dieser Art und Weise, ich fand das einfach unter aller Kanone, das ist doch, das ist doch genau das Falsche, um mit Leuten wie mir umzugehen, mit Drohungen zu kommen, oder mit unterschwelligen Drohungen, oder mit irgendwelchen, das ist doch genau das Falsche, das sollte doch eigentlich jeder wissen, das ist doch, das ist doch nichts. Ja, aber er ist kein Diplomat, Kim ist kein Diplomat. Ich gehe echt lieber noch auf Kollisionskurs, als dass ich da irgendwie kapituliere, ohne Scheiß, oder dass ich mich da irgendwie füge, dann ist es mir egal, dann gehe ich lieber selber noch, dann reiße ich den anderen noch mit runter, dass wir beide untergehen, aber, aber das ist so einfach, ich habe da echt, ähm, Naja, ich verstehe es nicht, würde mir auch so gehen, wenn ich sage, aber ich, ich habe es halt mit dem Kimse, er ist mein Landsmann sozusagen, ich bin mit ihm so auf einer Welle, und ich weiß halt, erstens meinte er nicht alles so, wie er es sagt, wie gesagt, er ist impulsiv, und dann ist er halt kein Diplomat, und er ist aber auch nicht nachtragend, er sagt mal was, am nächsten Tag ist wieder vergessen, nicht, also das, mit so einem kam ich halt kurz zurecht, und ich, er ist mir zehnmal lieber, als ein schmieriger Typ, der hat immer im Mund redet, und ja, das ist von dem her, mir auch, mir auch, ja, mir auch, ja, äh, ich weiß auch nicht, ob man das dann hätte noch so weiterführen müssen, mit die ganze Zeit immer noch Psychopath, und das und das, ich möchte ein Spiel spielen, man hätte ja auch da mal können, dann auch mal einen Cut machen, und aufhören damit, aber das ging ja jetzt die ganze Zeit immer so weiter, und deswegen hatte ich auch die ganze Zeit echt nie Bock, oder so, und habe mir immer gedacht, nö, fick dich doch und so, ja, aber das, das hat man ja jetzt gesehen, äh, wie schnell, sich das jetzt auch nochmal drehen konnte, ja, wenn er einfach ganz normal über mich redet, oder mit mir redet, oder was auch immer, ja, es ist ja, es kann so einfach sein, ja, und das wäre auch die ganze Zeit einfach gewesen, aber da war halt immer noch, ja, und, ja, ja, ich bin, ja, ich weiß, ein schlechtes Hüllwort, aber, ich bin erstmal gespannt, wie das noch weitergeht, weil ich will wirklich, der Klims ist jemand, ich will nicht nur so jetzt, der Klims hier so, so ein bisschen so als Statist, auf der Enterprise, wo hinten irgendwelche Knöpfe drückt, dann unwichtig, und dann, das ist ja auch dann der, wenn da irgendwelche Mannschaftsmitglieder, da werden die mal angegriffen, da sterben direkt mal 50 Mann, das interessiert kein Schwein, ne, außer dass einer von den Hauptcharakteren, oh, das ist aber dann schlimm, ne, aber, das ist so, und, äh, da ist er für mich schon so, mit Klimsie, entweder alles oder nichts, so, entweder, der gehört richtig dazu, oder gar nicht, für mich, so dieses, ich hab da keinen Bock, so ein bisschen, und ja, und ja, und so, ne, ich will dann schon, dass der das echt richtig schnallt, manche Sachen, und, äh, oder dass man mal wieder an einen Punkt kommt, wo man sagen kann, man vertraut Leuten mal wieder, oder so, äh, weil dazwischen hab ich keinen Bock, ja, dann lieber gar nicht, also das ist, äh, das ist nicht nur bei Klimsie so, ich will, es gibt Leute hier, die kommen jetzt, du, jetzt zum Beispiel, jetzt ist jetzt nicht böse gemeint, hier, Handy oder so, ja, äh, ich fand die Sachen übrigens richtig gut, die du heute gesagt hast, aber du bist jetzt, dich kenn ich ja nicht so gut, ja, und du bist ja dann so jemand, äh, mein Gott, das ist jetzt für mich nicht so ein Ding, äh, hier alles oder nicht, das ist einfach so, ja, deshalb hat man da eine Sendung drin, das kann übrigens, haben Monate vielleicht ganz anders aussehen, aber einfach so, so für mich so, ja, okay, ne, und, aber der Klimsie, das war schon so einer für mich jetzt auch, der auch für mich auch zum engeren Kreis eher mehr dazu gezählt hat, ne, nicht, der war auch von Anfang an dabei, der war in den ersten Sendungen schon, außer jetzt ganz früher, was ich da produziert habe, den Schrott, ne, aber jetzt hier die Sendung zum Beispiel Free for All oder so, da war Klimsie zum Beispiel von Anfang an mit dabei, ne, und, äh, auch andere Dinge, und, äh, oder wir auch bei ihm von Anfang an da mit der Monday Nacho relativ am Anfang und das alles, und, ja, das ist halt einfach, äh, da hätte ich keinen Bock drauf, das ist ein bisschen hier auch, oder wie auch hier mit Toni zum Beispiel oder mit Sam oder was auch immer, äh, kann man auch beliebig weiterführen in die Reihe, äh, das ist so, da habe ich keinen Bock drauf, nur so ein bisschen oder so, oder dass das so, äh, so ein bisschen man sich versteht, oder so, da habe ich keinen Bock drauf, ne, also entweder man versteht sich gut oder so, und es passt halt dann oder halt nicht, ja, das ist so, so dieses, das mag ich nicht, also jedenfalls mal bei Leuten, die ich echt gut leiden kann, ist das so, ne, bei anderen, da geht das schon, ne, da ist das, äh, ist ja nicht so wichtig, da ist das halt so, ja, okay, ne, da, äh, ist man auch nicht so emotional, glaube ich, involviert, äh, äh, ja, also, ja, wie gesagt, Toni, also du könntest echt recht haben, dass es im Grunde genommen in der Retrospektive nachher genau richtig war, wie das heute war, ich allerdings bin trotzdem irgendwie ein bisschen unzufrieden, ja, also da hätte man, weiß ich nicht, also irgendwie wäre da, glaube ich, trotzdem noch mehr drin gewesen, aber ich kann mich, kann mich da irren, ja, äh, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, ähm, Wenn man einen Raut geben darf, der Klimse ist, ist ein Mensch, mit dem reden wir am besten direkt, also, also, nicht, äh, zwischen den Zeilen und so, sondern sag direkt, was du willst, also was du gerade gesagt hast, sag's direkt, sag's klar, sag's klipp und klar, der Klimse wird damit schon fertig, dann kann er sagen, was er meint, nicht, das ist, der verträgt dich schon. Ich finde, das war jetzt eine gute Vorlage, ähm, was ich, jetzt an eurer Stelle machen würde, wäre, mein direktes Gespräch führen, und zwar ohne Öffentlichkeit. Ja, das wäre auch eine Idee. Damit du, und damit du die Gelegenheit hast, und er auch, mal so richtig vollumfänglich das rauszuhauen, was, was da auf der Seele brennt, ja, und das geht halt nur am besten, wenn man das halt im direkten Dialog macht, weil viele Leute sind dafür nicht gemacht, bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit zu besprechen. Ja, gut, das stimmt auch wieder, also nur, nur weil das bei mir so ist, dass ich dann in der Öffentlichkeit alles raushau, muss das ja nicht. Das kann nämlich auch durchaus sein, dass, äh, Kimsi vielleicht das ein oder andere sagen wollte, sich aber wegen der Öffentlichkeit das jetzt nicht getraut hat. Ja, das könnte, das könnte auch ein Punkt sein, das ist ganz wichtig, da ist ja jeder, das ist ja jeder anders, ja. Vielleicht werde ich auch wirklich mal demnächst einfach mal so mit dem Labern oder was, äh, und so, weil das sind echt so ein paar Dinger für mich und, und, ich weiß, ich weiß, das Schlimme ist, ich würde das irgendwie total gerne mal aus der Welt räumen, aber das sind, ist halt eine Sache dabei, die ist halt, äh, die ist halt schwierig, irgendwie, und das ist jetzt noch nicht mal das hier mit der Hackfresse oder sowas, ne, oder zeig mal das, das meine ich noch nicht mal, ne, aber das ist da einfach halt hier, was Patrick Schofield ihm halt anvertraut hatte und dass er das einfach weitererzählt hat und das ist so ein Ding, das, das weiß ich nicht, das ist, ich meine, das kann ja Patrick Schofield ihm, ist das, glaube ich, egal und so, ne, und, ist ja auch dann gut und schön, aber das, das war halt einfach für mich halt so ein Hinweis, mh, wo ich dann schon gemerkt habe, scheiße, dem erzähle ich gar nichts, ja, brisante Sachen oder so, ne, das war für mich dann schon so der Punkt gewesen, wo das halt war, ja, und das ist halt eben so ein Ding, und das ist irgendwie, ja, und das, ich weiß nicht, wie man das wirklich wieder so richtig, dass da wieder irgendwie mehr Vertrauen da, ich hoffe wirklich, dass das geht, dass das irgendwie geht oder so, ja, äh, und das ist halt, äh, ja, weil ich bin da echt so jemand, weil, weil ich sage normalerweise, wenn da wirklich fundamental, irgendwelche Charakterschwächen da sind oder was, dann ist echt, ich wende, vielleicht kennt ihr das, ja, vielleicht kennt ihr das bei Leuten, mh, vielleicht mit Freunden oder so, oder, gab es vielleicht immer mal Krach und dann hat man immer wieder drüber hinweg gesehen, dann kam das wieder und wieder und wieder so, oder das, oder man hat sich auseinandergelebt, das passt nicht mehr so, ja, äh, so ein Zeug und dann, wo das, aber dann, aber, aber das, das ändert nichts daran, also man, man, man probiert das dann nochmal irgendwie und beißt so die Zähne zusammen und, aber dann kommt das trotzdem immer wieder, weil das einfach nicht so passt oder so, ja, und, äh, meistens findest du, wenn das einmal passiert, dann so eine, also zum Beispiel Vertrauensbrüche oder sowas, ja, und wenn das einmal vorkommt, dann ist das eigentlich schon, meistens fast schon irreparabel, ne, das ist, äh, das kommt dann immer wieder und so, ja, jedenfalls hab ich die Erfahrung gemacht und, äh, ich denke auch immer so, hier legst du mich einmal rein, muss ich mich schämen, ne, Quatsch, ne, legst du mich einmal rein, musst du dich schämen, legst du mich zweimal rein, muss ich mich schämen, ja, oder da gibt's doch irgendwie dieses komische Sprichwort da, oder es ging ein bisschen anders, aber, äh, das ist dann halt so, wo ich mir dann halt denke, weißt du, wenn, ich hoffe wirklich, es kann ja gut sein, dass wir das jetzt trotzdem doch irgendwie Regel kriegen, ne, aber, ich meine, verstehst du, wenn ich jetzt dem irgendwas anvertrauen würde, ne, und er wird das weitersagen, dann müsste ich mir eigentlich an die eigene Nase fassen und müsste dann sagen, ich bin selber schuld, der hat ja andere Sachen auch einfach weitererzählt von Patrick oder so, verstehst du so, das ist dann so ein Ding, wo ich mir dann selber irgendwie scheiße doof vorkommen würde, ja, und das ist dann halt so, so, ja, da frage ich mich dann halt, äh, ja, das ist alles, das ist halt alles sehr, sehr schwierig, ja, also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mich da irgendwie verstehen könnt oder so, ja, äh, wenn ich den jetzt zum Beispiel überhaupt nicht leiden könnte, dann geben sie ja, dann wäre es ja viel einfacher, ne, weißt du ja, wenn das einfach so jemand gewesen wäre, der eh immer nur hier rumgenervt hätte oder so, oder wo man eh schon keinen Bock mehr hatte und jetzt bringt er so eine Aktion, das ist der perfekte Vorwand, um den abzuservieren, das ist doch geil sowas, freut man sich doch dann drüber, ne, und, äh, endlich ist mal den los und niemand stellt Fragen, weil, das war doch vollkommen klar, dass man da keinen Bock mehr hatte, wenn man keinen Bock auf einen hat, ne, dann ist das natürlich schön, aber, äh, wenn das eigentlich nicht so ist, dann, dann ist das halt, äh, halt dann nicht so schön, ne, ja, ich muss einfach mal gucken, ja, äh, wie ich das, wie ich das jetzt so mache und so, ähm, ja, äh, ich verstehe das sehr gut mit dem weitersagen, weil mir ist das auch mal passiert mit dem Klimsi, da war ich, wo man ihn hängt mit dem Basti, und da hat er uns recht genervt, der Basti, das ist eine Art, das sei immer wieder Rückfragen und Rückfragen und nichts einsehen und nichts aufnehmen wollen, äh, der Basti kann auch nichts dafür, ist ja so, und dann habe ich dem Klimsi ein E-Mail geschrieben, äh, äh, er hat mir geschrieben, der Basti nervt ihn so, da habe ich zurückgeschrieben, das verstehe ich vollkommen, der Basti, mit seinem Arsch, der kann auch einen Engel an Geduld äh, in die Weißkloch treiben, nicht, und dann beim nächsten Hangout konfrontiert er den Basti mit meiner E-Mail und sagt, ja, der, der Kurt hat mir eine E-Mail geschrieben, die würde dich demütigen, hat aber nicht genau gesagt, was drinsteht, nicht, da habe ich mir gedacht, Himmel, Klimsi, wie stehe ich jetzt da, wie einer der hinten rum über die anderen Hangout-Teilnehmer hetzt, nicht, ja, ich glaube ja noch nicht mal, ich glaube ja noch nicht mal, dass der Klimsi das irgendwie, dann absichtlich macht und da jemand in die Pfanne raut hat, das macht der ja noch nicht mal, das ist ja der Witz, das macht der ja noch nicht mal absichtlich und weißt du, wo der die Sache da über den Patrick da gesagt hat, das war glaube ich auch so ein Ding, wo ihm das glaube ich auch gar nicht klar war, dass, dass jetzt hier irgendwie was, was Blödes ist oder so, ja, oder dass man das jetzt besser nicht machen sollte, nur weil das ist ja, der Punkt ist ja folgende, ich kann jetzt zum Beispiel auch, gut, das ist jetzt drastischer Vergleich, das passt jetzt nicht, aber nur mal angenommen, ich gehe jetzt hin und da ist jetzt irgendwie ein Mongoloid oder so, geistig behindert oder was, und dem sage ich jetzt irgendwie was und dann, der weiß das dann natürlich nicht, der hat nicht weiter sagen, der hat, auch wenn er sagt, ich sage es nicht weiter, aber das ist halt eben dann auch so ein Ding, wie soll ich denn das sagen, also, es spielt natürlich eine Rolle, für mich spielt natürlich eine sehr große Rolle, trotzdem natürlich, ob jemand das mit Absicht gemacht hat, mit böser Absicht oder eben nicht, ja, das ist schon klar, aber es gibt ja auch so Leute, wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat so eine beste Freundin, der erzählt ja immer alles, wirklich alles, ja, egal, was ich zu dem sage, der erzählt alles weiter, alles, da kann ich wirklich echt zu 100 Prozent davon ausgehen, es sei denn, der hat mal was vergessen oder so, aber das ist so, ja, und wenn dann da was ist, was sie vielleicht nicht unbedingt wissen soll, dann, der macht das nicht, um mir zu schaden oder so, das ist wie so ein Drang, es gibt so Leute, die müssen einfach alles weitersagen, die können das nicht für sich behalten, das ist irgendwie so, wie, ich zähle ja jetzt nicht ein Gimsi dazu, jetzt nicht falsche Vergleiche ziehen, aber, das ist jetzt nur ein Extrembeispiel, es gibt halt Leute, bei denen ist das so, das ist, ich bin ja zum Beispiel jemand, ich mag das, wenn ich so geheimnisvoll bin, oder wenn Leute was nicht wissen, oder dann sage ich das nicht, oder, ähm, es ist halt, äh, ja, es ist halt irgendwie, äh, keine Ahnung, das ist dann für mich wieder eher der Reiz, weil es gibt bei anderen Leuten, das ist genau umgekehrt, die müssen einfach alles sagen, und, und, und so jemand, da bin ich dann zwar nicht wirklich böse, wenn das dann jemand weiter sagt, wenn der einfach so verandert ist, ja, aber dem sagt man dann halt nichts mehr, ja, und, äh, es ist halt irgendwie so, aber das ist dann halt nur noch so bedingt, Leuten vertrauen, und, ich hab das auch sehr häufig so, dass, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber, ich hab das sehr oft so, ich kenn viele Leute, denen kann man schon vertrauen, aber nur bis zum gewissen Punkt, und auch nur ein gewissen, äh, Sachverhalten, ja, mit dem einen, den kann man vertrauen, den könnte man jetzt auch einen größeren Geldbetrag leihen, den würde man höchstwahrscheinlich wieder kriegen, oder so, da kann man dem dann schon vertrauen, aber, bei Frauen nicht, der würde einem jede Freundin ausspannen, ja, oder andere Dinge, oder der und der, da ist das wieder so, und das ist einfach so, es ist schon scheiße, wenn das schon so, wenn der bei einem nur so partiell vertrauen kann, oder so, ja, und, ja, und ich hätte halt einfach gerne, ähm, das ist, je nachdem auch, wie viel Sympathie da ist, also, das ist so, bei so Leuten, wo man einfach nur so irgendwie befreundet ist, weil jetzt nicht Best Buddies, oder sowas, das geht das irgendwie noch, ne, aber so Leute, wo dann wirklich, äh, ähm, weiß ich nicht, die man halt echt, gut, das hier ist alles nur Internet, das darf man nicht vergessen, ja, also, das soll man nicht überbewerten, aber, äh, trotzdem, ähm, ja, gerade bei den Leuten dann halt, wie gesagt, beim Ehrenkreis, da will ich, dass das nicht nur so partiell ist, ja, ja, da gebe ich mich irgendwie nicht, äh, gebe ich mich irgendwie nicht damit zufrieden, da habe ich einfach, äh, da habe ich halt größere Erwartungen irgendwie, ne, ähm, wie auch immer ich das sagen soll, ja, äh, ich habe mir sogar mal überlegt, ich habe mir sogar mal überlegt, ich meine, die meisten Leute oder so, kennt man nur so das Hangouts oder so, aber, ich habe mir tatsächlich, äh, habe mir tatsächlich sogar mal überlegt, äh, auch wirklich mal im Real Life, auch mal was mit Leuten zu machen oder so, oder was auch immer, vielleicht ist das dann auch komplett scheiße, ja, mag ja alles sein, aber, mh, vielleicht schon nicht, also das ist, äh, äh, weil, weil da sind schon Leute dabei, die, äh, wo ich mir, wo ich mir auch echt vorstellen könnte, dass man sich auch im Real Life echt gut verstehen würde, oder so, ja, oder, äh, keine Ahnung, ich meine jetzt, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist halt, ist halt alles irgendwie, alles nur Sache, jetzt habe ich wieder irgendwelche Monologe gehalten, was schreibt da alternativer Kommentar, schreibt gerade hier, oh, du bist ja auch noch drin in der Sendung, ich gucke übrigens nicht immer auf den Monitor oder so, manchmal gucke ich auch einfach woanders hin, wenn ich rede, äh, was ist ganz witzig, sich im Real Life zu treffen, ja, kommt dran, wer das ist, ne, also das ist, also ich muss sagen, mit so manchen Leuten, die sich schon im Real Life da treffen wollen, da bin ich eigentlich schon teilweise froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die mir da irgendwie auch schon suspekt erschienen, ja, bei anderen Leuten finde ich das eigentlich schade, dass ich noch nie was im Real Life gemacht habe, oder so, und es wohnt auch nicht jeder unbedingt direkt um die Ecke, aber, äh, vielleicht werde ich das echt mal machen oder so, also das ist halt, also meine Einladung steht noch, ich bin dir noch ein Bier schuldig, von daher, beweg dein Arsch hierher, ach so, ja, äh, aber du bist so, du bist ja irgendwie, du bist so dezentral, du bist nicht so, ähm, ich wohne da eher zentraler in Deutschland, also ich wohne da eher mehr, ähm, Lass uns immer mit treffen, so zumindest mal mehr als du, so zumindest mal, nee, unbedingt auch nicht, auch nicht unbedingt so super, aber zumindest mehr als du, du wohnst ja gar nicht in Deutschland, aber, äh, das ist jetzt ja, wenn man wirklich so ein Treffeln sein sollte, ich würde zwar gerne kommen, aber dann wird das irgendwo im Arsch von Deutschland sein, 100 Kilometer oder so, dann habe ich keinen Bock, mich da hinzulegen, ja, ich finde schon, ich finde schon, wenn man sowas macht, oder mal eine Party oder sowas, dass, äh, dass das nicht verkehrt wäre, wenn das irgendwo halt, in der Mitte ungefähr, von Deutschland wäre oder so, ja, also jetzt nicht, also je nachdem, wo Leute herkommen, wenn es natürlich alle irgendwie aus, aus Bayern wären, oder alle im Umkreis von München, dann können wir das ja auch in München machen, ne, also, das ist schon klar, aber, äh, ist ja alles so verteilt, und das ist halt immer scheiße, wenn, wenn dann manche Leute dann echt super weit da fahren, das ist ja je nachdem, das könnte dann acht Stunden sein, oder so, je nachdem, wenn einer da jetzt, aus Flensburg kommt, und würde sich da jetzt, was weiß ich wo treffen, Frankfurt, oder was ist ja, ja, weiß ich nicht, aber vielleicht, vielleicht werde ich mal irgendwann sowas machen, oder so, äh, weiß ich nicht, also, so halt, äh, ey, keine Ahnung, müssen wir wirklich gucken, also, ich bin da auch schon immer jemand, der da echt ein bisschen braucht und so, weil, ich, das ist auch nicht irgendwie gegen, gegen Leute gerichtet, oder so, oder manche verstehen das so falsch, vielleicht hat der Klimsy da doch schon falsch verstanden, ich glaube auch, dass das, äh, ich verstehe den auch da, dass er, vielleicht dann auch gesagt hat, boah, den Let's Play, den kann ich ganz gut leiden und so, und dann kommt dann aber nichts von dem, oder der macht doch nicht mal Facecam an, oder so, oder was ist denn, ist das nur einseitig, oder was, dass der vielleicht auch schon so gedacht hat, ne, und, ja, aber was bei dir ist, wo ich mir dann so denke, so, so jetzt, ähm, wenn man so ein Treffen ab, ähm, ne, macht, ähm, oder so eine Party, oder so ein Festival halt, ähm, du hast ja mal gesagt, du bist einer, der schaut sehr aufs Äußerliche, und wenn dir eine Äußerliche schon nicht passt, dann, ähm, magst du den schon nicht, oder so in der Art, ja, man muss sagen, also, jetzt denke ich mir, wenn all die Leute, die ihr Gesicht nicht zeigen, dahin kommen, und man redet da miteinander, aber man erkennt sich, und so weiter, und dann denkst du, sieht ja so aus, hm, mag ich den jetzt so, naja, also, das kommt da eher schon drauf an, ob ich mit derjenigen bumsen will, oder nicht, also, mit Typen ja eh nicht, ja, da stehe ich ja eh so drauf, und ansonsten, soll die dann schon geil aussehen, wenn ich was mit der machen will, aber, aber da geht es ja jetzt da nicht rum, ja, äh, wobei, ach nee, dann habe ich es falsch verstanden, ich habe das so verstanden, im Allgemeinen, bei Menschen, nee, ich glaube, du hast es, glaube ich, gar nicht so falsch verstanden, ja, äh, es gibt wirklich einfach schon Leute, wenn, das, das bedeutet, das ist aber nicht nur dann, dass mir da was nicht passt, oder so, an der Fresse, sondern, oftmals auch, weißt du, es gibt einfach so Sachen, es gibt doch diesen Spruch, das Signum des Verrats steht dir im Gesicht, ja, oder manchen Leuten steht die Dummheit ins Gesicht geschrieben, oder die Falschheit, es gibt doch diese Sprüche, und ich glaube, da ist was dran, und es gibt einfach solche Leute, wenn man denen schon begegnet, da weißt du schon, was Sache ist, ja, das ist einfach so, so, äh, davon gehe ich aber nicht aus, bei Leuten, mit denen ich mich, was? ich, ja, das ist aber, ja, vorurteilsbehaftet, ich habe auch, das stimmt zwar, ich habe auch eine ziemlich gute Menschenkenntnis, aber, gerade dann, wenn es drauf ankommt, oder, wenn es halt Leute gibt, da du, wo du einen Sympathiefaktor hast, äh, ist es meistens so, dass du dich dann schnell täuschen lässt. Ja, natürlich, natürlich, du hast, ich stimme dir, ich stimme dir da vollkommen zu, übrigens, hier der alternative Kommentar, oh mein Gott, Onkels, ja, genau, hast du das erfasst. Das Dingum des Fahrrads, steht hier im Kuss. Ja, auf jeden Fall, ähm, nee, das stimmt, ja, gerade dann ist es natürlich eine Gefahr, dass man sich da täuschen lässt. Ja, wie soll ich das sagen? Also, klar, es ist alles Vorurteils, äh, vorurteilsbehaftet und so, und, ähm, ja, aber was da, stell dir vor, das wäre jetzt mal so, ich weiß jetzt nicht, irgendwen jetzt, keine Ahnung, äh, weiß jetzt nicht, wer dein Gesicht jetzt nicht zeigt, äh, 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 keine Ahnung, wie sollen wir nehmen? Also, ich halte das eigentlich für ziemlich ausgeschlossen, ich halte das eigentlich für ziemlich ausgeschlossen, dass, äh, Leute, die ich leiden kann oder so, auch jetzt von irgendwelchen Hangouts oder was, ja, äh, dass ich die dann blöd scheiße fände oder so, das glaube ich nicht, ja, ich halte das für ziemlich, für ziemlich ausgeschlossen, ja, das ist, äh, wenn es umgekehrt wäre, ach so, ja, dann, das macht es nicht, ja, nein, das macht ja nichts. Das war jetzt nur, ähm, äh, Spaß, aber jetzt, wenn du jetzt, aber wenn du, äh, also, also du wirst jetzt denken, also du würdest den jetzt nicht ablehnen oder so. Nee, nee, glaube ich nicht. Also, das wäre auch irgendwie, das würde auch irgendwie nicht zusammenpassen. Also, ich glaube nicht, dass, äh, dass dann so Leute, äh, 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 nee, glaube ich nicht. Also, es könnte jetzt wirklich sein, ja, wie gesagt, das wäre dann eher, glaube ich, bei Tussis oder so, wenn ich dann denke, boah, die hat eine geile Stimme, die sieht bestimmt geil aus oder so und dann sieht die nicht geil aus, dann hat ich keinen Bock. Aber, äh, es sind ja auch oft dicke oder so, die eine schöne Stimme haben und dann, nee, dann kann ich so decken. Nee, aber, äh, ja, was weiß ich, also, wie gesagt, ich glaube das nicht. Äh, und, äh, eben die Leute, die man so sympathisch findet und so, das glaube ich auch, äh, ich weiß, im Real Life ist nochmal was anderes, das ist schon klar, ne, aber, äh, was ich auch mal hochinteressant finde, das sind Größenverhältnisse, ja. Teilweise Leute vor der Kamera, die wirken teilweise größer oder kleiner, als sie eigentlich sind, ne, das finde ich, finde ich auch interessant. Das ist, also es gibt zum Beispiel, was gibt es denn für Leute, wo, die sind aber ziemlich groß, bei Jürgen Trittien, der ist zum Beispiel ziemlich groß, ne, hätte ich, da habe ich nie drauf geachtet. Der Charles Krüger, der sieht eigentlich nicht so groß aus, ich weiß nicht, wie groß der ist, aber ich glaube, der ist eher klein, aber, ähm, es ist so, ja, weiß ich nicht, also, also im Real Life ist es auf jeden Fall anders, das nochmal mit Leuten, das ist schon klar, ne, also das, ähm, kann da auch der Reinfall sein, kann dann auch, das ist total scheiße sein, ja, aber, ähm, ja, ähm, Eigentlich möchtest du ja mit Stürmmaske gucken, mit Stürmmaske, weil, die zeige ich dir ja nicht, irgendjemand könnte ja undercover ein Foto machen. Ich könnte mir ja, ich könnte mir ja. Obwohl sie dann voraussehen würde, wie Jamie Lannister, aber, ja, genau, ich könnte mir ja, ich könnte mir ja so eine, so eine Megaman Latex Maske übertragen. Ui, aber, das ist, ja, weiß ich nicht, also, ich finde das schon cool, dass dann keiner da irgendwie Fotos veröffentlichen würde, aber, äh, aber, ähm, vielleicht mache ich ja mal irgendwann Facecam an oder sowas, ich weiß es ja nicht. Ich habe ja, ganz früh habe ich ja sogar mein Facecam gestreamt, ne, auf Twitch, in der Anfangszeit, weil da hat das aber zum Glück keiner geguckt, ja, das, äh, man kann da alles eh gesperrt, da kann da jetzt keiner mehr drauf gehen, ne, das ist, äh, das ist, das ist schon ganz gut, ähm, also, ich weiß aber jetzt schon, wenn mal so ein Treffen ab, äh, stattfindet, werden die meisten denken, äh, also, äh, ja, weil ich, ich sehe nicht, die 20 Jahre sind so, die werden denken, was will das Kind denn hier, ja, was ist doch, was ist doch, ich meine, es ist doch gut, wenn man jünger geschätzt wird, ich habe mich, äh, ich habe mich, ähm, ich habe mich letztens mit einer getroffen, und, äh, ich fand das, also, das hat mich sehr geschmeichelt, weil, die hat mich doch um einiges jünger geschätzt, äh, ich habe dir nicht gesagt, wie alt ich bin, die weiß noch nicht mal, wie ich heiße, aber egal, aber, äh, jedenfalls, ja, die hat mich doch um einiges jünger geschätzt, als ich bin, und das, da war echt der Tag gerettet, ne, da war wirklich, da habe ich mir gedacht, egal, was jetzt noch kommt, ne, das ist, äh, äh, und wenn ich im LKW überrollt werde, scheißegal, aber jetzt ist der Tag gerettet, ne, aber, äh, mh, ja, also, ich war doch, also, letztens, ne, ähm, ja, was wollte ich denn sagen, was ich auch mal interessant fände, ja, ich fände das auch mal interessant, auch mal mit den Leuten hier auch mal irgendwie wegzugehen, oder so, ne, mal auf die Piste zu gehen, oder sowas, ne, das fände ich auch mal interessant, ja, also, das ist, äh, weiß ich nicht, komischerweise bin ich drauf gekommen, wo ich letztens in diesem Freimaurer, wo ich letztens in diesem Freimaurer-Laden drin war, ne, äh, Toni, ich hab dir ja mal ein paar Bilder geschickt da, und, äh, Sam, die hab ich, glaub ich, heute auch geschickt, äh, und, ähm, ja, ich weiß gar nicht warum, ne, aber, äh, irgendwie ist mir da, das hat jetzt nichts, glaub ich, mit der Location da zu tun, aber, wo ich mir echt mal so gedacht habe, ja, man könnte echt mal mit ein paar Leuten irgendwo weggehen, oder so, wäre vielleicht mal ganz, äh, ganz spannend, äh, und, äh, ja, genau, lasst uns einfach mal in den Osten richtig schön Party feiern. Ja, man muss, man muss ja dazu sagen, dass du ja eigentlich doch mehr oder weniger relativ zentral wohnst in Deutschland, ne, das ist ja, du bist ja jetzt nicht so, ja, eigentlich müsste man mal in Erfurt eine Party machen, ich hab mir auch schon überlegt, ja, einfach mal den Kickerkeller zu mieten, ja, also, beziehungsweise da, wo, also, es ist ein Club, ja, äh, mit Mitglieder, Beitrag und Mitgliedern und so, und den kann man halt für ein Wochenende auch buchen, ja, und, ja, da würden wir schon schön, äh, feiern können, ne, so. Wo ist Erfurt? Ist das weit? So von mir aus? Ja. Oder von allgemein Deutschland, ja? Es liegt direkt in, in der Mitte von Deutschland. Okay. Also, in den jetzigen Grenzen. Okay. also, da, also, im Grunde da, wo die Grenze zu, äh, DDR-Verlauf nicht. Ja, so ungefähr. So diegend, okay, okay. Mitte, Mitte, in der Mitte von Mitte, Mitte Deutschland. Okay, ja, das sind dann sechs Stunden, acht Stunden schon unterwegs, mit dem Zug. Äh, ja, also so, ja, gut, für dich dann auch wieder trotzdem weit, ne, aber, äh, nee, das wäre auch mal eine super Gelegenheit, super Gelegenheit, mal, äh, Videos von verschiedenen Protagonisten und auch meine eigenen Videos mal, mal über eine fette Anlage zu hören und das mal an die Wand zu klatschen, ja, das würde ich gerne mal sehen. Wie, deine, deine Videos an die Wand zu klatschen, heißt das? Na klar, es ist ein Club, ja, das ist ein Club, ähm, modellate Musik abspielen kannst, aber wir haben halt auch Beamer da und da kannst du dann in dem Club, äh, auch Videos schauen, ne? Okay. Ja, könnte man machen, aber, aber ich will dann, wenn wir uns mal alle so treffen oder so, dann nicht nur so politikmäßig, sondern auch mal einen drauf machen oder so, ja, äh, das, das wäre auch kein Erfläch. Das meine ich ja damit, das heißt, wir feiern deine Party in dem Keller, so, mit einer riesengroßen Bar und lauter Musik, ja, also, das war jetzt nicht als eine Infoveranstaltung gedacht, sondern, äh, ja, Wodka, ein Euro, feuerfrei, ne? Ja, äh, ja, das wäre doch mal was, ja, weil ich bin ja eher so der Tequila-Typ, also, will ja nie einer Tequila mit trinken, ne? Das ist immer die, die wollen die Tequila, ne? Na ja, also, äh, ihr werdet mir dann wahrscheinlich, wenn ihr wirklich alle trinkt, dann geht ihr mir alle auf den Sack hundertprozentig. Ne, ich ja nicht, weil ich bin ja jetzt immer schon so, als wäre ich besoffen, und, äh, ich bin ja dann tatsächlich besoffen, auch so, ja, das ist ja der Witz an der Sache, ne? Das ist, äh, ja, wenn man normal ist, also, wenn man normal ist, wenn man besoffen ist, oder so ist das ja kein Problem, aber ich kenne das meistens so, die Menschen, die wiederholen sich dann tausendmal, wenn sie besoffen sind, und das nervt mich einfach, ne? Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das, also, äh, und das kann echt extrem nervig sein, oder, oder wenn aggressiv, oder so, gerade, gerade wenn sie harte Sachen gesoffen haben, ne? Äh, ja, sowas ist schon nervig, mit solchen Leuten, dann macht es auch dann keinen Spaß einzudrinken, aber, aber so mal, ja, äh, vielleicht, vielleicht machen wir es echt mal, ja, das ist ja doch mal, äh, ich hab, ich hab das, ich hab das echt mal überlegt, ja, das ist so, äh, ich weiß gar nicht, warum ich da immer so paranoid bin, und so, ne? Also, bin da irgendwie auch total immer oft durch die Fresse gefahren, mit irgendwelchen Leuten, und so, ne? Die sind mir immer in den Rücken gefallen, oder es war immer irgendwas, und so, das ist so, ich bin da echt, glaube ich, ein gebratetes Kind, oder so, ja, und, äh, das kann man dann schnell mal falsch verstehen, wie Glimsie oder so, dass man dann da irgendwie nicht so will, oder, äh, aber das ist dann nicht, nicht gegen die Leute gerichtet, oder so, das ist dann irgendwie nichts Persönliches, ähm, das ist wirklich so eine, so eine Sache, ne? also, äh, äh, ja, keine Ahnung, ähm, aber das, aber eigentlich, eigentlich klingt das ganz gut, ja? Ey, aber jetzt mal im Ernst, äh, äh, Toni, äh, jetzt mal, hier mit den, den Bildern, wo ich da auch mal geschickt habe, und so, ne? Das ist doch, also, ich meine, man war ja schon in vielen Clubs drin, oder irgendwo, oder so, ja? Oder ich sehe das auch, wenn man irgendwo im Irish Pub drin ist, oder so, die haben auch öfter mal einen Schachbrettboden, oder so, gerade an der Theke, oder so, ne? Aber, aber ich fand das, also, fand das da eigentlich schon mega offensichtlich, irgendwie, ne? Also, oder was sagst du eigentlich dazu? Naja, die Gesellschaft ist, äh, sehr, sehr durchtrunken mittlerweile davon, und, es kommt halt auch hinzu, dass die Symboligkeit sehr einfach ist, ja? Du kannst halt mit Dreiecken, äh, mit Vierecken, mit Säulen, ähm, äh, tralala, das geht halt, das ist alles, das passiert halt auch teilweise im Unterbewusstsein, ja? Also, ich weiß auch nicht, wie Architekten unterwegs sind, ja? So, ob die, ob die sich der Zusammenhänge so bewusst sind, oder ob die das unreflektiert transportieren, ja? Es nimmt auch in der Gesellschaft immer mehr zu, dass das, dass das halt, ähm, auch offenkundiger wird, weil die, weil die Leute sich auch mehr damit beschäftigen, ja? Also, mich wundert das überhaupt nichts mehr, nicht mehr, wir sind, äh, überall umgeben davon, ja? Das wird ja heute als modern, äh, angesehen von, genau, genau, die Tempelordnung, ja? Die Tempelordnung kannst du in allen möglichen Architekturen, findest du den, findest du die? Ja? Ja, so auch Epochen, äh, äh, bei den Ägyptern überall, ja? Das, äh, sitzt da irgendwie ganz tief drin, also mich wundert das gar nicht mehr. die Phase hab ich schon hinter mir, ja? Also für mich ist das eher so eine Art Labeling. Ich hatte das, ich hatte das aber so irgendwie komischerweise, ich hab da auch früher nicht so drauf geachtet, warum auch immer, äh, ich hatte das wirklich nie, ach, sogar bis vor kurzem nicht, obwohl, Symbolik, ja klar, wir werden oft darüber reden, aber trotzdem hab ich da irgendwie bis vor kurzem, außer wenn man weggegangen ist oder so, hab ich da irgendwie nie so, so drauf geachtet, großartig oder so, ja? Und das ist mir erst wirklich in diesem einen Laden da aufgefallen. Ja gut, das stimmt. Du hast ja, wenn du weggehst, hast du ja andere Sachen im Kopf, als jetzt, äh, aufzupassen. Ja gut, das stimmt, das, das stimmt natürlich, ja? Äh, aber das, das war einfach so ein Ding, äh, ja, da ist mir das wirklich schon mal zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, ja? Äh, da waren übrigens noch, da waren ja noch andere Sachen, Toni, ich hab jetzt, ich konnte nicht alles fotografieren, da war auch, direkt wenn du da reinkamst, war da schon eine Pyramide oben und alles und, äh, ganz interessant. Und, äh, Und was meinst du auf dem, meinst du das Blau und das Rot? Nein, das meine ich nicht. Ich hab, ich hab nicht alles fotografiert, das ist, da waren noch andere Dinge, da war noch so ein Eingangsbereich, und da war halt oben wie so ein Kronleuchter, der in Pyramidenform, aber auch auf den Kopf gedreht und so, ja? Das war noch hochinteressant, dann waren da, äh, da hat es noch eine Wand, also mit lauter Twennies halt, ja? Das eine Blau beleuchtet, das andere noch mal Rot beleuchtet, ich weiß nicht genau, ob die da auch irgendwie Freimaurant-technisch tätig waren, oder? War auch mit dabei, und Jackie Kennedy, und verschiedene halt, und das wäre, das wäre mir interessant gewesen, nochmal zu filmen, auch mal da nochmal einen Zusammenhang herzustellen, warum die einen jetzt bei Rot waren, die anderen bei Blau, äh, auch gewisser Zusammenhang, warum hängen die da jetzt, also das hätte ich auch nochmal sehr interessant gefunden, und, äh, aber das wäre zu auffällig gewesen. Nee, das Problem war einfach, verstehst du, da haben ja auch dann Leute gesessen, oder so, da waren ja auch zum Beispiel noch ein paar Tische, wo dann diese Sachen hängen, und da konntest du nicht einfach, weil die hätten dann gedacht, ich will die fotografieren, die weiß ja keiner, verstehst du, was ich meine? Das war irgendwie so ein bisschen, also jetzt wäre es zu auffällig gewesen. Ja, das kann man aber sagen, ja, dann verstehen die das schon, dann ducken die sich ab. Ja, ich... Also ich habe Scheu da abgelegt, ich benutze sowas auch immer gern als, ja, ich sage mal, Vorwand, um in Kontakt zu treten. Ja, das war irgendwie so ein Ding gerade, ja, das hätte man vielleicht machen können, so mache ich auch vielleicht demnächst. Ich weiß auch nicht, wann ich da überhaupt mal wieder drin bin, aber, war jetzt auch nicht so der absolute Kracher, aber, das Ding, ja, aber ich fand das echt, ja, übrigens auch ganz in der Nähe, auch eine Freimaurerloge, also das Ding, das kann ich einfach noch schicken, das habe ich ja gar nicht geschickt, da steht sogar, ist sogar so ein Schild zu den Logen und dann noch, äh, hier, äh, Zirkel und Winkelmaß, ne, das ist echt total geil, ähm, das ist ein Riesenschild, da steht das, ne, ähm, ja, äh, ja, nicht schlecht, ähm, ja, weiß ich nicht, also, ja, vielleicht machen wir da wirklich mal irgendwas, also ich will da natürlich jetzt nichts versprechen oder so, nachher komme ich dann da nicht, aber, ähm, wäre, wäre echt mal eine Idee, ähm, äh, ja, keine Ahnung, ich werde dir so wahrscheinlich mal langsam hier, äh, Schluss machen und so für heute, ähm, ich hoffe wirklich, ich meine, es gab natürlich einen Grund, ich habe da ganz am Anfang gesagt, warum ich das heute auf dem Notfallkanal mache, weil den haben eigentlich kaum Leute abonniert und das Problem ist, wenn wirklich demnächst mal alles gesperrt ist, dann, dann kriegt das keiner mit, dass eine Sendung läuft, also, ich hoffe wirklich, dass der ein oder andere abonniert hat, äh, und hier dieser Notfallkanal, das war jetzt wirklich eine einmalige Geschichte hier, dass ich jetzt hier mal eine Sendung drauf gemacht habe, braucht auch keine Angst zu haben, irgendwie vollgespamt zu werden, mit ständig irgendwelchen Meldungen oder so, da wird, wenn alles gut geht, gar nichts mehr drauf laufen, äh, aber es geht ja leider nicht immer alles gut und es wird ja häufiger mal was gesperrt, und, äh, ich will da halt immer noch Ausweichmöglichkeiten haben, ne, das ist scheiße, wenn man da nur auf einen Kanal festgelegt ist, und ich hab ja nur noch einen Kanal, wo, ich hatte ja nur noch einen gehabt, wo ich live senden konnte, das war ja nur noch der Let's Play and Talk Live, und, toll, dann wäre der vielleicht auch noch gesperrt worden, und dann sieht es schlecht aus, ne, das ist, äh, ich finde das, ich will da mal so ein bisschen diversifizieren und so, ne, das ist, und gerade auch wegen dem Gaming da, was viele Leute nicht interessiert, äh, dass ich das auch einfach nochmal ausgliedert tue, auf einen anderen Kanal, wo dann, also hier Let's Play and Talk Gaming halt, weil, weil ich merke, das verliert er jedes Mal Abonnenten, ne, wenn ich da irgendwie Livestreams mach, spiele, oder so, das interessiert halt viele nicht, ne, die haben keinen Bock da, vollgespam zu werden, äh, und, äh, ja, das finde ich eigentlich schade, dass es wenig interessiert, ne, das würde ich eigentlich gerne mehr machen, glaube ich, aber, es ist wohl nicht so, äh, weiß ich nicht, es ist anscheinend nicht meine Berufung, ja, sowas zu machen. Also, ich finde die, ich finde die, äh, nicht schlecht, äh, äh, Let's Plays, also ich finde die immer witzig. Aber die will keiner sehen, das ist, ich weiß nicht, warum ich so. Ja, ich weiß darauf, die paar, die zu dumm sind, dass sie schauen. Also, Leute, jeder, der das nicht guckt, ist dumm so. Das letzte Mal hatten wir gute Symbolikanalyse mit Pyramiden und, und Transgenderwesen in den Spielen und, ja, aber ich finde das gut. Ich meine, ich finde auch, ich finde auch so geil, ich finde mich auch gar nicht so, so total unlustig. Also, was, wenn ich mir dann so einen Kronk reinziehe, wobei der war früher natürlich wesentlich besser. Ich habe den ja schon geguckt, da kannte den eigentlich noch keiner, aber, äh, ich habe sogar LeFloid geguckt, gut, ich gucke den heute nicht mehr, aber ich habe den damals, hatte auch kaum noch, wie viele Abonnenten hat der da gehabt, Flash of the Storms oder so, aber, ähm, jedenfalls, ähm, ja, wenn ich mir da teilweise irgendwelche angucke, irgendwelche Let's Player oder so, dann denke ich, ihr seid alle scheiße, das ist überhaupt nicht witzig, das ist so monoton, das ist so, so, so scheiße einfach, und, äh, und ich denke mir, wir haben doch da echt schon witzige Sachen rausgehauen, oder, wo wir diese Scheiße da gezockt haben, dieses, äh, Beyond, äh, Two Souls, äh, hier mit Psychopath, kannst du dich daran erinnern, was da mit dabei, mit diesem Geist? Hallo Sam, was war da? Ja, du meinst das mit dem Mädchen, da habe ich mich auch totklackt, äh, ja, wo du gesagt hast, jetzt töte ich sie, oder nein, der ganze Mensch hat mich, ich töte sie, ich töte sie, ich töte sie, ja, genau, 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 da habe ich das im Moment gesagt, let's play der Psychopath, endlich, äh, zeigt er sein wahres Gesicht, und so, aber das, obwohl das nur ein Spiel war, oder so, ne, da war doch dann diese Schwarze und so, und dann konntest du immer weitergehen, und am Schluss konntest du sie bürgen, also wie Darth Vader mit der Macht, ne, und dann, aber danach, obwohl das nur ein Spiel war, oder so, habe ich mir echt schon gedacht, boah, das war jetzt irgendwie heftig, also keine Ahnung warum, ne, das ist ja bescheuert, aber er war hier irgendwie, ja, ich fand das teilweise, waren doch echt witzige Sachen dabei, aber das, aber irgendwie, es, 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 aber ich glaube, wenn ich da erfolgreich gewesen wäre, damit, oder so, ne, dann würde ich jetzt ja wahrscheinlich gar nicht die Sendung da machen, ne, würde ich ja wahrscheinlich nur meinen ganzen Kram da machen, äh, aber du musst auch das so schauen, die von dem Kronk, und die, die Pete's Meat, oder wie die da alle heißen, das ist halt die Treffen, den Geschmack von der Jugend von heute, das ist doch nicht deine Zielgruppe, du möchtest deine 13-jährigen Kinder unterhalten, das stimmt, ja, das stimmt, das ist glaube ich ein echtes Problem, weil genau das sind nämlich so 12, 13-Jährige, oder wie heißt die Zielgruppe, 13 bis 17, oder was auch immer, äh, das ist, äh, genau, das ist halt darauf abgerichtet, ausgerichtet, und, äh, das ist halt, das ist, ich meine, ich sehe das ja auch, welche Leute überhaupt die Sendung gucken, und, das sind ja eher Leute, von, vielleicht Mitte 20 bis, Mitte 40 oder so, da habe ich glaube ich, äh, die meisten Zuschauer und so, und der, da merkt man ja irgendwie so, da ist immer dieses, ich glaube bei unter 20 sind so gut wie gar keine, aber, äh, ja, das ist mir dann aber auch zu dümmlich, ne, also da habe ich irgendwie, das ist, na, Der Denke selber, das war dann halt dieses 0,1%, was damals verstand, und bis, und, bis, und vor, äh, im Januar, äh, da war ich auch noch keine 20, also schon 0,2%, ja, ja, also, äh, ja, also übrigens, Der Denke selber, der fehlt irgendwie, finde ich, in der Sendung, ne? Ja, den hat man schon lange nicht mehr gehört, vielleicht hat der ja verboten bekommen von seiner Mutter, Ich weiß es nicht, ich weiß, ich weiß nicht was, ich habe den sogar mal letztens geschrieben, kommen dann mal wieder in die Sendung rein und so, äh, ja, übrigens, wenn ich noch sagen wollte, ne, ich hätte da übrigens wirklich mal Bock drauf, hab das ja letztes, habe ich mal bei Discord geschrieben, äh, ich will mal irgend sowas mit, also, Multiplayer oder so irgendwas, ne, äh, mal zocken, und sei es nur irgendein Klassiker, auf dem, man kann sich ja so ein Emulator runterladen, das läuft ja bei jedem, und dann halt, das geht auch Online-Multiplayer, was damals eigentlich nur Local-Koop war, das geht schon, und, äh, kann man so emulieren, und, äh, ich habe vielleicht schon mal überlegt, so, so Klassiker, wie Secret of Mana oder so, oder irgendwas, äh, das finde ich eigentlich cool, ich glaube, ich mache mal irgendwann sowas, ja? Ja, aber ich habe ehrlich gesagt, auch das mit dem Mixer und so, ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, mir extra ein Spiel zu kaufen, was ich ja so wie die schon nicht gern mache, wie auch ein PC oder so Spiel zu bezahlen, nein, äh, ist eh gleich Schluss, ne, Leute, also, aber ich habe mir das deswegen als Spieleplattform gemacht, weil erstens mal Ultra Low Latency, also da ist wirklich 600 Millisekunden, das ist total krass, dann kannst du auch sogar Multiplayer, genau, kannst du 4er Splitscreen oder sowas da übertragen, das ist echt total cool, und so ein Zeug, Interface könnten sie noch ein bisschen überarbeiten, aber ich finde das echt cool, und, äh, ist aber egal, das kann man ja auch über YouTube übertragen, oder so immer, äh, aber ich habe manchmal wirklich so ein paar Klassiker oder sowas, ne, das ist eigentlich mal ganz interessant, hier, der Winston, der hat da auch mal irgend sowas gesagt, und ich glaube hier, der, äh, der Infoliga und so, ne, und da mal irgend sowas zu machen, ich glaube, das wäre echt mal ganz witzig, ne, also, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn da Leute mal Bock haben, dann schreibt mich mal an und so, aber bitte nicht irgendwelche Figuren, irgendwelche Statisten oder so, das ist ja dann langweilig, ich will, das will ja hier mit den, äh, Hauptcharakteren, oder Nebendarstellern, ich finde das ja so toll, wie ich das immer alles da betitle, auf Discord, ähm, ähm, ja, da mal irgendwie was, was wir machen, das wäre doch cool, ja, also, äh, Patrick, vielleicht auch immer dabei hier, Damals TV und so, ähm, ja, ich habe auch eine bessere Idee, der lasst uns alle zusammen sparen, dann kaufen wir einen 3D-Drucker und dann machen wir endlich mal diese, äh, HO-Puppen. Ja. Machen wir die Hoffi-Puppe, die Toni-Puppe, die Dennis-Ingo-Schulz-Puppe. Ich glaube, wir hatten damals eine Puppe vergessen, und zwar die Martin-Hüller-Puppe. Ja. Und, äh, die kann dann sagen, das ist abenteuerlich, das ist abenteuerlich und faschistisch. Ja, aber dafür brauchen wir, äh, müssen wir mehr Plastik kaufen oder Füllung. Ah! Ah! Nee, aber, äh, also, Zeug da, also, ich glaube, man könnte wirklich sowas vermarkten, das ist wirklich kein Scherz, ne, man könnte auch wirklich T-Shirts rausbringen und so, ne, ich hatte mir das ja überlegte Hamster oder so, wenn sie einen Kanal hätte oder so, ne, die kommt ja manchmal so, will ich nicht, oder so, ne, und da ist ja so T-Shirts rausbringen, will ich nicht, schacken. Ähm, ähm, ja, was weiß ich, äh, nee, aber ich glaube, ich mache das echt mal so, ne, aber man muss auch wirklich sagen, gerade so was Gaming angeht, ne, ich habe da auch den, den totalen Anschluss verloren an die anderen Leute da aus der Gaming-Szene, weil die ja natürlich mit dem anderen Zeug da nichts anfangen können, was ich da raushau, ne, äh, ja, aber das ist dann halt so, äh, äh, ja, also, ähm, es sei denn, ihr wollt noch irgendwas raushauen und ansonsten, wie gesagt, hier Leute, lassen wir echt gerne mal hier ein Abo da, also, das würde mich wirklich total freuen, auf, auf dem Kanal hier, Notfallkanal, weil deswegen habe ich das ja heute überhaupt nur gemacht, den Stream, um den ein bisschen bekannter zu machen und wenn ich dann am Schluss jetzt mal, ich gucke jetzt mal, wie viel ich jetzt habe, wartet mal, ich habe jetzt, äh, Oh, hat sich nicht viel getan, ne, ich bin auch bei 79, ja, dann, dann hat das gar nicht so den krassen Effekt oder so, ne, den ich mir irgendwie davon auftabe, ja, aber hast du bestimmt 20 Abonnenten beibekommen, naja, naja, ja, äh, ich würde mich trotzdem freuen und das dann halt, äh, auch, wenn alles gesperrt ist, damit dann überhaupt Leute auch die Sendung mal sehen, ja, das wäre dann doof, ich habe da keinen Bock wieder ganz bei Null anzufangen, ne, ich habe es ja gesehen bei Let's Play and Talk Live, da habe ich am Anfang nur 30 Zuschauer gehabt, ne, wo ich dann die Sendung gemacht habe, weil das keiner, keiner geschnallt hat oder so, ne, keine Ahnung, ähm, das ist halt, äh, das ist immer, das ist immer so eine Sache, ne, mh, ja, gut, äh, wollte da sonst noch irgendjemand irgendwas raushauen oder so, ja, ach, ich habe sogar noch Abonnenten verloren oder was, die schreiben mir alle 67, 68, scheiße, ah, wie 69, habe ich echt so wenig, nein, 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 ich meinte das ganz anders, das ist eine Antwort auf Libyas 68, Sam, sollen wir dir nicht mal hier die Livia andrehen oder so, wäre nix für dich. Näh, danke, ist mir zu weit, so, die müssen schon hier bei mir in der Gegend. Echt, die sind so weit weg? Äh, ja, ich habe keinen Bock immer nach Deutschland zu fahren, äh, nein, 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 wir können die Anna aber ja mal für dich da verkuppeln. Also, die Anna, die ist geil, also, die, äh, die wäre tatsächlich noch was, aber die ist, aber die ist halt leider alt, ne, ist halt, äh, die ist ja schon, ähm, die ist ja schon über 30, ne? Uh, mein lieber Scholli, jetzt bekommt sie schon graue Haare. Ist das schon alt für dich? Wer ist was? Anna, also Anna ist schon ziemlich alt, ne? Das ist schon eine ziemlich alte Schreckschraube, ne? Mein Vater hat mir immer beigebracht, wenn er Frauen lernt, man. Was? Ich hätte sie verlesen, wenn er bei mir beigebracht hat, wenn er Frauen lernt, man. Ne, die ist schon, die ist, Anna ist schon uralt, ne? Also, ich hätte sie verlesenlich jünger gehalten. Was hast du gedacht, wie alt die ist? Keine Ahnung, 22, 25. Hast du die mal gesehen überhaupt? Ne, aber, äh, Fotos, so, Profilbilder und so. Okay, ne, ich weiß halt, also, je nachdem, welche Bilder halt, aber, wobei, gut, die sieht jetzt auch nicht so uralt aus, da hast du schon recht, ne? Aber, aber ich weiß halt, dass sie uralt ist, ja? Hätte sie sagen sollen, sie ist erst 25, Mensch. Ist doch nicht, die ist doch nicht uralt. Also, uralt, was weiß ich, das fängt, naja. Ja, keine Ahnung, ja, man ist so alt, wie man sich anfühlt. Äh, ja, die ist irgendwie schon geil, aber ich weiß die jetzt nicht, ob ich mich da irgendwie, äh, wobei, ich würde es euch ja eh nicht verraten, ne? Aber, ähm, das ist, weiß ich nicht, ne? Also, mh, Ja, die Änderung, die habe ich zwar von meiner Facebook-Liste geschmissen, aber sie kann gerne dann zu unserer Party kommen. Da gucken wir uns das mal ein. Ja, also, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist da so eine Stange, wo sie, vielleicht kann sie ja dran tanzen oder so, irgendwie, oder da. So was haben wir da, ja, so, also, also, Feuer frei. Ja. Ähm, der Hamster könnte so ein Tanz, sie ist ja sehr gelenkig und so, sehr sportlich. Uh, jetzt wird es langsam frauenfeindlich hier. uh, ach, ja, wird niemand zu seinem Glück gezwungen, das ist alles ganz zwanglos. Ja, genau. Äh, nee, aber, äh, ich habe das, ich habe das gar nicht mitbekommen so richtig, was da jetzt überhaupt war. Da war doch irgendwas auf Facebook mit Enna oder was. Enna ist immer noch drin. Ich stürme deine Party und bringe alle Freimaurer mit. Warum? Die Freimaurer könntest du zu Hause lassen, aber deine Freundin könntest du mitbringen. Hast du vielleicht noch ein paar geile, also, wäre schon, also, so eine Party, dann geile Weiber. Also, hast du nicht noch ein paar geile Freundinnen oder so, Enna? Hast du bestimmt, oder? Äh, vielleicht, vielleicht etwas, die mal zehn Jahre jünger sind als du, oder wenn es verkehrt. Oh, 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 richtige Männer kennenzulernen. Ja, aber ich, aber ich liebe ja, aber ich liebe ja eh nur mein Namster, aber, äh, ja, aber Enna, jetzt, ich will jetzt mal wissen, was war denn da jetzt auf Facebook da? Alle verheiratet. Ja, das ist doch bitteschön ein Grund und doch kein Hindernis. Da kann man doch feiern gehen. Wo ist denn das Problem? Ja, aber guck mal, Enna, in deinem Alter ist ja klar, das wundert mich ja eher, dass die noch nicht beerdigt sind, also, in dem Alter, dass sie überhaupt noch leben. verheiratet, vermitwet schon. Ja, äh, Enna, ähm, was, wir verlieren das Ziel aus den Augen, die NWO gewinnt dann doch noch und Enna ist dann schuld. Ha, 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 äh, ja, nee, Toni, musst du noch ein paar hier in der Friedensbewegung, da gibt's noch ein paar geile Weiber. Die musst du dann da, äh, hier. Wie, was heißt der Friedensbewegung? Ich bin schon lange nicht mehr in der Friedensbewegung. Was gibt's denn da für geile Weiber? Da gibt's schon ein paar hübsche. Echt? Paar, 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 ja. da. Ach, da gab's ja eine, äh, ich hab's letztens mit dem Klonengesicht angelegt, angelegt hier, wie heißt sie hier? Ich weiß nicht, wie die heißt, aber die, die läuft immer so verkleidet mit, wie so einem Klon rum. Wie? Mit so einer, wie, 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 Das ist ein DDR-Wort, Klon. Ja, wo es auch immer noch geile Weiber gibt, das ist so bei Linksradikalen oder so, ne. So, da auch immer noch, da sind auch immer noch zwei Hübsche dabei oft, ne. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Hat er da noch was geschrieben? Muah, ha, 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 äh, und Anna ist dann schuld, was, Transgender? Ja, Anna, du hast doch schon irgendwie so ein, bist du, ne, oder? Ne, ich sag nichts. Äh, übrigens, ich poste in letzter Zeit öfter mal, äh, Videos von diesem Typ, äh, wo mir jetzt der Name entfallen ist, auch so ein englischsprachiger Kanal, der dann gemacht hat, hier Transvestigation, Arnold Schwarzenegger und Michael Jordan und und die ganze Gram. hm, 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 sei heute ziemlich bockig, oder wie? Bockig, ich bin ja voll die Tustel, ich bin ja eher zickig, dann, ne, äh, dann verstehst du bockig falsch, also, wenn ich bockig sage, hier, bockig, das heißt, äh, ja, geil, notgeil. Nee, ich glaube, das wird ja anders interpretiert. Ja, sehr schön. Ich mach ja nur Spaß, aber das kann, die Leute, die den Stream hier nicht kennen und die Leute nicht kennen, die denken bestimmt, boah, was sind das denn hier? So, die Sachen hier fallen, frauenfeindlich, nachher wird der Stream noch gesperrt wegen, ähm, ja, Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus und Antigendersprache. Aber wir sind doch nicht frauenfeindlich, ganz im Gegenteil. Ich mach ja nur Spaß. Was wäre denn frauenfeindlich nach eurem Begriff? Ja, das weiß ich nicht, Enner anschaffen zu schicken oder so. Keine Ahnung. Ich kann ja, ich kann ja Enner gut sagen, die hat, äh, die hat eine schöne Stimme. Ich mag die Stimme von Enner. Also jetzt mal Messer. Ich mag die Typen nicht, die, äh, äh, Weiber immer nur sagen, ja, meine Frau gehört nur in die Küche, und in das Schlafzimmer, denn wer soll denn das Klo putzen? Zum Beispiel, ne, zum Beispiel. Enner hat ja viel kleinere Finger, da kommst du viel besser in die Ecken zum Putzen. Ja, ich hab ja immer, ich hab ja immer nur welche, die, die, die guckt ja immer der Hamster zum Beispiel, ne, die kann ja nicht kochen, die kann ja gar nichts, ne, ist total faul. Der Ars hat keinen Geschmack. Ja, aber, aber ich finde das aber auch, wenn man so bemuttert wird, finde ich ja auch wieder langweilig bei Frauen auch, ne, das ist dann auch wieder, äh, irgendwie, aber da beim Hamster finde ich das ja irgendwie schon, äh, auch witzig, dass sie immer so ungeschickt ist, und alles. Äh, ja, keine Ahnung. Naja, aber ich finde schon, dass eine Frau kochen können muss. Also, ich könnte nicht mit einer zusammenleben, wo ich, äh, Chemiepizza fressen müsste, und, äh, die, die sogar Nudeln anbrennen lässt, oder sowas. Also, nein, das macht es. Das stimmt auch wieder. Äh, nee, was, das nicht verkehrt wäre, so eine, die sich gesund ernährt, aber trotzdem leckere Sachen macht, das wäre für mich, glaube ich, mal ganz gut, ne? Also, äh, ja. Weißt du, wie das gerade rüberkommt, wie du gesagt hast, das wäre für mich mal ganz gut, dass du übergewichtig wärst. Ah! Das habe ich nicht damit gemeint, aber, äh, ich habe, glaube ich, trotzdem nicht die allergesundeste Ernährung, glaube ich, manchmal. Äh, ja. Ha, Libia hat dich gerade eingeladen, Sam. Wie bitte? Ah! Ja, gut, aber bei, bei Libia weiß man nicht, das ist ja so eine ESO-Hexenmeisterin und wenn es da was zu fressen gibt, dann bist du vielleicht das Hauptgericht, Sam. Kommst dann in den Kochtopf oder so, ne? Das weiß man nicht. Vielleicht habe ich ja auch diesen Fetisch und stehe drauf, verspeist zu werden. Also, Livia hier, ne? Ja, Livia, der sagt ja, der wird sowas wegwohnen, da fliegst du hin mit deinem Besen und gehst ihn abholen. Äh. Ich brauche eine Kamerafrau. Na, kochen kann ich selber. Äh, äh, ja. Ja, aber, äh, warum gehst du nicht einfach, du wolltest doch so viele Sachen machen, da wo du filmen wolltest, warum gehst du da nicht einfach hin und filmst dann, geht das dann nicht oder passt das dann nicht so? Wolltest du auch in irgendwelche Ämter mal reingehen oder was wolltest du dann machen oder was? SchreiberTV, ich mag keine Kinder. Was möchtest du mir denn kochen, Livia? Ja, das mit den Kindern war auf mich beziehungsweise. So. Aber ich habe tatsächlich bei den Leuten, die man nie sieht, da habe ich ja gar kein Bild im Kopf oder so, ne? Ehrlich? Ich stelle mir die Leute immer vor. Ich denke mir immer, wie sieht der aus, wie könnte der aussehen? Aber bei mir gefällt mir ganz gut, dass ich ja auch so wie wieder Jamie Lannister, ne? Das gefällt mir ja gut. Ja. Ich weiß nicht, deine Stimme passt irgendwie zu ihm seiner Fresse und so. Ich kann das nicht erklären. Also für mich, du hast eine ähnliche Staturen so jetzt in der Vorstellung wie Jamie Lannister und das Gesicht ist auch ähnlich. Weil deine Stimme irgendwie zu deinem Gesicht passt, finde ich. Ja. Und weil du ihn einfach nur cool findest und so. Ich bin wirklich Martin Hülers Zwillingsbruder. Ich bin übergewichtig. Äh. Aber beim Toni hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ihm sein Gesicht ja, aber ich kannte ihn ja nicht. Und so. Ich habe nur so dieses noch alles, ja wie das vom Jurassic Park Bild hat und so. Da habe ich, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass er lange Haare hat und Bart trägt und so. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können bei seiner Stimme. Okay. Ich schreibe Ray über, du bist lang und schlagsig. Nee, das stimmt nicht so ganz. Äh. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Der Toni ist ja ziemlich groß, ne? Also ich finde, das kommt aber auch nicht immer so rüber in den Videos oder so. Wie groß bist du eigentlich? Bist du locker 1? Ich bin 1,90. Ich bin 1,86 so. Ja. Aber das, also so ein Video ist, also so denkt man das gar nicht so, ne? Das ist, äh, das ist interessant. Wolfgang Grettich ist auch total groß, das denkt man auch nicht. Ja. Gut, den kennen jetzt viele auch gar nicht, aber das ist, äh, ähm, der Alexander Benesch, das, ich finde, das denkt man auch nicht, aber der ist, ich weiß nicht, wer den schon mal in Real Life gesehen hat, aber der ist, ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Ich glaube, der ist so 1,57 oder so. Nachher beim Treffen stellt sich noch heraus, dass er als Play Halbglatze trägt. Genau. Was ist denn Halbglatze? Ja, wo, nur an den Seitenhaaren sind und der Rest ist frei. Der Kopf, also oben, die Kuppe und die Stirn und so. Nee, das wäre grauenhaft. Da würde ich mir, glaube ich, eher ein Nasrassu dann machen oder so, ne? Das könnte ich, das könnte ich, glaube ich, nicht ertragen. Groß Willis, glaube ich. Aber das, aber das wäre, glaube ich, für mich, glaube ich, echt, wenn ich, ich habe da Glück, ne, also jetzt auch genetisch und so, dass die da keine Glatze hatten und so, also, aber ich glaube, das wäre wirklich schlimm für mich, wenn ich so Haarausfall hätte oder du hast Fukuiwa. Was, ach so, wie der, wie der Dings bei, bei, ähm, The Walking Dead oder was? Äh, Fukuiwa, weißt du, diese alten Frisuren, so, die, wo hinten lang ist und der Rest ist im Grunde kurz, so, also etwas kürzer. Fukuiwa, wie soll ich das jetzt? Nee, ich weiß ja, ja, ich weiß ja, nee, so auch nicht, so auch nicht, nee. Ähm, aber ich kann mir auch denken, dass du einer bist, dass du immer so Stunden vor dem Spiegel stehst, um die Haare zu stylen und alles perfekt sitzen. Ja, das stimmt sogar. Und, äh, ich bin doch immer, ich bin doch jemand, der total froh ist, wenn irgendwo ein Spiegel ist oder so, wenn ich dran vorbeigehe. Weil ich bin irgendwo im Aufzug, und jetzt, bevor ich mich, ähm, ja, keine Ahnung, aber hier, Jamie Lannister, der hat doch aktuell, der hatte doch die Haare eher kürzer, ne, der hatte vorher, hatte so, in den ersten Staffeln, hatte so komisch lang und ich hab momentan, hab ich auch wieder die Haare ein bisschen kürzer, hab ich die so wieder, Jamie Lannister, naja gut, das kommt nicht ganz hin, aber, ähm, ich hab die Haare gerne kurz, ich hab sowieso scheiß Haare, bei mir, ich hab so, wie nennt man das, ähm, so, äh, bei uns, äh, Widerbusch, heißt das, äh, heißt das, was sind so, Widerbusch, äh, so Wirbel, und das, das bringt die Haare dazu, dass sie nicht, äh, kämmbar sind, so, und wenn die Haare zu lang sind, und ich dann morgens aufstehe, dann stehen die Seite, also auf den Seiten, nicht alle, nur so ein kleiner Teil, auf beiden Seiten, äh, so hoch, und das sieht dann aus, als wenn ich der Teufel wäre, mit so Hörnern, und ich kann dann eine Stunde vor, vor dem Spiegel stehen, und das Kämmern, das geht nicht weg, ich muss mir die Haare nass machen, damit, äh, äh, ähm, ja, damit das steht, und so, und das hält auch nicht den ganzen Tag, dann nach einer halben Stunde, stehen die Haare schon wieder zu Berg, und sobald sie zu lang werden, das nervt, deswegen, ich mache immer ganz kurz, die Frisur, bei dieser, ja, wie sagt man das, so ein Wirbel in den Haaren, oder gibt es dafür ein deutsches Wort, vielleicht, hm. Ja, ja, keine Ahnung, ähm, das ist einfach so ein Wirbel, und dann steht da alles, äh, da in dem Bereich, wo dieser Wirbel sozusagen ist, stehen die Haare immer hoch. Ja, ja, das ist, das nervt ja total, ne. Ja, und deswegen, kurze Haare, dann ist das nicht. Was ich auch noch schlimm finde, ich glaube, wenn man so graue Haare hätte, oder so, das würde mir, glaube ich, auch nicht abgehen, ne. Das ist ja eigentlich so mein Ding. Man sagt immer, die Frauen stehen da drauf, aber ich, das ist dann, glaube ich, scherben und so, ne. Ich weiß, ich habe einen Lehrer mit, der war 30, der hatte schon graue Haare, aber voll. Das nervt ja total, Weil ich habe eine ziemlich spezielle Haarfarbe, also, kriegt man die eigentlich so einfach zum Nachhinein, das stimmt auch, ne. Aber, ja, Keine Ahnung. Ja, tolles, tolles Gespräch, ne. Das ist, ja. 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 Ja, irgendwie eine seltsame Sendung heute. Ist das strange? War aber trotzdem nicht schlecht. Schlecht war es jetzt nicht, ich weiß auch nicht, ich bin ein absoluter Überflieger. Das kann ich nicht, über was wir jetzt überhaupt die ganze Zeit da gesprochen haben, ehrlich gesagt. Aber naja, die Tüte Chips habe ich aber auch heute auch aufgemacht. Also, was ich da halt sagen. Was für Chips isst du denn? Ja, so Biochips. Was Biochips? Also nicht, also die sind, wie sagt man, die sind etwas härter. Ja, Biochips würde ich sagen. Ja, Biochips nennt man das. Die sind nicht so dünn wie die normalen da und ich glaube, die kriegt man hier auch gar, also bei euch glaube ich auch gar nicht. Ja, da steht einfach nur Biochips drauf. Und so eine grün-weiße Verpackung und da steht Biochips drauf. Wahrscheinlich steht mit Bio-Kartoffeln gemacht. Okay. Boah, Leute, ihr wisst ja, was ich mal geil fand. Die gibt es aber leider schon ewig nicht mehr. Es gab doch mal diese blauen Bringles. Könnt ihr euch doch daran erinnern? Die Verpackung war blauer, nicht die Chips. Also, die war so hellblauer. Pringles habe ich selber gemacht. Das war voll abartig. Ich finde die voll abartig. Ja, aber die waren mit Salz und Essig. Ja. Ich fand die geil. Ich habe die echt geliebt. Also früher, ne. Also, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gesehen. Die wollte da wahrscheinlich auch keiner fressen, ne. Aber man kann die immer noch bestellen, aber nur im Ausland. Und die fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ansonsten habe ich es eigentlich nicht so wirklich mit Süßigkeiten. Also, irgendwie so. Naja, wenn man weiß, was in den Süßigkeiten träne ich, dann verliert man die Rüchte dazu. Ja. Ja, was weiß ich. Ja, Sam, vielleicht kann ich dich auch mal irgendwann besuchen. Da musst du ein paar geile Weiber am Start haben. Jo, kein Problem. Am besten welche in deinem Alter. Das wäre nämlich nicht verkehrt. Und nicht so alt wie Anna. Okay. Ja, nicht, dass die Leute nachher noch denken, weil wenn du älter aussiehst, wie würde ich das an Kinder vergreifen oder so. Aber sie hat zum Glück nicht älter aus, ne. Ja, okay, ja. Das ist gut. Also, jedenfalls, jedenfalls angeblich, ja. Also, äh, Können wir uns auch in Trier im Club Pearls treffen. Im Club Pearls? Was ist das denn? Ist das auch so ein Freibauer-Club, oder was? Nein, das ist ein, äh, etwas Blissement für Männer. Für Schwule, oder was? Nee, hast du sie nicht mehr alle. Hallo? Ja, was denn? Ja, wo Männer hingehen können, um sich zu entspannen. Ach so. Aber, äh, nee, mit Nutten habe ich sie irgendwie auch nicht so. Also, ich weiß nicht. Also, die meisten Nutten sind nämlich hässlich. Ich kenne einen, ich kenne einen, der gibt. Aber nicht in diesem Club. Nicht in diesem Club. Ja, also, ich kenne einen, der gibt. Ich kenne einen, der gibt immer einen Dorn. Das hat ja auch mal im Internet gezeigt, wie die aussieht und so. Und dann... Also, im Club Pearls kannst du die Weiber sogar schon im Voraus bestellen. Da gibt's dann, ähm, gibt's die Internetseite. Und dann, äh, traurig, dass ich das weiß. Und dann kannst du dir einen Weiber-Dahl anschauen. Aber ich glaube, ich hab's nicht so mit Nutten oder so, ne? Ja, ich auch nicht. Aber wäre ja mal eine Erfahrung. Moment. Ich will immer irgendwelchen Leuten irgendwelche Weiber andrehen, ja. Aber ich selber... Äh, ich guck, ich guck mir das jetzt an, ne? Ich geb das jetzt ein. Das ist halt Club... Ich guck jetzt mal, ob da keine Weiber da war. Club Pearls... Dann gibt's mal ein Drei-Wochenplan. Ich guck jetzt mal. Sieht bestimmt scheiße aus. Was? You may not be able to visit this page because of... Okay, weil ich nicht alt genug bin wahrscheinlich, ne? An Outdate Book... Geht nicht. Ich wollte jetzt hier den Dienstplan einsehen, da. Wochenplan. Vorschau. Geht nicht. Article not found. Geht nicht. Was ist das? Oder das geht, das geht. Schau mal. Ja, da, 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 Routenplanner. Da, da, da. Kannst auch Alter angeben von wie viele Jahre du anwählst und welche Farbe und so. Ja, akzeptieren allgängig. Ich guck jetzt hier. Also ich hab bisher noch keine geile gesehen, ne? Äh, da, da, da. Was ist hier Vorschau? Wie... Toll, ich will ja die Weiber sehen. Let's Play. Was? Da steht wirklich Let's Play. Was? Club Purse. Let's Play. Partyraum mit Bar und Billard. Also ich fühl mich ja direkt hier angesprochen. Äh, so ist es... Da siehst du. Da können wir die Tool-Cop-Partierer machen. Erlebe das letztendlich von mir. Diese separate Party. Ne, aber ich will jetzt wissen, wie wir einmal da aussehen. Die sind bestimmt nicht hübsch. Die sehen bestimmt nicht aus wie der Hamster. Ähm. Ich sehe aber keine. Die sehen bestimmt kacke aus. Ich wette mit dir. Also wenn da wirklich hübsche dabei sind, dann sage ich schon, aber... Ja, hübsch ist aber relativ. Also, äh, was für mich hübsch ist, ist bestimmt nicht für dich hübsch. Und was für dich hübsch ist, ist bestimmt nicht für mich hübsch. Schmecker sind verschieden. Ja, wie gesagt, guck dir... Hast du ja jetzt mal angeguckt, die Kelly Ake, Miss V-Log. Weil die hat echt Ähnlichkeiten im Hamster. Ähm... Da finde ich jetzt alle nicht so wirklich... Was meinst du, die Hamsterbacken, die die hat, oder wie? Ne, die sind im Hamster schon sehr ähnlich. Das könnte gleich ihre Schwester sein. Ja, aber so schön ist die nicht. Die hat schöne Augen, aber mehr nicht. Finde ich. Ja, heutzutage ist die auch fix und fertig. Ich glaube, die ist sogar fett mittlerweile. Aber, äh... Aber wo die noch jünger war, hatte ich schon irgendwie Ähnlichkeiten im Hamster gehabt. Ich guck jetzt hier... Also, ich hab wirklich jetzt keine gefunden hier. Also, ganz ehrlich. Äh... Gut, von manchen sieht man auch die Fresse nicht so. Vielleicht wäre dann doch die eine oder andere hübsch gewesen. Ich schau mal. Ich hab auch einen sehr speziellen Geschmack genommen. Das ist, äh... Mir gefällt nicht jeder. Hm... So, Alter, finde ich... Finde ich aber Anna doch noch besser, ne? So, äh... Ja, aber gut, es sind schon ein paar dabei, die gehen eigentlich noch grad so... Mal gucken. Äh, warum sind denn da so viele? Was ist denn das für ein Laden? Oder sind die nicht immer alle da? Also, so wie ich das verstanden hab von Freunden, ähm, ähm, sind da die Mädchen immer nur, äh, ein, zwei Monate da und die sind hauptsächlich da, um, ähm, Universitätskosten zu finanzieren. Also, ich sagen die meisten jedenfalls. Und, äh... Was sind das, sind das dann so, so Einmalnutten, oder was, so wie der Einmalrasierer, oder wie? Nein, 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 die kommen halt nur, wenn die, äh, von der Uni immer so frei haben, ne, von der Uni. Ja, aber da sind jetzt... Ja, aber da sind jetzt... Da sind ja welche dabei, die sind fünf Stunden älter aus, also... Also, ich find das jetzt wirklich nicht so... Ja, dann gib mal ein, gib mal ein von 20 oder von 18 bis... Oder für dich vielleicht von 60 bis 70, oder so. Boah! Ah, hier steht, hier, Alter, Alter, ab 18. Alle... Was? Oberweiter. Was? Oberweiter. Ja. Alle Sprachen? Äh... Das Deutsch-Basic. Livia, diese Mücken, diese Geräusche, das ist nur Musik hier bei mir, damit das hier nicht so viel schallt, sonst flippen die Nachbarn aus. Ne, das Formularübermittlung bestätigen, jetzt ist hier wieder alles weg. Keine Ahnung. Ja, das mit den Sprachen ist, ähm, ja, ob du eine wirst, die nur Deutsch kann, du kannst ja auch eine Nationalität aussuchen. Das ist richtig, äh, wie ein... Ja, willst du nicht bei den Nutten nur mit denen, willst du nicht bei den Nutten nur mit denen zu quatschen, oder? Ja. Du kannst ja auch machen, da weiß ich, wenn du gerne nur mit denen redest, gibt's ja auch ein Teil. Boah, das ist schon toll, ne? Ey, ohne Schau... Boah, da ist eine, die hat sich damit irgendwas eingeschmiert, ich will gar nicht wissen, was es ist, ich hoffe, dass das wirklich nur Schokolade ist. Ach, ich wüsste, wer geht von der Seite. Mach mal dich im Freigang. Ah! Hilfe. So, Jungs, wisst ihr noch, dass ihr lasst, ja, natürlich, ist mir schon klar, aber... Ihr müsst euch hier mal ein bisschen was bieten, ja? Also, wenn, wenn das heute schon sehr schwach war hier, dann zumindest, äh, was, Let's Play steht auf G-Mails? Was ist denn ein G-Mail? Sie, 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 Mann, oder was? So, hier so ein Trenuous. Ja, das ist ein G-Mail. Um was geht es in deinem neuen Video? Also, Toni, ich habe irgendein Video vorhin noch kurz reingeguckt, das habe ich noch nicht ganz gesehen, das war irgendwie mit Planeten oder Sonnen mit Größenwelt und so, ne? Ja. War das das Neue? Genau. Aber ich muss sagen, das mit der Mucke, das hat schon animiert, da weiter zuzugucken. Also, ich weiß nicht warum, aber als du die Mucke da angemacht hast, dann, äh, keine Ahnung, das war so wie die Hypnose auf einmal. Ja, die hat, die hat gut dazu gepasst. Das war auch die Idee, der Gedanke dabei. Ja, ich habe mir extra, ich habe mir extra, äh, von Daft Punk, äh, das Instrumental genommen und habe das aber auch nochmal extra zusammengeschnitten, weil ich nicht diese Computerstimme in dem Song haben wollte. Da gibt es so eine, äh, so eine, so eine Computerstimme und, da hat mir nichts verloren. Und das habe ich extra rausgeschnitten und das habe ich dann einfach drunter gelegt, ja. Und bis jetzt auch noch kein Copyright-Strike, ja. Also, normalerweise ist es so, dass ich dann auch gleich eine Copyright-Verwarnung kriege oder so, aber bis jetzt noch nicht. Ich habe gehört, man kann sogar, sogar Originallieder benutzen und, äh, das einfach ein bisschen hochpitchen oder sowas und dann wird es wohl auch kein Copyright-Strike geben. Nee, nee, die monetarisieren das dann selber. Ja, die sagen, ja, das ist eine Copyright-Geschichte und der Lizenznehmer, äh, monetarisiert das dann. Auch wenn du selber keine Monetarisierung aktiv hast auf deinem Kanal, dann wird das, dann wird das automatisch monetarisiert und dann kriegst du dann halt auch kein Strike. oder beziehungsweise keine, keine, äh, verwarnung. Ich hab, viele meiner Videos haben diesen, haben das. Ja, also auch, äh, das Fuck you von Archive, äh, ist genauso, ja. Das steht dann in meiner Videobeschreibung, ähm, 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 ähm. Der Rechteinhaber hat da Copyright-Ansprüche angemeldet und das wird dann automatisch monetarisiert und wenn du dagegen Einspruch erhebst, dann wird halt dein Video rausgenommen. Ja, also okay, das okay, okay übrigens hier, Anna, was, ihr braucht nicht mal bis drei fahren, also Anna, ich muss schon sagen, da bist du doch noch hübscher als die Nutten da, ne, also Anna, das muss man doch echt jetzt mal zu deiner Verteidigung sagen, ne, da würde ich doch eher noch die bei dich nehmen, ne, ähm, und du kannst sogar fließend Deutsch und nicht nur Basic, sondern sogar komplett, auch wenn ich das jetzt wahrscheinlich weniger in Anspruch nehmen würde, dann, aber, äh, egal, also, ähm, was als Thumbnail für diese Sendung sollte, hoffe ich, ein geiles was, Web nehmen, Vibe, können wir klicken, ein Vibe, okay, ähm, jetzt, was soll ich denn heute für einen reißerischen Titel eigentlich wählen? Ich hab ja da nur stehen Hangout Salon 5, also Sex sells Das reicht, glaub ich, nicht, aber oh Gott, echt, ich, 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 wo gibt es die besten Nutten, äh, ich, guck's für alle auf der Trooper-Party Was? Was? Ich, guck's für alle auf der Trooper-Party Das klingt gar nicht mal so schlecht, warte, ich glaube, ich müsste es wirklich wieder wegmachen mit dem Hangout Salon 5, irgendwie gefällt mir der Name nicht, ja, ja, Moment, was ist denn jetzt los? Äh, Mist, Moment, 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 Hangout Salon 5, Nutten und Wurks für alle auf der Ha, 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 auf der Trooper-Party Ha, 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 geiler Titel Diese Lache Jetzt mischt man noch irgendwie ein schönes Bild, so, jetzt mach ich schon ein Bild rein vom Amster, ho, ho, ne, Quatsch, bringt Amster mich um, ähm, oder wie die heißt, Ja, guck mal, ob da irgendwas Aufreizendes finden, warte, 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 äh, Kelly, nee, Kelly, aka Mrs. Vlog, sie sieht echt fertig aus mittlerweile, ist krass, so alt und verbraucht irgendwie, ne, die ist auch nach Afrika gefahren, 100 Proben sich da von den Bimbos da durchbumsen zu lassen, äh, alt und verbraucht, ha, 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 alter, ha, ich bin nicht froh, habe ich aber auch wirklich gehört, wow, äh, ich finde aber nur noch so alt und verbrauchte Bilder von der, ist echt schlimm, ne, nur Pamela, Pamela Anderson, ja, irgendeine Frau, die auch eine Frau ist, ich bin mir bei Pamela nicht so sicher, oder ist die, ist die eigentlich Tranny, ich weiß sie gar nicht, hm, volle Kamela-Training, was, alle, ne, von der Kelly-Ecker-Mix-Vlog finde ich jetzt eigentlich nicht so, tolle Bilder, oder müsstest du mir halt sagen, irgendeine Seite mit Nutten, wo aber wirklich geile Nutten dabei sind, ne, oah, weiß ich doch jetzt nicht, ich kenne nur die Perls Seite, mehr kenne ich da auch nicht, und das habe ich auch nur von einem Freund, neben den, neben irgendwelche Schauspieler von Berlin Tag und Nacht, die sehen doch kacke aus, ja, ich müsste mir das Tablet reinziehen, weil da haben sie so was geguckt, oder geguckt hat zumindest, oder GZSZ, doch mit Gerner und so, ja, aber GZSZ ist aber hundertmal besser als Berlin Tag und Nacht, da haben sie halt jetzt sogar Köln, Dingsbums, 90-210 geguckt, ne, natürlich nicht 90-210, ähm, lauter dumme Kommentare, äh, ja, der Mr. Scream hat hier einen Tipp für dich, du musst auf schwedengirls.ch gehen, warte, mach ich doch sofort, was, Sweden, girls, bin ich mal gespannt, auch noch ein cooles Bild für die, ich habe sie gefunden, ich stehe ja eher so auf Nordeuropäerin, das könnte tatsächlich was sein, mh, ja, die finde ich schon besser, so, aber Anna, keine Sorge, du bist natürlich noch besser, ne, so, äh, äh, ja, aber die, die haben ja keinen Koks mit dabei, das ist blöd, ich gebe jetzt einfach mal einen Nutten und Koks, was dann kommt, Nutten, dein Ernst jetzt, denn es ist so, da kommen sie wieder alle, du hast die libertäre Szene mit den Schmutz gezogen, schäm dich, so, Geld, Koks und Nutten, so, Nutten, Koks und frische Erdbeeren, die Geschichte ist so schlaß, so, oder ich mache ein Bild vom Friedmann rein, der war doch auch mal hier auf Koks, ne, nein, dann mach lieber Falko, ja, Friedmann, der ist immer so schnell mit Verklagen und so, ne, das ist doch der, der immer Antisemit und so schreit, ne, dieser Jude, der, ja, der sieht doch wirklich aus wie, wie ein Jude, also richtig, absolut, so, passt das auch voll, ne, aber wie man sich das so vorstellt, eher, aber der Falko, der kann mich ja nicht mehr verklagen, oder, das ist ja dann, äh, na, der ist tot, der hat, der ist, der ist voll gekokst in den Baum gefahren, ich, äh, so, jetzt finde ich aber kein Bild, das ist blöd, oder ich gebe einfach nur ein Kokain, das ist doch nur für's Thumbnail, müsste wirklich jetzt ein Vibe sein, was dir hundertprozentig passt, komm, ich mach die Oma Thurman, wo sie dachte, sie würde Koks ziehen, und in Wirklichkeit war es ja ruin, aber das ist ja auch keine Frau, oh, mach die Oma Thurman, mach die Oma Thurman, mach die Oma Thurman, Playboy, das ist ja alles, der ist ja auch, äh, abgeschraubt, oder nicht, übergeschraubt, äh, von diesem Film mit dem Bär, da hat er doch Lutten und Koks, das passt doch, äh, das ist eine gute Idee, das ist ja noch was, hier, der Stefan Grieb schreibt gerade ganz schön wählerisch, plus eitel, der Herr Let's Play, was, 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 wählerisch, was, ganz schön wählerisch, plus eitel, ja, also, äh, da haben sie das eher am allerschönsten, so, mh, sprich so oft von deinem Hamster, warum, ich weiß nicht, warum hältst du dir den Hamster einfach nicht, mit Hamsterrad und, ah, das geht nicht so einfach, weil, ähm, äh, weiß ich nicht, die haut öfter mal ab aus dem Käfig, äh, so, äh, 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 Moment, Moment, ich glaube, ich habe ein schönes Bild, gucken, ja, das geht ja eigentlich, oder ich mache das Bild, ich weiß noch, wer das noch kennt, von, äh, Freitagnacht News, hier mit, äh, Bernie und Erd, hier heute Drogen, das wäre auch noch was, das wäre auch noch ein schönes Thumbnail, ne, Moment, also es ist hier auf jeden Fall schon mal ganz gut, was ich hier habe, ja, ja, siehst du, ab dem Moment, wo wir angefangen haben, mit, über Sex und so zu reden, hier, 82 Abonnenten jetzt, ja, also, ne, hat eigentlich, hat eigentlich schon jemand von euch den, den neuen, äh, Stephen King's S gesehen? Nö, ich habe ja gesagt, wenn ich mir den direkt da nicht anschaue. Ja. Hast du gesehen, Toni? Ja. Ist der gut? Weil, es hieß ja, der soll gar nicht so schlecht sein, die neue Verfilmung. Wer den, wer den, äh, äh, anderen S kennt, der ist nicht überrascht. Also, für mich war, eigentlich langweilig. Ich hatte also von dem, von dem Original, das waren ja zwei Teile mehr oder weniger, und ich hatte den ersten, fand ich ja echt gut, und dann den zweiten, wo es ja mit den Erwachsenen, das fand ich ganz schlecht, so, und, und das waren auch ganz schlechte Schauspieler, finde ich, und, ähm, ich habe den als Kind gesehen, da war ich bis sechs Jahre alt, ja, und dann habe ich, ich dachte am Anfang, das wäre irgendwie voll harmlos, weil das halt so ein Clown ist und so, ne? Hallo Georgie, na, möchtest du einen Luftballon? Hier unten ist alles, Süßigkeiten, alles, was dein Herz begehrt, und dann noch die Kinder, ja, wir sind die Kinder, und wir können alle fliegen, und dann, ja, sie fliegen, Georgie, und wenn du unten wirst, dann könntest du auch fliegen, und dann reißt du dann den Arm ab. Das fand ich echt übel, ich habe mich da echt nicht mehr getraut, an so einem scheiß Kanal vorbeizugehen als Kind, ne? Das könnte laut sein, ne? Aber haben die den Film genauso, also den Remake genauso wie den Original S aufgebaut, also mit den Zähnen oder so, oder haben die das anders aufgebaut? Tony? Ja, der hatte auch diese Zehnte, aber, ja, ich finde ihn wirklich nicht so interessant, weil er halt, äh, sich sehr an der Original Story da anlehnt, und da ist nichts Neues dabei, ja, und sie arbeiten dann zusammen wieder, ähm, Ende, um ihn zu besiegen, und bla, für mich war er nur interessant, wegen der Symbolik. Und war, war denn unheimlich viel drin an Symbolik? Äh, ja, ja, auch überladen. Stephen King ist da wirklich ein Meister. Ich habe da damals ja gar nicht so drauf geachtet, war auch schon im Original, war das auch schon da so krass, oder? Bestimmt, ich muss mir den nochmal anschauen. Ich habe den noch nicht oft gesehen, glaube ich. Stephen King, da den, den S, ähm, so, nee, mit Bernie und Erd, das Bild gefällt mir auch nicht so, aber ich habe das immer voll gerne geguckt. Bernie und Erd, heute, Drogen. Verdammt, Bullen, ich muss die Drogen verschwinden lassen. Hier, Erd, du hast doch noch Hunger, guck mal. Äh, hier, LSD, Kokain, und Heroin steckt in den Spitz, in den Korb. Und dann, alles dreht sich, und dann, die Bullen, ja, können Sie bitte die Musik etwas heiser machen? Das ist die Folge rum. Das habe ich schon. Oder einmal hat er ihm voll in die Fresse reingespritzt. Es ist ja eigentlich noch voll lustig, eher. So, ja, ich mache jetzt, glaube ich, dieses, äh, dieses Bild mit Ted. Das nehme ich, glaube ich. Hehehe. Das ist mal wieder ein schöner Titel, Sam. Ja. Und damit, äh, schließe ich jetzt auch. Was mit 20 darf man schon mal real in die Richtung denken, Sam? Was schreibt der Stefan Krieb? Jetzt lassen wir den Sam erst mal das erste Mal Sex haben. Sam, der ist doch schon uralt. Der hat ja bestimmt schon 20.000 Weiber gehabt. So. Komm, 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 komm. Der Untergang der alternativen Szene. Die Männer sind auch hier Männer. Außer ich natürlich. Bin ich mal die Tussi? Sorry, Späßchen. Ich kann nicht fassen, dass ich immer noch zuhöre. So. Ah, jetzt, jetzt aber, danke, dass ihr alle durchgehalten habt, so lange noch hier, ne? Und jetzt, äh, aus Mitleid könnt ihr auch noch ein Abo da lassen. Ja, und ansonsten, ähm, besucht den Club Pearls in Trier. Und da hat man sogar einen ganzen Sex-Erotik-Bereich nach meinem Kanal benannt. Der nennt sich nämlich Let's Play. Das ist kein Scherz. Hey, warum nehme ich nicht das Bild vom Club Pearls? Hey, das wäre doch mal was, oder? Let's Play steht. Ja, mach doch. Moment, Moment, Moment. Das muss ich erst mal schnell machen. Oh, jetzt geht es sogar mit dem Dienstplan. Äh, na, 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 na. Hm, bei mir steht aber noch immer Hangouts, hallo. Ja. Ja, das ist, glaub ich, nicht gespeichert, ne? Warte. Ja. Da musst du aktualisieren. Ah, ich hab nicht gespeichert. So, jetzt hab ich gespeichert. Äh, ihr müsst gucken. Also, hier, Dienstplan bin ich jetzt bei denen. Vielleicht kann ich ja Dienste mit denen tauschen. Also, dass ich dann mal eine Schicht im Puff mach und die dann auch bei mir mal dann halt, ne? Dann wird sich der ein oder andere Kollege freuen. Aber da muss ich schon eine Hübsche raussuchen. Ah, die sind nicht so anspruchsvoll, ne? Ich hab schon Freundinnen gesehen von denen. Da kann ich doch hier irgendeine hessische Nutzer aus dem Club Pearls. Zum Beispiel hier die, äh, Claudia. Ja. Let's play. Erlebe das Let's play. Jetzt informieren. Ja. Club Pearls. Let's play. Ich glaub, das nehm ich. Das nehm ich. Das passt echt wie die Fasers Auge. Moment. So. Dann müsste aber noch irgendwie ein anderes Bild sein, Mensch. Ist nicht so ganz. Jetzt muss ich dann irgendwie noch ein bisschen zurecht. Ich geb dir noch ein Tipp. Wenn du, äh, wenn du, äh, ein Bild von den Weibern da anklickst und, ähm, da kommst du auf das, auf die Seite Profil von dem Mädchen da selbst und dann scroll runter und dann liest, also liest, also da steht da, was das Mädchen alles macht für das Geld. Wenn ich das lese, dann lache ich mich meistens tot. Da stehen so kranke Sachen drin, die sind so unfassbar, dass Menschen wirklich so was machen. Jetzt kommt's. Aber sag mal bitte was noch semi-schlimmes. irgendwas halbwegs harmloses. Finger in Arsch, also, dass die dem Typen, was in den Arsch steckt, solche Sachen stehen dann dabei oder ja, Fußfetisch oder ich kenn ja, ich kenn ja einen, der, äh, Schokobad ich kenn ja einen, der hat da immer unheimlich viel Geld ausgegeben im Puff und ich frage mich, das ist übrigens der eine Typ da, ich glaub, du kennst ihn auch, den, äh, es wurde gesagt, die Heizung funktioniert. der hatte da immer unheimlich viel Geld, äh, Puffer ausgibt, ich frage mich manchmal echt, was der da gemacht hat, weil ich glaub, normale Sachen, die kosten nicht so viel, äh, Livia, ja, ich weiß das alles nur von Freunden, ich war noch nicht da, ich bin zu geizig, ehrlich gesagt, für so etwas, äh, ja, so, kann ich auf die Internetseite gehen, da, da steht alles, Livia, müssen wir schauen, die wieder suchst einen Job oder was? Oh, da war er Müll. Moment, Moment, Moment. Was mache ich denn da jetzt? Lass mich hier mal gucken. Größe ändern. Jetzt muss ich noch die Scheiße anpassen. Ist alles blöd. Was machen wir denn jetzt? Was hier breit? Okay. Das passt dann. Auch wieder nicht. So. So, und dann. Ich möchte jetzt hier irgendwie, ich bin gerade überlegen, wie ich das machen soll, aber ich hätte gerne das Ganze hier, äh, das Ganze hier draus. Moment, 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 Moment. So. Wie soll ich das machen mit, äh, sozusagen mit, äh, schwarzem, schwarzem Hintergrund, oder? So, und, äh, ja, das will ich ja so gar nicht, Mensch. Ich glaube, da ist irgendjemand da. So. Größe ändern. Ja, hört man mich überhaupt noch. Bei mir kommt dauernd stehen, äh, überbrief für deine Netzwerkverbindung. Nee, 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 passt schon. So, Moment, Moment, Moment. So. Das ist ja schon mal was. Jetzt hier noch ein bisschen. Jawohl. Und jetzt, ich hab, ich hab echt null Ahnung immer hier von, von Bildbearbeitung, so'n Scheiß. Bin echt immer total aufgeschmissen. Sieht aber doch ganz gut aus. Ja. Und. Perfekt. Jetzt müsst ihr eigentlich Geld von denen kriegen, wenn ich für die Werbung mach, oder? Keine Ahnung. Eigentlich müsste ich das Geld ja kriegen. Ich hab ja, äh, davon angefangen. Das ist ja ein Schwulenclub. Also ehrlich. Also ich, wenn du einen Schwulen hast, würde doch nicht in einen Schwulenclub gehen. Hallo. Das fand ich immer geil. Das fand ich immer geil. In, äh, in der einen Folge da, wo wir gesagt haben, Sam, das ist alles nur wegen dem Schwulen. Ja, würde ich sagen. Und die werden sich ja wohl nicht beschweren. Die werden ja da hier nicht irgendwie hier claimen oder sowas. Die sind froh, wenn ich Werbung für die mache. Das ist scheiße. Na gut, ey, Leute. Ich hab jetzt hier mein Thumbnail und, äh, dann lass dich mal überraschen. Äh, mach ehrlich zu. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei, denn ich hab Stoff und Schnaps. Abonnenten, Koks, nur für die Personen, die sich beim Eintritt chippen lassen. Genau. Die wäre, ich hab so ne schöne, so schöne Augen, dass ich keine Nutten nötig habe. Fakt. Ach, so, so schöne Augen, okay. Äh. Äh, ja, hab ich tatsächlich. Das Fuck You gegen ein Hoffi. Also, Leute, jetzt mach ich erst mal die Werbung für diesen Club Pearls. Und wenn ihr Glück habt, kann ich sogar noch die ein oder andere von euch da unterbringen jetzt hier, ne, wenn das alles läuft. So. Hoffis neuer Beruf zuhält da. Ja. Aber auf freiwilliger Basis. Genau. Ähm, was in your face? Ich will gar nicht wissen, was in your face. Also. Äh, okay, Leute. Also, Nutten und Koks auf der Truther Party. Ne? Also, er guckt euch auf jeden Fall nochmal an, allein schon wegen dem tollen Thumbnail. Und dann machen wir jetzt nochmal zu heute. Und ich hoffe, dass ich es noch der eine oder andere angucken wird. Und mir auch tatsächlich mal auf meinem Nutrikanal ein Abo dalasst. Und seid auch demnächst dabei bei Elex, wenn ich das Spiel streame. Ja, das ist bestimmt geil. Und die Truther Party mit den Nutten und Koks und, äh, das auch mit sicherlich. Ja. Und wenn nicht, muss halt Anna herhalten. Scheiße. Äh. Äh. Und ich will beides, somit nicht, auch keinen Chip. Doch, Anna, willst du? Weißt du noch gar nicht, dass du die willst. Die ist, äh, ist, äh. Anna ist nicht schlecht. Äh. Ich hab sogar schon ab und zu mal versucht, mich an sie ranzumachen. So. Jetzt ist aber wirklich, äh, Feierabend, Leute. Also, bis dann zur nächsten Nutten und Koks-Sendung. Ich nenne das, mach einfach so ein Sendeformat, Nutten und Koks oder so. Okay, alles klar, bis dann, ciao. Ich nenne das, mach einfach so ein Sendeformat.